hallo leute und ein recht herzlich willkommen zu einem neuen verspäteten relive online live stream auf dem kanal des hundes heute mit markt rum unterwegs und ich hoffe ihr seid da ich hoffe es funktioniert alles stream läuft ja perfekt wir wissen letzter zeit youtube ist ein bisschen ich weiß nicht buggy jetzt hat ganz viel verpackt so heute mal wie immer fast sagen heute geht es mal ein bisschen ernst dazu auf relive online geht es ein bisschen ernst dazu ja warum der titel wer es noch nicht weiß schaut einfach inser ich will euch das nicht erklären wo bitte über instagram vorbei habe ich eine story gepostet aber ich glaube die meisten wissen schon was es geht und deshalb wir werden heute ein bisschen umstrukturieren ja heute ist halt echt ein bisschen ernst das soll ich mal behaupten war ein bisschen was anderes aber gut wir müssen das durchziehen wir natürlich durchziehen weil wir können nicht einfach sagen klick jemand ist weg kommt nie mehr wieder und im rp ist halt auch nix das müssen wir heute machen wir müssen uns wir müssen 1 zu 7 auf jeden fall gucken wie wir jetzt weitermachen ich hoffe ihr habt trotzdem spaß dabei ich hoffe ihr seid heute trotzdem mit dabei und ja vielen vielen dank auch für die ganzen leute die mir auch private auf insta ich habe sehr viel auf insta geschrieben haben mir sehr viele nette worte zukommen lassen leider gibt es immer so ich sag mal es gibt leider immer ein paar idioten immer gleichen streit daraus provozieren müssen das möchte ich natürlich nicht möchte mit keinem hier streit haben oder so ich sag mal so manchmal gehen menschen einfach getrennte wege und manchmal ist das besser so es ist leider so aber ja gut wir starten durch ich hoffe euch geht's gut und fiel ich wirklich wirklich vielen dank auch an die leute die auch meiner katze so die däumchen gedrückt haben aber ich auch mal was sagen ich hatte ja ich der geburtstag am 19 jetzt ja was soll ich sagen gesundheitlich ist gerade über die katze ist auch mal an meinem geburtstag fast abgeregt also es war so hätten wir die da nicht in die klinik gebracht wäre sonst abgeregt höchstwahrscheinlich da war schock also ich habe ich habe kein ist also ich habe jetzt nicht so den schönsten geburtstag gehabt den ich gewünscht hätte nach hause gekommen und katze ging es ganz schlecht also ganz übel ja ist jetzt nicht mehr bei uns zu hause ist jetzt derzeit aufgenommen worden und ja ich sag so ist gott sei dank es geht ihm jetzt schon besser auch sehr viele gefragt haben was los ist wir wissen es auch nicht genau was los ist die ärzte wissen es auch nicht genau und ich hoffe einfach geht es jetzt einfach demnächst besser er hat es jedenfalls erstmal über den hügel geschafft dass er soll mal wieder stabil ist also es war jetzt die letzten tage ich muss euch sagen das ganze was jetzt war mit freddy mit der katze es hat mich einfach also soll ich mich hat das einfach die letzten tage so mitgenommen ich habe jetzt auch gar nicht gestreamt die letzten paar tage oder habe irgendwas gemacht oder hat mich wenig gemeldet aber nur dass ihr wisst ich habe gerade so ein bisschen andere sachen deswegen freddy ist das eine aber das wichtigste was mir jetzt gerade ist es halt dass man muss meine katze überlebt dass der jetzt gut geht nur dass ihr wisst es steht gerade ein bisschen schlecht aber ich hoffe einfach er wird sich erholen ich hoffe es wirklich sehr mal schauen aber vielen vielen dank ich lese gleich alles vor ich lese gleich alles vor also es kann heute es kann wirklich alles auf einmal ist es ist echt also es lustiges im leben wenn man was scheiße läuft dann kommt meistens alles auf einmal also ich vielleicht kennt ihr das ja also mir passiert es immer bei mir passiert es immer immer wenn irgendwas scheiße läuft im leben kommt alles auf einmal auf einen zu so du hast nie immer so in abständen müssen aber das ist halt wieso ich sage immer so nach der bahnfahrt entweder es läuft oder es läuft gerade nicht im leben so ist das halt so ich hole mir mal rubelhose so gut gut vielen vielen dank leute und auch ich möchte mich noch mal wirklich an alle wirklich 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 recht herzlich noch mal bedanken die mir wirklich auf insta ich habe so viele liebe nachrichten bekommen von so vielen leuten erstens wegen der katze zweitens wegen das wo jetzt leute wieder rum halten müssen ohne grund muss eigentlich gar keinen grund gibt ich habe so liebe nachrichten bekommen also wirklich kurz geht raus ich lese mir wirklich sehr viel durch ich kann nicht auf alles antworten ich habe jetzt glaube ich die letzten stunden lass mich lügen 300 nachrichten 400 nachrichten bekommen ich kann nicht auf jede einzelne antworten aber ich probiere eben durchzulesen und wirklich zu gucken was die leute schreiben auch wenn ich nicht darauf antwort da ist das nicht dass ich es nicht gelesen habe also da geht wirklich kurz raus an die leute die wirklich mir so ein bisschen mut machen dass das baut halt auch auf in solchen situationen muss man auch sagen es baut halt schon auf da geht wirklich kurz an die leute raus die wirklich übelst nicht auf insta geschrieben also da waren leute dabei von a bis z das war echt heftig also wirklich da geht kurz raus an die leute das ist das habe ich wirklich so ein bisschen gebraucht echt die einem auch mal gut zureden und als wenn ich das negative ein bisschen weg drängen ja warte ich habe warum habe ich so wenig geld auf dem konto habe ich ein auto gekauft 163.000 auf dem konto ein auto gekauft das letzte mal mit mark rumpe bin ich lost bin ich ich glaube ich habe ein auto gekauft ne was habe ich mir nochmal gekauft alter ach du kacke was habe ich mir gekauft letztes mal mit mark rumpe äh gut äh vielleicht war es der chat ich weiß es nicht mehr genau der gt3s war es der porsche stimmt der porsche war es äh danke ich habe es voll vergessen ich wusste ich habe irgendwas gekauft aber ich bin so durch den wind ich wusste gar nicht mehr hey ich habe heute mal gewonnen war schön und habe ich nochmal ne nix nix ne nix danke danke für nichts dänke für nichts dänke für nichts dänke v�를che Da habe ich ja anderes Kennzeichen dran, ne? Warte, ich bin den gleich. Erstmal vergessen, da war ja anderes Kennzeichen dran. Bin ich blöd? Ah, da ist er. Hier. Da war ich den aber. Da habe ich viel mehr Bock drauf. Aber hallo. Werger Führerschein. Ach, das ist mir doch egal. Ich muss mich anhalten. Soll ich mich doch anhalten, du. Das ist nicht so das Problem. Ja, was ist passiert ja für alle, die sich fragen, Instagram. Ich möchte das, ich habe auch, ich möchte auch ganz ehrlich sagen, ich wollte das Thema, also ich habe schon im letzten 1 zu 7 Stream war das schon so, ne? Ich wollte das Thema nicht groß machen. Ich wollte es nicht an die große Glocke hängen. Wisst ihr noch damals, wo das war mit, äh, also wenn wir jetzt hier alle untereinander reden, wisst ihr noch, wo das war mit Fox? Wisst ihr noch, wo das war mit, mit, mit einem Nixen? Das hat sich, das hat sich, das hat sich unnötig, unnötig aufgebauscht und wisst ihr, woran das gelegen hat? Weil sich die Community gegenseitig immer angestachelt hat. Wisst ihr, was ich meine? Und, äh, das Problem ist auch immer, wenn du der, der, der größere Content Creator bist, bist du automatisch in vielen Augen immer der, der die Scheiße gebaut hat. Obwohl die Leute nicht mal wissen, worum es geht. Und deshalb, ich, ich habe zum Beispiel im letzten Stream, oder im letzten Stream ist das gar nicht angesprochen. Gar nicht. Ich, ich habe es einfach nur an den Teppich gekehrt. Weil ich will nicht, dass sich irgendwas so aufpusht, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ich will nicht, dass da so eine Bubble entsteht und irgendwann platzt die, und dann platzt die eben mal der Kragen. Und auf das habe ich einfach keine Lust. Und deshalb, ich wollte einfach von Anfang an, wollte ich eigentlich, äh, gar nichts dazu sagen. Das Problem war dann, das wusste ich aber nicht, dass Freddy dann in seinem Stream und auf, 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 auf Insta gepostet hat, dass er nicht mehr da ist, dass er halt gebannt ist. Und dann musste ich halt darauf antworten, weil dann, äh, war die DM voll bei mir. Und ich will halt nicht, dass so eine Bubble platzt, ne? Ich habe einfach keinen Bock auf Streit. Ich will das einfach nicht. Aber genau, genau das, weißt du, da habe ich auch so dazugelernt. Trag es nicht in die Öffentlichkeit. Das ist, eigentlich, eigentlich wollte ich wirklich nichts dazu sagen, gar nichts. Ich wollte nicht mal ein Wort dazu über, drüber verlieren. Wirklich nicht. Weil ich mir so denke, das sind private Sachen, die haben nichts mit RLO zu tun gehabt, gar nichts. Es ist was Privates, was Menschliches. War das, ich meine, das war, das war bei Fox, war das so. Bei Nixon war das so. Bei, 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 äh, ähm, Freddy war das so. Das sind einfach private Sachen. Und ich wollte eigentlich wirklich kein Wort davon verlieren. Aber wenn dann halt einer anfängt, was zu posten, dann musst du dich immer rechtfertigen. Das ist, das ist immer dieser Druck, der sich aufbaut, weil du in der Öffentlichkeit stehst. Natürlich fragen sie dann alle, was ist los, was ist passiert, dies, das. Und deshalb musste ich, ich hab's mir eh schon gedacht, gestern so ein Statement raushauen. Wollte nichts dazu sagen, wer nicht. Heute erreichen mich die Nachrichten, dass wir gestritten hätten, dass, äh, ja, dass man bei mir sieht, äh, ich komm mit nichts klar, weil, äh, man sieht ja alle, alle wenden sich von mir ab. Und so, was ja auch gar nicht, was ja gar nicht stimmt. Und das, 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 das finde ich immer so schade, dass man immer so, so private Sachen einfach immer öffentlich machen muss. Das, 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 wie gesagt, ich hab, mit, wegen Fox und Nixon hab ich so dazugelernt, ich möchte das einfach, ich hätte, ich hätte einfach, äh, wirklich, ich hätte monatelang einfach gar nichts gesagt. Und vielleicht wär's ein paar Leuten eh nicht aufgefallen, weil man muss auch sagen, Freddy war die letzte Zeit auch sehr wenig auf RLO. Der war sehr wenig da. Das wär, glaub ich, nicht mal jemanden aufgefallen. Dann hätte jemand geschrieben, wo ist Freddy, wo ist Freddy, wo ist Freddy, aber dann wäre das, weißt du, dann wäre das nicht so ein großes Ding einfach. Und irgendwann hättest du vielleicht was gesagt, dann ist eh durch, ne, aber, deshalb am besten immer so private Sachen, private halt, nicht an die Öffentlichkeit treten. Aber wenn halt einer macht, dann, ja, da müsste ich immer rechtfertigen, leider, ne. Aber ist jetzt egal, für mich ist das Thema durch, Leute, nur, dass ihr wisst, äh, ich hoffe, für euch ist das jetzt auch okay. Und, ähm, ja, dann passt das. Aber wenn es sich mit RLO zu tun hat, warum wurde er dann gebannt? Weil ich mich als Freund von ihm komplett distanziere und wirklich null Kontakt mehr haben möchte. Wenn jetzt ein Freddy bei mir auf RLO ist und der ist bei 1 zu 7 dabei, das kann ich menschlich nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht, tut mir leid. Ich hab, ich hab, äh, den, ich hab wirklich den Kontakt einfach komplett abgebrochen. Also wirklich auf null reduziert. Ich hab, äh, seit dem Tag kein Wort mit meinem geredet. Und das, stell dir mal vor, du willst den Kontakt abbrechen mit der Person und dann triffst du ihn wieder und dann redet er bei dir und, äh, ihr spielt zusammen. Geht nicht. Ging nicht anders. Und ich hab für mich als Mensch entschieden, ich, ich kann das nicht. Ich brich's ab. Und deshalb, ich, ich muss das machen. Es geht nicht anders. Das, äh, ist so. Weil entweder man macht das komplett oder man lässt es einfach ganz dabei, äh, oh, da ist ein Unfall passiert. Oh, ist aber ganz schön weg. Ist halt so. Wurde er zu Unrecht gebannt. Äh, nicht ganz. Sag mal so, äh, Freddy hat schon Scheiße gebaut, wofür er gebannt werden hätte können, aber wir haben ein Auge zugedrückt. Muss man auch sagen, äh, Freddy wäre vor Monaten schon gebannt gewesen, weil er gegen etwas Großes verstoßen hat, wo Freddy jeden anderen auch rausgebannt hat. Für, für das, was er gemacht hat. Aber rein menschlich gesehen hat das jetzt nichts damit zu tun, dass ich gesagt habe, ich spreche den Kontakt ab. Das muss ich auch sagen. Aber wenn wir es so nehmen wollen, Freddy wäre schon vor Monaten gebannt gewesen. Also wenn du das auf das beziehen möchtest, dann hätte ich das jetzt auch als Vorwand nehmen können und euch jetzt anlügen können, dass das der Grund gewesen wäre. Hätte ich da durchdrücken können. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist, menschlich gesehen, ich kann das nicht. Ich kann den dann nicht drauf lassen und mit dem ganzen mal reden, als wären die was gewesen. Das geht nicht. Ist halt so, ne? NoFront, aber du kannst dich nicht IC und OC unterscheiden. Na doch kann ich. Oder stell dir mal vor, stell dir mal vor, ich sag mal so, du hast dein eigenes Haus, du hast eine Frau mit der verstehst du dich nicht mehr und die kommt jeden Tag zu dir nach Hause. Und du willst einfach keinen Kontakt mehr mit dieser Person haben. Seien wir mal ehrlich, wer will das? Also ich nicht. Also das, äh, und deshalb weißt du genau, und schau, diese Kommentare zeigen mir, wie scheiße es ist, sowas in die Öffentlichkeit auszutragen, weil es jeder wieder besser weiß. Es weiß jeder besser. Genau das meine ich, ne? Ihr seht es jetzt gerade auch hier so in den Kommentaren, es weiß immer jeder besser. Ähm, und das ist das, wo ich mir gedacht habe, warum macht man es überhaupt öffentlich? Ich hätte, ich hätte von mir aus nie was öffentlich gemacht. Nie. Von Punkt 1 einfach die Fresse gehalten, nichts gemacht. Weil ich weiß, dass die Leute, äh, hier immer scheiße bauen. Ah, jetzt werde ich angehalten, geil. Weil die Leute wissen es immer besser. Was das Beste für mich ist, wissen die Leute natürlich. Oder was das Beste für uns ist. Warum die Kennze... Das Einzige, was mich gerade stört, das Kennzeichen rechts. Ne, aber ich lass den Chat extra offen. Weil ich finde das ist wichtig, dass ich das einfach mal anspreche, ne? Damit die Leute auch sehen, es gibt halt auch Menschen, die immer alles besser wissen müssen. Aber, äh, ich lass den Chat genau aus dem Grund auch offen, dass ich das auch sehe, ne? Ich will ja auch Feedback haben. Die meinen das ja nicht mal böse. Die fragen halt nur, warum das so ist. Ich hab keinen Führerschein, bitte. Ich hab keinen Führerschein. Ja.. Ja.. oh ne, nicht überschlagen Bruder, nicht überschlagen okay, das war jetzt geil das war ein geiler Getaway, den muss ich mir merken ich habe keinen Führerschein, anhalten sagen, ich habe keinen Führerschein stimmt doch, ich habe keinen Führerschein ich meine, ich bin heute legit, legitim am Start, ohne Führerschein er ist selber schuld, ich habe eine Antwort gegeben also, wenn ich vor Gericht gezogen werde, sage ich, ich habe eine Antwort gegeben und bin weggefahren war ich du, oder? so, jetzt machen wir die Good Vibes ich glaube, ich habe heute jetzt, am Anfang des Streams erstmal genug Real Talk gemacht, Leute und ich glaube, jetzt gehen wir mal ins HP rein so sieht es aus schallen wir uns rein weil ich habe um 20 Uhr haben wir einen Termin mit den Leuten ja, so kann der 1,7 Post natürlich auch mal sein, ne warum immer gleich hier auf hohe, äh, äh, kleine Hülse mache gleich wegfahren, so sieht es aus machen wir eh viel zu selten in letzter Zeit aber ey, wenn ich keinen Führer schon habe ich habe es dem Legitim gesagt einmal ins Gesicht, das passt schon was haben sie vor Gericht zu sagen? ich habe die Wahrheit gesagt so wäre es dann alles da oh, es ist wirklich eine Versammlung da, das ist schön so gut ich finde, man sollte seine Gedanken bei sich beitragen ja, wie gesagt, das Thema ist durch, Leute also wenn ihr noch irgendwie Fragen habt oder euch diskutieren, ausdiskutieren wollt dann macht das nicht im Chat macht das unter euch am besten weil, äh, für mich ist das Thema jetzt durch wir machen jetzt unser RP wenn ihr noch, äh, äh, Infos braucht wie gesagt, Leute, Instagram ich habe heute eine fette Story gepostet da kriegt ihr alle Infos einfach ich möchte das jetzt nicht dauerhaft wiederholen für alle, die jetzt gerade dabei sind hallo hallo äh, oh, warte, ich muss mal in den Funk rein fällt mir gerade ein wenn wir mal die Drohnis lesen tut mir sehr leid ich muss mal gucken, wer da gekommen ist check check, check, check oh, mit der Leute ja, wir warten mal wer alles jetzt reinkommt ich lese aber vor Mario, danke für den Euro schön gepfötchen, danke fürs VIP werden Meganova äh, persönliche Sachen haben jetzt auf YouTube verloren schade, dass Hater da immer ein Ding draus machen ja, nicht nur das das Problem ist, wenn du das halt in die Öffentlichkeit siehst, ne was heißt hier Hater es gibt halt Leute, die verstehen sich oder sagen wir mal das sind auch teilweise irgendwelche Kiddies die halt nicht verstehen dass es Sachen gibt äh, ganz ehrlich ich denke mir immer so habt ihr nicht alle auch mal so einen Freund gehabt so, mit dem ihr mal gut wart und irgendwann seid ihr einfach nicht mehr gut hat doch jeder mal, oder? also ich hatte auch schon genug wo ich einfach mal gut war mit jemandem und dann merkst du so oh, hat sich doch verändert passt nicht mehr und dann lässt es einfach ganz sein und sobald es bei einem sobald es bei jemandem passiert den man halt durch YouTube kennt oder so und man spaltet sich es ist ja ich mein, schaut euch Ape Crime an, Alter die verstehen sich halt auch überhaupt nicht und die Leute wollen erzwingen dass die wieder gemeinsam Videos machen jetzt nur das Beispiel, ne ich verstehe nicht warum das mal bei Leuten die halt zusammen Sachen mal gemacht haben befreundet waren und dann nicht mehr verstehe, was ich meine so keine Ahnung, warum das so ist ich sag's so aber ich hab euch gesagt ähm, wo eine Tür zugeht, Leute es geht immer wieder eine auf es ist so es wird immer wieder neue Leute geben mit denen man Spaß hat mit denen man zusammen was macht wo eine Tür zugeht geht eine andere auf aber es ist halt immer so, ne aber damit muss man halt klarkommen ganz klar ich mein, ich tu mir da schwer mit weil ich sehr emotional bin muss ich auch auch sagen ich tu mir sehr schwer damit damit klar zu kommen aber mein Gott kriegen wir schon durch Mr.Müll Nummer 1 YouTube belast dich von allem was um dich passiert nicht unterkriegen nein, nein vielen Dank Mr.Müll Nummer 1 vielen Dank ähm, Dankeschön an Kaskill es ist ja ein Ding zwischen euch beiden und es geht keinem was an das finde ich halt auch, ja ist nicht schön dass du immer rechtfertigen musst du instelle deiner Katze finkt oh, Dankeschön Eismann vielen, vielen Dank Marto Berg auf die 1 und gute Besserung die Katze Dankeschön Maiko äh, Xivento lass dich unterkriegen bis trotzdem an sowas zu machen und werde dich weiterkriegen vielen, vielen Dank Ah Hirsch ich wünsche dir viel Kraft und eine jetzige Zeit und gute Besserung der Katze vielen Dank auch dafür Jan Siebert für deine Katze hoffentlich geht es bald besser ich habe es, äh Katze auch gehabt kannst du mich grüßen ich grüße Jan Siebert natürlich mit deiner Katze auch alles Gute Mariam Hussein Dankeschön für den Euro du weißt du mir so viel Geld äh, Dark Philipp Moin, alles Gute für dich Schandl und deine Katze hör bitte nicht auf die Hater bist du recht wie grüße er hat nichts mit rechts zu tun ich glaube auch niemals dass das Hater sind ich glaube das sind Leute die es einfach nicht verstehen wirklich Hate kriege ich ja nicht ab das ist das Einzige was ich mir jetzt gelesen habe ich schaue dich nicht mehr aber ich habe es jetzt noch keine Beleidigung oder so bekommen also beleidigend ich habe tatsächlich keinen der mich jetzt aufs letzte beleidigt hat hat mich ein bisschen gewundert ich bin ein bisschen gewundert Hallo 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 Wann kommt Ryan das muss ja auch bald da sein er ist schon da er ist schon da aber jetzt schon unterwegs Ah ok das schon im P1 da hinten Dank Ja guten Tag Ne der kommt vielleicht mit seinem Smart an Ok Hey Ramdi Hey Ramdi Ramdi Rhyan fehlt noch ne Ramdi 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 Ja Ah da ist er heute mal schick angezogen schau kenne ich so gar nicht Ah wobei ganz lässig Hallo Grüße schon Na ja ist hier was los Ah ja Wollen wir den Kreis hier mal größer machen noch mein mal ein größer einen Kreisel Eiei Ey heute Polizist gewesen ich habe ja keinen Führerschein Wisst ihr was passiert ist ich fahr mit dem 911er den ich mir vorhin letzte mal gekauft hab Er fragt so einen Führerschein bitte Ich so ich hab keinen du fahr einfach weg Eiei Ich habe ihn nicht angelogen Ich habe euch gesagt ich hab keinen dann bin ich weggefahren Ich hab nicht mal ne Maske aufgehabt aber ist egal Sie haben sicher gesucht wett ich was mit euch der hat mich sicher gesehen Also wenn ich heute mitgenommen werde, bist du da rum. Ich wollte einen Führerschein fahren. Was ich nicht habe, kann man nicht wegnehmen, das ist das Gute. Übrigens kann ich heute so schnell fahren, wie ich möchte. Nein, ich habe mich damals schon öffnet. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt mit 130 Tempomada vorgefahren auf der Autobahn. Aber es hat nichts geholfen, der Kop hat mich gesehen und hat gesagt, jetzt hält er mich gleich an. Hatte ich so mal gedacht, weil er das Kennzeichen gesehen hat. Die Profis. Die absoluten Profis, so fehlen noch ein paar Leute, wer hat jetzt heute alles zugestimmt, ich habe es jetzt nicht gesehen. Ja, es gibt viele, die überhaupt nicht abgestimmt haben. Also nicht so schlimm, Hauptsache sind die Leute da. Aber auch noch nicht abgestimmt. Ja, wie gesagt, es geht nur darum, wieviel jetzt da sind und ob alle jetzt da sind oder ob noch wer irgendwo anbauen ist oder so, weil oft haben wir das, da stehen wir da um 20 Uhr und dann sagen sie, sie sind noch Dünger holen. Hat jemand noch zwei Westen? Von D-Wassbau-Fing sind alle da. Ich habe noch zwei Westen. Ich habe eine für dich. Geht auch. Okay. Danke dir. Gut, es ist jetzt jeder da, ich schätze. Ich glaube schon. Sogar Larissa ist da. Ist doch jemand nicht am Grundstück? Nein, am Grundstück, was ich weiß. Sind alle? Ich und Elena stehen jetzt oben. Wo hinten oben? Bin ich dumm? Hinten am Brunnen. Hinten am Brunnen? Ah, da hinten. Ah, da. Jetzt sehe ich dich. Ja, okay. Hä, warum? Was macht der da am Brunnen? Jason dachte, das ist Ernst und Wein wusste, dass es Spaß war. Also ihr müsst dann reinkommen, dann wisst ihr jetzt das Gespräch. Ja, wir kommen gleich. Hey, die 50 ist überall. Oh, Salero. Das ist ja mächtig. Dankeschön, Salero. Wirklich vielen Dank. Alter, 20 Euro. Ich wünsche dir noch das Beste und hoffe, dass der Cutter so rasch wie möglich wieder gesund wird. Ah, das hoffe ich auch. Abonnieren Sie, Cisco G. Vielleicht unterkriegen die Leute, dass du ein Erfolg hast, du bist. Ne, da ist halt auch nichts damit zu tun, weil die es nicht ganz verstehen wollen. Also ich glaube, das hat weder Neid oder, also das Thema ist weder Neid noch irgendwie Hate oder so. Ich glaube, dass einfach Leute, ich sag mal, die Situation nicht nachvollziehen können und dann irgendeine Scheiße schreiben, weil sie einfach emotional handeln und nicht wissen, was überhaupt los ist. Das ist halt das Ding. Damit muss man halt umgehen, ne? Ich sag mal, so ein Hate wäre, wenn es selber zu mir kommen würde und sagen würde, ich bin einfach scheiße, weißt du, einfach so ohne Grund. Das hat auch nichts mit Kritik zu tun, weißt du? Hatte ich auch schon sehr viel. Einfach für einer, der mich nicht mag. Der mich nicht leiden kann. Der einfach sagt, ich bin scheiße. Das sind Hater einfach. Wenn jetzt wer kommt und kritisch ist, das gibt es auch, das finde ich okay. Aber ich glaube, das, was jetzt so ist, das sind einfach Leute, die verstehen, die verstehen das nicht oder sind zu jung, weil du so verstehst, ich weiß es nicht. Mal schauen. Bis jetzt muss ich sagen, ich habe sehr viel positives Feedback von euch auch bekommen. Da geht auch Kuss raus, die meine Situation auch noch vollziehen kann. Und da geht wirklich Kuss an die Community wirklich, wirklich, wirklich. Guck mal, da oben kommt Hayley. So viel und so lange gesinnt, krass. Wo? Hallo. Hallo Hayley. Hallo. Hayley? Ich gebe dir gleich Hayley. Ich bin Larissa. Hi, ich bin Hayley. Oh, jetzt haben wir den schönen Kreis zerstört. Er ist nicht mehr schön. Nee, aber das ist normal bei uns beiden. Ich finde, Larissa sollte immer noch weiße Haare haben. Hab ich doch. Hat sie doch. Oh. Ich habe mich jetzt verwechselt. Ja, nur, ja. Ryan. Jetzt hat Ryan es geschafft, alle verblößt. Danke. Wirklich. Weißt du, das war so ein, das war so ein, das war so ein komischen Hüttenmoment. Du hattest doch eine Brille immer auf. Ja, deswegen, Larissa steht auch hier, Marc. Ja, ich dachte jetzt gerade, Larissa steht hier drüben, weil die Brille fehlt. Äh, nee. Ich glaube, ich habe die nicht dabei. Nee, hab dich nicht, aber... Hi. Ich denke mir schon, Alter, was... Aber ganz ehrlich, wie oft ihr schon die Haare gefärbt habt, die Brille runter drauf. Äh... Ich nehme mich jetzt einfach mal aus ihr raus, weil das... Ja. Das ist okay. Du bist zwar... Ja, du nicht. Dich erkennt man, aber... Die zwei... Mich eigentlich auch. Eigentlich. Ja, Larissa ist mir bei ihrem alten Stil gelandet, ja. Ja, endlich. Nach einer Zeit. Wir pink... Wir färben uns in die Staub. Oh, nee, bloß nicht. Auf Holger machen, bitte. Reicht schon, dass manche hierbei es da noch verraten. Oh, ja. Ja. Okay. Ich glaube, da sind wir jetzt erstmal alle, oder? Hä? So, wie es aussieht. Ja. Gut, dann... Gehen wir mal rein, hätte ich gesagt. Ich hörte meinen Namen. Okay. Bitte einmal folgen. Rein geht's in die gute Stube, Leute. Rein geht's. Na ja, kann ich dir sagen. Alle Donis, die heute gefallen werden, die gehen alle ins Katzl rein, weil es wird alles etwas teuer. Ich hab dieses... Wie gesagt, ich will nicht wissen, was die Bärmung jetzt noch kostet. Ich weiß noch, was ich circa zahlen muss. Es werden ein paar Tausend Euro sein. Gut, dass Tim nicht mehr in der Schule ist, ne? Weil sonst... Also alle Donis, die heute hier reinkommen, gehen direkt ans Kätzchen. Also wirklich Kuss, Kuss. Ich hab Kaugen wieder. Ja. Gib mal. 50 Minuten später hast du keinen Bärm. Wer hat Kaugen? Siehst du, das bringt's schon an. Wer hat Kaugen? Ich will auch Kaugen. Wenn du dich da hinstellen passt. Ich stehe mal. Ich hab dir mal diesen Punkt aufgenommen. Ja, danke. Das sind gar nicht viele Punkte der Bärmbauten. Ich weiß nicht, wir machen den Punkt, ja. Ja, nimm dir den. Komm, nimm die hübschen Dame. Ich fühl mich irgendwie schlecht. Es kommen ernste Worte. Was ist denn los, Held? Ne. Hunde-Sohn, danke Waldi. Willkommen in der Hunde-Sohn-Army. Oh, guck mal, hier ganz vorne ist der Klatsch. Schubst nicht so. Ich bin nicht Heldie, aber passt rein. Danke. Ich kann es nicht glauben. Wir sind tatsächlich Hundesöhne. Also, ja, richtige Hundesöhne sind wir. Wir sind auch die echten Hunde. Wir sind auch die Hunde-Bande. Das gehört so. Selbst die Verwirrung ist verwirrt. Ist für mich keine Beleidigung. Wir sind die Hundesöhne. Oh, oh, oh. Leute, bitte. Nur alle hinsetzen. Gut. Ich glaub mal, wir wissen, warum wir alle da sind, oder? Jo. Ja. Genau. Es geht um die Kündigung der zwei Leute. Ne, Spaß. Alles gut. Wir müssen heute mal reden. Ähm. Ich hab mich dazu bis jetzt noch nicht geäußert. Ich wollte mich dazu eigentlich nicht äußern. Aber ich äußere mich jetzt trotzdem dazu. Damit ich das nicht einfach so unter den Teppich kehre. Ihr wisst, Freddy ist nicht mehr da. Freddy ist weg. Ähm. Wir müssen jetzt schauen, dass das hier einfach weiter geht. Dass das hier weiter läuft. Dass die Bude uns nicht abfackelt. Ich brauch jemanden, ich sag mal, der jetzt nicht den Boss, also den, den, den zweiten Boss hier spielt. Das hab ich auch schon auch unter den Teppich gelegt. Ich hab gesagt, äh. Einen zweiten Boss auf selber Etage, wie bei mir wird's nicht mehr geben. Es wird aber einen geben, der hier, ich sag mal, der, ähm, Vize ist, der hier das Sagen hat, wenn ich nicht da bin. Das heißt, ein, äh, höher gestellter Vize, der würde dann eben, wenn ich nicht da bin, meinen, äh, Job einnehmen. Das ist der Sound auf der Spende. An sich wollte ich euch fragen, was ihr davon hält. oder ob ihr sagt, äh, ist das dumme Idee? Oder ob ihr sagt, das passt so. Wenn ihr sagt, wir machen jetzt einen zweiten Vize, den wir ansprechen können, wenn ich nicht da bin. Warte. Ist ja die Frage, was ihr davon haltet, ob ihr die Idee besser findet, als das mit dem zweiten Boss, ich sag mal, der zweite Boss hat an sich, meiner Meinung nach, ähm, auch keinen Sinn gehabt. Das ist der Sound auf der Spende. Ne, wenn wir uns ehrlich sind, nicht viel. Wegen damals? Wegen damals? Damals ja. Damals vielleicht. Es war eigentlich nur wegen damals. Ja. Ja. Und das hat sich halt einfach, oder es wurde einfach gelassen, sag ich mal. Ich muss auch sagen, äh, jetzt die, äh, die letzten Monate fand ich aber auch schon, das muss ich auch euch ehrlich sagen, ähm, da war Freddy, was, was den Boss betrifft, auch nicht mehr so oft da gewesen. Also, der Grund, warum ja Freddy eigentlich so der zweite Boss war, war ja, dass er oft da war. Davor. Hat ja auch nachgelassen. Deshalb, ähm, der Change an sich wäre nicht schlecht, dass wir sagen, wir haben einen neuen Ansprechpartner, wenn ich nicht da bin, weil, ich weiß nicht, äh, wir brauchen wirklich jemanden, der wirklich, wirklich oft hier ist, der das hier übernehmen kann. Marc? Ja. Anton und Marco haben Fragenbezug gehabt. Das, äh, wollte ich jetzt eben fragen, weil da haben noch zwei Leute aufgezeigt. Äh, bitte. Wer möchte zuerst? Ich finde die Idee ganz gut, wenn man dann einen Fiezen hätte, der höher gestellt ist. Genau, so einen zweiten Fieze. Äh, das wäre halt dann ein zweiter Rang, den man sich an sich dann bekommen würde. Weil, wie, also, wie auch, äh, Ryan gesagt hat. An sich der Boss-Rang, der hat damals vielleicht Sinn gemacht, aber jetzt mittlerweile, ich weiß nicht. Das war ja damals, äh, aufgrund von der Bloodout-Geschichte, dass, äh, wenn du sagst, ich sag mal, du bist eine Woche oder so nicht da jetzt einfach. Genau. Dass man halt noch eine Person hat, äh. Alter, jetzt haut nicht raus. Er kusset sich letztlich vor, Leute. Er ist grad so ernst. Warte mal ganz kurz, ich schau grad nix. Ganz kurz mein, mein Ohr, warte. So, jetzt höre ich wieder was, sorry. Das Demenz jetzt, Tinnitus. Ja, ich hab grad nen Tinnitus bekommen, tatsächlich, ja. Was ich meine ist, äh, ich würd's, äh, fühlen quasi, wenn alle drei wirklich einfach auf gleicher Ebene bleiben mit Wiese, weil für das sind sie ja Wiese, ne? Deswegen. Das Ding ist halt, das, 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 das Ding ist halt, ich brauche jemanden, der mich ersetzt, dass wenn wirklich die letzte Frage ist, was machen wir jetzt? Sag mal, wir haben, wir haben, äh, wir haben ein Problem, dass man sich nicht einig wird mit etwas. Wenn du jetzt da zu dritt bist oder, sag mal, es reichen auch nur zwei und du wirst damit etwas nicht einig, ist es halt immer gut, noch einen zu haben, der, wenn ich nicht da bin, das nochmal absegnen kann und sagt, gut, das passt so. Dass du immer einen hast, der immer da ist und das übernehmen kann, wenn was ist. Mhm. Schön. Und genau, das ist Sand und da geht's nicht darum, dass es auch noch höher gestellt ist mit anderen, sondern da geht's darum, dass einen braucht, der definitiv eine Aussage zum Bloodout zum Beispiel treffen kann, wenn Marc nicht da ist. So ist es. Okay. Das wär's eigentlich. Das ist die Sound. Und das ist das Ding, warum wir auch das damals gehabt haben mit einem, ich sag mal, zweiten Boss und, äh, ja. Äh, da war jetzt noch eine Frage offen? Ne, auch zwei, nur die zwei. Nur die zwei. Okay. Sonst sind keine Fragen offen. Okay. Gut, ähm, da würde ich mal sagen, ich, ich, ich würde jetzt folgendes machen. Ich würde einfach mal hier die, äh, Leute privat befragen, was sie für richtig halten, wer diesen Post am besten einnehmen könnte, wo sie das beste Gefühl haben und ich werde dazu dann auch mal was sagen. Am besten wäre halt, äh, wenn wir das privat machen, also wirklich einzelne Personen, dass wir, dass ich ins Büro gehe, genau, und jeder geht mal rein und sagt, was er für richtig halten würde. Das wäre jetzt mal mein Lösungsvorschlag und ich würde dann halt nochmal eine Entscheidung treffen. Okay. Gut, dann machen wir das. Ja, wir schauen mal. Es geht jetzt halt darum, wir brauchen jemanden, der hier ist, das ist saumäßig wichtig, wenn ich nicht da bin und das, das kriegen wir hin. Ich will einfach mal die Leute fragen, was die für richtig halten. Ich muss sagen, ich hab schon da so ein Favorite, aber ich sag's euch noch nicht. Gut, da können wir jetzt hier mal reden. Ja. Ich brauch da nicht lange überlegen. Mhm. Ganz ehrlich, wir machen Ryan. Ich fand ihn eh schon die ganze Zeit. Er macht seinen Job sehr gut. Okay, das finde ich heftig, weil, weil du ja der kleine Wolf bist. Nein, ich weiß, dass man Ryan vertrauen kann bei sowas. Okay, alles klar. Gut, danke. Du könntest euch die anderen herholen, die können sich auch, die können sich auch anstellen, wenn sie wollen. Ja, die stehen glaube ich schon da. Ah, okay. Hör uns das mal an. Ich hätte jetzt gedacht, er würde Wolfie sagen, weil er ja der kleine Wolf ist. Servus. Servus. Was sagst du? Ganz klar Ryan. Sagst du selber, okay. Warum? Also, als Information, ich frag jetzt einfach alle, warum. Ich bin öfter da wie der Ryan, aber wenn einer für das geboren ist, blödsache oder hat er geschafft, dann ist Ryan definitiv. Okay. Der Ryan hat das 1.07 dann gemacht, was jetzt hieß, mitunter und hat sich in Asha dafür aufgerissen und schaut, dass immer alles läuft. Also, ich glaube, das wäre ziemlich reinstimmig auch von allen. Ryan. Okay. Ist klar. Jo. Gut, dann schick mal den nächsten rein. Jo, das ist Ryan. Wolfie sagt einfach Ryan. Ja, ich will nämlich die Leute auch fragen, was sie halten, wie sie denken. Mir geht es auch darum, es sollen ja alle glücklich werden. Wenn dann alle sagen, nee, mach den lieber, mach den lieber. Hallo. Also, ich sag mal so, rein anwesenheitstechnisch müsste es Wolfie sein. Mhm. Im Gesamten, also wenn man nicht nur Anwesenheit sieht, würde ich halt mich selbst sagen. Okay. Aber jetzt kein selbstverliebtes mich selber, ne? Oh. Spaß, alles gut. Nein, nein. Ja, nee, verstehe ich. Klar. Okay. Deswegen. Gut. Deswegen halt auch, ich sag mal, wenn es wirklich zeittechnisch ist, ich bin halt immer anwesend so. Ja. Ich sag mal, zwei- bis dreimal die Woche bin ich halt mindestens eigentlich da. Und wenn es halt nötig ist, kann ich halt immer kurzfristig da sein. Alles klar. Gut. Danke für nichts, Elena. Nehm ich jetzt persönlich. Ja, Jenna, abgehoben. Hallo. Oh mein Gott. Hast du mich nicht gesehen? Was? Nein. Sieht aus, wenn eine Vogelscheuche hier rumsteht und die Vögel wegscheucht, oder was? Nein, ich hab dich wirklich nicht gehört. Ich dachte, du wirst das nicht gehen, oder was? Wenn du da rüber gehst, denn ich steh vor der Tür. Okay, du brauchst nicht ne Brille, die musst du holen. Du brauchst ne Brille. Ich merk das schon. Ja, ich glaub, ich brauch sie wieder. Ja, bitte. Ja, nee. Okay, bitte, was sagst du? Und sag mal auch einen Grund, warum dann. Boah, ich war ehrlich, ich bin mir unentschlossen, ich weiß nicht. Aber sag mir, wer hat so das größte Potenzial, du musst doch irgendwen haben, wo du sagst, der führt das, wenn ich dich da bin am besten. Boah. Also wenn, ja, Elena, momentan viel da, ist auch wieder Remdi. Ich weiß nicht, ich bin ehrlich, Ryan ist mir zu wenig da. Und Wolfi, weiß ich nicht, seh ich da drin einfach nicht. Tut mir leid. Kannst du mir sagen auch warum? Also was sind so deine Sachen, warum du das nicht siehst? Wolfi ist zu, weiß ich nicht, manchmal zu stürmisch, zu, fast schon, zu aufmöglich, zu schnell handelnd. Okay. Der Aggressor, oder was? Ja. Sehr aggressiv. Trifft gut. Okay. In den Dingen, in den Entscheidungen, ja. Okay. Gut. Tja. Und bei Ryan sagst du, er ist zu wenig da? Meiner Meinung nach. Mhm. Und er redet zu wenig. Und er redet zu wenig, gut. Alles klar. Ja. Gut. Alles gut. Der redet zu, aber man muss auch sagen, Ryan redet wirklich wenig. Ryan ist nicht die Labertasche. Das stimmt. Ryan ist voll nicht die Labertasche. Also sie war sich uneinig. Da kann ich irgendwie gar nichts grad mitzählen. Die ist sich uneinig. Sie findet beide jetzt nicht so. Tachchen. Hallo. Kurz und knapp. Mir würde nur Ryan einfallen. Aufgrund seines gesamten Einsatzes. Ich bin jetzt mittlerweile seit über einem Jahr hier und außer ihm sehe ich niemanden da. Okay. Verstehe ich. Kannst du mir sagen, warum? Wie gesagt, das was ich jetzt so mitbekommen habe, ist er eigentlich der, der sich mit am meisten für alles einsetzt, egal was ist. Mhm. Egal wann wir ihn mal brauchen, auch wenn er eigentlich gesagt hat, er hat keinen Bock, ist er trotzdem da gewesen. Ja. Okay. Gut. Ich denke, er würde den Job ganz gut machen. Jawoll. Alles klar. Perfekt. Das ist also, also bis jetzt Ryan, wenn sogar Wolfi sagt Ryan, Alter, das ist schon, boah das ist heftig von Wolfi. Wenn Wolfi hinkommt und sagt, ja nimm Ryan, der ist dafür geschaffen. Bitte schön. Ähm, was wirst du sagen? Ähm, zwischen Wolfi und Ryan? Du kannst insgesamt auch was reinwerfen, wenn ihm noch irgendwas einfallen würde. Aber an sich geht es jetzt eher so um die derzeitigen Vize. Oder die Öhringestellten, sagen wir mal so. Dann würde ich Ryan vorschlagen. Okay. Alles klar. Kannst du auch mal sagen, warum? Eine Frage. Warum? Ähm. Weil ich bisher, muss ich sagen, mit Ryan ein bisschen mehr zu tun gehabt habe. Auch wenn ich jetzt selber in der letzten Zeit eher weniger aktiv war. Okay. Vorher noch davor. Und ich weiß, dass Ryan auf jeden Fall in der Lage ist, gute Entscheidungen zu treffen. Und ich kann es jetzt nicht behaupten, dass Wolfi es nicht könnte. Aber wie gesagt, aufgrund dessen, dass ich halt eher weniger mit ihm zu tun gehabt habe. Alles klar. Aber ansonsten. Gut. Hätte ich gegen alle Trainings. Jawohl. Danke. Stimmt, Vince auch gesagt, Ryan. Selbst Vince. Naja, ich glaube, die meisten, die hier sind, würden Wolfi sagen wir, wir wollen Wolfi mehr unternehmen. Aber Ryan ist schon für die Leute da, ne? So, was würdest du sagen? Ähm, also das, was du heute gesagt hast, mit dem höher stehenden Vize. Mhm. Sehr gut. Ne, aber wen wirst du jetzt, ähm, sagen wir mal, auswählen von denen? Boah, das ist grad schwierig. Ich würde eher sagen, Wolfi. Okay, dann könntest du mal sagen, warum? Ähm, weil er halt sehr oft da ist. Man kann sich halt auch um die Sachen kümmern. Und, ja. Okay. Alles klar. Danke. Jo, gerne. Dann mal ein, äh, dann mal ein Team Wolfi haben wir bereits gehabt. Ja, Begeisterung bitte. Ja. Ja, Ryan, das sind doch keine Vize, oder? Ja, es geht jetzt eher darum, äh, insgesamt zu fragen, wen sie sehen würden. Muss auch gar kein, äh, Ding sein. Jawohl. Wen wirst du sehen als, äh, Vize? Es ist recht schwierig. Es gibt zwei, äh, gute Leute. Mit einem habe ich tagtäglich zu tun. Der ist wirklich, äh, immer da. Und auch kurzfristig, wenn es Probleme gibt, abrufbereit. Das ist, äh, der Herr Wolf. Mhm. Und ich habe auch gehört, dass Ryan verdammt gut sein soll. Aber da kann ich mir kein Urteil drüber erlauben. Deswegen, ähm, von den beiden. Ja, aber wenn du dir einen aussuchen würdest, es geht jetzt mal um die zwei. Weil wir wollen jetzt mal schauen, wenn du dir jetzt einen aussuchen könntest. Das ist halt echt verdammt unfair. Ich kann das halt nur bewerten, wer da ist, ne? Das stimmt schon. Aber hast du vielleicht irgendwo einen, wo du sagst, äh, da siehst du mehr Potenzial drin? Oder sagst du, es ist für dich erstmal beides gleich, weil du noch zu wenig kennst? Äh, ne. Definitiv. Äh. Weil Wolfi ist immer mit Rat und Tat, äh, zur Stelle. Egal welche Zeit, der ist immer da. Okay. Ja. Also eher Wolfi. Ja, eher Wolfi. Okay. Ryan kann ich leider nicht beurteilen. Ja. Alles klar. Verstehe ich. Von Ramzi, let's go. Ja, Ramzi. Welche Bemalung triggert dich? Mich triggert die Bemalung der Balgen. Was ist ein Balgen? Hä, was? Welche Bemalung? Was? Die Bemalung der Balgen? Was für ein Balgen? Hallo. Guten Tag. So, wen wirst du eher sehen als, äh, zweite Führungsposition? Ich weiß ja nicht mehr. Ryan, eindeutig. Kannst du mir auch sagen, warum? Weil er definitiv schon mehr Erfahrung hat und mit jedem gut auskommt. Und sein Wort hat definitiv immer gesetzt. Also, du meinst du Setzungskraft? Ja. Okay. Gut, danke. Jawoll. Habub natürlich nicht da. Das wäre jetzt wichtig, wenn Habub da wäre. Ne, wobei, Habub ist, Habub würde irgendwas sagen, der kennt sich nicht aus. Also, Bruder, ich wüsste gar nicht, wer das ist. Habub würde einfach in der Ecke sitzen, so, Bruder, keine Ahnung, was los ist. Hallo. Oh. So. Ähm, wen wirst du eher sehen als Führungsetage, zweite? Ne, ist schwierig. Also, ich muss sagen, Ryan und Wolf sind beide sehr oft da. Und auch beide, wenn es drauf ankommt, auch gut zu erreichen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, also, ich würde beide da sehen. Aber so, was die Firma angeht, habe ich wahrscheinlich mehr mit dem Ryan zu tun gehabt bisher. Ja. Firmlich. Da würde ich ihn wahrscheinlich auch sehen. Würdest du sagen, äh, also, was würdest du sagen, macht's aus, dass du sagst, Ryan? Er ist halt, ähm, ein sehr ehrlicher Mensch, aber nicht so, dass es gemein wirkt am Ende. Und er ist halt wirklich schnell da, wenn was ist. Okay. Also, dann dauert's nicht lange. Alles klar. Okay. Das ist jetzt die meisten nochmal für Ryan. Ich muss sagen, äh, ich sag euch gleich, wenn ich als Favorite grad hab, den ich mir auch gut vorstellen könnte, der das fühlen könnte. Sag ich euch dann mal, wenn ich hier fertig bin, dann wisst ihr das auch von mir, was meine Meinung dazu ist. Hallo. Hallo. Also, ich würde als dritten Vize wirklich noch Elena sehen, sonst würde ich sagen, dass Ryan, äh, das mehr zu sagen hätte. Mhm. Ja, geht jetzt, geht's um keinen zweiten Vize, es geht jetzt nur erstmal um das, äh, dass wir jemanden haben, der wirklich da ist als Vize, wenn ich nicht da bin und das absegnen kann, ne? Ja, ne, wie gesagt, ja, Christen sind ja eigentlich, äh, Ryan und, äh, Wolfie. Ja, aber wem von den zwei willst du so bevorzugen? Du sagst, der hat mehr, die, mehr, die… Kann Ryan. Kann Ryan. Kann Ryan. Schon Ryan, schon von Anfang an da ist, seitdem ich da bin. Und kannst du mir auch sagen, so, warum du ihn sehen würdest? Weil er, äh, ich glaub, er hat immer einen Durchblick und hat immer die, ist immer die Ruhe selbst. Mhm. Und über, er stürzt nichts. Okay, danke. Also, ich glaub, das fahren jetzt langsam alle, ne? Da, ey, ich, Dario fehlt mir so hart bei 1 zu 7, ne? Das, äh, auch Marius fehlt mir übelst hart grad bei 1 zu 7. Hallo. Tag. Oh, da wird's jetzt sicher schwer, ne? Bitte? Da wird's jetzt sicher schwer, weil du beide sich auch noch nicht so gut kennst, aber, äh, ja, sag mal, wem wirst du so eher in der Führungsposition sehen, so das Zweite? Boah, ich find's halt schwierig, weil, äh, ich kenn halt, Wolf kenn ich halt mehr als Ryan, das ist das Problem. Ja. Dementsprechend würd ich mich lieber enthalten. Okay. Alles klar, ja, hatten wir vorhin auch das Thema mit einem anderen Schmidt, der wollte auch nicht unbedingt sagen. Ja, das ist halt schwierig. Ich hab halt Ryan nicht richtig kennengelernt, außer jetzt da mit seinen Witzen da am Spur. Okay. Ja, das ist gut. Danke. Ja, das Problem ist, die Schmitz, die sind halt noch nicht so lange dabei, die können halt noch nichts wirklich sagen, ne? Wie lange sind sie dabei seit einer Woche? Nicht mal. Es ist halt schwer, das einzuschätzen. Würde ich auch gut, dass sie hier enthalten. Hallo. So, also ich, ist für mich sehr knapp, also ich würd eher Ryan als Vizeplus sehen. Okay, warum würdest du ihn sehen als Vize? Immer ansprechbar, die nötige Ruhe in dem richtigen Moment und auch entscheidungswillig, sag ich mal, und kann sich gut durchsetzen. Aber Wolfi ist halt knapp dahinter, aber ich würd schon eher Ryan da sehen. Okay. Alles klar, danke. Ich glaub, das ist sehr eindeutig. Ich muss aber sagen, Wolfi ist halt auch ein sehr guter, das ist halt, der ist halt auch so oft da, der macht das halt auch sehr gut. Immer keine Schokolade mehr. Hallo. Willst du sehen? Ryan. Kannst du mal sagen, warum? Weil ihn alle schon so respektieren, dass es passen würde. Mhm. Das gehört ja auch zu einer Position und er hat halt unheimlich viel Erfahrung und trifft immer sehr sachliche, kluge Entscheidungen. Okay. Ach Elena, man hört dich, ne? Alles klar. Theresa stinkt. Die hat man durch den ganzen Gang gehört. Die hat man durch den ganzen Gang gehört. Ah ne, geil. Hallo. Hallo. So. Wie bist du sehen? Zweite Führung? Ryan. Kannst du auch sagen, warum? Nein. Nein. Nicht. Es gibt keine Begründung, einfach so. Nee. Ja. Höre ich heute zum ersten Mal. Ach, vom Gefühl her so. Vom Gefühl. Mhm. So siehst du mehr als Führungsposition so. Ja. Ja. Okay. Verstehe ich. Gut, danke. Gerne. Eifer so. Ich weiß nicht warum. Eifer so. Achso. Ich glaube jetzt sind wir alle, ne? Ich glaube jetzt haben wir's. Ich glaube jetzt haben wir's. Ich glaube jetzt haben wir alle durch, oder? Ne, es kommt noch. Ne, es kommt noch. Ah. Zwei noch. Hallo. Hi. Will ich es so sehen als zweite Führung? Also ganz ehrlich, das ist echt eine sauschwere Entscheidung, die zwischen Wolfi und Ryan zu entscheiden. Wolfi ist echt ein super Typ und täglich da. Ja. Aber für den Posten. Wuh, wuh, wuh. Würde ich eher Ryan sehen, weil der meiner Meinung nach eine energischere Art wie Wolfi hat. Dafür der eher geeignete ist für den Posten. Okay. Wirst du Wolfi zu aggressiv? Ne, ne, ne. Ich dachte nicht. Also Ryan hat eine energischere Art. Also ja, Wolfi, oh. 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 Wann ist einfach zu entscheiden, aber ich sehe egal Ryan. Okay. Aber du siehst eher Ryan. Alles klar. Gut. Das ist klar. Danke. Danke dir. Kommt durch noch einer. Er ist auch für Ryan, aber das ist halt echt. Aber ich sage euch schlecht meine Meinung. Werdet ihr gleich hören, was meine Meinung dazu ist. Ja. IC7boss vertritt seine Meinung. Hallo. Hallo. Ich glaube du bist jetzt der Letzte, ne? Ne, da kommt noch einer. Ach, das gibt's doch nicht. Ich dachte ich hab mitgezählt. Gut. Was sagst du? Ähm. Jo. Jo. Also ne, also. Wenn ich ihm vorführen würde. Ja. Den Wolfi eigentlich, weil den siehst du jeden Tag. Also. Da kann man sich auch sicher sein, dass er da ist. Ja. Weil der Grund ist, weil du jeden Tag siehst. Du schreibst dich halber aus. Ja. Okay. Danke. Jo. Alles gut. Ich geh wieder. Ja. Ciao, ciao. Der schreibst dich halber aus. Gut. Einer noch für Team Wolfi. Weil er oft da ist. Okay. Ich finde aber auch, Wolfi ist halt am meisten da, ne? Hallo. Hallo. So. So. Was wirst du sagen? Äh. Für die Position? Ich, ich weiß es nicht. Ich bin halt zwischen Ryan und Wolfi am, am Strugglen. Aber wen wirst du so erst zweite Führung sehen, wo du sagst, okay, da findest du halt der, die, mehr die Kraft dazu das zu führen? Ja. Von der Aktivität her würde ich, würde ich auch mit Wolfi gehen. Okay. Ich vertraue Wolfi auch da, dass er das hinbekommt. Ja. Also du sagst, du Wolfi, weil er oft da ist und das gut hinbekommen wird. Ich geh da mit Wolfi. Mhm. Alles klar, danke. Ich glaub, das war jetzt aber, du warst jetzt der Letzte, ne? Ich war der Letzte. Alles klar, dankeschön. Dann bin ich gleich draußen. Gut, ich sag jetzt noch mal meine Meinung dazu. Ich muss sagen, Wolfi, ich mag Wolfi, ich liebe, Wolfi macht echt, echt gute Arbeit. Er ist oft da. Wirklich. Wirklich. Aber, man muss sagen, ein Ryan ist halt schon etwas länger da. Ryan ist ein Urgestein. Und Ryan hat auch sehr viel in der Hand und die Leute haben sehr Respekt vor ihm. Ich glaube, das merkt man ja auch. Ich glaube, Ryan hat mehr diese, ich sag mal, wenn du etwas führen möchtest, brauchst du auch so eine gewisse Kraft und einen gewissen Ausdruck. Und den hat Ryan halt. Ich will nicht sagen, dass Wolfi das nicht hat. Aber man sieht es ja auch gerade an den Leuten. Ich, die meisten sagen halt Ryan, ne? Also, ganz klar Ryan. Auch wenn, also, Wolfi, ich, ich, ich vertraue Wolfi und alles. Ach! Äh, ach, das kann ich euch gar nicht erzählen, ne? Das ist, oh, 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 oh. Wollte ich euch das erzählen? Wenn die Leute schreiben, Wolfi kann man vertrauen. Ich weiß nicht, soll ich euch das erzählen? So eine kleine Backstory? Wollt ihr das hören? Ist aber OOC. Das dürft ihr eigentlich gar nicht wissen, was passiert ist. Ähm, das weiß ich nur als Admin. Ich, 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 ich sag's euch jetzt. Es hat aber jetzt nichts hier mit dem IC-Thema zu tun. Nämlich gar nichts. Sonst, äh, er ist schon längst geflogen oder so bei uns. Aber da seht ihr, da seht ihr mal, wie wir OOC und IC eigentlich nicht vermischen. Äh, Wolfi hat mal bei 1 zu 7 das komplette Lager leer geräumt. Hatte dann Panik, dass er ein Bloodout bekommt und hat das dann alles in den Mülleimer geworfen. Da war Freddy und ich waren da so mad, ne? Und wir wussten halt IC nicht, wer es ist. Aber wir wussten halt OOC, weil wir, wir wissen ja, Mülleimer. Der hat einfach alles, um halt nicht rauszufliegen. Weil er hat den Schwanz eingezogen, hat dann alles in den Mülleimer geworfen. Und, äh, wir haben jetzt immer damit aufgezogen. Und dann haben wir geschrieben, man kann man vertrauen. Ne, aber ich hab Wolfi lieb und, äh, er ist IC auch super. Also, ne, aber IC wissen wir das ja nicht, ne? Und, äh, ja, das trennen wir ja komplett. Aber, ähm, so viel zu vertrauen in Wolfi. Ne, aber ich hab, ich hab IC volles Vertrauen zu haben. Also 100%. Wolfi vertraue ich 100%. Ne, aber das ist wirklich passiert. Der hat mal das Lager leer geräumt. Und da haben wir uns die ganze Zeit so IC gefragt. Der war denn das? Der war das? Und wir sind nicht draufgekommen. Der hat das so gut gemacht. Der hat alles in den Mülleimer geworfen. Aber, äh, das war so geil. Und bis heute sind wir nicht IC draufgekommen, wer es war. Aber rein theoretisch, würden wir jemals draufkommen, wäre es eigentlich ein Bloodout gewesen, ne? Es wäre ein Bloodout gewesen. Muss man sagen. Wolfi hat sich trotzdem, obwohl wir, obwohl wir es OOC wussten, dass er das war, hat er sich so hoch gearbeitet. Das muss man auch sagen. Der hat sich so hoch gearbeitet bei 1 zu 7. Also kann keiner sagen, dass wir OOC-Infos IC verwenden. Haben wir nicht, sonst wäre er nicht da, wo er jetzt ist. Da sieht man es. Wir benutzen das nicht als Admins. Aber ich habe ihn trotzdem lieb. Also, äh, ich vertraue ihm IC komplett. Also, ich würde ihm das auch antrauen, dass er das schafft. Aber ich weiß nicht, wenn alle Ryan sagen, alle sagen Ryan. Ich bin auch eher auf Ryan, weil ich glaube, Ryan hatte dieses, dieses gewisse Etwas, was halt da ist, ne? Aber jetzt wisst ihr das auch. Hab ich das nie erzählt, ne? Jetzt wisst ihr das auch. Das ist zu lustig gewesen, ey. Also, wie wir das rausgefunden haben, war zu lustig. Ich bin schon da. Aber jetzt habt ihr die Story auch mal gehört. Es fehlen nur noch 920.000. Es war vor allem auf den geistigen Zustand bezogen. Geistigen Zustand, der ist hier komplett verloren. Ja. So. Ja. Gut. Also, ich muss sagen, das war sehr, ich sag mal, ja, eindeutig. Es gab so und so. Ähm. Natürlich ging es jetzt eher um, um, um Wolf und Ryan. Hab auch ein paar andere Leute gehört, die vorgeschlagen wurden. Wie zweimal. Ähm. Ähm. Also, ich, ich, ich muss auch meine Meinung dazu sagen. Da, da will ich aber auch nicht, dass jetzt irgendwer mad oder traurig oder sonst was ist. Ähm. Ähm. Ich bin tatsächlich auch so, ich jetzt hier stehe. Ich hab komplettes Vertrauen 100% auf beiden Seiten. Ich glaube auch, dass beide Seiten das führen könnten. Egal, ob es jetzt ein Ryan oder ein Wolfi ist. Aber was ich jetzt hier gehört hab, die meisten sagen, da muss ich auch sagen, Wolfi hat's auch gesagt. Und ich glaub, dass Wolfi das auch möchte, dass Ryan das übernimmt. Ja, Wolfi hat das tatsächlich auch gesagt, ne. Muss man auch sagen, da geht auch Respekt an dich raus. Ähm. Das Ding ist, ich glaub, ich, ich, ich sehe Ryan auch gut als zweite Führung. Da ist, da, da, da ist so ein gewisser, ich, 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 ich will nicht sagen, dass jetzt keiner Respekt vor anderen Leuten hat. Aber er hat sich, sag mal, einen Respekt auch aufgebaut über die Zeit. Vor allem, er ist ja schon ein Urgestein bei uns. Und ich glaube, es ist wirklich sehr fair, wenn er das übernehmen würde. Als, wie sag mal, Vize, der das übernimmt. Also wenn ihr jetzt demnächst irgendwelche Fragen habt oder irgendwas abgemacht werden sollte, dann bitte geht zu Ryan. Meiner Sekretärin Elena. Ja, aber ich, 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 ich muss, ich muss wirklich sagen, ich glaube, es ist vielen auch nicht einfach gefallen, das zu sagen, ne. Was, weil man muss sagen, ihr seid beide wirklich, ähm, zwei Personen, die hier sehr viel auch bewirkt haben, muss man sagen. Ähm. Wie gesagt, am, am liebsten würde ich euch beide machen, aber dann sind wir ja wieder beim selben Thema, wo wir jetzt stehen, ne. Das ist ja das Ding. Ja. Aber nur, dass du wisst, äh, ihr seid beide top und ich bin sehr froh, dass ihr, äh, bei uns seid, ne. Passt. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Den Rang vielleicht ja morgen, wenn's okay ist. Jaja. Dann geb ich dir ein schönes Abzeigen, das kannst du dann in die Vitrine stellen. Kannst damit ein bisschen umprallen, ein bisschen pushen. Penispucker. Hä bitte was? Oh, 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 oh. Ach, 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 ach. Ich zeig nix mehr. Ach, 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 ach. Was, was ist denn? Was? Was ist denn? Was ist, ja, aber was ist? Wartet mal ganz kurz. Geht's? Ist besser? Ist das gut? Oh, Gott sei Dank. Oh, mein Gott, ich bin so erleichtert. Das heißt, wir müssen nicht weitergehen, die Ding. Wir müssen, wir müssen nicht noch ne Transfusion machen, oder? Das geht jetzt von selbst. Dann geht der wirklich an bei der Sekretärin. Ja. Aber es ist jetzt schon mal gut, oder? Äh. Oh, zum Glück. Oh, mein Gott, ich bin so happy. Oh, mein Gott, ich bin happy. Oh, mein Gott, ich bin happy. Ah, wir haben es geschafft. Oh. Kurz vor dem Weinen. Danke. Er hat eine sehr positive Nachricht bekommen. Ich tauch mich jetzt zu Hayley. Hayley, du musst hier nicht aufzuhören. Unsere Katze produziert wieder Blutkörperchen nach. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Boah, ich heule fast, Alter. Boah, Alter, weißt du, wenn ich dort war, hat er gesagt, 50-50 Überlebenschance, Alter. Jetzt haben wir das gemacht. Wisst ihr, er hat Blutspende bekommen, weil er kein Blut mehr hatte. Ja, ja, mein Anwalt meldet sich. Der produziert gerade Blutkörperchen nach. Oh, das ist so eine schöne Nachricht gerade. Boah, das heißt, er wird wieder. Also, es sieht gut aus. Boah, Alter, wisst ihr, was das gerade für eine Erleichterung für mich ist? Danke. Weil ich habe so gehofft, dass es besser wird. Alter, ich heule gleich. Oh. Ich muss das jetzt klären, ja. Ich habe gerade Tränen in den Augen. Das macht mich gerade so happy, Alter. Boah, das ist schön zu hören. Ist ja eine Woche her oder so? Boah, ich bin gerade so froh. Ist ja, ich bin, immer so verspielen, zu meinem Geburtstag bin ich dorthin und der Tierarzt fragt mich, ob ich ihn einschläfern soll, ne? Boah, das war so schlimm, Alter. Sag mal Günther, sie kann ich nerven. Sag mal Günther, sie kann ich nerven. Sag mal Günther. Von Fanny´s Begrüßung geben viel besser. Du musst dein Hörgerät einschalten. Boah, Alter, das ist... Boah, Alter, das ist... Sorry, Alter, ich heule gerade, Alter, wirklich. Weil wir... Alter, wie ist man zum Geburtstag dort? Und dann... Alter, ich dachte, er muss sterben, Alter. Da war die Chance so wifty, wifty. Das funktioniert, Alter. Ich bin gerade so happy. Ja, das ist gerade so Freude zu drehen, Alter. Ich hab... Wir waren heute auch dort, ne? Ach, ne. Ich hab mir so Sorgen gemacht, dass nichts wird, ne? Das hätten wir vielleicht noch ne... Es ist nicht so einfach Blutspende für ne Katze zu kriegen. Ist nicht so einfach. Ja, gut, ne? Ne, das ist gerade so unerleichterung für mich. Das glaubt ihr mir grad gar nicht, ne? Was? 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 Was hast du mich grad dargestellt? Ich glaub, ich hab noch nie in meinem Stream geheult, Alter. Ich hab noch nie in meinem Stream geheult. Ja, es gibt immer ein erstes Mal, aber das ist... Das ist grad echt... Das ist grad echt schön. Hast du mich grad indirekt... Puh. Erfhaft, ja? Ne, nicht indirekt. Ich stell dich jetzt in die Reihe. Das ist indirekt. Direkt? Direkt? Hallo, eine Reihe, nicht zwei. Kinder, ihr dürft nachher weiter streiten. Ja. Das wird noch ausdiskutiert. Ne. Das stinkts. Ey, sorry, dass ich jetzt grad nicht vorlese. Ich lese wirklich alles dann vor. Vielen, vielen Dank, Leute. Kuss geht raus. Kuss geht wirklich raus, Leute. Danke für die Ärztin. Das ist grad schön. Das wollte ich grad auch machen. Ich hoffe, dass es weiter nach oben geht. Ich hoff's, Alter. Ich drück' ihm die Daumen. Passt jetzt kurz zur Vorstellung, muss ich... Ich glaub, er möchte was sagen, aber irgendwie... Irgendwie... Alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Ich, äh... Ich hab mich nur grad kurz hingesetzt. Ich überlege... Alles gut. Äh, ja. Bei Erinnern aus Geruch verständlich. Hä, bitte was? Nix, alles gut. Sie hat gar nichts gesagt. Okay. Ich bin entschuldig. Was ist jetzt so lustig? Nix. Nix. Sie ist nur zueinander... Habe ich verpasst? Wir wissen uns gegenseitig, alles ist so gut. Okay. Ich hab nix mit dir zu tun, Marc. Achso. Uh, uh, uh. Das ist design, dass ich springe. Oh nein. Jetzt lachen die Leben hier. Gut. Oh nein. Dann werden wir jetzt mal alle an die Verschülung. Ist der Tee fertig? Nee. Eskaliert. Wie jetzt wirklich? Was ist denn passiert? Was habt ihr gemacht mit dir? Sie haben Larissa kaputt gemacht. Ja, ich versteh das nicht. Das ist so wie wenn du so auf den Knopf drückst und sie lacht ohne irgendwas, dass irgendwas war. Ich hab so das Gefühl, die lacht, weil Luft da ist. Der sollte mal so vielleicht so einen, wie weiß ich, so einen Plastiksack drüber ziehen, dass sie keine Luft mehr kriegt. Und schau mal, ob sie noch so weiter lacht. Aber Marc, wirst du nicht die Kanne töten? Ja, bitte was? Also, wir haben die Leute, die die Sacken und Koff haben, die das nicht. Nein. Na, aber ich schon doch. Warte, warst du nicht dabei, wo das war? Du warst doch dabei, wo du provoziert hast draußen, ne? Vor der, vor der Ding, ne? Vor der, vor dem Gerichtssaal, weißt du noch? Ja. 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 Mhm. Da war ich ein bisschen überlegen, ob ich dich dann auch mitnehme, ne? Okay. Und so? Mhm. So ist es nicht. Ne, aber ich hab da mitbekommen, du warst nicht der Auslöser und das ging's nur. Ne, weil an dem Tag, ich war da so mad, ich hab gesagt, egal wer das war, ich hab auch, ich hab zuerst gedacht, es muss irgendein Hörer gewesen sein, Vize oder so, der das angesagt hat, dass er das jetzt macht. Weil ich dachte mir so, das macht doch keiner, ohne dass das abgesprochen wurde. Ich dachte wirklich, dass das ein Wolf oder ein Ryan ist. Und ich hab mir gesagt, da oben, wie ich da gesessen bin, egal wer das jetzt war, wenn ich rauskomme und ich krieg raus, wer das war, der kriegt ein Bloodout von mir. Das hab ich, das hab ich im Gerichtssaal, hab ich das mir schon gedacht. Da wär's mir auch egal gewesen, wär's ein Ryan oder ein Wolf wie gewesen, ich hätte durchgezogen. Ich war da so mad an dem Tag. Ja, aber da bist du knapp vorbeigekommen, ne? Ich hab mir dann auch nichts gemacht. Ja, du hast nichts gemacht, ne? Aber zuerst hab ich dir mit deinem Namen gefallen, wenn du dabei warst. Aber der dann... Warte, wer hat da geschossen? Der, äh... Chris Schulze. Chris Schulze. Wer? Chris Schulze, der Azubi. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern, der war ja Azubi, ne? Na, zum Glück war's ein Azubi. Ich hätte jetzt ungern einen Ryan oder einen Wolf hingerichtet, weil ich dachte echt, das war abgesprochen da außen. Ich dachte, es muss ein Vize oder so gesagt haben, dass da wären Zugriff macht oder so. Weil wir hatten ja an dem Tag ja wirklich nichts geplant, aber es kam so scheiße rüber, weil die Cops dann dachten, ja, das war... Haben ja eh gewusst. War ja eh geplant, so. Das war ja das. Wobei ich jetzt ja nicht weiter sagen muss, wenn da die Anweisungen von uns gegeben hätten, dann wär da nicht nur einer alleine reinklaufen. Das stimmt, ja, ja. Ne, aber es hat sich... Von drinnen hat sich das so angehört, das wären mehrere gewesen. Es hat sich angehört, als wäre da ein riesen Shootout gewesen, so. Ich hab's ja nicht gewusst, ich hab das gesehen. Larissa wurde umgeschossen. Ich so, PD angerufen. Ich so, in fünf Minuten krieg ich eine Info oder wir kommen da rein. Da hörst du nur Darren auf der anderen Seite, äh, wir haben da gar nichts... Hab ich schon direkt aufgelegt. Er hat gesagt, ich hab nur noch fünf Minuten aller Zeit. Zumal klar, dass da nicht erschossen wurde, aber egal. Zumal klar, dass da nicht erschossen wurde, aber egal. Jaja, das war aber die Info die Info. Da hat er aber Schrotfinkenschüsse und habt gesehen, dass Larissa umgefallen ist. Ich frag mich zwar immer noch, wie ihr mich gesehen habt, aber jo, läuft. Du bist am Eingang umgefallen. Boah, die Schüsse waren, aber jo, läuft. Das war relativ synchron, sag ich's mal so. Nee, eigentlich nicht. Nice, jawohl. Gut, äh, was machst du jetzt eigentlich so als, äh, als Vize, Vize, Vize Plus? Soll ich was Vize Plus nennen? Oh ja. Die Freundschaft Plus. Das hört sich an wie so ein schlechtes Netflix-Abo. Ja, so ein Abo. Nonplusultra, Boost. 9,99 im Monat. Vize Plus, Max, Premium. Oh ja. Prime, Prime Plus. Einfach Premium Vize. Oh ne, nein. Oh ne, nein. Ja, das ist es. Ne, ne, ne. 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 So, so wie in, in, in so Online-Spielen so. Es gibt die Bronze Liga und die Silber und das machen wir jetzt auf alle Ränge. Platin, Gold, Diamant. Es gibt jetzt halt keinen Director mehr, es gibt jetzt einfach noch den Bronze-Vize. Bronze-Vize. Ja. Alter. Und die, die ganz unten sind, die nennen wir dann einfach Kartell. Alter ey. O-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho. Ey ja. Da habe ich jetzt noch mal was, wo. Naja, es Ihnen remake mal einen Pass mit einem Ex-Cop, also so Ex-Cops und so, ja. Hey, ja, jetzt nicht die Karte rausholen. Ey, aber jetzt, jetzt noch eine Frage. Ich hab im Team-Chat was gelesen, was ist'n das schon wieder los? Beleidigt am Hauptplatz oder so, ne? Einmal Kartell, einmal PD Da wollte ich nämlich nochmal sagen, einfach ignorieren, das ist Kindergarten Ja, ist wirklich Kindergarten, was die machen So ein bisschen Aber wird dir das gefallen lassen? Nö, gefallen lassen, das hat ja nichts damit zu tun Ich kann das einfach nicht ernst nehmen, wenn mir jemand Mit Nudelnhand daherkommt und zu mir sagt Ich bin, ich weiß nicht was Das ist für mich ein Kindergartenkind Mit Nudeln? Ja, der hat doch so einen Nudelkopf Kennst du so einen mächtigen Jack von Crack? So! Ja, es war Billy, der Nudelkopf Ich dachte, der ist ein Zwischmob Ja, ne, aber der sieht so aus wie so ein Nudelkopf Und das kann ich einfach nicht ernst nehmen, wenn der zu mir sagt, ich bin direkt sein zu siebener Dann lach ich den aus Zeige auf den und denke mir so, Bruder Wenn ich deine Haut stecken würde, wäre ich auch so drauf Dann wäre ich auch so mies gelaunt Du musst ihm einfach eine Nummer schicken, wenn er fragt, von wem ist die Nummer, sagst du Friseur Ne, einfach, nächstes Mal einfach hingehen und sagen, erzähl es deinem Friseur Einfach so, wenn gut ist Erzähl es deinem Friseur, dann interessiert es nämlich auch nicht, so wie es aussieht Ich wusste nicht, dass wir die Schmippe Friseure haben, aber... Das sieht man Ich kenne ja Die wollen halt, weißt du, die wollen halt provozieren Aber wenn du dich nicht provozieren lässt, ist das, was dir am meisten weh tut Vorhin noch ein paar Geräte hatten, dass wir nachspiel, wo Larissa umgefahren wurde, das hatte ich nur jetzt von QB mir erzählen lassen Oh, von dem weiß ich nix Den will ich noch finden Ah, da war ja was, stimmt, stimmt, stimmt Also eigentlich hätte ich den gerne eingepackt Ja, der ist, der ist, der ist mit Absicht drüber gezogen Der ist mit Absicht voller Kameraein Ja, das hab ich ja gesehen Ja, ja Und so hat er wirklich, äh, an der anderen Bei so einen Sachen wär halt schön, wenn man dann auch dann halt doch mal mit Waffen zurückschießt Also wie gesagt, eigentlich würde ich den gerne eingepacken Ja, wir können ja voll maskiert machen, die einpacken und dann, äh, weiß nicht, ein bisschen spielen mit denen Rausfinden, wer es war Ich hab dann noch in der Richtung ausgedacht Die haben sich wohl nicht, die haben sich nicht mal gekümmert oder so, ne Die haben nicht mal Entschuldigung gesagt, hallo, wenigstens eine Entschuldigung Das Einzige, was halt war, die haben halt gewusst, dass wir wussten, dass sie das Kartell sind, ne Aber die sind ja eh offiziell jetzt das Kartell an sich, ne Äh, man erkennt die ja, so, wenn die keine Masken haben Ja, weil wir waren voll maskiert an dem Tag, das muss ich auch sagen, wir waren komplett maskiert Ja Ja, und Die können uns also gar nicht erkennen Eigentlich nicht, nein Ja, eigentlich nicht, und trotzdem tun sie es wahrscheinlich wieder Ja, guck mal, wir könnten die ja mal einpacken und schauen, was die sagen Wie gesagt, ich wär dafür, weil ich hab da noch ne Rechnung offen, das ist, hallo, das ist Geld Das heißt, wir gehen heute auf Kartelljagd Fühl ich Ja, aber wenn so ne Situationen nochmal sind, dass man dann auch gleich Aber ich wäre Sanchez Du meinst, du meinst die Situation, warte, warte, warte Die Situation ansprechen, du meinst, dass wir dort hinfahren Nö, 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 nein, nö, da in dem Fall Nö, 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 die meine wissen ja Und dann die Waffe raus und dann auch wirklich mal schießen und nicht das so hinnehmen Also ich fand das, wo ich das gehört hab Na, ich will eigentlich, ich will eigentlich, ich will eigentlich mit dem reden, der mich umgefahren hat Ich würde gerne einpacken, ja Entschuldigt, also nicht mal den Arsch in der Hose hat, da gerade zu stehen für, wenn er Scheiße baut Sagen zwar Arsch in der Hose, aber am Ende einziehen, ja komm, nee, ist klar Ja, aber Larissa, weißt du, wer dich umgefahren hat von denen? In einer, in einer Urusfahrer Ich weiß zwar nicht, wer da drin war Warte kurz, ich ruf dir den Mann Also es kann nicht Wein gewesen sein, weil Wein hat einen pinken Urus Das war ein schwarzer Urus Ja, aber ich kann da auf jeden Fall mal der ausgestiegen und keine Maske hatte Dann packe ich einfach den ein, ist mir doch relativ Der wird mir die Info auch geben können Einfach insgesamt einpacken Ja Hey, ich hab die Nummer von dem Urusfahrer, der verkauft sein Urus gerade auf Ebay Ach, laber nicht Lustig Verkaufe Urus mit Originalpang, das war der, safe Sollen wir mal anrufen und fragen, wobei ein Karteller war er kurz Boah, ich lach, ich lach mich kaputt, du bist so lustig, krass Du siehst, es lachen alle, wow Für 300.000 der, ne? Also ich ruf jetzt no shit an, ne? Ich ruf da jetzt an, es mir egal Wenn der abhebt, ich frage ihn einfach Warum hat du Laritza überbrochen? Wie gesagt, ich lach mich kaputt, es ist, wow Ja, ich merke, dass du bist so komplex, ne? Ja, es ist total lustig, ich kann nicht Ja, es ist noch schlimmer Gebt keiner ab, ne? Die will den wohl nicht verkaufen, die will den wohl nicht wegkriegen Ach stimmt, wer der Typ mit dem HB kommt Da könnt ihr dann sehen, dass er mich dann umgefahren hat, da könnt ihr ihn rausfinden Ich freu mich, ich werde heute gesucht, das wird richtig lustig heute Gut, wir könnten uns gerne auf die Jagd machen nach einem Kartellmitglied und den gerne ausquetschen, wenn ihr darauf Lust habt Ich fand das, also der ist ja mit voller Absicht in dich rein, ich hab das ja gesehen Ja, eigentlich, eigentlich wär's ja an Tim, eigentlich wär's ja an Tim gegangen Knapp vor dir Knapp, du warst knapp vor mir und dann hat er aber mich mitgenommen Ihr seid rechts, du bist rechts gefahren, links war aber frei vor uns Ja und er hat auch direkt auf mich gezogen Und er ist in die Gegenspur in dich reingezogen, also nicht auf seiner Spur, ist wirklich er drüber gelenkt in dich rein Ja und der andere, den wir ja verfolgt haben, da hab ich mich einfach versprochen hinzusetzen Der hat ja auch nochmal hochgeschleunigt, ist mir ja zwei, dreimal ins Bike hinten reingedonnert Ja, muss halt nicht sagen Da hätt's mich auch fast abgesattelt Also denk ich mir, so sollen sie auch steigen und uns anschießen, wären wir lieber gewesen Der hätte mir nämlich zurückgeschossen Wäre mir auch lieber gewesen, als wie einfach umgefahren zu werden Ja, das ist feige, das tut man nicht, man fährt auch kein Um Dann nicht man, Entschuldigung, also ein Respektloser Ist halt die Frage, wie wollen wir dann anfahren, wenn wir das machen, wenn wir das durchziehen Also ich denk mal, mit HB kennst du das scheiße, oder? Komme ich, ich würde auch mit einem privaten Genau, uns wurden alle die Autos geklaut Ja Wir haben uns alle die Autos geklaut heute, wir haben die alle draußen stehen lassen auf einer Party Die waren komischerweise nicht zugesperrt Im Reifenwechsel gemacht, auf Sommerreifen Können wir auf dem Motorrad fahren? Ne, also ich sage jetzt heute nicht auf dem Motorrad drauf Ne, sonst fliegt wieder auf die Fresse Ich werde nicht wieder umgefahren werden Also jeder privaten, einen Wagen fahren privat Dann machen wir das, dann ziehen wir die durch und schauen, wo die sind Nehmen die mit und drücken die aus Ah ja, richtig Kleidungsstil Das habe ich noch gar nicht angesprochen jetzt Abänderungen, das werden wir dann zusammen machen Äh, bzw. die Führungsetage Wir werden uns neue Outfits ausdenken, wenn wir auf die Street gehen Dass wir nicht so, äh, angezogen sind wie ein Kartell Mit Anzügen, wie wir derzeit sind Wenn wir auf der Street sind, sollte man es vielleicht ein bisschen anders anziehen Das habe ich nur gemeint, ein bisschen lockerer Wenn wir hier sind Wenn ihr hier seid, könnt ihr euch entscheiden Es geht nur darum, ähm, ich sage so das schöne Outfit, das wir jetzt alle so tragen Oder die meisten, wie immer sagen Das soll halt für, ich sag mal, eher Event sein, oder wenn man in der Hochzeit ist Oder wir treffen uns zu einem Geschäftsmeeting Oder solche Sachen, dafür ist es eigentlich gedacht Äh, sonst haben wir ja an sich keine Pflicht, das zu tragen Aber ich dachte mir so vielleicht, dass wir ein Street Outfit haben Äh, was besser Zu 1 zu 7 passt Weißt du, was ich meine? Ja Fichtbös sein Und ne Kostüm Und ne Kostüm Ich muss mich mal ganz kurz noch für 30 bis 60 Du musst ja irgendwas sagen, was zu Hell Dogs passt Du weißt gleich, wie gut es du hast gerade Bis, bis, bis gleich Ja, bis gleich Geht nicht Gut Ja, wir werden uns da was ausdenken Äh, dann werden wir aber das beibehalten, was wir jetzt haben Als, als, als schönes Outfit Und dann machen wir noch ein Streetwear Outfit Also ein zweites, was wir dann eher tragen, weil wir auf der Street unterwegs sind Vielleicht auch die Westen mal ein bisschen grund erneuern Ein bisschen schöner machen, mal schauen Na, gucken wir mal Gut Also, Kartell jagen Bitte? Also, du hast Kartell jetzt jagen Ich würd, ich würd schon, äh, immer zur Rede stellen, was da los ist, ja Ich würd dir jetzt schon mal jagen gehen und schauen, was da los ist Weil das kannst du dir auch nicht gefallen lassen Dass du angefahren wirst und, äh, sich nicht mal entschuldigen oder fragen Das Einzige, was ich gehört hab, ist, ja, wir sind das Kartell Jetzt, äh, lernen das mal einfach oder sowas auf die Art und Weise haben wir bekommen Das fühl ich halt nicht Ja, komisch, dumm gelaufen, wenn ich wegfahre Hätt ich auch, aber ich lag ja auf dem Boden Ja Gut, dann machen wir uns auf die Socken, jeder im Privatauto Am besten jeder irgendein komplett anderes Outfit Am besten keine Hundebandewesten bitte, die weglassen Ähm, nichts, was auf uns hinweist Maskieren und dann auf geht's mit der Suche Ah ja, und bitte wirklich schöne Waffen mitnehmen Wenn's zu nem, zu nem Ausschreitung kommt, dass wir bewaffnet sind Soll heißen, Stummgewehr und wenn möglich noch ne MP Ja, entweder oder, ich denk mal ne MP wird auch schon ausreichen Ein Grund, dass Stattung werden, ist nicht dabei Ich schon, ich muss ne Westen holen Wir können ja weiße Autos nehmen, denn äh, fällt's auch die Pizzeria Weil alle mal was Weißfam und irgendwie Pizzeria aufschreiben Pizzakennzeichen Ah, das wär's Jaaa Pizzakennzeichen, ich muss mal vorlesen, das will ich, sorry Leute Ich tut mir sehr leid Das Pizzakennzeichen habe ich sogar Jetzt komm ich aber damit klar, dass ich das mal vorgelesen bekommen Ähm, wir werden's mal vorbereiten, wir werden's das Kartell immer suchen Weil das geht halt echt nicht So, ähm, Philly Westside Alles Gute Nachträge, ich lass dich von den ganzen Kommentaren nicht unterkriegen Vielen Dank an Philly Westside und nochmal für 50 Euro, du, ey, vielen, vielen Dank, Philly Wirklich, mua, kuss getraust, als vor zwei Stunden, ey, es tut mir so leid, dass ich das vorlese, aber du weißt Ich muss mich gleich nochmal ganz kurz hinlegen, weil mein Handy klebt am Handschuh Ah, alles gut Am besten hier hinlegen, dann kriegst du die Weste wieder Ja 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 So Können wir noch mal kurz im Häuschen, ich komm gleich wieder zu euch hin Chloe, wo bist du denn? Unten im Keller So, ich muss euch leider schon verlassen, äh, bis die, demnächst, ne? Jo, Remdi, bis gut Ciao 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 Hallo Digga, Flo, was bist denn du für neue Zwiller? Was soll ich denn für ne Waffen mitnehmen, ey? Nein Neizukästen nochmal, kann ich mal nachkaufen Gebe ich ne M4 mit? Gebe ich ne Auge mit? So, die AOG ist da, der Sturman B ist da, auf weiter, das Mäck haben wir auch, ach komm, ich hau die in die Sturm rein Die kommt in die Sturm Die kommt in die Sturm Dann ziehen wir mal richtig durch heute Heute mal richtig Action, bisschen auf die Trommel hauen Ihr wisst Leute, wenn wir heute, wenn das heute schief geht und ihr kennen uns, dann ist ein Krieg Gebe ich ne Aus dem Grund müssen wir aufpassen, dass wir nichts zeigen und dir, äh, wir das ganz schnell hinbekommen Du hast nur Müll auf der Hand Ja Ich würde mal sagen, wie wir fallen jetzt nicht mit, immer zu trainieren Boah, ich bin blöd, ich muss ja nach oben Ah ne, ich fahr mich umziehen, ich fahr mich umziehen Ich fahr mich umziehen Wo bist du denn? Das war echt doof, ist wegen den Cops, ne? Weil die mich suchen Egal Ich werd mir dann auch mal hinlegen, wünsche ich aber gute Nacht, dann später Und viel Erfolg Gute Nacht Gute Nacht, tschüssi, danke Gute Nacht, ciao Alter, beste Kennzeichen immer noch, danke Andel für das Kennzeichen Manuel Rost, man glaubt es kaum, aber auch von mir mal wieder eine Spende, hoffentlich auch mal wieder regelmäßig Alter Manuel Rost, vielen Dank, Kuss, wirklich Dankeschön Florian Adam, gute, guten Abend, gute Beste von deinen Mietz, danke, danke Vielen Dank, äh Florian So, äh, danke auch an, ähm Tobias Halbwert, alles Gute zum Geburtstag Nacht, ja, ich hatte am 19, alles gut, danke Äh, auch danke für den Glückwunsch, ich hab so viele Sachen auf Instauch bekommen, Dankeschön dafür Äh, Patrick, alles Gute zum Geburtstag, danke auch dafür Mega No, war auch nochmal alles Gute zum Geburtstag Nacht, ich auch von Nice und vielen Dank Ja, jetzt ist dieses alles Gute nachträglich mal real, ne, weil sonst ist das immer der Choke Jetzt krieg ich das wieder ein ganzes Jahr vorgesäppelt, das ist so lustig Ich bin ein ganzes Jahr vorgesäppelt jetzt Das ist das geilste Kennzeichen, wenn mich da mehr fragt, was heißt denn das eigentlich, sag ich Äh, ich bin zu early, also, one, two early Ne, vier, ja, kann ich machen, ja Gucken wir mal, was wir anziehen Irgendein Outfit, wo man auch die Dings nicht sehen kann, so die, die Weste mal weg Ich fahr mal schnell aus und wechseln Ich würd schon sagen, mindestens jeder fährt zu zweit Ja, macht Zweierteams Tim Ja, wo bist du? Wo bist du? Gelände noch Ja, dann komm zum unteren Tor Ich mach so ein richtiges heftiges Outfit machen wir jetzt Oh ja, können wir bitte, oh Stiefel Super Ja Das brauch ich jetzt Die sind geil, die nehm ich So Äh, Kette brauch ich nicht, Rucksack brauch ich nicht, Oberzahl Ich muss mich leider auch hinhalten legen Gute Nacht, bis morgen Na na Bis morgen Boah, Alter, das könnte Ding, die er gerne tragen gestern Du hast den Schlitzflogen vom Haus für die Hülsen, oder? Dieter Bohlen Ja Ja, dann fahr mal da rauf, Alter wechseln Das ist doch geil, ja Und jetzt noch eine geile Ui, ja, 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 ja Noch, äh, ne, äh, solche, solche Handschuhe brauch ich jetzt noch Ja, genau die Genau die Du hast Dreck auf der Nase, genau da Das ist es Das ist das Outfit Ui, das sieht heftig aus Das sieht heftig aus, oder? Bruder, ich sehe aus wie ein richtiger Schläger Einen Rucksack noch? Hast du einen schönen schönen Rucksack, den hier? Bruder, ich boxt dich Na, komm Ohne Braucht du noch zu irgendwas? M-mh Und das schaut Oberzahl auf mir 1 zu 7 1 zu 7 1 zu 7 Ich lese gleich vor, okay Dann kann ich vor eine Highway Patrol Solardus, echt toller Ja, alles gut, Artrich Äh, also echte 1 zu 7er Alles gut, Artrich, Alter Vielen Dank, Solardus Zolardus 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 Schild ist auch am Start Du verstehst, warum ich die Karre wechseln möchte Richtig und richtig Ne, da passt eh kein Stand Passt schon so Geil Leder, yeah Los, Digga Boah, Alter, das sieht echt heftig aus Fühle ich irgendwie Vielleicht auch die Hose anders, ne? Hast du eine andere Hose? Hast du eine andere Hose, die irgendwie besser aussieht? Alter, haut da einfach 1 zu 7 raus, da Solardus Ich bin in London Nein, muss doch ganz kurz spenden, jetzt noch kommen in Margeländer Oh nein, das ist Open Carry Sorry Ja, das ist jetzt die Richtige Schmiddy? Ja? Wo are you? Vor dir Da so eine fette Maske drüber Sieht auch geil aus, Alter Ich fühl mich wie so ein Cop Oh, vielleicht ein Gürtel? Oh, das hab ich noch nicht probiert Ein Gürtel vielleicht Einen Gürtel würd ich noch fühlen dazu Oh ja, oh ja Vielleicht, ne? Ah ne, den sieht man nicht Ja dann nicht Dann lass ich's Teelbild ballert, ne? Passt, ne? Ich muss nur eine Maske kaufen Da liegt grad die Hölzer untergefahren Na dann Fahrt hinterher Hat halt Kolonne, oder was? Ja, ja, die Fahrten komischerweise Kolonne, ja Mit so, alles so verschwunden Ganz gut Und dann machen sie so drei Truppenjäger Wer ist das? Wer ist das? Ich weiß nicht, wo wir mit uns fahren, oder? Ich weiß nicht, wo wir mit uns fahren, oder? Ja, warte Musst du gleich nochmal ganz kurz ein Nickerchen machen, weil mein Handy klebt irgendwie immer noch am Handschuh. Okay, das sieht geil aus hier mit diesem Fake Gucci. Alter, wie ich aussehe Bruder, wie ich aussehe, was ist denn da los? Ich und Anton gucken kurz so ab, weil wir, ich gehen 10 Minuten circa kurz was essen und Anton ist dann weg. Pass nur auf, dass er dich zusammen prügelt, ne? Sollen wir gleich alle die AOG oder so auf den Rücken hauen? Also ich habe erstmal P90 dabei und bin im Notfall dann die AOG. Oh, ich sehe aus wie der größte Dieb. Das ist voll das Dieb-Outfit. So richtig, als würde ich jetzt gleich jemanden, äh, würde ich gleich irgendwo einbrechen gehen. Das ist das perfekte, oh, warte, ne, ich brauche was. Jetzt weiß ich, wie ich dann aussehe, jetzt. Passt auf. Aufgepasst, Jungs und Mädels. Jetzt bin ich der absolute Einbrecher. So sieht ein Einbrecher aus. Geh euch das mal. Ich breche ins nächste gelegene Haus ein. Mit dem Koffer, wo meine ganzen Sachen drin sind. Da sind die ganzen Dietrichs drin. Peter Dietrich. Ne, das war der Brecheisen noch. Ja, jetzt, jetzt bin ich der Einbrecher. Guck. Der Brecheisen, der Koffer, die Maske, das Outfit. Bruder, mehr geht nicht. Mehr geht nicht. An wen erinnert dich das? Das wäre die direkte Provokation. Ach, stimmt. Oh, oh, Alter. Oh, hey. Hey. Ey, Bruder. Drecksack, Alter. Warum macht er das? Ach, den nicht. Das Problem hatte ich auch schon mal. Spinn doch. Was machst du denn hier? Secret Service mit dem Spezialkoffer oder? Ja, ja, ich war Secret Service mit dem Spezialkoffer. Dann sieht man die Waffe nicht. Was ich vorhin gemacht habe, schau mal, ich habe ein Ding rausgeholt. Schau mal, die sieht aus wie so ein Einbrecher mit dem Outfit. Guck, mit dem Brecheisen so. Entschuldigung, wo nächster Juwelier? Genau. Entschuldigung. Entschuldigung, ich vom Bollen, wo nächster Juwelier? Deine Auto? Ja, ja, schön. Schön, ja. Du machen mit GPS auf, weil ich GPS-Tracker benutze. Ja. Ja. Komm, das Outfit ballert schon. Aber das sieht halt echt geil aus, dass ihr mit dieser Aktentasche guckt. Wild. Ey, ist der echt kugelsicher? Kannst du das Wend und Wins testen? Nein. Wins, möchtest du mal aussteigen? Nein. Warte, wir haben doch jemanden, der das immer gerne versucht. Ich muss kurz Q-Bien noch abholen, dann sind vor... Also stell dir mal vor, das Ding ist kugelsicher. Kannst du einfach durchballern. Auch dann. Komm, raus aus dem Auto. Komm. Ja, ich würde nur das Ding anschießen. Ich würde... Habe ich einen Schalldämpfer? Ja, ich habe einen Schalldämpfer, gut. Mach ich den mal dran. Wer waren gerade die drei Typen? Äh, Tick, Trick und Track. Nein, nein, nicht das... Nee, alles gut, du. Äh, passt schon. Hau mal am Koffer raus und ich probiere mal rein zu schießen. Am besten du... Du hältst in der Hand so, dass man... Ich glaube, ich habe da irgendwo noch einen. Ja, musst du gucken. Sonst kann ich dir auch meinen geben. Komm, verpiss dich. Weg da. Ja, geht schon so, als hätte er sich eingekackt. Du musst da weiter zum Magazin und falldämpfer. Wait. Bleib mal so stehen. Das Ding ist cool, sicher. Warte, halt das. Halt das mal an deine Fresse. Moment. Du musst es nur an deine Fresse halten. Du musst nur eine Waffe tragen. Oh, nee, warte, warte, lass mal unten. Oh, oh, nee. Nee, 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 lass mal unten, lass mal unten. Nicht bewegen. Nichts machen. Nicht in mein Bein, bitte nicht. Na? Das ist kugelsicher. Das ist halt wirklich kugelsicher. Alter. Ey, jetzt nimm eine Waffe in die Hand, währenddessen du den Koffer hältst. Siehst du morgen alle in der Schießerei laufen mit so einem scheiß Aktenkoffer rum, Alter. Wenn ich, wenn ich... Warte, bleibst du stehen, bleibst du stehen? Alter, das ist... Das ist ja mal geil. Geht der Schuss, geht der Schuss durch? Ja, der geht durch. Ich habe das durchschießen, glaube ich. Oh, wie fies das wäre. Ich will kurz vor der B90. Das ist wie so ein Schild. In der Aktenkoffer. Ich sehe morgen wirklich jeden mit diesem Aktenkoffer rumlaufen. Guck dir das an, Alter. Jetzt ist er kaputt. Ja, er ist durchgegangen. Ja, ja. Nee, aber... Ist halt cool, dass du halt nicht durchschießen kannst. Jetzt weiß ich, was das Kartell demnächst macht. Warte. Ich krieg das hin. So. Ah. Und dann? So, wenn sie sich am Busch hucken. Genau so. Guck. Bitte nicht schießen, bitte. Nicht schießen. Was ist? Ob es noch größere Koffer gibt. Ja, da drüben. Guck mal. Hier. Das ist ein Kofferschock. Kannst du Koffer kaufen. Hier gibt es größere Koffer. Siehst du? Kofferladen. Hier ist ein Kofferladen. Mensch, Marc, mach doch nicht alles kaputt, ja. Bei den größten Vollkopf hast du ja schon. Oh, ja. Mhm. Was machst du jetzt? Okay. Hey, was? Was soll das denn jetzt? Oh, fetter Koffer. Das war so ein Chuck-Nose-Roundhouse-Kick und einfach weggehen, ey. Ich habe doch nichts gemacht. Wir sollen, glaube ich, zurückfahren, ne? Zum, äh, Anwesen. Nicht warten, seit ich will spielen. Jetzt kann Busch-RP so ein Koffer-RP. Oh ja, fühle ich. Koffer-RP. Aber es gibt eine neue Regel. Ähm. Man darf Animationen in einem Gefecht nicht ausnutzen. Weil ich schon gehört habe, es gab Leute, die haben in einem Schussgefecht sich hingelegt, aufgestanden, hingelegt, aufgestanden. Damit du halt, äh, tot ausziehst, ne? Während du jetzt in einem Schussgefecht bist. Äh, darfst du nicht mehr. Weil diese Animation so schnell geht, du siehst, es synchronisiert halt nicht, ne? Das heißt, er ist bei dir noch am Boden, aber bei ihm steht er schon auf und schießt. Wenn du auf so einen Hotkey setzt in einem Gefecht, ist das echt hart unfair. Während das halt mit einem Koffer eigentlich. Aber der Koffer ist schon lustig. Du wirst auch nicht, dass er kugelsicher ist. Das Handy ist ja auch kugelsicher. Das haben wir mal getestet, ne? Handy, äh, geht nix durch. Kannst du grad rein snipen. Das ist das Auto, ich will spenden. Ui, blauer Maibach. Servus. Servus. So erkennt man, so erkennt man Marco auf jeden Fall nicht. Ich hab schon gesagt, hier mit dem Outfit, mit dem Brecheisen, mit dem Koffer, sieht aus wie ein Einbrecher. Wollt ihr mal was lustiges über diesen Stahlkoffer hören? Das Ding ist kugelsicher. Du kannst da nicht durchballern. Jawohl. Das heißt, wenn du so stehst, und der will deinen Fuß schießen oder ins Ballen, geht nicht. Ja, Kniescheibenschutz, Alter. Ja. Auch vor dem Kopf halten. Vor dem Kopf halten, ne? Wait, wenn das geht? Das wäre lustig, wenn das geht. Ah, da wäre es die Bäume. Ja, da wäre es die Bäume. Ja, mein Name ist Brie Sanchez. Oh nein, Alter, wer ist das? Einmal darfst du raten. Ich weiß nicht. Der Kandidat hat 100 Punkte. Ich habe so ein Interview mit seiner Oma und so. Ja. Oma-Stimme und... Vergiss es einfach. Noch eine AUG zum abgeben, will dir jemand? Egal, was ich jetzt sage, es klingt einfach nur noch Quench. Würde ich nehmen. Hat Habubs Mutter eigentlich auch eine Mutter? Okay, kriegst du gleich? Ja, den nennt man dann Vater. Ich frag mich, ob Habubs Oma noch fetter ist als Habubs Mutter. Das können wir gerade über Omas reden. Seine Tante haben wir ja an Halloween. Das ist ja kennengelernt. Gott, Habubs Mutter hat mal bei uns im Pool einen Bauchklatscher gemacht. Das ganze Wasser war weg. Apropos. Ich bin jetzt Schmauchspuren, ob das nicht, ne? Habubs Mutter bestellt am Dönerstand den ganzen Spieß. Digga, er macht... Am Dönerstand isst du den ganzen Spieß als Lolli. Oh nee, Habubs Mutter, wir sind so dumm. Aber so lustig. Alp, schließlich euch, dann danke fürs Verschenken von der Mitgliedschaft. Vielen Dank. Ich finde das ja so lustig, wenn man die Werbung so sieht von meinem Auto aus. Und immer hat Anneln das Auto ausgerufen. Am Ende, weil von dem reinpasst das einfach nicht. Das ist ein Kaliber, Junge. Oh, ein Mäuschen. Mein Magazin sieht so schlimm aus. Ich steh einfach neben Vince, Junge. Warte, lass. Ich hab gesagt, ob Vince hier ist und du stehst neben mir und sagst einfach nichts. Nö, der ist nicht da. Der hat heute Pause. Mein Vince. Wer? Ich bin Vince, hallo. Na, ich bin wirklich Vince. Was willst du? Geh mal bitte einen Schritt beiseite, weil sonst gebe ich dir die Waffe. Ja, ich bin Vince. Du musst mir die Waffe geben. Alter. Hm, was denn? Er hat so gewollt. Ich bin Vince. Ich kann nichts dran ändern. Wie, ich hab's gewollt. Komm auch noch nicht das Mäuschen. Dann geh ich halt wieder weg. Ach, Vince. Arme Mäuschen. Das wisst ihr bei der Brücke kommt. Ganz schön. Sag mal, hast du ein Rad zu Hause, wo du so rennen kannst? So ein Mäuserad? Können wir dich vielleicht, können wir ein bisschen Stromrechnung sparen, wenn wir dich irgendwo reinstellen. So einen kleinen Generator dran machen. Rennst den ganzen Tag rum. Weil ich meine Aufsätze dran gemacht habe. Nee, deswegen fahr ich heute keinen Teil, ich kann bei der Fang ist nicht voll. Was? Ich will, dass sie was erniedrigen, dass sie eben vor sich sterben. Eine Maus ist ziemlich offen. Stehst du noch auf Käse? Gartig unangenehm, die Frage. Ich bin auch auf Käse. Die Frage ist halt, was für Käse? Ja, ich bin so nett und ich lass einfach meinen Gedanken unausgesprochen. Ich lass den auch unausgesprochen. Ekelhaft. Ja. Uah. Widerlich. Komische Bilder im Kopf. Nein. Mit einem silbernen Knopf. Da habe ich alle diese Bilder im Kopf. Vielleicht ein schwarzes Rotoalbum, ne? Ja, genau das. Mhm. Fehlt jetzt noch irgendwer im Geländer? Ja, Qubi. Der ist aber gerade ein Horst am Verkauf. Alter, du sauer Junge. Da kauft er jetzt sein Horst. Alter. Die Frage ist, hat jeder seine Panzerung dabei? Bei Werkzeugkästen haben wir keine mehr. Zwei Westen. Wichtig. Ganz wichtig. Sind wir ausgesprochen. Ja, ich komme nach. Was ist dann halt voll ausgerüstet? Am besten Sturmgewehr und zwei Westen. Ja, habe ich schon alles. Oh, warte. Ich muss ja hinten auch das Magazin draufballern. Nur Magazin. Oh, ne. Die habe ich jetzt auf die Glove 17 gemacht. Ich glaube, ich habe vergessen. Ach, komm. Ich dachte auch, ich habe noch einer rein. Ich glaube, ich habe vergessen noch einen. Ach, egal. Schau es drauf. Das Ding ist, ich war heute bei der Werkzeugkosten. Als ob das alles die falsche Munition ist, never. Ich hatte ein Werkzeugkosten, aber jetzt habe ich keinen mehr. Perfekt. Hast du die falsche Munition gekauft? Ich habe drei Sorten von Munition. Welche brauche ich? Ich habe Munition halt für Sturmgewehr. Aber du musst halt unten auffüllen gehen, weil du hast nur 90 Schuss, glaube ich, wenn du es so auffüllst. Ja, find's gesund. Dann gehe ich ja nochmal an. Gut. Na, 120 oder nicht? Ich war ja 90 oder 120. Du kriegst, glaube ich, zwei von den Magazinen. Aus der Bahn, bitte. Danke. Anstatt halt. Oh, schalte. 250, wenn du auffüllst. Ja, das ist gut. Ich habe mir viel Angst, wenn ich eine Waffe raus habe, ich schieße. Ich habe keinen Kanister, Alter. Haben wir ein Weisheitsmagazin unten? Ich brauche mir Laudfilme probieren. Die erschießt, bevor du schiehst. Jetzt nicht, meine ich. Dann haben wir ein Weisheitsmagazin unten. Negativ. Ich kann noch eins geben. Oh, bitte. Ja, ich brauche eins für die AUG. Die AUG. Manchmal sagen wir, der habe ich die meisten Kills bis jetzt gemacht mit der AUG. Die werden alle mit einer Waffe holen. Ich mache die meisten Kills. My favorite. Obst du da gerade so eine Statistik bei COD nachdenken? Ich habe eine Statistik für die. Nee, aber wirklich, die ist die beste. Mit der schalte ich die Leute aus dem Leben, das glaubst du gar nicht. 1,3 AKD, Alter. Er hat doch am Handy unter Quartier in der Abschuss-Dotquote. Ja, aber es ist so. In seine Besten bist du geguckt. Es gibt nichts besser als eine AUG, da bin ich der Meinung. Nein, ich finde die Kills mittlerweile am besten. Warum? Warum, weil sie ein gutes Magazin hat, so ein fettes? Erstens das. Zweitens, das schallt einfach schon gut drauf aus. Okay, bei der AUG auch. Ja. Aber wenn der AUG geht, kann ich mich einfach nichts rein. Ich weiß nicht. My favorite war immer die M4, bis ich einmal mit der Skar geschossen habe. Und seitdem ist der Skar. Okay. Ermin verzieht sich zu viel. Es ist vielleicht auch so eine alte Call of Duty-Krankheit, weil da habe ich früher zuhause im PC auch immer mit der Skar gespielt. Achso, du hast eine Liebe zur Waffe entwickelt. Genau, ja. Da habe ich mir gedacht, ja, wenn ich dir ein echtes Leben mit mir rumschleppen kann, warum nicht? Dann schiebst du da quer rein. Ist das so darter Spaß? Ich schneide mir höchstens ab. Warte, 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 warte. Wem könnte dieser Maybach? Mir! Nein, das sollte eigentlich mir gehören. Warum? Ey, wir sollten so familienmäßig. Mami, also wir sollten so eine Familienkutsche machen mit Daddy noch oder so. Daddy gibt es schon leider. Daddy gibt es schon und zwar ziemlich lange, weil ich habe nämlich Oh Daddy. Und das ist schon über ein Jahr Alterskennzeichen. Mami? Wir sagen aber, es ist schon mehr an der State, was geht nicht. Du stinkst. Er stinkt. Aber ich will jetzt tatsächlich nicht mit so einem Lowrider rumfahren, wenn ich ehrlich bin. Das ist so ein was, das ist, ich glaube, blau, rot, weißer Lowrider. Stimmt das eigentlich, dass der Cybertruck geponsert ist? Ja. Ja. Ich wollte ihn auch kaufen, aber ich würde, ich würde, also mir würde gesagt, ich würde nicht kaufen, weil er sich kacke fährt in der Kurve. Das ist mir... Ja, der fährt sich im Bus. Ja, ja, der ist schon, aber es wäre halt einmal geponsert auf, oder? Das stimmt, aber er fährt sich so kacke. Anscheinend wollte ich dann auch nicht mehr kaufen. Ich habe mir gedacht, nee, komm, lass. Also, ich sage mal so, so kacke, dass man ihn da, also wenn man ihn halt wegen dem gepanzerten kauft, dann fährt er sich gut genug, sagen wir es mal so. Mhm. Das ist... Cadillac. Oh, der Cadillac sieht aber geil aus, ne? Für 18,5. Ich will lieber nicht mein Handy raus, sonst geht es gleich ab, ne? Weißt du, was du noch holen musst? Du musst dir vom Gebrauchwagenhändler den Camaro Z28 holen. Dann habe ich mal Zeit holt. Dank dir, Ryan. Also nicht, wenn du ein gutes Auto haben willst, sondern wenn du einfach in den Bus fahren willst, der 1,5 Tonnen wiegt. Und ich dann noch gut rief in den Tonnen. Ja. Also wirklich. Aber das tue ich in dein Format auf 60 rein und du fährst nur mehr quer. Du kannst wirklich in den Bus kaufen und gehst damit besser um die Kurve als mit dem Z28. Und das ist wirklich nicht übertrieben. Zuru fehlt jetzt auch wer, oder sind wir jetzt doch alle? Machen wir jetzt noch einen Gebetskreis, oder fahren wir? Ja, ich wollte auch sagen, er kann ja nachkommen. Ja, hat er ja auch gesagt. Ja, gut, dann machen wir. Meine Waffe bitte hinter mich. Am besten nimmt die Waffe schon mal in die Hand, ne? Ich habe ihn. Wer fährt mit mir? Ich kann auch nicht, weil er ist so schick jetzt schon wieder. Er möchte mit mir fahren, wir fahren dann in Zweierteams, ne? Ja, da steht E.O. nach hinter deiner Hand. Ja, da fahre ich mit jemanden, weil ich will doch eine Kennzeichen fahren, weil... Hey, wo bist du? Ja. Ja, ich habe so ein komisches Kennzeichen. Ich bin in voller Garage, falls du mich suchst. Darf ich denn? Hallo. Vince, mal wieder oder immer noch auf Kondo? Ich glaube, das Kennzeichen ist okay, oder? Ja. Passt, oder? Was soll das heißen? Keine Ahnung, habe ich mir einfallen lassen. Achso. Ich habe mir gedacht, irgendwas, das noch frei ist, weißt du? Es gibt mittlerweile echt so viele Kennzeichen. Ich habe jetzt irgendwas draufgeschrieben und das war halt eine Zahlenverschlüsselung und das hat einfach schon existiert. Traurig, ne? Ich war, ich war, weil ich immer denke, ich bin so early, ne? Ich bin immer on early, also so, weil ich early bin. Immer früh, oder was? Ja, ja, ich bin, ich bin early, ich bin so ein Frühaufsteher. Immer so on time, habe ich mir gedacht, oh, on early? So early halt, ja. Early, das erinnert wie immer an die Schulzeit, so, wenn man jemandem das Ohr geschnippt hat. An early geben. Ah, okay, kenne ich nicht. Ich würde gerne, wir würden gleich die Teams abfragen, ob die im Tablet eintragen, wenn man weiß, mit wem. Nein, early, early. Achso, early, wir sind early. Ist wusch. Gut, wir fahren mal tanken. Du Ohrkatzelschwarf, Alter. Der Ohrkatzelschwarf. Ohrkatzelschwarf, kannst du das nicht sagen? Nee. Geht nicht. Probier mal. Wolfi hat das ewig Ohrkatzelschwarf. Ohrkatzelschwarf. Wolfi hat versucht, mir das beizubringen mit Liam. Weißt du, was der Brettljausen ist? Nee. Also ich verstehe schon einiges von dem Akzent. Stülzen. Aber halt vieles dann nicht. Stülzen hört sich nach Stelzen an. Stelze, ja. War Brettljausen nie gehört in einem Leben? Brettljausen? Nee. Also du weißt schon, was eine Jause ist, oder? Nee. Was? Du weißt nicht, was eine Jause ist. Verlott, nee. Wie so? Tatsächlich nicht, ne? Leck mich fett. Okay, das ist, okay, das macht mich grad voll. Weißt du, das ist halt... Boah, ich dachte, das kennt jeder. Wenn du... Eine Jause ist eine... Wie sagt man? Eine Zwischenmahlzeit. Wie wenn du Pause hast. So Pausenbrot. Wir sind jetzt an der Tankstelle beim Gelände. Eine Jause. Eine Brettljause? Ist eine Jause, die auf einem Brett zerwirt wird. So Fleisch. So eine gelbe, laurige Corvette ist das. Äh. Ja, Fleisch. Käse. Also wenn es gelbe ist, dann ist es diese. Was g'sechtes. Also Fleisch. Noch mehr Fleisch. G'sechtes. Ich weiß nicht, was eine Jause ist. Alter, wissen Deutsche nicht, was eine Jause ist? Also Jause? Heftig. Vielleicht... Ah, die Bayern wissen's. Bayern müssen's wissen. So. Was soll ich die suchen? Ich würd mal sagen Hauptplatz. Schon mal vorbei ne Runde. Ja, es wurde eben gesagt, dass seine Kolonne... Oh, seine Autos ist schon noch. Wir sind noch nicht alle fertig, gell? Was? Kolonne bilden? Nee, die... Irgendwer meinte eben, dass er eine Kartellkolonne gesehen hat. Ja, aber das war doch schon vor 20 Minuten. Auf den Hills oben da war das. Ich hab keine Ahnung. Das war 20 Minuten her, circa. Köbi muss ein Auto wechseln. Seine Autos ist nicht vollgetönt. Und das ist auch nicht vollgetönt. Und das ist auch nicht vollgetönt. Scheißegal. Hauptsache, er kann fahren. Du, äh, die Cops würden uns anhalten mit dem Auto, ne? Weil ich bin davon mit dem geflüchtet, also mir ist das alles scheißegal. Dann haben die Cops gelitten. Ich hab, ich hab zwei Nossflaschen, die können mir gar nichts. Ja, ich hab auch noch eine dabei zur Not. Ja, siehst du. Zu zweit fährt der Porsche, glaube ich, nie so schnell. Der ist auch alleine nicht schnell. Ja, gut. Aber guck, ich bin vorhin ganz gut weggekommen, als der, als der gefragt hat, hier Führerschein, wie so nah. Ja, ich bin vorhin, glaube ich noch. Wird keiner nachkommen. Wird der recht von uns? Wir sind unter der Tankstelle, wir warten da, an der Kreuzung. Ich steh hinter dir, Porsche. Ich mahr an die anderen, was jetzt nicht da sein. Das wusste ich nicht. Ah ja, er ist ja in dem Mami-Mobil. So kann man es auch nennen. Wer ist hier, Mami? Ja, so fahren wir mal. Sonst sollen alle, die jetzt nicht da sind, nachkommen. Ist das mal genug, dass wir ein bisschen aufmischen können? Ich sag, wir fahren mal Hauptplatz vorbei und schauen, ob da irgendwo was steht. Und dann, weil der Fälle packen wir den einen, wenn wir ihn sehen. Am Hauptplatz ist keiner gewesen. Noch immer nicht. Da steht ein verlassener F-40 rum. Aber der stand vor, also vorhin habt ihr eine Kolonne, also wer hat die Kolonne vorhin gesehen? Ah, ich, wir sind in den Wilds runter Richtung, äh, in diesem Tower gefahren, wo Katay hier eine Wohnung hat. In ihrer Appartements. Ah, früher ist das nicht, wo der Tower ist. Ja, genau, wenn du das die Straße weiterforschen kannst, dann hast du das für da. Eklipstower. Ah, Eklipstower, okay. Genau, genau, da ist er, so heißt es. Ich hatte einen Opfer gesehen. Ein bisschen rumfahren und schauen, aber... Du bist mit Vince in deinem Team? Wir sitzen zusammen im Auto, ja. Wolfi mit Tim, ne? Ja. Na, ich hab da irgendwas gehört, ein Auto. Könnte hinter uns die gewesen sein. Okay. Die anderen fahren uns dann teuer. Die anderen fahren uns dann teuer. Ich fahr das jetzt mal, ja. Ich hab da irgendwas links oben gehört, also das kam von links. Das ist ja ein Auto gewesen. Ich schau nochmal eine Runde. Lass uns mal da rein. Also ich schau mal hier rein. Und wenn's mit welchem Auto fahrt ihr? Schwerzer GT3RS. Denk, ihr bildet jetzt schon auf der Spiegel. Jetzt mal, halten die sich öfters hier auf? Weißt du das? Ich denke mal, die werden Häuser hier haben. Ein paar von uns haben ja auch verstreut in den Hilfswöcher. Ja. Hier kannst du halt fast jedes Haus kaufen, so. Wir können uns bei dem mal vorbeifahren am Grundstück. Ich glaub nicht, dass die da sind. Das ist meistens gar nicht. Die Kartellstraße sind es jetzt auch nicht, ne? Habt ihr schon irgendwas gefunden? Weiß ich nicht. War schon wer an der Kartellstraße beim Myrle Park? Ne, würd ich sagen, fahren wir jetzt hin. Ja, fahren wir mal hin. Informativ vorhin, wo ich gucken war, da war noch keiner an der Kartellstraße. Ja, wir fahren auch mal hin jetzt. Ich komm euch entgegen. Jason, mit wem fährst du? Mit Flo. Wir sind so gut getarnt, Alter. Wir sind richtig gut getarnt. Ja, wo war das? Der ist Hauswehr gerade am McDonalds vorbei. Der ist Hauswehr gerade am McDonalds vorbei. Ich steh mal hier. Hi, es geht um den Eisbiet. Ryan, steht das mit Underwood noch? Der steht gerade allein an der Myrle Park, danke? In der Theorie, ja. Wir suchen heute jetzt Kartell, deswegen... Da ist einer. Da steht einer drin. Hinten Agera steht da. Sollen wir den mitnehmen? Glaub ich, oder? Das könnte Jenny sein, wenn er pink ist. Wir könnten probieren, fahren wir rein und nehmen wir den mit, oder? Ja, wenn sie aus dem Haus kommen, müssen wir halt warten. Da steht wer im Auto. So, das hab ich nicht gesehen. Ja, die gelbe Kompiläten fährt gerade Richtung Gelb. Die fahren jetzt weg. Hat durchgefunkt. Wer ist denn, was fahrt ihr für ein Auto? Pass auf hinter euch. Seid ihr das? In dem... Wir sind im P1 gerade, ja. Wer ist denn da in diesem SUV? Nehmen Sie uns und solche. Keine Ahnung, die sind alle maskiert. Die Kompiläten sehen uns schon. Ich glaube, das ist Kartell, oder? Wo genau seid ihr? Ja, jetzt pack die zwei mal ein. Ich bin viel mehr davon. Wo? Jetzt pack die zwei mal ein, da vorne. Wir geben... Von hinten an den Häusern, an den Häusern. Da ist einer rausgekommen. Meine Bescheid, geht wohl über Pseil? Kartell ist schon auf uns. Ich komme... Ich bin... Wie schnell, Alter. Wie schnell, Bruder. Oh, es ist kein Medic da. Ich weiß nicht, die müssen sich mitnehmen. Wie schnell, bitte? Ich habe nicht mal gesehen, wo der ist. Jetzt habe ich kassiert, Alter. Oh, das wird so Krieg geben. Ich sehe es jetzt schon. Was hat der denn geschossen mit dieser... Mit dieser dreckigen... Wie heißen die? Das war keine Sniper. Ne, ne. Das war so eine... Wie heißt diese... Wie heißt dieses Ding? So eine Revolver war das, glaube ich. Die ist übelst OP, wenn du da draufschießt. Also wenn du im Kopf fährst, bist du weg. Aber ich hatte schon fast gedacht. Ich kriege einer auf die in die Fresse. Aber das war echt heftig jetzt. Der hat jetzt zwei weggeholt mit dem Ding. Was war denn das für eine... Für eine Dingswahl hat das hier. Das ist der Sound auf der Spende. Alter, war ich schnell weg. Bruder. Oh, ne. Das wird so Krieg geben. Ich sehe es jetzt schon. So. André Borges. Ich hoffe, dein Kater wird es bald wieder gut gehen. Vielen Dank, André. Kuss, Glien und Liebe geht raus. Satton... Sattonori. Danke fürs ZIP werden. Moment, hier doch so hin. Och, die war das. Nein. Ich brauche hier noch Andegas, bitte. Und jetzt alle weggeholt? Ich würde es so lassen. Nee, du bist bei mir. Warum kommst du denn so? Na dann... Oh, der kriegt jetzt sicher den Polizeiausweis, den ich dabei hatte. Der denkt jetzt sicher, ich bin ein Cop. Oder an dir kann er nicht denken. Ich hatte ja eine OG. Aber dann denkt er, ich bin gleich ein Cop. Läuber, wo kommt ihr alle her auf einmal? Also, die waren voll as fuck, ne? Äh, wo sind die fertigen? Ja, bei mir auch. Die waren bei mir auch. Hier? Hast du den schon? Ey, wenn noch jemand was will von dem, Toni, schau mal rein, wenn du was willst. Ich habe nur Funkgeräte und Waffen abgenommen. Boah, Bruder. Also, die in der rechten Ecke sind leer. Das ist doch Geisel. Nee, wir hatten keine Geisel. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Die hatten jedes Recht, halt, um reinzuschießen. Jedes Recht hatten die. Ich habe schon das Gar für dich, ja. Das war keine Geisel-Name. Das müssen... Da müssen die Cops... Da waren ja keine Cops, ja... Crime gegen Crime. Die können ballern, wie sie wollen, Leute. Alles klar. Für alle, die jetzt sagen, das war doch Ding. Nee, das war alles korrekt. Es lief alles so ab, wie es sein soll. Aber ich habe richtig hart kassiert, Alter. Ich habe halt wirklich richtig hart kassiert. Ich packe mal den Cops, bevor die Cops kommen. Ah, lädt mich am Arsch. Ab die Arme. Komm mal, jetzt fressen. Nicht mehr nehmen. Ich finde gerade irgendwie den Ausweis nicht. Schau du mal, ob du einen Ausweis findest. Bei denen nichts mehr nehmen. Keine Ahnung. Finde ich nicht. Ich glaube, der Krieg beginnt, Alter. Und ich will wissen, was die Wichser hier in unserer Straße wollen. Die Golden One, am besten raus. Das war nicht die Golden One, das war irgendwas anderes. Das war so eine... Es war nicht mal die Revolver, es war diese... Ach, diese abgesägte... Es ist eine abgesägte Sniper, glaube ich. Mir fällt gerade der Name. So ein Repetiergewehr ist das, glaube ich. So ein kleines, shortes. Mit der kannst du übelst auf Distanz schießen. Die ist halt perfekt für sowas. Boah. Soll ich bei dir mitfahren? Aber ey, die hätten jetzt nicht damit gerechnet, dass alle da sind. Also wirklich, ich habe alles gedacht, nur da ist nicht. Nehmst du den? Hm. Ich hole mein Out. Aber es sind jetzt alle von uns down, Alter. Ich weiß es nicht. Bin ich einfach verpflichtet, meine Maske abzunehmen, wenn ich da drin bin? Eigentlich nicht, ne? Ich weiß es nicht. Wenn ich die Maske abnehmen muss. Weil da drin ist ja Safe Zone. Da dürfen sie mir ja nichts androhen. Das ist eine gute Frage gerade. Weil ich würde jetzt am liebsten meine Maske nicht abnehmen. Hm. Repetierpistole. Genau diese Repetierpistole ist das. Das ist so wie so ein Repetiergewehr. Das ist aber der eine, die du musst in der Hand halten. Die ist halt übel. Wenn du die in die Fresse kriegst, bist du direkt down. Also da kannst du eine volle Panzerung haben. Wenn dir die in die Fresse kommt, du bist halt direkt knocked. 100% weg. Muss man nicht. Ja, ich weiß es nicht. Also rein theoretisch können sie mir nichts, solange ich in der Safe Zone bin. Rein theoretisch. Also sie dürften mir ja nichts androhen, dass ich die abziehen muss oder so. Aber ich will sie jetzt echt nicht ausziehen. Ich will nicht. So Janik, ich sag dir jetzt eine Sache. Unsere Leute gehen vor. Wenn es jetzt heißt, die schießen, wirfst du den einfach hier rechts neben die Tonne. Ja. Dann ist es einfach gelassen. Aufschießen. Aufschießen. Ja, warte mal, weil ich jetzt da rüberkomme. Alter, ich habe so hart kassiert, dass ich noch nie mein Leben jetzt. Das war die härteste Kassierung, die ich jemals bekommen habe. Oh, was machen die? Die sollen uns rüberbringen. Die kann doch jetzt nicht hier weiterballern, wenn ihr uns rüberbringt. Oh, Jungs, was macht ihr denn? Entweder bringt die Leute jetzt rüber oder er lässt es sein. Die kannst du nicht einfach rausballern dann. Weil das Ding ist, wenn der den halt holt, dann muss er ja safe die wegbringen. Entweder die bringen die jetzt alle weg oder sie mischen sich nicht ein, aber sie müssen ja die Leute wegbringen. Du kannst ja nicht auf jemanden schießen, wenn du wegbringen. Wisst ihr, was ich meine? Der muss ja wegbringen, sonst muss der auch wieder den und den wegbringen. Das meine ich damit. Sollten sich dann am besten nicht einmischen, sondern rüber. Weil sonst hast du einen, der muss den Wegbringer wegbringen, weil der geschossen hat, auf den Wegbringer. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt dumm. Dass er am besten gar nicht einmischen, einfach wegbringen gut ist. Einen Wegbringer. Auf den schießt man an sich nicht. Also man sollte nicht auf den Wegbringer schießen. Sollten die anderen aber auch wissen. Aber ich glaube, die haben uns erkannt, weil dieses Chugga-Naut-Outfit, ich weiß nicht, ob die das waren. Kein Plan. Deswegen hier, ja. 30 Minuten darfst du erkennen danach. Und das Auto ist dasselbe, ne? 30 Minuten. Und darfst du nochmal ein Auto erkennen. Also wenn wir da so richtig reingeschissen haben, dann war es das. Aber ich glaube, das bricht schon aus, Alter. Ich, ich, ich vorhin so, ja. Ja, lass, lass nicht so, ja, lass jetzt nicht so aufs Ding gehen, so, wisst ihr. Ja, gut. Chris, alles Gute. Alles Gute. Alles Gute zum Geburtstag. Hier im Derby. Sieg gegen St. Paul. Die ist da. Ich kenne mich bei Fußball 0 aus, aber danke schön, Chris. Hat anscheinend mehr gewonnen. Ich muss mal von unten nach oben lesen. Fällt mir grad ein. So viel noch nicht vorgelesen, das tut mir halt echt leid. Aber jetzt kann ich ja vorlesen. Jetzt bin ich ja im Dings. Oh. Ach, bitte bringt mich rein. Sehr leichtsinnig. Ja, aber ich hab halt nicht gewusst, dass die alle da drin sind. Die waren alle im Haus, Alter. Alle versammelt. Sonst hätten wir das ja nie so gemacht. Kannst ja nicht wissen. Ausweis zeigen. Ich will mich erst ins Bett, Ding. Du, auch Maske runter, Ausweis zeigen. Maske runter. Müssen wir nicht. Zieht die scheiß Masken aus. Zieht die scheiß Maske aus. Ihr könnt ja nichts. Könnt ja nicht. Wir sind im Krankenhaus. Du machst, was ich dir sage. Zieht die scheiß Maske aus. Nein. Ich muss ins Bett. Zieht die scheiß Maske aus. Was für ein feiger Penner. Zieht die scheiß Maske aus. Muss ich nicht. Zieh mir deine scheiß Maske aus. Muss ich nicht. Du musst es, wenn ich mir so ein Kratik... Zieh deine scheiß Maske aus. Wir sind im Krankenhaus, muss ich nicht. Kein Problem, wir rufen die Polizei dazu. Zieht die scheiß Maske aus. Zieht die scheiß Maske aus. Zieht die scheiß Maske aus. Ich muss im Krankenhaus ohne Maske nicht ausziehen. Sie dürfen mich, sie dürfen mir nichts befehlen. Die Polizei dürfte. Freibach, Porsche. Wir haben auch auf Ausweis. Sehr gut. Gib den mal hoch und dann runter. So sieht's aus. Puschen. 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 Zeig mir mal deinen Ausweis. Zeig mir mal deinen Ausweis. Musst du nicht. Puh. Du bist im Krankenhaus, du musst dir gar nichts. Das ist mir wurscht, dein Ausweis. Du musst dir gar nichts, du liegst im Krankenhaus. Du solltest besser mal deine Maske im Krankenhaus ausziehen. Muss ich nicht. Ich seh's ja, weil sonst kriegst du aber keine Luft. Solltest du besser machen. Ihr dürft ja gar nicht sein. Ihr dürft gar nicht in dem Zimmer sein. Also geht. Puh. Bullshit. Schau dir mal die Krankenhausrichtlinien an. Ihr dürft ja gar nicht sein im Zimmer. Ach so. Puh. Dann warten wir draußen auf euch. Viel Spaß. Ganz schön fressig. Viel Spaß. Riesige Klappe. Bei zwischen der ganzen Klappe. Und dann aber einen Mini-Pimmel in der Hose. Wahnsinn. Puh. Puh. Ich brauche Ruhe. Die sind Endsmats. Stimmt, sie können im Krankenhaus dürfen sie nicht. Und sie dürfen auch nicht mal in dem Zimmer hier sein. Ist verboten. Stimmt. Solange ich... Wir ziehen zwar grad voll den Schwanz an, aber das hat ja seine Absicht. Wir müssen dem gar nichts. Der Polizei, wenn sie auffordern, dann müssten wir. Aber die können da drin gar nichts. Safe-Zone. Die können uns ja so viel androhen, wie sie wollen. Muss ich nicht. Ja, es ist aber so. Theoretisch muss ich nicht. Jetzt warten sie aber draußen. Ey Jungs, Mädels. Jo. Ey, ich hab richtig kassiert. Ola. Auf einmal kamen die alle von hinten an, Alter. Wir müssen da gleich nochmal was zu sagen. Das ist schief gelaufen. Ja. So sollen sie. Die haben zuerst geschossen, oder? Ja. Haben sie. Sie haben zuerst geschossen. Außerdem hab ich keine Waffe dabei. Ich weiß gar nicht, womit ich geschossen haben soll. Ich weiß auch nicht. Na komm, wir gehen. Jo. Warte. Wie läuft das? Ist mir egal. Ich geh. Ist unten. Nee. Warte. Dirig. Du wirst. Ich bin nicht freundet. Warte. Warte. Ich bin nicht freundet. Und vertreuert. Wir haben einen Plan was mit, ich wollte gerade sagen, wir haben einen Plan was mit machen. Ja, wir lassen das abholen von dem Taxi oder so. Die Leute, die nehmen uns, es hat kein Handy. Achso, ja cool. Ich würde hier einfach warten, ich würde hier einfach warten. Warte, warte. Ja, wir warten. Wir holen uns auf die Abholung. Wir warten mal. In die Garage oder so und dann irgendwie durchs Krankenhaus. Einfach irgendwo im Krankenhaus verschanzen. Vielleicht sollten wir uns vorne einstellen, dass die Chance größer ist, dass andere Leute da sind. Irgendwie die Ordnung steht da noch hinten. Ich würde hier nicht warten. Nee. Ich würde einfach durchs Krankenhaus gehen, da ein bisschen, irgendwie eine halbe Stunde warten oder so. dass sie keinen Bock mehr haben. Nee. Wie gesagt, ich denke halt, dass vorne die Schocks größer ist, dass unsere Leute kommen. Ja. Das wäre da generell schwierig wegzukommen. Und jetzt. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Wir fühlen uns von den Typen nach vorne ein bisschen bedroht. Ja. Ja. Wir haben von jedem einmal einen Ausweis. Kann ich ihnen erklären. Jetzt ist es gerade schwer. Ja. Ist es gerade schwer, oder? Ja. Ja, wir sind nicht umsonst in dem Krankenhaus gelandet, sagen wir mal so. Okay. Entschuldigung. Der parkt da einfach so. Ja. Hören Sie bitte auf zu belästigen, wir müssen da reden. Sie einmal bitten, dass Sie erstmal ein Stück von hier wegfahren. Ja, ganz ehrlich. Es ist gerade eine polizeiliche Maßnahme und mit der haben Sie... Ja, genau. Mit der haben Sie jetzt erstmal nichts zu tun. Ich hätte jetzt auf den Nasen rumtanzen, ist das so egal. Ja. Ja. Alles klar, vielen Dank. Was, Gras, musst du nicht. Gut. Dann? Ich, solange der nicht weg ist, will ich mich bedroht. Will ich nicht reden. Ich will mich auch bedroht. Ach so. Wir haben uns auch bedroht gefühlt. Wir wurden von denen angeschossen. Haha, ja. Okay. Ihr seid echt solche Lassen. Aber man sieht sich immer zweimal. So, gut, dann nehme ich. Ich hab richtig Aua jetzt. So, ähm, ich hätte gerne einmal von... Waren Sie schon oben bei der Krankenschwester Berta? Ja, ja. Wir alle. Wir haben richtig... Ich hab richtig einen kassiert. Die warten nur, dass sie uns mitnehmen können, wissen Sie? Deshalb wollen wir hier jetzt nicht unbedingt... Gut, was ist denn vorgefallen? Also, ich brauch... Wenn Sie jetzt schon sagen, was... Wenn Sie mir jetzt... Müssen Sie uns schon aufklären. Anders können wir Ihnen jetzt nicht helfen. Ja, rumgeschossen. Geschossen, okay. Wir wurden von den umgeschossen. Okay, und Sie? Sie auch geschossen? Gut, dürfte ich... Ähm, mir Sie mal mit... Ich würd... Ich würd am liebsten ja gar nichts sagen. Aber die lassen mir gar keine andere Wahl. Weil die... Die ganze Zeit provokant rumstehen müssen. Ich komm hier gar nicht mehr weg. Also, die Herren hier mit dem LaFerrari haben auf Sie geschossen. Sorry. Ja, keine Ahnung, wer das war. Aber ich will einfach mal... Ich hab weder ein Handy noch hab ich ein Funkgerät noch sonst was. Ich hab gar nicht noch mal. Das ist fix... Wie soll ich hier wegkommen? Und deshalb werden wir jetzt die ganzen... Die ganzen... Deshalb wollen wir jetzt Ihre Daten aufnehmen. Und dann... Ja, solange der da vorne steht, will ich gar keine Daten aufnehmen. Ich find mich grad schon hart bedroht. Sie müssen sich ja nicht reden. Sie können mir auch geben. Das Schein nicht nehmen. Und dann, wenn wir von Ihnen allen die Personaldaten haben, müssen wir einen Spaufspunkt-Test. Transportieren wir Sie persönlich dann hoch ins Mission Road PD. Und von dort aus können Sie dann selber... Ich sag's Ihnen gleich. Der Lamp ist, was Sie jetzt an Einheiten haben, nicht, gell. Nein. Ganz ehrlich. Wir wissen ja gar nicht, wie viele Einheiten wir da haben. Wir haben genug Leute. Wir haben genug Leute. Wir haben genug Leute. Ich mein, wir haben die Polizei nicht gerufen. Das waren ja die da vorne, ne. Wir haben die ja nicht gerufen. Ich find das irgendwie dumm, dass die die Polizei rufen, wenn die da ein Rambazammer gemacht haben. Weil ich wäre jetzt einfach hier... Was kurz. Einmal nur den Sachverhalt jetzt. ...wär weggefahren. Weil eigentlich will ich jetzt nicht unbedingt... Iban verpfeifen oder sonst was. Aber irgendwie lassen die mir keine andere Weise hier wegkommen. Ja. Ich verstehe das. Ja. Wir müssen Bennochen jetzt einmal den Sachverhalt aufklären. Deswegen bitte ich Sie einmal, sich auszuweisen. Ja. Die Maske nicht runternehmen. Einfach ausweisen. Schmausch-Protest mit dem Kollegen machen. Und dann klären wir alles Weitere. Alles klar? Ja. Ja, wie Sie sehen, ist das grad echt ein bisschen brenzlig, die ganze Situation hier. Richtig. Richtig. Aber wir sind jetzt in einer polizeilichen Maßnahme. Da sind Sie jetzt erstmal sicher. Ja. Ich muss... Ich muss... Ganz ehrlich... Die haben da drin gesagt, ich soll meine Maske ausziehen. Und mein... Sie wollten meinen Ausweis. Ich muss denn gar nichts, wenn ich da drin bin. Wenn ich... Wenn ich da... Wir haben uns im Behandlungsraum auch noch bedrängt. Im Behandlungsraum nichts bedrängt. Ja. Unglaublich. Wir bringen es uns da vorhin irgendwo anders. So. Äh... Ich muss, bevor ich die irgendwie irgendwo hinbringen kann. Ich... 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 Ich hab jetzt nur die Maske zum Beispiel Eigenschutz grad auf. Es geht grad nicht anders. Und dann einmal Sie bitte. Wissen Sie, die haben mit absichtlich die Polizei gerufen, damit... Damit... Damit Sie die Personalien da drüben bekommen. Die wollen die Personalien von uns rausdrücken. Das will ich... Das gönne ich denen jetzt nicht. Die haben die ja jetzt... Also... Ich glaube... Ich... Ich hab ja den Entscheid wieder bekommen. Äh... Ich bräuchte mal... Ihre Staats... Ihre... Sozialversorgung nochmal bitte. Äh... Die 1, 2, 2, 2... 1, 4, 4... Ich muss Ihnen sagen, ich hab auch zurückgeschossen. Ja. Aber ich hab... Ich... Ich war so schnell weg. Ich werde sicher einen positiven Schmach spielen. Und der Stamm hat mir die Waffe abgenommen. Dann... Sie bitte auch noch einmal. Soll ich dem Herrn hier machen? Ich hab nen Taser dabei gehabt. So. Dann brauche ich das Geld. Jo. Aber schon, dass du alles auf der Bodycam drauf hast. Jo, hab ich. So. Äh... Dürfte ich Sie mal... Haben Sie einen Wachenschein? Dürfte ich Sie mal durchsuchen? Ne, ne. Ich hab eben keinen. Ich hab nur nen Taser dabei. Wie gesagt. Ich hab... Aber Sie können mich durchsuchen. Ich hab nix dabei. Ich schwöre. Bitte? Der Kollege hat nichts dabei. Ich hab den Ausweis gesehen. Wissen Sie, ich... Ich hab den Ausweis gesehen. Wissen Sie, ich finde das so unnötig, weil die schielen sich gerade selbst ins Bein. Die haben jetzt die Cops hier gerufen. Wir haben euch ja gar nicht gerufen. Ne, ne. Die haben nicht die Cops gerufen. Ja, aber wissen Sie, warum Sie das gemacht haben? Weil die unsere Identität haben wollen. Deshalb. Weil die wollen, dass wir die Masken jetzt ausziehen vor Ihnen. Nein. Nur, dass Sie wissen, was hier gerade los ist. Ja, ja. Wenn Sie mal aufgeklärt sind. Wir haben Sie nicht geworfen. Ja, ja. Deshalb, wir eskatieren. Ja, ja. Was ist das? Sind Sie Freunde oder was ist das jetzt genau? Gut. Ich will ja eigentlich nicht mit den Cops kooperieren. Aber die lassen uns keine andere Wahl aus, was die hier machen. Ja, ja. Ich hab nix dabei. Wie gesagt, Sie können schauen. Ich hab nix mal ein Messer oder so dabei. Ja, ich taste die einmal ab. Aber die haben... Ich muss euch jetzt ganz ehrlich sagen. Ich will nicht mit den Cops kooperieren. Aber die sind gerade übelst doof gewesen. Hätte das Kartell sich die Cops gerufen. Wir hätten sich gerufen. Woher denn die Spike Strips? Hat dort mir jemand geschenkt? War ein Geburtstagsgeschenk. Check. Check. Ja, Moment. Sind die illegal? Ja. Wie sind die illegal? Ist doch nur Metall mit Spikes drin. Ja, man sieht nicht. Das darf man doch... Also ich kenn jetzt kein Gesetz, was das verbietet, dass ich die nicht haben darf. Kann man sogar auf Amazon kaufen. Ja, jetzt danach geht, dann könnte ich auch sagen, dass ein Sturmgewehr ein Haufen Metall zusammengekloppt ist, bis er anfängt zu schießen. Nein, Sturmgewehr ist illegal laut dem Gesetz. Aber es gibt kein Gesetz, das mir verbietet, dass ich Spike Strips haben darf. Mhm. Oder? Gibt das ein Gesetz? Welches denn? Können Sie mir das sagen? Dann geb ich's nämlich ab. Also mir ist das jetzt nicht bekannt. Wirklich nicht. Es ist grad eine sehr brennzige Situation hier. Ich äh... So. Können wir Ihnen helfen? Ja, was ist da? Äh... Wollen Sie mich auch noch durchsuchen? Könnt ihr... Ihr nehmt zwei mit. Und wir nehmen uns zwei mit, okay? Ähm... Aber wie dumm war das vom Kartell, die anzurufen. Die helfen uns jetzt. Wir ziehen die Masken nicht aus. Die haben sich grad selbst ins Bein geschossen. Das wär's... Wir hätten die Cops im Bild gerufen. Wir hätten jetzt echt Probleme gehabt, hier wegzukommen. Aber die haben jetzt einen riesen Einsatz ausgerufen. Oh, das ist das dumm vom Kartell. Also Kartell, was macht ihr? Selbst ins Bein schießen. Was ist da los? Wir werden ja nicht. Weil wir werden safe gewandert werden gleich. Das sag ich Ihnen jetzt schon. Ja, sonst steig ja lieber ein. Ey, wir hier auch einsteigen. Darf ich hier einsteigen? Ist ja schon kuschelig, ne? Ja, ja. Sie fahren aber alle Richtung Mission Road Pity. Ja. Hier, der Fahrer. Ey! Jetzt ist da kein Platz mehr frei. Darf ich da drin sitzen? Ja, nehmt ihn auf den Schuss. Und Sie schauen bitte, dass wir nicht... Na, sonst stehe ich vorne ein. Kann ich hier vorne einsteigen? Äh... Sollten wir gleich hinkriegen. Sie können bei uns mitfahren. Ich geh nur in Kugelsicheres aus. Ist das Kugelsicher? Das ist Kugelsicher, ja. Ich will jetzt nicht umgebracht werden. Wissen Sie? Ich hab keinen Bock drauf. Aber bitte das Auto auf, Kollege. Können Sie das aufmachen? Dürfen Sie einmal einsteigen hinten. Ah, ist irgendwie zu. Nimm mal zu. Irgendwie mag der heute nicht, ne? Ja, dankeschön. Sehr schön. Ähm, Kollege? Guck mal, mein Kopf unten. Ja. Ja. Da passt schon, komm. Tankenbein. Komm. Abflug zum... Ich hab keinen Bock grad geschämmert zu werden. Die werden... Die werden jetzt das PD umständlich ver... Wir müssen jetzt... Leute, wir müssen jetzt nur wegkommen, dass die nicht sehen wer wir sind. Solange die es nicht wissen, haben wir keinen... Können sie keinen Krieg auslösen. Sie können nur... Sie können nur... Kennzeichen von nearly. Ah ja. Ähm, mir fällt noch was auf. Ähm. Was denn? Ein Auto steht dort, ne? Können sie vielleicht so eine Sperre machen für Abfrage vom Auto, vom Fahrzeug? Dass sie nicht abfragen können, wem das Kennzeichen gehört? Steht das, ähm, Oceans? Ne, das steht genau dort, wo ich umgeschossen wurde. Aber generell, wenn die fragen, wem das Kennzeichen zugelassen ist, dürfen wir keine Auskunft darüber geben. Ah, ist schon mal ein paar Mal rausgerutscht. Ist schon mal ein paar Mal rausgerutscht. Ja. Ja. Äh. Wie ist denn das Kennzeichen von dem Fahrzeug? Äh... Oh... Ohne? Also O-N-E. O-N-E? A-R-L-Y. Ah, R... X-W-V-T. Das war nichts anderes mehr frei. Ich geb dafür alle X-W-Helpenmaske-Freigabe. Ja, was ist mit? Also die Ko... Ich... Ich kann nichts machen. Wir müssen kooperieren mit den Cops, weil die die Cops gerufen haben. Das Problem ist, das Kartell hat die Cops gerufen, damit wir unsere Masken abziehen. Ja. Und das Ding war jetzt, wir mussten jetzt hier mitfahren, damit die unsere Daten aufnehmen können, weil wir maskiert waren. Und das geht jetzt gar nicht anders. Wir müssen jetzt da mitfahren. Wir werden gezwungen... Ach, das ist super. Ich erzähle nicht vom Kartell die Masken, äh, Dings, weil die wollen das ja. Aber die haben sich jetzt gerade selber ins Bein geschossen, ne? Ja, okay. Ich muss die Kiste eben kurz tacken. Schaffst du es alleine kurz hier? Oh, schau. Ich muss die Kiste eben kurz tacken. Schaffst du es alleine? Ja. Können wir ja schon reingehen? Ja, komm mit. Ja, komm mit. Deiner... Äh, ihre. Was tun wir heute? Ihre Freunde sind schon da unten. Das waren keine Geisen, Leute. Wir hatten die nur anvisiert. Die hätten jederzeit schießen dürfen. Können sie rein einmal. Hallo. Das ist doch Probe, Jan, um nicht dort zu sein. Masken können sie jetzt erstmal abnehmen, dann. Hier, solange sie hier drin sind. Okay. Damit wir mal alle ihre Gesichter dann... Ah, endlich. Wissen Sie, weil die wollten genau das... Genau das wollten die, dass wir vor den Blank ziehen. Wissen Sie, was ich meine? Oh, warten Sie. Ich bin zu blöd dafür. Wissen Sie, ich bin... Ach, komm! Jetzt aber. Ja. Wissen Sie, die wollten, dass wir vor den Blank ziehen. Ja. Weshalb haben die sie gerufen? Okay. Ich bin sehr froh, dass die das nicht gemacht haben. Ja. Ach. Aber ganz ehrlich, das war die dümmste Idee, von denen das zu machen. Ja. Ich war jetzt hier mal weggekommen mit, 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 zwar Polizeischutz. Muss ich ganz ehrlich sagen... Ja, sonst werden wir niemals weggekommen. Sonst werden wir niemals weggekommen, doch. Ich meine, wissen Sie, wer ich bin? Ich habe gar kein Handy. Äh, ja. Weil an sich kooperiere ich mit Leuten wie Ihnen nicht. Äh, äh, psch, 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 psch. Moment bitte. Hm, ich mach psch, 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 psch. Ja, psch, psch, psch. Oh, nö. Selbst, dass die jetzt hier reinkommen. Helps uns auch auf, um! Sollten wir... Wir gehen auf das... Wir gehen auf das... Wir gehen auf das... Ja, 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 Masken aufziehen, Masken aufziehen. Dir irgendwie eine Glocke oder so? Ich habe gar keinen Bock, hier jetzt unbewaffnet zu stehen. Können Sie vielleicht aufmachen, dass wir hier wegkommen, wenn was passiert hier unten? Nein, wir kommen ja nicht weg da unten. Die kommen hier nicht rein, die kommen hier nicht rein. Ach, da sagen Sie. Warten Sie nur, bis die, bis die da oben in der Hammer ist das Geil oder sowas. Dann kommen die ja schon rein. Die haben ja keinen Schlüssel, da reinzukommen. Nee, du kommst bis hier zum... Ich glaube, du kommst bis hier vorne hin. Also wenn die da reinkommen, fresse ich einen Besen. Das verspreche ich Ihnen. Das machen Sie dann aber mit Videobeweis, okay? Mache ich. Wenn einer fragt, ich bin Motorradfahrer. Ich war hier, weil ich mit Motorrad gefallen bin und... Gut, bitte einmal drei Herren auf die Seite und wen hatte ich gerade vorhin? Gerade vorhin hatte ich irgendjemanden durchsucht, der bitte zu mir kommen. Dann machen wir das schnell fertig. Motorradheil mit dir oder du? Also ich? Ich? Ja. Wegen Spikestrips. Also können Sie mir jetzt sagen, wo die illegal sind? Wo ich... Ja, im Strafkarton steht nicht, dass sie illegal drin sind. Aber trotzdem können Sie die nicht besitzen. Ja, aber Sie müssen... Das muss ein Officer rausgegeben haben. Nein! Das kann man... Woher wollen Sie das wissen? Nee, woher wollen Sie das wissen? Woher haben Sie die? Von wem haben Sie die geschenkt bekommen? Ich habe die geschenkt bekommen, aber ich weiß nicht, woher er das hat. Aber das ist ja mein Eigentum. Sie können das nicht einfach wegnehmen, wenn es kein Gesetz gibt, was das verbietet. Das selbe... Aber wissen Sie, das selbe Problem hatten wir schon mal bei Juwelen. Wenn ich von meiner Oma Juwelen bekomme und er sagt mir, das gibt es nur im Juweli. Das gibt es nur im Juweli. Woher willst du das wissen? Juwelen kann man nicht im Juwelier kaufen. Na, wenn ich es zu meiner Oma geschenkt bekomme, als Beispiel jetzt. Ja, das kann jeder sagen. Aber woher wollen Sie wissen, dass ich das vom Juweli habe? Warum sind Sie sich so hundertprozentig sicher? Und warum sind Sie sich so hundertprozentig sicher, dass ich von Ihnen das habe? Solang es kein Gesetz gibt, was mir das verbietet, darf ich es doch haben, oder nicht? Solang es nicht irgendwo hingeschrieben ist? Ist es draußen vorbei, oder? Erstmal ja. Stimmt aber doch, ne? Gut, ich habe aber gerade auch andere Probleme als diese drei Spikes, die sich dabei haben. Ja, das können wir später auch noch diskutieren drüber. Also, aber dasselbe Thema hatten wir schon bei diesen Juwelen hatten wir da schon. In Verbindung mit einem Juwelraub? Ja, sonst nicht. Ja. Ich war noch nie so happy, hier unten eingesperrt zu sein. Also wirklich. Ja. Geht mir genauso. Pst, wir müssen mal kurz reden. Kriegen wir ihn. Wobei, ja. 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 So. Der, äh... Ich gehe mal vom Kreis auf. Der hat uns, der hat uns richtig, richtig hops genommen. Was hat der für eine, was hat der für eine Waffe gehabt, bitte? Ich komme jetzt nochmal rein. Ich habe nur einen Schmerz auf dem Stich gespürt, dann war es vorbei. Ich habe es nicht gesehen, auf einmal war ich weg. Ich auch nicht. Es war alles schwarz auf einmal. Nichts. Ja, ja. Ich habe auch mal gehört, bang, und dann war ich weg. 1, 4, 4. Ja. Du stand, du warst neben mir, ne? Ja, genau. Okay. Dann hier haben wir es. Also, sowas habe ich auch noch nie erlebt. So extrem jetzt. Nein? Vor allem... Gut, dann einmal für ihn. Sehr viele Wunderbar-Moll. Mhm. Es kam wohl nichts, ne? Ja, eben. Ich habe damit auch nicht gerechnet. Ja. Ja, passiert, ne? Aber mehr dazu. Führungsrisiko. Also, solange sie unsere Digitalität schützen, dann bin ich sehr happy. Dann einmal zurück. Ja. Ja, machen wir alles gut. Wenn sie das hinbekommen, das wäre super lieb von ihnen. Ja, ich sage ihnen jetzt schon, wenn sie uns durch das Tor hinten rauslassen, sind wir alle sofort raus. Ja. Also, die brauchen sie entweder Birkett oder Beescht und Hayley oder irgendwas, was uns noch nicht spricht. Ja, dann hier noch einmal den Ausweis bitte. Mhm. Ah, einen Ausweis wollen sie, ja. Ja. Also, äh, meine Ausweis, bitteschön. Also, sie fragen, ich habe einen Taser dabei. Nee, können wir nicht gerne durchsuchen. Und nochmal, äh, den Finger für den Schmauspunktest sowie die Versicherungs-ID. Äh, die 192. Bitte? Ja. 1, 1, 2. 1, 9, 2. Die 192. Hab's. Dankeschön. Bitteschön. Dann einmal zurück. Danke. Und dann zuletzt von Ihnen, bitte. Bitteschön. Gut. Und dann nochmal einmal die Versicherungs-ID. Ihre Spikes hüpft ab. 1, 6, 3. Ja, aber da bin ich schon mal vor Gericht, ne, für. Auch wenn das... Traurig ist. Wolltest du es vor Gericht hin? Nein, ich mach nur Spaß, das ist gut. Dann hier einmal. Aber ich werde trotzdem... Ich werde trotzdem mit dem Vorgesetzten reden. Kannst du hier nochmal ein Stück... Stück zu weiter? Kannst du hier gerne machen. Kannst du hier volles Recht drauf? Ja, ja. Aber nehmen Sie es mal ab. Dann erklären Sie bitte, dass Sie die geschenkt bekommen haben und behalten wollten. Ja, ja. Ich werde drüber reden. Wer ist denn hier Vorgesetzter, an dem ich drüber reden kann? Alles klar. Vielleicht kennt der sich da auch gut aus. Ähm, meinen direkter Vorgesetzter habe ich tatsächlich keinen. Nein, da müssen Sie sich aneinander Chiefs wenden. Sieh nochmal mal unten zu mir. Ach so. Was hinst du denn vom Rang? Captain. Captain. Da kommt der Chief. Oh, Captain, my Captain. Also, ich hab keinen Vorgesetzter mehr. Okay, perfekt. Mein direkter Vorgesetzter ist... Ja, dann. Ne, ich dachte, ich darf das alles haben, was laut Gesetz legal ist, weil es steht ja nichts im Strafenkatalog, es steht nichts im Gesetz, dass Spike Strips illegale Waren wären. Und solange sie mir nicht nachweisen können, dass ich hier wo geklaut habe, ist es ja eigentlich legitim, dass ich die besitzen darf. Es gibt ja nichts, was mir verweigert, dass ich die besitzen darf. Aber woher wollen Sie jetzt wissen, dass ich das von Ihnen hab? Weil Sie werfen mir ja gerade vor hier vor allen Leuten, dass ich das anscheinend von Ihnen geklaut hab. Ich klaut, aber der Besitz ist halt illegal. Ja, aber wo steht das? Zumindest... Wenn Sie der Meinung sind, dass das legal ist, können Sie, wie gesagt, das Ganze vor Gericht ziehen und müssen gerne mit anderen Männern vorgesetzt zu sprechen. Das hat nichts mit Gericht zu tun, dann haben Sie eine falsche Arbeit gemacht, was halt... Ich seh halt nichts, wo das illegal sein soll. Dasselbe Problem hatten wir aber schon bei Juwelen. Wenn Sie in Kombination sehen, ich hab einen Juwelenraub gemacht, dass ich den Juwelier ausgeraubt hab, dann finden Sie Juwelen. Dann haben Sie ja einen Tatbestand, dann können Sie mit ihr abnehmen. Aber solange ich jetzt Juwelen bei mir hab... Dann geben Sie mir kurz zehn Minuten und ich schau kurz im österreichischen Gesetz nach. Ja, bitte, tun Sie das. Also Spikes... Ich wüsste nicht, dass das illegal ist. Spikes-Trips... Genauso wie Juwelen, das müssen Sie den Leuten aber auch mal sagen. Juwelen sind doch auch nicht illegal. Solange die nicht irgendwie mit einem Tatbestand zusammenhängen, ist das ja nichts Illegales. Ich glaub, das ist so wie bei NOS, wenn du... NOS, der Besitz ist nicht illegal, aber wenn du... Ja, aber das ist ja geregelt. Das ist ja geregelt. Und das geht's doch nicht. Das ist ja geregelt. Aber wenn du jetzt, äh... Ich sag mal mal, Juwelen hast, die wurden mir auch schon mal abgenommen. Die ich einfach schon seit Jahren bei mir getragen hab. Dann denk ich mir so, warum nehmen Sie mir den Diamanten nicht auch ab? Weil den könnte ich ja auch geklaut haben. Dann sagt er, ja, Juwelen kriegt man nur im Juwelier. Sag ich dem aber den Diamanten, wo hab ich den her? Ja, keine Ahnung. Ja, woher wollen Sie das wissen? Ich hab das... Ich trag das seit Jahren mit mir rum von meiner Oma. Und solange ich keinen Juwelenraub gemacht hab, wie wollen Sie mir das nachweisen? So, denk ich mir halt. Jetzt zieht sich das aus der Nase. Ich denke mal, das was Sie meinen, ist wenn ich die Dagebänder mitten auf die Straße hinlege. Das wäre illegal. Da haben Sie recht. Dann dürften sie dann auch abnehmen. Wenn ich damit Unfug bauen würde. Ich hab ja nichts gemacht damit. Aber wie gesagt, wir haben gerade andere Probleme. Ich kann's nachvollziehen, dass jetzt gerade alles ein bisschen blöd ist. Da darf man nur zwei Sachen abnehmen. Ne, Waffen, Telefon und Funkgeräte werden nicht als Item betrachtet. Steht's im Regelwerk. Das heißt, du dürftest komplett alle Waffen, Funkgeräte und iPhones abnehmen. Er hätte mir aber theoretisch noch die Diamanten abnehmen können. Er hätte mir noch die Nosflash abnehmen können. Dann darf er sich noch zwei Sachen aussuchen. Kommunikationsgeräte und allerlei Waffen dürfen komplett abgenommen werden. Logischerweise. Weil stell dir mal vor, du hast eine Geisel und lässt dich einfach bewaffnet. RP-technisch macht das keinen Sinn. Deshalb haben wir das so gemacht. Also das ist schon richtig was. Also die haben eigentlich alles richtig gemacht. Bis auf, dass sie dann am Ende in den Raum mit uns mit reingegangen sind und uns provoziert haben. Aber die haben sich... Ich muss sagen, das Kartell hat sich gerade selber ins Bein getreten. Eigentlich mit der Aktion. Das war dumm von denen. Weil wir können ja mit den Polizisten normal reden und sagen hier... Ne? Das hier mit dem Dings. Aber schauen wir mal, was da jetzt bei rauskommt. Ich feier's nur gerade so. Weil das so ne lustige Situation ist. Ich fühl's gerade voll. Und wenn du jetzt was mit jemandem... Ja, ich behalte ihn so lange. Ich kann's ja trotzdem mein Glücksbringer. Mann, ich triggere dich durch. Was haben sie gesagt? So, ich lese Ihnen kurz was vor. Ja? Der Besitz vom polizeilichen Eigentum ist in Österreich nicht erlaubt. Polizeiliches Eigentum ist Eigentum, das im Eigentum der Polizei oder anderen Strafverfolgungsbehörden steht und speziell für den Zwecke verwendet wird. Wie zum Beispiel Waffen, Munitionsschutz können oder spezielle Ausrüstung, darunter Spike Strips. Das österreichische Waffengesetz verbietet ausdrücklich den Besitz vom polizeilichen Eigentum durch Privatpersonen. Gemäß § 17 Absatz 2 Waffengesetz ist es verboten, Waffen oder Munition oder Spike Strips, die im Eigentum der Republik Österreich oder einer anderen Behörde stehen, zu erwerben, zu besitzen oder zu verwenden. Zuwiderhandlungen können strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Es gibt jedoch Ausnahmen, wenn das polizeiliche Eigentum von Personen genutzt wird, die im Dienst der Polizei oder anderen Strafverfolgungsbehörden stehen oder wenn er besitzt oder die Verwendung des polizeilichen Eigentums im Rahmen einer behördlichen Genehmigung oder Erlaubnis erfolgen. Und ich nehme an, dass Sie das nicht haben. Sie sind der Erste, der das wirklich recherchiert hat. Ich bin so stolz auf Sie gerade. Danke. Dann dürfen Sie mit jetzt abnehmen. Jetzt bin ich beruhigt. Dankeschön. Ich wusste das nicht. Haben Sie schon abgenommen? Ja, haben Sie schon. Habe ich schon abgenommen. Sie haben schon, ja. Aber wissen Sie, was ich Ihnen sagen müsste jetzt wirklich? Ich bin wirklich Respekt vor Ihnen. Sie sind der Erste, der wirklich mal nachgeguckt hat. Der Allererste. Ich hoffe es auch. Ich weiß, dass es dazu was gibt. Dankeschön. Wie gut findet man das immer. Ich hoffe es auch. Ja. So, Lady Brock. Ja. Haben Sie schön einen Plan, wie Sie uns da rausholen. Ja. Ja, Österreich. Wir gehen... Ihr seid nicht in Amerika, ich weiß, aber wir gehen nach dem österreichischen Recht, also was hast du gesagt. Hat den Grund, weil das, ich sag mal, das amerikanische Recht sehr extrem, richtig krank strukturiert ist. Und deshalb haben wir gesagt, auf RLO österreichisches Recht wird angewendet. Deshalb hat er gesagt Österreich. Steht auch zum Regelwerk. Die müssen das österreichische Recht anwenden. Weil, ähm, liest euch einmal bitte das amerikanische Recht durch. Das kannst du nicht, das kannst du nicht machen im RP, Alter. Was da alles drin steht. Aber ey, ich hab das nicht gewusst. Ich hab mir letztend gedacht, Alter, ich darf Spikes zu Hause haben. Ist doch scheißegal, wie soll ich dich auf die Straße legen. Ist doch egal, wie ich das zu Hause hab, dachte ich mir. Aber der Brie hat gerade wirklich nachgeguckt. Hat alles richtig gemacht. Heftig, Alter. Hat er richtig gut gemacht. Aber da, weißt du, das ist mal ein Cop. Ich war mir so sicher, das kann doch nicht illegal sein in Österreich. Er haut raus, ja, Spikes sind illegal. Die fahren uns raus und wir steigen dann irgendwo am Arsch der Welt in ein anderes Auto um. Aber er hat sich wenigstens mal Mühe gegeben. Er hat endlich mal... Weißt du, endlich mal einen Cop, der das Gegenteil beweisen kann. Ich bin... Kuss, dass er das gemacht hat. Einfach Kuss. Weil ich mag das nicht, wenn einer sagt, ja, ist nicht. Weil, äh, ich glaub, das ist so. Aber er hat wirklich nachgeguckt. Jetzt in den USA überhaupt gesetzt. Ja, Alter, bitte, aber lies dir das mal durch. Dann schaust du nicht durch. Das ist... Und dann ist halt noch auf Englisch. Viele können kein Englisch. Oder können schlecht Englisch. Und wenn du das durchliest mit diesen ganzen englischen Fachbegriffen, Alter, da wirst du einfach nicht schlau draus. Deshalb haben wir gesagt, entweder deutsches oder österreichisches. Wir haben gesagt, es ist ein österreichisches Projekt. Nehmen wir einfach das österreichische Recht. Und alles, was dazukommt, Waffenrecht. Und so haben wir dann aus dem definierten Recht eingesetzt, ne? Alles, was nicht definiert ist, ist Österreich. Und wir steigen dann... Oh, heftig. Ich hoffe, wir kommen da jetzt raus, Leute. Und zu dir beziehungsweise euch um. Wo sollen sie uns da am besten hinbringen? Weil die, was uns da ins Krankenhaus gebracht haben, die Kopf geholt haben. Und ich hoffe, dass es vielleicht am wenigsten auffällig ist, wenn sie uns mit Anmarktautos rausfahren von da. Na gar nix. Wir haben ja nix getan. Ich hab grad den Kopf angemacht. Ja, weil sie uns ankreiden wollten, im Endeffekt. Was für die Fisch? Weil wir haben nix getan. Das war's denn nicht. Da die sind da oben gestanden mit den Kopf im Verhandlung. Aber die Kopf würden uns jetzt mit Anmarktautos rausfahren. Oh ja. Von Oat, wo wir uns dann euch übergeben. Aber genau aus dem Grund, ne. Ist viel einfacher dann für das RP. Das Theater hinter der, äh... Nazio-Tanksteller vielleicht. Oder wir machen's in dem dichten Wald. Ah, da hab ich's schon. Die ist schon runter. Es hat sich ein bisschen was geändert an der Situation. Ach, was so passiert. Warte mal, warte mal. Ganz kurz. Ich würd einmal gern aufklären, uns hier einmal bitten aufzulegen. Also warte mal. Es hat doch noch eine Änderung gegeben. Ich muss aufklären wieder. War erst geschlossen. Also. Ähm. Wir haben grad Absprache mit unserer Einsatzleitung hier aktuell gesprochen. Äh. Neuer Erkenntnisstand dadurch, dass sie auch gestanden haben. Äh. Dass sie geschossen haben. Davon abgesehen, ob es jetzt Notwehr war oder nicht. Das können wir nicht hundertprozentig nachprüfen. Wir haben jetzt einmal das fahrlässige Abfall einer Schusswaffe vorgeworfen. Das ganze stellt 60 bis 80 Monate Haftzeit. Das war keine Schusswaffe bei mir. Das war ein Dater. Können sie mir nicht nachweisen. Moment. Also. Ausreden lassen wäre ganz nett. Ähm. Da sind halt eben von ihnen Geständnisse gekommen. Dadurch haben wir jetzt die Anordnung auszuführen, sie für 60 Monate in State Prison zu überführen. Dann sind wir tot. Dann sind wir dann tot. Und zweitens. Ähm. Und zweitens haben wir mit dem Taser geschossen. Und das ist zur Selbstverteidigung erlaubt. Ich bin gerade über Funk gekommen. Ein Taser verursacht keinen positiven Schmausspulentest. Sie haben allein. Ne. Ich hab nur mit dem Taser geschossen. Mit was für einer Waffe hab ich dann bitte geschossen? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Es wurde aber gerade von den Kollegen geprüft. Es ist ein Taser. Verursacht keinen positiven Schmausspulentest. Ich hab schon steine Waffe dabei mit da geschießen können. Obwohl doch Benzinkanister verursacht er auch. Sag mal. Mein Benzinkanister auch nicht. Ah. Irgendwas war doch. Moment. Irgendwas. Ähm. Ich find's halt nützlich, dass du mir das ab von der Schlusswaffel, die es nicht gibt. Ich auch. Vorwerfen wollen. Du meinst vorhin, wo wir das Feuerwerk gemacht haben am Dings drüben? Ja. Das könnt's sein. Entschuldigung. Aber Feuerwerk-Ding nicht. Ne. Weil wir hatten vorhin ein riesen Feuerwerk gemacht. Bitte? Wir hatten vorhin ein riesen Feuerwerk. Das kann's nicht sein. Aber wir hatten nur Taser dabei. Ich muss ehrlich sagen. Wir wollten ja niemanden umbringen. Mhm. Okay. Also von irgendjemanden hier, beziehungsweise von zwei Personen meines Wissensstand, hieß es, dass geschossen wurde. Ja, auf uns wurde geschossen. Auf uns wurde geschossen. Und auf uns wurde geschossen. Aber, äh. Einfach ne Gegenfrage. Ne ganz andere Gegenfrage für sie. Es wurde gerade geprüft von unseren Einheiten. Ein Taser verursacht keinen positiven Schmauchspuntest. Ja, das muss ich fragen. Mein Feuerwerk-Hobbys to go, no chance. Ich hatte das auch nur, bevor's mir abgenommen wurde. Ich hab's auch noch. Es ist halt schwer jetzt für sie nachzuweisen, ich weiß, aber ich kann ihnen auch nichts mehr sagen als das. Ja. Ich weiß ja nicht, mit was ich geschossen habe. Ich würd's ihnen wirklich gerne zeigen, dass ich nur mein Dings dabei hatte. Mein Gott. Warum haben wir denn mein Feuerwerk? Ich weiß es nicht. Ich hatte aber auch meins ja noch dabei. Wir haben ja vorhin ein riesen Feuerwerk veranstaltet, wie wir dort waren. Ja, eben. Ja. Also ich denk mir schon, hä, seit wann macht der Taser Dings? Denk mir schon. Wir wollten ja keinen umbringen. Wir wollten ja nur was fragen. Und dann auf einmal ballern die auf uns. Eben. Das ist ja auch schrecklich. Ich hab alles durchgegangen. Ich dachte, das ist Benzinknester und ich versichere ihn nicht aus der Schütte. Aber das macht auch keinen Sinn. Vor allem stell dir mal vor, wir gehen da rüber. Wir sind tot, Alter. Ja. Wir sind ja richtig. Wir sind tot. Ja. Eben. Vergiss es, Alter. Vergiss es einfach. Vergiss es halt. 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 So lange sie echt keine Waffe haben, können sie auch nichts nachweisen, ne? Ist ja schwer. Ne. Haben ja keine Waffen gefunden. Mhm. Ja, müssen wir warten jetzt, ja. Ich will hier einmal nur raus. Ich will nicht. Ich will einfach nicht sterben, Alter. Ich bin vorhin schon so dumm auf die Fresse bekommen, Alter. Ich könnte so kotzen, ey. Ich war sicher im Busch mit so einem Scheiß-Teil, Alter. Zum Kotzen. Ich wurde sicher vor dem Busch, wo ich angepisst. Weiß nicht, was mit euch. Ja, wundern wird es mich nicht. Alter. Ich hab mich hinters Auto gesetzt. Ich hab mich extra, hab mich extra hinters Auto gesetzt. Auf einmal war alles schwarz, Alter. Ich hab mich wirklich richtig gut weggesetzt. Zum Kotzen. Ja, ich wollte in den Maiberg einsteigen, aber irgendwie wurde das nix. Nee. Sag mal, hat's alle erwischt? Nee, ne? Nee, nur uns vier. Okay. Und so, solange wir jetzt verdeckt bleiben, ja? Kann ich uns nichts noch weißen? Eigentlich nicht. Außer, Trommelwirbel bitte, außer irgendjemand von diesen Typen da an diesem Masken stand, verrät das. Was? Ich war da nicht, von daher. Außer er hat das vergessen. Ich bin ehrlich, ich würde da nicht drauf achten. Ich frage es, war das einer von denen, oder waren das welche? Das Ding ist halt, ich bin noch mit meinem Auto da drin gefahren. Ich hab kein Problem. Ich wollt grad sagen, wenn sie irgendein Auto von uns jetzt erkennen, ich mein, Mainz hat kein Problem. Du, Mainz könnte ich erkennen. Ich hab das frisch gekauft. Ich hab das frisch gekauft gehabt. Ja, Mainz hab ich jetzt grad eine neue Kennzeuge aufgetan und umlagiert. Also, mir hat noch niemand mit dem Auto gesehen. Das ist halt die Frage, was wir jetzt machen. Ich mein, es könnte... Entweder wir haben jetzt einen Krieg, oder wir kommen raus. Ja. Die zwei Möglichkeiten gibt's jetzt. Wenn sie raus sind, haben wir den nächsten Krieg. Eigentlich hab ich ja keinen Bock drauf. Ich wollte dir eigentlich nur zur Rede stellen, weißt du? Ja. Ist gut gemacht. Ja. Aber wir können halt wissen, dass wir Auto mit zwei Affen aufhalten und dann 20 Leute ja irgendwo aus die Fische rauskommen. Woher soll man denn das wissen? Stimmt, ich will ja heute wieder Schießübungen machen. Wie Spaß. Das ist die Standard-Ausrede, über warum man sieht, wo es die Fische rauskommt. Ich will ja heute Schießübungen machen. Ich muss ja sagen, im Verwappen gescheitert, sonst wäre es auch schlecht. Stimmt, ja. Darum bleiben wir bei einer Version mit Feuerwehr und Taser. Ich weiß nicht, ist Feuerwehr illegal? Nur mit Waffen? Nee. Ist doch nicht illegal. Na dann. Nehmen wir mal das Österreich-Recht her, wie der Herr vorhin gesagt hat. Da müssen wir mal gucken. Ja. Mhm. Ja. 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 Hallo. Folgendes. Wir haben jetzt gerade Rücksprache gehalten. Ja. Ihre Angaben werden momentan als Ausrede angesehen. Ja. 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 Wir bräuchten jetzt einmal bitte auch die Gesichter. Das heißt, Sie müssen sich bitte einmal entmaskieren kurz. Ja. Können danach die Masken allerdings wieder aufziehen. Ja. 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 Wir haben jetzt die Möglichkeit, Sie können die Masken gerne wieder ausziehen, solange sie weitere Kooperationen gewähren. Machen wir schon die ganze Zeit. Ja. Ja. Weitere. Es geht um weitere. Ja sicher. Das Problem ist, wenn Sie uns in den Knast senden wollen, dann haben wir ein riesengroßes Problem, weil da ist die Masken weg. Ja. Da viel Spaß. Also folgendes. Es ist aktuell so, dass wir auf diesen 60 Monaten wegen fahrlässigen Abfall einer Schusswaffe beharren. Ihnen steht es jetzt frei, wenn Sie sagen, Sie sehen das überhaupt nicht ein, dass wir das vor Gericht klären. Dann wären aber aus diesen 60 Monaten 80 Monate plus die zusätzlichen 20. Das heißt, wir sind dann bei 100 Monaten und das Ganze geht vor Gericht. Und Sie haben dann gegebenenfalls auch noch Gerichtskosten am Hals. Also ich persönlich was vor Gericht klären. Sie wollen uns setzen. Sie wollen uns setzen. Ich gehe für etwas, was wir gar nicht getan haben. Nein, nein. Einfach nicht sagen. Einfach. Wir erklären das vor Gericht. Wir haben keine Waffen bei. Und solange Sie uns das nicht nachweisen können, mit was wir geschossen haben, will ich vor Gericht ziehen. Ja. Das ist Ihr gutes Recht. Ich werde das einmal weitergeben. und der Kollege kann gegebenenfalls schon mal die Akten aufmachen. Ja. Ich melde mich dann gleich. Alles klar. Ich werde gar nicht lange drüber fackeln. Nein. Genau sowas hatte ich auch schon mal. Und da wurde ich auch für unschuldig bewiesen, weil ich halt keine Waffe hatte. Und das stimmt ja auch. Ja. Das kann ich dafür. Wir haben ja nichts zu sagen können, was wir geschossen haben. Irgendwas. Das hat keinen Sinn, aber gut. Es hat jedes Mal dasselbe Thema. Ich denke mal, so würde ich halt nicht machen. Weil... Wir haben keine Schusswaffe. Was soll man denn tun? Ich kann ja nicht mal... Ich kann ja nicht mal hier mein... Die Wahrheit sagen. Wie gesagt, ich habe einen Taser gehabt und hatte hier meine... Meine Ding... Ich... Wenn ich hier... Es ist... Ich werde hier einfach nur angefochten. Ich sag ja nichts. Also ich sag ja nichts. Habe ich meine Waffe dabei? Dann okay. Findet er aber mit einem... Alles, alles gut. Alles okidoki. Aber so... Das kannst du dir mal fragen, ob irgendwer angeschossen wurde dort. Ich denke mal nicht. Sonst hätte er sich schon gemeldet. Haben ja nichts gemacht. Das bringt sich jetzt gar nichts. Das bringt sich wirklich gar nichts. Ey, aber was ne geile Situation. Ich liebe das. Ah ja, wusstet ihr? Habe ich das schon gesagt? Auf RLO darf man jetzt schimpfen. Gut, hier rechts. Hier kennt jeder von ihnen. Positiv. Ja. 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 Äh, nur ne Frage. Wie kommen wir hier jetzt weg? Das wird dann im Nachhinein geklärt, sobald wir... Am besten mit so nem falschen. Wissen sie so richtig Action-like. Und dann steigen wir irgendwo aus so. Genau. Also wir sind ja jetzt hier nicht bei irgendeinem Actionfilm. Sondern wir müssen schauen, wie sie am besten sicher hier wegkommt. Ja. Das klickt auch nen guten Plan. Vier Menschen. Auf der Suche nach dem Unbekannten. In einem echten Polizeilikopter von echten Polizisten. Auf der Flucht von Leuten, die gerne ballern. Mit echten Polizeifallschirmen. Und echten Polizeispike-Strips. Fliegen sie. Mit ihrem Fallschirm, ja. Also wenn ihr jetzt der Polizist wäre, dann würde ich das Wort ab Urbens Richtung SG vorhören lassen. Und wir vorne mit irgendwelchen Anmark-Fahrzeugen da raus. Ja. Ja. Oder wir setzen uns auf so nen Roller. Und rollen vorbei bei dem Ding. Ja. Genau. Trotzdem, ich hab irgendwie das Gefühl, wenn ich hier raus, wenn ich einen Schritt raus mache, hab ich nen Headshot, hab ich das Gefühl. Wirklich. Das ist klar, ja. Aber... Ey. Können wir uns hier irgendwo umziehen? Genau. Können wir uns da irgendwo umziehen? Wenn man sich hier umziehen könnte. Das wär super. Hm. Weil ich geh sicher keinen Step raus und ich krieg einen Headshot raus, also das mach ich sicher nicht. Also ich kann Ihnen so viel sagen, das Gebiet hier rundherum ist momentan von mehreren Einsatzkräften gesichert. Ja momentan. Die kennen wir ja, ne? Ja. Gut. Ich kann Ihnen jetzt ganz simpel. Wollen Sie unsere Hilfe oder wollen Sie unsere Hilfe nicht? Ja. Machen Sie sich bitte nicht über die Hilfe lächerlich. Nein, wir machen uns nicht lächerlich. Wir wollen uns so gerne umziehen. Verstehen Sie? Dass wir nicht so erkannt werden. Das verstehe ich. Das muss ich aber auch erst rücksprachen. Das ist alles gut. Dann machen Sie das. Es war nur ein Vorschlag. Es war ein Schlag vor. Mit viel Schlagsahne. Ich glaub, der mag mich nicht, weil ich ihn zuerst Schokoschnecke genannt habe. Ich glaub, der ist ein bisschen Trist auf mich. Ja, der war richtig mad. Ich so, hallo Schokoschnecke. Ja, direkt gegangen. Hast du schon mal die Haare gesehen? Richtige Schokoschnecke. Oh scheiße. Ich kann das machen. Ich bin Zeit für den Scheiß. Ey, die denken jetzt sicher, wir machen so volle Polizeikooperation, ne? Ja. Dabei sind die, die die Cops gerufen haben. Ja, genau das sagst du mir. Wir hätten die nicht gerufen. Ja, aber... Wir sind selber schuld. Wir wären dann nicht mehr weggekommen. Wollte ich grad sagen, wir können froh sein, weil wir wären dann nie wieder weggekommen. Ja. Ja, außer wir wären abgeholt worden. Dann hätt's ja funktioniert. Aber die sind selber schuld. Weil die, weißt du, der Plan war ja, die wollten die Cops rufen, dass die uns demaskieren vor denen. Ja. Und der Plan ist halt richtig in die Hose gegangen. Das war genau der schlechteste Plan, der möglich gewesen wäre. Aber stell dir mal vor, wir hätten unsere, unsere Jungs waren vorbeigekommen, die hätten uns mitgenommen. Die hätten dann, die hätten dann einfach uns, äh, obs, nehmen können theoretisch. Ja. Das war die dümmste Idee, aber. Ich weiß nicht, also wie man auf sowas kommt. Die sind ja schon bei uns gewesen unten. Ja, ja, die haben, die hätten dort, die hätten dort abgesperrt und gewartet, ne. Aber da, wer kommt auf so eine dumme Idee, die Cops zu rufen. Wenn ich denen sag, du, ist grad ne scheiß Idee hier, jetzt die Masken abzuziehen, die werden uns umbringen. Das ist eine echt dumme Idee gewesen von denen. Ja. Aber stream abauten. Naja, wir sind ja noch nicht raus. Aber hey, wir sollen die Masken abziehen. Ja, abauten. Wir, 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 weißt du, wie der da drin stand und meinte, die Masken abziehen. Und ich, weißt du, ich halb tot im, im Krankenbett. Maske abziehen. Da hab ich nochmal drauf hingewiesen, da dürfte ja grad nicht drin sein. Also, ja, ja, ihr kleinen Pimmel, hör. Ist ja das Kartell. Und wir sind im Hospital und wollen euch die Masken abziehen. Ja, der kleine Pimmel. Da hat auch eine Person gesagt, ja, ich zieh eine Maske ab. Ich so, das geht nicht. Ich blute vollkommen. Entschuldigung, aber sie dürfen ja nicht sagen. Ja, ist egal. In der große Fresse. Ich denk mir so, Alter, du schreist doch uns grad an. Und wir sind hier halb verletzt im Krankenhaus. Echt dumm gewesen, ey. Aber eigentlich, das stimmt. Im Krankenhaus kann er mir weder den Ausweis abziehen, noch kann er mir befehlen, ich soll meine Maske ausziehen. Das ist nicht sein Ding. Das kann von mir aus ein Medic machen, das kann von mir aus ein Cop machen. Aber er kann mir nicht befehlen, dass er von mir den Ausweis mehr nimmt. Im Krankenhaus geht nicht. Das ist doch ihn noch nicht zu interessieren. Er muss mich dort nur ablegen. Eigentlich muss er dich da... Dann eigentlich den Bereich wieder verlassen. Ja, eigentlich schon, ja. 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 Und nicht nur mit dem Mann im Behandlungszimmer aufmachen. Dann im Behandlung, ich wurde richtig... Ja, ihr habt doch alle kleine Pimmel. Wissen wir das Kartell? Und ihr braucht keine Pimmel! Ja, also Maske ausziehen! Zieh Maske aus! Ein kleiner Pimmel! Guck! Sag ich mir auch so, das würde das bessere sein als ein kleiner Pimmel. Oh Gott! Das ist ja alle kleine Pimmel! Ja, siehst du, wie wenn beim Aufnahmegerät aufnahme-Repeat, aufnahme-Repeat! Aufnahme-Repeat! Aber wie ich dann gesagt habe, ich weise ihm ja nett drauf hin, aber das würde ja gar nicht sein. Das wäre scheißegal! Und dann alle so, ja, ja doch, doch, wir gehen mal. Ganz, ganz kleinlaut geworden, wie sie alle gegangen sind. Das war so geil! Das war so geil! Ah, nee! Ich frage mich halt nur, woher er weiß, dass jemand von uns einen kleinen Pimmel hat. Ist der Sacki Sacki, oder wie? Es gibt Leute, die machen andere schlecht, damit sie sich selbst aufklicken. Nee, der muss damit klarkommen, weißt du? Du sagst ja das, was dich am meisten selber stört. Ja. Ja, aber das stört den höchstwahrscheinlich am meisten. Deshalb ist ihm das am besten eingefallen. Ja. Genau, der Herr, der gerade vor mir steht, bitte mal Personalausweis. Und noch mal. Auf jeden Fall, wir haben wirklich keine kleinen Pimmel. Es ist wirklich. Gibt's halt immer nur die gleichen, wie vor der Holmschule? Ja. Ja, denke ich mir halt auch. Ich hab den Ausweis bekommen, danke dafür. Ja schon, aber ich weiß nicht, wie sie heißen, Tim Wolf. Hör dir die Maske aus! Zurück. Hör, hör! Maske aus! Wieso denn? Ach so, wegen der Akte. Korrekt. Tim. Sie ziehen es ja alle vor Gericht, oder? Sie wollen ja... Ja, hallo, ich werd doch nicht unnötig beschuldigt, wenn ich weiß, was ich gemacht hab. Ja. Gut, dann einmal D-Funknahme, Tim Wolf. Tim, der B-Punkt. Aber ey, sie hängen das jetzt sicher die große Glocke, dass das von heute ist, ne? Weil sonst finden die da draus. Ja. Tim, der W-Punkt. Nein! G-Punkt! Wer mit dem G-Punkt? Was steht denn als B-Punkt? B-Punkt. Also Tim... Ich hab den Namen bis heute nicht geändert. Ach so. Ist doch wegen früher. Tim Braun, oder was? Ja, wegen früher, sag ich ja. Wie hast du früher geheißen? Wenn's nach andere geht, Pimmel. Ey, aber ey. Und sich halten. Der Bimmel mit B. Ein Bimmel. Ja, ist eh Wolf. Ein Wolf-Bimmel. Wie ist der Dialekt-Bimmel? Der Bimmel-Rabammel. Ah, na, äh. Dimmel-Bimmel. Ein Bimmel-Bimmel. Die Bimmel. Fahr mal mit der Bimmel. Ach nee, das ist echt... Du, ich brauch dich mal kurz. Ja. Bei dir? Einfach durch den Helm durch. Keine Ahnung, was den bekommen hat. Ich denk mal. Ja. Boah, die schimmelt schon, Alter. Wie lange hab ich nicht im Rucksack. Bäh. Die kommt aus der Pizzeria. Was erwartest du? Das Wunder bin ich, dass der schimmelt, wenn du da die Pizzaecke auf dem Helm knäuschst und die Helden knapp schlägst. Ne, ich hab's unten durchgeschoben. Er hat zwischen den Tippen hochgemacht und dann da durchgeschoben. Einen Tippen. Ja, bitte. Kommen sie hier alleine gleich weg, oder? Nein. Der war gut, ja. Der war echt gut. Der war echt lustig. Der war lustig. Nein, wir kommen nicht weg. Sollen wir es dann irgendwie hinbringen? Irgendwo hinbringen? Ja, das wär nett. Also, meine Idee wäre ja gewesen, wenn wir uns umziehen könnten. Ja. Das machen wir auch für Sachen. Der Herr da, ich bräuchte jetzt Ihren E-Mail-Verteilernamen. Ja, Daniel Wolf heiße ich. Also E-Mail-Verteilername Daniel Wolf. Ja, Daniel Wolf. Top, schreib ich kurz rein. Daniel Wolf heißt Daniel Wolf, verstehen Sie das? Ja. Es gibt auch Leute, die benutzen einen Echtnamen für ihre E-Mail-Adresse. Wird dann halt lustig, wenn man sich auf so ein paar Seidchen anmeldet, wenn dann die Uli54 aus Dönnersdorf dir schreibt. Hast du etwa meinen Onlyfans-Account gefunden, oder was? Nein, nein. Gott sei Dank. Die Uli52 aus Dönnersdorf. Will ich mich vernaschen. Den Herrn Daniel Wolf. Die Uli ist auch dabei. Dieser Wolfgang Müller. So, und dann bräuchte ich noch die E-Mail-Adresse von dem Herrn... Ja, genau. V-I-N-Z. Dürfte ich mal einen Personausweis? Witz. Ja, Witz. Die ersten vier Buchstaben von meinem Namen. Der Witz sagen, ja. V-I-N-Z. Exakt. Witz. 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 52 würde ich vernaschen. Eine Frage, wie lange arbeiten die Schokoschnecke da schon? Bitte? Wie lange die Schokoschnecke schon da drüben arbeitet? Wie, wie lange die schon da arbeitet? Heute oder wie? Ja, die Schokoschnecke. Ja, die Schokoschnecke. Was ist der für Rang da vorne hier? Der ist übelst nett. Wer ist denn die Schokoschnecke? Der Herr da vorne mit den Schokohahnen. Das kannst du dir selber fragen, oder? Mhm. Oh Gott, das geht nicht gut. Der sieht nämlich breit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Handelbank aus. Der könnte das drücken. Da kannst du ihn, wie gesagt, persönlich fragen. Darum man, äh, face to face. Schokoschnecke? Welchen Rang haben sie denn? Ich will nur wissen, welchen Rang sie haben. Jetzt schauen wir, wie er sich wegdreht. Hallo? Die warst du überhaupt noch ohne Maske vor die Tür gestellt? Wer ist gleich? Na, ich will es nur wissen, weil der ist übelst nett gewesen zu mir. Deshalb nenne ich ihn auch so. Das will ich nicht so nennen. Wollen sie das nicht? Ich kann sie auch nicht so nennen. Ich habe gedacht, wir bauen so eine kleine, insgeime Beziehung auf. Was ist denn da passiert? Motorrad hält er zum Fanboy? Oh, arme Schnickchen. Der ist beleidigt, glaube ich. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu sehr... Ich wollte ihn gar nicht beleidigen oder so. Ich wollte eigentlich so ein bisschen verknüpfen. Ein bisschen Connection aufnehmen mit ihm. Ja, nicht jeder ist dafür frei. Aber vielleicht fühlt er sich jetzt geehrt, weil du so gehyped bist von ihm. Nee, weil ich fand den Herrn sehr nett einfach. Das ist mal ein netter Polizist, weißt du? Na, die wollen jetzt alle eigentlich nicht sein. Ja, eben. Ich wollte jetzt gar nicht ans Bein pissen oder so. Ich glaube, der versteht das gerade falsch. Auf die Flur kam der Panikheim von... Von... Aha. Alarm. 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 Ein kleines Schokoschneckchen. Officer Schokoschneckchen. Warte, was heißt Schokoschnecke auf Englisch? Eine... Eine, äh... Chocolate-Roll, ne? Weil eine Cinnamon-Roll ist ja eine Zimtschnecke. Müsste ja eine Chocolate-Roll sein. Karumpe? Ja. Einmal bitte vor der dritten Telefonnummer. Äh... Ja. Äh... 800-107-00. Ähm... Wer hat jetzt mit wem... Was wollten Sie? Wer wollte was? Ich hab's vorgekommen. Ja... Ja... Da... Herr vor mir mit dem Motorrad heilen. Er wird gleich nochmal zu Ihnen gekommen. Da findet sie sehr... Sympathisch, ne? Wie auch immer. Okay. Warum wir die Masken nicht ausziehen, weil es sein kann, dass wir... Ja, bitte, hier anwesend. Bei der Arbeit. Einmal bitte die Telefonnummer. Weil wir gerade, äh... Problem haben mit draußen. Die Schützen hat unsere Identität ein bisschen, wenn wir rausgehen. Also für die, die gerade eingeschaltet haben, wir haben gerade Stress mit dem Kartell. Wir haben gerade die Masken auf, damit sie nicht wissen, dass wir das waren. Und die Polizisten wissen, dass das sonst problematisch draußen werden kann und sagen, wir lassen... Sie dürfen die anlassen. Was haben sie gerade gesagt? Okay, donate, I'm American. 9, 0. Just don't donate, please. 50, 99, 0. Just a joke. Top. Perfekt, danke. Dann Herr Timwolf, bitte. Können Sie versuchen, ob Sie die finden? Ich hab's... Ich kann's nicht 100% nicht sagen. Leute, ich kann aufschauen, über Handy. Hier habe ich... 80... 59... Oh, ich hab ja auch kein Handy dabei. Ich hab das auch gelassen. Das ist es noch. Mach's schon. Ich willst irgendwas mit 80 von. Und Herr Laurens? 42077 müsste aber drinstehen. Es müsste drinstehen, genau. Warum haben Sie bei mir keine Nummer? Ich bin Stammgast in dem Hotel. Negativ steht nicht drinnen. Können Sie die nochmal ansagen, bitte, Herr Laurens? 42077, das ist jetzt das dritte Mal, dass die eingetragen wird in den letzten drei Wochen. Das ist kein Spaß. Vielleicht ist es mal aufgerutschtes drüber gewischt. Kein Plan. Aber du siehst die leichten über Foto. Schau, er tut dich auf zwei Tablet herumdrücken. Ja, ich glaub, in einem muss er es noch eingeben. Ja, ja, Multitasking. Hört sich das. Ah ja, jetzt kannst du deinen Freund fragen im Übrigen. Jetzt siehst du da und dann sprech vor. Welchen Rang haben sie? Warum ist das wichtig? Also ich kann das eh gucken. In Sarge. Also es sind Sarge und Akul. Ja. Ne, ich wollte mich nochmal bedanken, dass sie so nett waren. Bitte gerne. Ja. Für sie der folgende Verlauf. Ja. Dass sie auch jetzt einmal alle im Bilde sind. Umkleiden ist bei uns genehmigt. Einzelnd. Ja. Nacheinander. Ja, kein Problem. Sobald die Akte fertig ist, werden wir dann damit beginnen. Okay? Ja, passt. Dann auf sie zu. Kann man jetzt nicht eigentlich dabei machen, bis er die Akte fertig ist? Dann werden wir schneller. Ja. Eigentlich. Eigentlich. Ja, du lass sie, die probier grad ihr Bestes. Die machen jetzt schon richtig. Ja, ja, da stehen jetzt vier herum. Da könnt ihr wohl zwei von den vier mit einem von uns da rumziehen gehen. Ja, die haben halt Angst, dass irgendwas Blödes passiert. Ja, Peter. Ähm, wir haben einen Transport organisiert. Das ist super. Darf ich fragen, wie? Moment. Wo fahren wir hin? Genau. Mit den alles durch jetzt Nacktendorf, ne? Wir fahren gleich mit ihnen. Zwei von ihnen fahren dann gleich mit unseren Kollegen mit. Zwei nehmen wir mit. Ja. Wir fahren runter zum Flughafen. Dort wartet dann Heli auf sie. Ja. Und der bringt sie dann zu einem bestimmten Ort, der vom LAPD ausgesucht wurde. Wo sie dann auch wieder sicher wegkommen. Oh, kriegen wir falsch. Wir dürfen abspringen. Das war richtig lustig. Das müssen sie mit dem LAPD klären. Was ja so lustig ist. Das ist aber cool. Dankeschön. Vielen Dank. Gerne. Müssen wir das bezahlen? Ne, ne? Das ist wurscht. Das ist scheißegal. Das müssen die anderen zahlen, nicht wir. Ich bin Steuerzahler. Ich zahl viel Steuern. Ich zahl viel mehr Steuern als du. Ich glaub ich hab noch viel Steuern gezahlt. Ich glaub auch nicht. Ich auch nicht. Ich hab schon eine Mahnung bekommen, wenn ich meine Steuer vergessen hab zu zahlen. Perfekt. Ich schmeiß Klopapier einmal weg eigentlich. Achso. Ich bewahr das nicht auf. Wofür? Ich hab gleich eine falsche Adresse angegeben. Oder so. Kann man auch machen. Wo die 52 Steuerschulden, weil jemand die falsche Adresse eingegeben hat. Ja bitte provozieren jetzt nicht nur. Das war ne Frage. Ja ich glaub ich schon. Gute Frage. Ja. Ja. Unser Plan war ja nicht zu schießen. Das ist halt so hinten losgegangen. Ihr müsst euch vorstellen, wir wollten nicht ballern. Wir haben halt das Kartell. Die Kartellstraße sind immer. Wir wussten nicht, dass da alle sind. Es stand halt nur das eine Auto davor. Hinten standen keine Autos. Auf einmal kommen die alle aus dem Haus raus. Hinter uns, vor uns stand ein Auto. Und wir haben die ja bedroht. Und Kartell hat halt zuerst geschossen. Was? Keine Chance gehabt Bruder. Sag ja. Wir haben so reingeschissen. Aber wir wollten, wir wollten nicht schießen. Wir wollten ja nur zur Rechenschaft ziehen. Aber siehst du, das kann doch auch mal für uns in die Haus gehen. So ist ja nicht. Aber das Kartell hat's ja gut gemacht an sich. Die haben ja... Die sind ja nicht schlecht. Ihr habt gesehen was der für ein Aim hatte mit der... Mit der äh... Mit diesem Repetierding da. Der muss... Also der hat ein nach dem anderen getroffen. Ja und Wodka eh. Ne, nur ein Eiswürfel. Nix schlechtes. Wir müssen ja auch mal aufs Maul kriegen. Dann hab ich auf einmal gehabt. Was du sagst? Orangensaft? Ich weiß es bei anderen Sachen auch nicht. Mark. Mein Name. Weißt du wo das jetzt herkommt? Was denn? Ich gib's da mal. Ach du Scheiße. Wo hast denn das gefunden? Keine Ahnung. Das hat Ewigkeiten bei mir in die Taschen. Aber keine Ahnung wo das eigentlich herkommt. Das behalte ich jetzt. Danke. Ja, behalte ich. Da wurscht. Wo hast du das her? Jetzt ohne Scheiß? Wo hast denn das her? Ja, ich hab keine Ahnung. Das erinnert schon Ewigkeiten in der Tasche. Und ich hab keine Ahnung wo das jemals herkommen ist. Warte, du hattest das in der Tasche? Ja. Ne komm ich gib's dir wieder da bitte. Ich hab keine Ahnung. Ich trage es seit Ewigkeiten mit mir rum. Okay. Wenn du das einen Polizisten zeigst, der wird sicher sagen illegal. Das darfst du nicht haben, weil das kriegst du so gar nicht. Das musst du geklaut haben irgendwo. Ja. Hab ich doch nie gesehen. Kannst du damit irgendwas machen? Kannst du das irgendwie auf den Boden schmeißen oder so? Ne leider nicht. Auch nie gesehen. So, einer der Herren, der ist einmal jetzt mitkommen. Ja gerne. Wir dürfen zwei kommen. Ne erstmal nur einer. Aber alleine kommen ist immer so schwer. Okay. Natürlich. Ja was jetzt? Dürfen wir zu zweit? Nein nur einer. Ach komm. Lär mir doch. Gut erwarten wir. Sie müssen folgen. Die warst du wohin? Mir folgen. Hier drüben. Okay. Jetzt geht's umkleiden. Jaja. So ein bisschen dauern hier. Aber ich bin froh, dass wir hier dann einfach wegkommen und dann haben wir das. Das wird noch lustig. Der hat ein Eis dabei gehabt. Wie schafft man sowas? Einen Eisblock. Ja, du kannst ja in die Lagerliste mal gucken. Schmilzt das nicht? Bei mir. Ich hab auch keinen Plan, wo das herkommt. Ist das im Lager drin? Ne, ich hab noch ein paar Sachen im Lager. Achso. Aber ja, keine Ahnung. Er hat glaube ich einen Eisfach in der Hosentasche oder so. Ja, das kann schon sein. Oder vielleicht so ein, äh, aus der Filmindustrie sowas. Ein Fake-Eisblock. Ich hab noch 300 Schneebölle. Oh, danke Herr Markus Smart für diese tolle Information. Nichts ist immerhin etwas. Aber du brauchst ne Maske drüber. Bitte? Du brauchst ne Maske. Ja. Zieh sie drüber. Nicht, dass die da sehen hier drin. Ne, nochmal hier rein. Okay. Also wenn ihr, wenn ihr zurückgeht von der Umkleide direkt Maske aufziehen. Wer weiß, dass die alle sehen können. Ich geh mit Maske rein, komm mit Maske raus. Ja. Ne, aber auch beim Gehen meine ich jetzt. Ich bin schon, ich hab schon alles organisiert. Okay, pass. Wo geht's denn hier hin? Wo kann man sich umziehen? Folgen selber den Kollegen. Okay. Ich bin noch drin, aber ja. Warte, du mal ganz kurz. Hier, hier. Ich bin ja ein bisschen humpelig. Unterwegs. Na ja, alles gut. Ich hab volle Kanne kassiert vorhin. Ah. Volle Kanne hab ich kassiert. Sie müssen sich gleich nur noch entscheiden, wer mit wem zusammenfährt. Ah, boah. Oh, da fragen sie mich was. Uiuiui. Ja, mir ist eigentlich egal. Hauptsache ich komm hier weg, ne? Na okay. Jo. Wo, wo zieht man sich hier um? Genau hier vorne geradeaus. Vor dem Spiegel. Hier, dankeschön. Ist das unauffällig? Nein. Suchen sie sich hier was anderes aus. Okay, ich such gerade. Oh, ich hab die Idee. Wie wär's, wenn ich mich so anziehe? Ähm, auch nicht so ne gute Idee. Warum? Ich hab doch nix dran. Gucken sie mal. So bin ich am unauffälligsten. Verstehen sie? So geh ich mit ihm ein bisschen mit unter. Ich glaub das ist die beste Idee. Ich glaub das ist die beste Idee. Na. Ja, überlegen sie mal. Ich geh grad mit unter. Ja, überlegen sie mal. Dann will ich aber nochmal hier die, die Maske nochmal abziehen und aufziehen. So. Oh, jetzt geh ich ja richtig unter in der Menge. Tent vor. Gebe ich gleich weiter an die. Das war die beste Idee. Hallo. Ey, ich versuch unter zu gehen, dass es nicht auffällt im Auto. Dann darf der nächste einmal rauskommen. Das mach ich auch. Ja, aber das ist die beste Idee. Wirklich jetzt. So geh wir richtig unter. War ne gute Idee, oder? Ja. Geil. Ich werd ja auf die Idee davor kommen und dann hätt ich das anzogen. Mhm. Ah, was ein Tag, ne? Was ein Tag. Hätt ich mir nicht gedacht, dass wir den hier jetzt drin verbringen werden. Na. Ich hab schon gesagt, ich bin schon gebraucht, jetzt haben wir Zigaretten. Ja, glaub ich. Das hat er von uns bekommen. Was? Dieser Kaffee-Klucksack hat sich gedacht, das hast du von ihnen bekommen. Achso. Die Kaffee-Klucksack hat eine Rookie. Nee, nee. Das schaut so aus, als hätte das Pedidas irgendwie gestellt oder so. Aber ein bisschen eng geschnitten. Ich mein, da sind Löcher drin. Ein bisschen eng geschnitten, wenn man genau hinguckt. Aber ja. Dass man den Arm ein bisschen guckt durch. Bisschen. Er hat die Rookie und die Frau bekommen. Aber es kommt schon nah dran irgendwie, ne? Ja. Aber kein Abzeichen dran. Gar nix. Gilt eigentlich der Gürtel mit dem Taser so als Open Carry? Nee, ne? Der Taser ist ja egal. Ist ja nur selbst. Der Taser ist ja legal. Okay. Der ist ja legal, der Taser. Nee, es geht jetzt nur um Open Carry, ne? Weil, was er aufenträgt. Wenn der kann mal einen Carry fahren oder auch? Ich sollte mich nicht so anders, nicht genau so anziehen. Schleswig. Hey, aber das ist wirklich, das ist ne gute Idee. Es ist die beste Idee, die es gibt. Ja. Und jetzt gibt er erst mal Arschlumdecken, oder? Dann brich ich auf. Jetzt hast du wirklich deine, deine, deine Dings ausgezogen. Der Hut hat so gut gepasst. Ja, den kriegst du nicht mehr wieder. Kann ich, theoretisch? Nee, kannst du nicht. Der ist jetzt weg. Du hast jetzt weg geschmissen. Ich hab's gesehen. Theoretisch. Ja, probier. Darf ich einen Taucheranzug anziehen? Einen Taucheranzug? Wahnsinn. Kann ich sagen, ich glaub da klebt noch einer dran. Ich glaub da klebt noch einer dran. Wer, wer, wer auch kein blöde Team. Wir ziehen einen Taucheranzug aus. Wir sind die Taucher-Stapfel. Ich glaub da hat noch einer dran geklebt. Was sagst du? Dein Hut ist ja ein bisschen gezaust. Ja, warte. Jetzt hab ich ihn eigentlich abgezogen. Ja, ist ein bisschen kaputt. Aber so sieht's schon besser aus. Richtiger Cowboy. Haben die alle Waffenschein schon, oder? Ich nicht. Ich hab keinen Waffenschein. Ich hab aber offiziell noch einen Taser dabei gehabt. Und ein Dings hier. Wie heißt denn das Ding? So einen Raketenwerfer hatten wir. Wir hatten alle Feuerwerker. Raketenwerfer wär schlecht. Raketenwerfer? Ist der illegal? Ja. Raketenwerfer. Nein, so ein Feuerwerks-Dings. Feuerwerks-Körper, verdammt. Raketenwerfer von den Villiards? Wo krieg ich den? Hätte ich gerne, ja. Kennen Sie noch meine wohlbeliebte Zeitschaltuhr, die ich verkaufen wollte an Kollegen? Was? Ich hab mal ne, ich hab mal ne Uhr verkaufen wollen an einem Autotreff. Ja, ich kann mich dran erinnern. Da gab's nen riesen Einsatz. Ich kann mich dran erinnern. Und ich wollt gar nicht, dass er so ausbricht. Wusste ich auch nicht. Aber da ist dann die Party ausgebrochen. Ihr sagt uns Bescheid, wenn die fertig sind, wenn wir die mitmachen. Ich hab das schon fertig. Das kann alle sehen. Das sieht schon ohne. Alter, ist das das Rammstein-Logo da dran? Ja. Sieht so aus wie das Rammstein-Logo. Komm, komm. Komm, komm. Warte, wir alle jetzt. Zwei. Achso, Entschuldigung. Lass uns mal rein, bitte. Ja, ja, wir warten. Sollen wir als Cops hab an einen? Ja, geh da mit dem Kopf raus. Das ist einfach so netz wie es ist. Gehen wir so. Sieht aus wie das Rammstein-Logo. Schon mal gesehen? Ne, tatsächlich. Guck mal, so ein bisschen. Sweetbox, ne sweatbox. Sweetbox. Sweatbox. Du bist ne Schwitzbox, bist du? Genau. Gibt auch ne Kappe, wo das draufsteht. Weil meine Farben sind schöner aus. Guck mal. Oder? Guck mir das so vor. Da kommen sie aber mehr her mit ihrer Uniform. Guck mir das so vor, da sehen meine Farben schöner aus. Von denen, das geht so mehr Richtung Marineblau. Gell? Meines geht so ein bisschen mehr ins, weiß nicht, hellere. Gut, sind wir bereit? Ja. Gut, dann, wenn die Kollegen score geben, geht's los. Gut, dann beide mir einmal folgen, bitte. Es hat nicht zufällig irgendwer ein extra Handy, was er nicht braucht. Ja, was? Das heißt dann wohl, nein. Moment. Moment. Ich gebe ihnen jetzt ein Handy, beiden ohne Batterien. Wasch. Einmal, Batterien gebe ich den Marshalls, die geben ihnen die dann, wenn's für richtig halten. Und zweimal. Danke. Und dann einmal Batterien für beide Handys und dann, wenn du's für richtig hältst. Naja, ist gut, wir haben noch Handys bekommen. Hinten in den Verderben einsteigen. Hinten? Ja. Okay. Boah, ich bin so gespannt, ob die jetzt uns angreifen, weil ich bin so gespannt, Leute. Boah, ich schwöre Puls auf 100.000. Einfach. Also abgesichert sieht man das jetzt außen nicht aus. Wir haben unseren Plan, wo wir sie hinbringen dann. Und wir werden dann auch noch weiter gebracht. Ich hab da wirklich Punkte geguckt. Ich hab nichts gesehen. Also weder oben auf der Perücke noch sonst irgendwo. 100 mit ein bisschen. Ich dachte, wir werden um jeden Preis versuchen, die Identität rauszufinden. So, sag ich gerade. So was ich ihnen raten kann, sie haben ja vorhin unter uns gesagt, dass ihr Auto noch da steht. Das sollten sie vielleicht einfach da stehen lassen. Ich lass dort stehen, ja. Oder könnten sie es abschleppen lassen, sind es so lieb. Ich denke mal, das wird für sich ganz klar, wenn die mit dem Auto fertig sind. Können Mechaniker da hinschicken, wenn welche da sind. Ja, das ist nämlich dort beim, ähm, na wie heißt's? Äh, Mirror Park. Kennen Sie Mirror Park? Hinten diese Häuserreihe? Wo hinten der Kreisel ist, dort ist es. Genau da bei der... Oh, okay. Bei diesem... Sieht aus wie so ein Pimmel auf der Karte. Ja, wir wissen was wir meinen. Paketsleifel fährt jetzt Flughafen. Wir schauen uns mal später um und schicken da eventuell einen hin. Ja, falls er da steht, ne. Es ist aber kein, ähm, SUV gewesen, oder? Nee, nee. Okay. Wir fahren jetzt in den Hangar rein. Hm, Fleischhose. Habt ihr auch schon abgeliefert, oder? Ähm, nicht. Oh, pass auf! Dann dürfen beide einmal... Alle einmal nicht wieder hier einsteigen. Ja, das wird nicht mit allen passen. Wenn's nicht passt, dann müssen sie sich irgendwie gegenseitig einmal auf den Schoß nehmen. Ja, wir müssen sich auf den Schoß nehmen. Ja, unser Pilot des Vertrauens wiederfassen. Na, kommt dann nämlich nicht aufm... Oder er macht etwas rum. Guten Flug nach, Machina. Dankeschön. Dankeschön, Jungs. Dankeschön, Jungs. Ja. Ja. Das ist so, das ist gut. Aber das Rausrollen gerade von den Kopf war richtig geil, oder? Ja. Das war richtig geil. Informativ heben ab. Dafür zahlt man ja immer gerne Steuern. Ja. Das war echt schwer. Wie zwar es jetzt voll set, dann wird jetzt eine paar Luftwerkente kommen. Das ist das ja... Das ist auch lustig schwer, wenn der Pilot jetzt gleich Kopfschmerzen bekommt. Das wäre auch lustig. Oh Gott, ich hab keinen Fall schon. Ja, die auch nicht. Ihr wäre nicht witzig. Ich kenne das nicht. So, was ist mir mal passiert, wissen Sie? Seitdem habe ich Angst vor Leuten, die... Ja, ich weiß. Ich saß mit dem... Ist das nicht sogar Freddy geflogen? Äh, oder Dario? Äh, ne, das war Freddy war das glaube ich. Das mit geflogen. Der oben hat der auf einmal richtig hätte einfach den Kopfschmerzen gehabt. Das ist das ganze Ding abgestürzt. Naja, ich saß mit drin. Da haben wir schon ein Haus geküsst. Ich wollte gerade sagen, zur Info für die Mark, der Pilot ist oder für uns. Hä, warum lässt er dich fliegen? Hä, weil er die Abholung für uns ist. Ey, den war ja auch der Maybach, der uns abgeholt hat. Ach, warte, wait a second. Ich dachte, du sitzt rechts... rechts neben ihm. Ne, das ist der Sarge. Warte, wer sitzt rechts vorne? Ich sehe so schlecht. Wir sind rechts vorne. Ich habe ihm eben gesagt, dass... Ach sooo? Ich habe ihm eben gesagt, dass er sein Heli rausholen soll. Ah, okay. Ich dachte... Oh mein Gott, ich habe jetzt voll verwechselt. Es ist alles riskiert. Ich erkenne gar nichts mehr. Das war es übrigens, damit dein Auto abschleppen zu lassen. Guck mal, man kann ja bis nach Deutschland gucken. Boah, ja. Was? Komm, fängt mal nach Deutschland, oder? Ich dachte immer, ich habe zu viel geraucht, was ich hier sehe, aber... Ne, das ist die Fata Mobana von Deutschland ist das. So eine Spiegelung. Vom Meer aus. Was? Ja, was hast du jetzt eigentlich vor? Idem, wo bringst du jetzt jetzt hin? Ja, ich bin in ihm. Wie wärst du denn mit einer Umkleide? Ne, ne. Es warten jetzt da vorne bei dem Gebäude zwei Fahrzeuge auf euch, die euch mitnehmen. Okay. Zubi. Eigentlich umgezogen sind wir ja schon alle, ne? Ja, ja. Ja. Wir machen es auf die sichere Weise. Ja, eigentlich jetzt... Da haben wir... Da haben wir... Hat irgendeiner von euch erwachsen? Und so ein Zwergraut sich hat elf gewassen. Würde ich mal da herunterschießen. Hey, Kollege, die Fata Morgana kommt näher. Alter, nicht, dass wir da volle Kanne reinballern? Ja. Ne, ne. Hier ist doch Ende. Von dem Fata Morgana. Mhm. Sagst du. Mhm. Sagst du. Gleich scheppert es hier. Ja, dann kann ich aber nichts für. Mhm. Natürlich. Ich wollte grad sagen, bist du noch da? Ja, ich hab auch schon Angst. Ja, wenn der so runter geht, ist das so gut sein. Alter, zieh hoch! Alter, pass auf! Ey, ich hab da so Schiss bei sowas. Einmal passiert. Aufbräder, gell? Ja, wo? Alles von uns. Links, aber ökisch aufbräder. Pass auf. Da stehen zwei aufschwörter. Ist die wirklich von uns? Bist du dir sicher? Die zwei? Müsste alle von uns sein, ja. Müsste es. Weil unten steht auch noch einer. Guck. Die Aufbräder sind alle von uns, ne? Alle. Entschuldigung. Äh, da fährt ein Ferrari rein. Äh, da fährt ein Ferrari rein. Ja, der ist ganz offen. Äh, will er zu uns? Ja. Ich hoffe, sie konnten die... ...Kupereise genießen. Nein. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Wüsste ich den ebenfalls. Was ein Gatoway, Alter. Ja. Aber wie konnten die sich so selber ins Bein schießen? Das war so dumm. Jetzt haben sie sich ganz selber verschießen, ja. Die sind sicher so mad, was die da gemacht haben. Weißt du, stell dir mal vor, die hätten heute wirklich legit gewartet, bis wir abgeholt werden. Ja. Die hätten 100 pro mindestens einen von uns mitgenommen. 100 pro. Ja. Achso, eigentlich könnten wir die Masken alle wieder runter tun, oder? Eigentlich schon, ja. Eigentlich. Ja. Aber wir sind jetzt komplett safe. Runter mit den Masken. Haben wir gut gemacht, Jungs. Auf jeden Fall. Haben die Cops aber auch gut gemacht. Muss man sagen. Gut da rausgekommen. Ja. Gut gemacht. Da reden wir gleich noch drüber. Ja. Gut gemacht haben wir es nicht, aber die Cops haben das gut gemanagt. Ja, ich meine, ich weiß jetzt, dass Nagelbänder endlich mal illegal sind. Er hat mir endlich mal was widersprechen können, so. Ja. Der hat mir... Das ist der erste Cops, der will ich auch mal nachgucken. Die anderen haben sich nicht drum gekümmert. Die anderen haben sich nicht drum gekümmert. Ja. Er hat gesagt, dass Captain ist das. Ja, Thompson. Glaub ich war das. Captain ist das, hat er gesagt, oder? Ja. Irgendeiner mit dem Kappe. Ich hab aber kackt. Ja, ja Kappe, genau. Das muss auch sein. Außer es gibt mehr Leute mit Kappen, aber er ist Captain. Ich. Captain Cap. Wir haben übrigens die Batterien nie bekommen für unsere Handys. Mark. Ja. Das haben sie irgendwie verkackt. Ja, dann holen wir uns einfach neue vom... Ja, wir haben noch Handys im Lager. Ja, stimmt. Also im Ocean hatte ich auch schon keine mehr. Da hatte ich kein Handy und kein Funkrad mehr. Ja, das nicht. Aber die Cops haben uns, also mir und Mark, zwei ohne Akku gegeben. Ach so, ja. So zur Info, dass wir dort gesessen sind jetzt im PD, das ist nie passiert. Ja. Ja. Weil hier dabei war. Es ist nie passiert. Kein Wort darüber. Ja. Nada. Aber der hatte irgend so ein, also der hatte irgend so ein Gewehr, das hat mich so mitgenommen. Ich weiß nicht was das war. Ja, es können drei sein. Es kann entweder die Muskete sein, es kann die Präzisionspistole sein oder die Golden One. Oder Golden One, ja. D3. Ich hatte auch, meine Weste war komplett heile noch und auf einmal war ich fast tot. Weste komplett durchgeschossen, das war einer Kugel. Bei mir war die Weste komplett heile und ich hab nur einen Knallschert und dann war ich weg und dann statt. Wird das ebenfalls. Die war einfach weg. Es schafft nur die Muskete, die Präzisionspistole oder die Golden One. Müssen wir mal testen. Machen die, machen die alle so einfach so zack und du bist einfach weg. Ja. Ja. Das hat mich so weggenatzt und weggeschissen. Auch egal was für eine Reichweite. Krank. Wirklich krank. Müssten wir vielleicht, müssen wir auch vielleicht bei oben steigen oder sowas, ne? Ja. Wieso? Wer hat sich ein paar Musketen gekauft? Ja gut, du kriegst eine Waffe davon, die Golden One nur im Casino. Können wir bitte die Kartellstraße? Die würde ich nicht nehmen, die ist so, äh, zu rar ist die. Können wir bitte die Kartellstraße vorne im Alkosanbosch und meinem E-Mail-Wacker-Point? Nein, der bleibt da. Entschuldigung, wir haben da unsere Autos stehen, dürfen wir die mal holen? Entschuldigung, unsere Autos wurden geklaut, wir wollten Reifen wechseln. Wie fährst du bitte? Was hast du denn gemacht? Er wird immer noch an der Krabbe vorn. Alter, was war das denn, ey? Ja. Boah. Na ja, also Masken ausziehen! Ja, perfekt. Ich bin es nicht gewohnt auf dem Kinder-Sitz, tut mir leid. Uff. Wie ich renne. Das heißt ich mich angeschissen. Muss ich wieder lernen. Vielleicht zieh mich mal um. Danke, bei uns war das Tor noch nicht ganz auf. Boah, ich muss hier lang. Upsala. Ich verlaufe mich jedes Mal. Was denn da? Also es hat schon mal geil angefangen. War richtig, ob ich staute gefallen habe, aber es war richtig lustig. Also sowas hatte ich auch noch nie. Das ist das erste Mal. Es gibt immer ein erstes Mal, sagt man. Boah, das war echt lustig gerade. Das hat richtig Bock gemacht, ey. Das hat richtig Bock gemacht. So, jetzt schauen wir mal, was wir so angehen. Das ist das erste Mal. Das ist das erste Mal. Aber volle Mütze. Was volle Mütze? Ein Kippschen. Ein Kippschen. Aha. Ich vergesse, ich muss noch was holen da unten. Ne, leider nicht. Aber meins privat. Da, 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 da. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Also so viel Action hatte ich auch schon lange. Ich hatte, dass ich so Angst in meinem Leben hatte. Ich wurde es schon einmal umgedehnt. Ja, das ist ja die Maske runter. Die Maske runter. Ich warte mir halt echt, ob die irgendwie einen gesehen haben ohne Maske. Ich... Ah, das wäre so scheiße wenn. Das war so lustig eigentlich. Wenn die so selber ins Knie geschossen haben. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, die haben das nicht gesehen. Marc? Ja? Du noch ein bisschen Bargeld über. Ich habe noch 13.000 Dollar, ja. Ich bräuchte bitte nur 2.000, wenn das gehen würde. Natürlich. 2.000 Dollar. Ich bräuchte auch 2.000. Bitte schön. Danke schön. Bitte schön. Vielen Dank. Das braucht ihr 2.000. Was kauft ihr denn? Grundausstattung wieder. Glock 17, B90. Ja, ich gucke was da drin ist. Dumm Dings. Tag 9. Na gut, da ist noch scheiße drin. Brecheisenrohrzange, Schlagring, Muskete. Boah. Ist hier noch ein Handy und Funkgerät schon mal? Stimmt, da brauchst du auch wieder vorne mit. Und Taser nämlich mit. Aber du. Du. Mhm. Ich glaube ich auch gerade. Die Thompson G2, was im Lager ist. Das ist die Präzisionspistole. Haben wir die im Lager? Ja. Schau dir mal an. 19 Stück. Fünf. Fünfte von unten. Und die macht direkt zack oder wie? Wenn du da einmal schießt, bist du weg. Kniet ab. Okay. Also es gibt die, die Golden One, du kennst. Und warte, was macht noch? Ich kann euch sagen, es hat das Kartell dabei. Die Muskete. Das Ding hat das Kartell dabei, was ihr da habt. Nee, Muskete. Okay, habt's gehört, oder? Das Ding hat das Kartell kaputt. Ja. Letztes Mal hatten wir nämlich jemanden, der vom Kartell aufgenommen hat, in Walmart, wo wir im Motorrad gefahren sind. Und der Typ hatte genau diese Waffe. Oh, okay. Müssen wir mal ein bisschen üben, weil es schlecht ist das Ding sicher nicht. Schlecht ist es nicht, aber es ist halt ein Einzelschuss. Ist klar, aber... Alter, wenn du da auf Distanz bist, ist das doch heftig. Wir waren halt ein gefundenes Fressen für die, wenn wir da so rumstehen. Ja, vor allem sie sind vor und hinter uns kommen, dass die Büsche rauskommen. Weil da ist sowas genau perfekt für solche Aktionen dann. Gut, wobei wir an die Bießen haben können, wäre das wir zwei von denen hopfen, wenn wir davon mal 20 von denen irgendwo durch welche Büsche rauskommen. Ja, ich weiß auch nicht, vor allem da standen keine Autos rum. Ja. Die haben irgendwas geplant gehabt. Irgendein Raub, weil... Ganz ähnlich mit den Kostümen. Warte mal, waren das die mit den Kostümen? Das war das Kartell. Da hatten wir noch einen Versuch. Was hatten die Anführung Kostüms? Da hatten wir noch... Äh, dieses Affenkostüm. Ach, ich dachte schon ein anderes, Alter. Alter, ich krieg einen Herzinfarkt. Die warten jetzt wahrscheinlich nur drauf. Hat jetzt noch jemand ein Funkgerät und Handy? Hm? Ich brauch immer noch ein Funkgerät und Handy. Ja, hierher. Ja, die haben ja jetzt schon wieder in den Büschen gegammelt. Waren die in den Büschen drin? Ja, klar. Ja. Sollten die warten auf den Büschen? Irgendwann hat so geschehen, als würden sie auf uns warten, ja. Ja, klar. Alles klar. Ja, klar. Hallo. Das müsste echt mal üben gehen. Ich habe die noch nie gehabt, die Waffe. Buch, Buch. Ich werde mal Schießtraining absolvieren, damit hätte ich gesagt. Oh mein Handy. Ja. Den Akku, den Akku, den Akku, 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 Akku. Ich kann es aber, ich kann es nutzen, ich brauche den Akku. Den Akku, Akku, Akku. Der Akku muss sich holen, der weiß, der Akku. Hat der mein Funkgerät eigentlich auch zurückgegeben oder hat der nur gesagt, den Akku raus? Mal gucken. Die Funkgeräte. Ich dachte, die haben mir nicht nur beides gegeben. Ne, anscheinend nicht. Oh, nehme ich mir jetzt einfach so virtuell meine Dings zurück, meine Batterien, weil ich ja die Handys ja passt schon. Gut. Uppala, hast du das jetzt gemacht? So. Ja, toll. Ganz toll. Das war auf jeden Fall die, die 500 Euro wäre das immer noch. Mit seinen, äh, ganz bekannten Bugs. Alter, das ist echt schrecklich. Der mach ich halt fast personlich vielleicht wieder draußen. Jetzt, jetzt hab ich's. Jetzt bin ich wieder. Ah, nee, doch nicht. Jetzt haben wir's. Ich glaube, die Cops sagen was, weil ich hab eigentlich keinen Waffenschein dafür. Nee, Waffenschein. Was soll ich sagen? Ich würde damit echt gerne mal so ein Schießtraining absolvieren, wo ich probieren kann, wie man die nachlädt und so. Ja, nicht auf mich bitte. Ja, was? Nicht auf mich bitte. Warum nicht? Weil das wehtut vielleicht. Das ist im Koffer in die Hand, immer den Koffer. Das tötet Menschen. Was für ein Koffer. Warte, renn mal ein bisschen rum, renn mal ein bisschen rum. Ja, ich renne jetzt nicht rum, dass du schießt, Quatsch. Renn mal ein bisschen rum. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, schieß da rauf. Da oben ist ne Taube. Wo ist die hin? Da oben, da ist ne Taube. Seht ihr, da fliegt ne Taube. Jetzt fliegt sie nach hinten, da oben. Die Taube. Soll ich sie abschießen? Ja. Ist weg. Da oben ist ne Taube hier. Ich glaube, ich hab sie. Ich glaube, ich hab sie. Jawoll. Oha. Krass. Wir machen Turntauben schießen, oder wie? Ja, hast du ausgesehen. Jetzt kommen mir die Koffs, du siehst, da fährst du da ein Daumenjahr. Ja, wir sagen mit dem Tauben geschlossen, passt schon. Die ist ja echt, Alter, die ist so. Ich dachte, die braucht viel länger zum Reloaden. Es geht aber voll. Es geht. Flugverbotszone hier drüber. Ey, ich geh damit jetzt echt auf den Skisteil, aber da richtig beugt die mal Probe zu schießen. Wenn ich damit ein bisschen Skill aufbaue, dann fetzen mir die ja richtig weg. Das stimmt, ja. Ich hab nur mein Auto nicht da. Jetzt hat keiner von uns verhautet. Wir brauchen bitte einen Chauffeur. Wir brauchen ein Taxi. Ja, wir brauchen ein Taxi. Auf geht. Hattet ihr ein Taxi? Du hast ja kein Taxi, Vince. Oh doch, da sind ja ein paar Autos, schau. Passt schon. Die Tontaube. Ich darf vorne sitzen? Ja, das ist falsch. Der fette Turbwit. Da ist noch ein Raptor. Nee, das wollte ich nicht. Ja, das passt schon, Vince. Wenn man vergisst, einen Tag auszumachen, die anderen hat vergessen auszumachen. Das ist mir zu lustig. Die Tontaube schießen. Entweder erstmal an oder mal jem. Keine Ahnung. Ich dachte schon, hä, Adminfall oder so. Aber nee, der hat einfach vergessen, seinen Tag auszumachen. Den Admin-Tag. Ich kenn nur den. Ich kenn auch nur den. Ich kenn auch nur den. Was denn? Skistandsstand. Ich kenn auch nur den oben. Den. Ich meine, es gibt auch noch, in den Hallen gibt es Skistände. Aber da kommen dann immer die Cops und ringen sich auf, was das soll. Sonst muss ich aber eigentlich mal vorgelesen. Sorry, Leute. Ich brauch wieder zu lange. Ähm. Oi, 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 oi. Hm. Hm. Mega-Nova. Alles gut zum Geburtstag. Auf einen. Nice. Das ist die. Viel Dank auch mal Mega-Nova. Sunny hat zu sieben. Keine Ahnung, ob du meine Insta-Nachricht gelesen hast. Aber denk dran und alles Gute für den Kater. Vielen Dank, Sunny hat zu sieben. Ah, hier Smoky war es. Alles gut, Smoky. Das Smoky war es, wie süß. Seat 55, Kartex und Patrick sind in den Lipp geworden. Dankeschön. Swayze. Alles Gute Nachricht, Direktion. Das ist meine erste Spende. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Dankeschön. GamerGeek. Seat, musst du laut vorlesen. Okay, warte mal. Ja, stimmt. Oh, dankeschön, GamerGeek. Vielen, vielen Dank. Bin ich ja auch laut vorlesen könnt, ihr würdet euch. Da steht ein Auto vor der Bank. Oh. Ah, wir sind das Kartell. Die Maske runter. Das ist nicht schon was Masken, was ich sagen. Ja, warum? Können wir einfach so ein Just-Off-Fun sagen, oder? Ja, nee. Weißt du, warum ich das sagen könnte, theoretisch? Wegen dem, wegen diesem Typen, der die Maske die ganze Zeit aufhatte, bei den Gesprächen. Ah, ja, stimmt. Ja, gut. Machst du mal die Maske runter. Wenn du einen Grund hast. Nee, aber pass, nee, lieber nicht, weil sonst nehmen sie das. Dann haben wir ein paar Ideen. Ah, wir sind ja das Kartell. Wir sind ja dem Krankenhaus. Das wird ja jetzt ausweißen. Was? Grund. Ah. Ich hab gedacht, was willst du denn? Lass uns doch liegen. Ja, ich werde verletzen. Er will mir gleich die Hose ausziehen. So, äh. So, wir sollen uns zurückfahren. Zurückfahren. Qubi, umdrehen. Ah, ich hab mein Funkgerät nicht, Anupola. Wir, wir drehen wieder um. Ey, warum sollen wir zurückfahren? Was ist denn los? Unser Geländer wird grad gestürmt, observiert, wie auch immer. Gestürmt? Von wem denn? Ryan, gibts grad die Funkstour. Äh, Frage. Was wird gerade gestürmt? Also von wem? Ryan, wer? Äh, keine Ahnung, ich seh noch nicht, wer da rumläuft. Ich bin ein bisschen weiter weg. Sind das viele oder ist es nur einer? Da läuft nur einer rum und es steht so'n... ...hier ohne Civic. Dieser ganz, ganz alte. Steht am Straßenrand am untersten Haus. Jetzt geh mal mit Maske auf, die Sicherheit. Das war da, ja. Äh. Ein Civic. Ich hab heute schon einen Civic gesehen. So'n alten 86er, oder? Hör Maske auf! Ich hör schon. Äh. Also die kommen auch schon so mit so'ner... ...mit so'ner metten Einstellung daher. Das ist immer so lustig. Die sind immer schon so richtig auf 180. Immer so chill, chill. Ich bin schon oberst im Haus, um dem da drunter. Ein schwarzes, äh, wahrscheinlich ein langes Shirt an, mit weißer Aufschrift. Und das ist ein Schwert. Shirt. Achso, ein Schwert. Und du riechst dich auf, wenn man die nicht versteht, ne? Hallo, das war undeutlich. Ja. Ich hab's verstanden. Wenn du da drunter mit dem Katara drücken wolltest. Mit der Katara. Über unser Flachter bauen wir wieder. Ruhig hier. Warum ist das kein Köder? Wo ist das Flachter? Weiter. Ja. Ja, gut, Schürter. Wo ist der? Der ist hier an diesem Haus, wo ihr vorbeigefahren seid, gerade an uns. Ja, gut, Schürter mal. Ach du, und Richtung. Ja, vor Ort aus zum Evo. Friedhof steht halt auf der Seite, nen alter Civics und matt grüner oder so. Ich seh ein Friedhof-Seite, da wo vorbeigefahren sind. Oder wie viele? Ja, geradeaus. Stopp. Nicht da rein. Es bringt sich nichts. Ja, gerade, runter? Wo steht der? Hier und dann rechts. Ach ja. Wenn du an der Kreuze Richtung Steinwäsche hoch runter fährst, Richtung Anker. Hier soll der stehen. Ja. Wo ist der Dude grad? Alter Golf. Hier ist der Chirau-Core. Aufziehen. Geländer runter. Oh mein Gott. Wie kann man das verwechseln mit nem Silvete? Ich wollte grad sagen, ist der Chirau-Core, war jetzt wurscht. Ja. Ich hab keine Ahnung vom VW, lass mich in Ruhe. Ja. Wollen wir mal Trilag wettern, oder? Das hängt's grad nicht. Können sie mal über den Zaun spüren und gucken. Ja, einfach aufs Gelingen einfach mal. Warte, ist der bei uns rein, oder? Warte, ich hau mal die Scheibe ein. Bisschen Abstand. Ja, da ist er. Am obersten Haus, vorhin rumgelaufen. Ah, ich muss mal ganz kurz aus der Funk. Bin gleich wieder da. Ist der aufm Haus rumgelaufen? Nee, aufs Grundstück. Aufm obersten Haus, also diesem weißen Haus. Aufm Grundstück ist er. Ich guck mal auf. Ich guck mal auf. Schon sehr auffällig. Also noch eins weiter jetzt. Nee, wie gesagt, das oberste halt. Das mit dem großen Pool. Das, wo der direkt davor steht, oder? Das ist eins weiter und nördlich. Noch eins nördlich, als ihr jetzt grade seid. Noch eins nördlich? Ja, da ist er oben drauf. Das mit den grünen Fenstern ist das, ne? Türkis. Ja, türkis, grün halt. Nein, eins weiter. Noch eins nördlich. Noch eins nördlich. Noch eins nördlich in der Hecke. Ja, ja, nicht das mit den grünen Fenstern. Dann das, wo Sale draufsteht, neben dem großen Parkplatz. Ja, genau. Okay, da bin ich jetzt grade am Eingang. Oh, aufpassen. Polizeihupe. Ey Leute, ist der Cop da? Wo ist er? Sieht irgendwer nen Cop in der Straße? Ich hör ein Auto. Ich hör ein Auto, was grad anders, aber ist das ein Cop? Ja, das sind wir, das sind wir, das sind wir. Okay, also kein Cop. Alles gut. Nee, nee. Und wo genau ist der jetzt? Ich kann nicht hören, wo der hingestellt. Ist grad jemand von euch, äh, bei dem Haus, wo gesagt wurde? Ja, ich bin hier. Nur vor dir. Achso. Achso, ich würd grad sagen. Ich glaub das ist da rechts durch die Lücke rein. Und dann irgendwo hin, aber. Ja, ich hab ihn ganz kurz gesehen. Aber dann nicht mehr. Ah nein, mein Freund ist auch im Blick. Ja, guck mal die Büsche durch, vielleicht chillt er irgendwo. Da muss ja wohl sein, der ist nicht rausgekommen, oder? Ja. Gut, wenn der Richtung Gelände, unser Gelände, dann haben wir ihn nicht mehr gesehen. Kann schon sein. Ja, ich bin aber dann Richtung Gelände gelaufen. Oh, der ist auf dem Dach oben irgendwie. Habt ihr auf dem Dach geguckt? Ich glaub, ob ich hochkommen. Aber wie kommt man da oben? Ich glaub das geht. Ob das oberste, kommst du nur mit nem Auto. Ja, gut. Das ist das, wo wir jetzt grade sind. Das haben wir schon getestet. Wenn du auf dem Dings hinten drauf gehst, auf den Schirm geht's, glaub ich. Aber am Dach hätten wir ihn gesehen, da war der nicht. Okay. Also wir haben eigentlich die ganze Zeit dort hingeguckt, wo der dort war. Der ist das ganze Zeit an der Hecke von oben, hat da immer wieder drüber geguckt und irgendwann war er da nicht mehr. Der Turmkopf fährt grad die Straße hoch. Vorne steht ein Korb, da wo der Krönen grad lang ist. Der, der bläht in Ordnung. Äh, der ist so schnell gefahren. Ist irgendeiner von euch am untersten Gelände grade? Ja, ich war da grad. Hier laufen zwei Leute rum. Ja, der eine bin ich. Habt ihr ne Info, wie er ausgesehen hat? Braune Haare, halt ein schwarzes Off-White T-Shirt und den Rest konnte ich nicht sehen. Weiße Aufschrift und halt auch ne dunkle Hose. Ja, wir sind hier drin. Okay. Spürst du's eigentlich? Ja. Ja schon, ne. Ich hab gemerkt, dass da immer... Warte, lass mich mal probieren, wie sich das anfühlt. Ich hab das noch nie gefühlt. Habt ihr schon gekocht auf den Raten-Litz? Das merkt man schon, ne. Das merkste. Ja. Ja, dann bleibt mal hier. Ich guck mal weiter. Ich guck auch mal weiter. Ich guck mal Richtung Schule hoch, ob da was ist. Ich guck mit ihm nochmal das Gelände, wo ich ihn gesehen hab. Wo war der letzte Sichtkontakt von dem? Genau hier, wo ich gerade bin. Von da kommst du nicht runter. Doch, hier kommst du weg, nach hinten. Also es kann gut sein, dass er hinterm Haus über die Ecke gesprungen ist. Das hatten wir nicht gesehen. Mal reingucken. Der ist spurlos verschwunden, ne. Der muss hier irgendwo sein dann. Steht seine Karre dann noch? Ja. Ja, der ist ja dann noch irgendwo. Die Frage ist halt wo. Ja, ich guck mal bei den anderen Grundstücken in die Büsche nach. Ja, hier haben wir gerade jetzt zum zweiten Mal alles gecheckt. Kann nicht weit sein. Hier kommst du halt drüber. Genau, ja. Vielleicht ist er hier. Hier wird ja wahrscheinlich drüber abgehauen sein. Ja, vermute ich auch. Check nochmal hier die Büsche. Vermutung, dass der Grüne den vielleicht abholen will. Ich beobachte mal, was der Grüne macht. Ich hab's ja das Gefühl, dass irgendein Spotter vom Kattel oder irgendwas. Ist halt möglich. Ja, weil dann würden die schon anfahren. Nicht, wenn sie wissen, dass der in Sicherheit ist. Wo ist denn der Grüne? Ja, der ist an der Schule entlang gefahren. Ja, der ist an der Schule entlang gefahren. Ich fährt jetzt eine G-Klasse hoch, die Straße. Ja, schwarze G-Klasse, ich hätte gesehen. Ich bin auf dem Tennisplatz. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Die G-Klasse ist Richtung Milz hochgefahren. Also bei dieser 10 Millionen oder 18 Millionen oder was das war. Ne, ich glaub der ist weg. Keine Ahnung wo der ist. Scheiß drauf, vielleicht kommt er nochmal. Stell Uhr, da vorne für uns. Wo denn? Äh. Ja, lass' Justin, tschuvi. Ja komm lass' abhauen, vielleicht kommt er nochmal. Bringt sich nichts als alles abzusuchen. G-Klasse Stillkart. Unterhalb von der 18 Millionen Villa. Hat so kurz aufs Haus gelaufen und geguckt. Hätte jemand vom Quartell sein können. Ja, bräuch ich da mal ne Abholung. Wo seid denn hier? Wo bist denn du? Ich bin hinter dir. Er ist jetzt an Warns Haus. Warns Haus bin ich jetzt gleich. Ja, wir kommen. Da ist grad'n Urus in blau, matt, schwarz. Ja, ist der weggefahren hier. Hallo. Mittag. Mittag. Wenn du grad aufs weiterfährst, hast'n Urus abgehauen. Ja, da brauche ich in Urus ein. Keine Ahnung. Das ist aber schon über alle Berge jetzt. Wir sind voll. Ja gut, dann lauf' ich zum Grenne. Wo stand die Gegner? Ja, die ist weggefahren. Ja, die ist weggefahren. Die Stoßung. Äh, National. Ich war meinen Tanken. Ja, das macht mich. Jawohl. Ganz strange ey. Und irgendwie hier. War gar kein Sinn, einfach so Puff. Aber es würde für Kartell sprechen, weil die sich ja sehr gut verstecken können. Na? Ich bin Profis überstecken. Bestimmt. Aber Puff, war er weg. Hallo, will du sie kaufen? Hätt' ich jetzt gerne bekommen. Da 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 da. Auszahlen. Ähm. Bei euch alles gut? Positiv? Ja. Äh. Äh. Irgendwas passiert, wo ich weg war. Warte, er ist voll. Warte, dass wir vorne einsteigen? Oder? Ja. Weil ich bin jetzt zuerst eingestiegen. Er ist voll. Also in den letzten 10 Minuten. Bitteschön. Ich danke. Ich bin hier von mir her nur umgeschlichen und wir haben keinen vollen Weg. Ja. 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 Aber ich muss jetzt auch schon. Okay. Ich brauch nur ne Abholung. Im schlimmsten Fall können wir dich auf dem Dings mitnehmen. Auf dem. Da sind wir dich noch schon so mit. Der Arme wird ganz allein gelassen am Gelände. Mann Alter wie gerne hätte ich jetzt einfach geschnappt den Typen. Hast du das Kennzeichen vom Auto gemerkt eigentlich? Ja. War ja vielleicht gut zu lösen. Ja. Können wir vielleicht mal hingucken. Steht ja nicht weit von mir dann weg. Wo bin ich dort hin? Äh. Unten am Tor. Ui. Mö. Ui. Ui. Noch ein Rubbel los. Oh ja. Jetzt gewonnen. So muss das. So machen wir unseren Rubbeln. Habt ihr Platz oder nicht? Ne. Wir müssen dich mitnehmen. Ja. Wir brauchen so ne große Familie Kutsche eigentlich. Mhm. Also fangen wir noch zu Parkplatz haben wir noch ein zweites Auto. Ah ja. Am Pullman. Am Maybach Pullman. Ja stimmt da haben wir ja viel viel mehr Platz ne. Hinten auch noch zwei. Ja. Sechse. Wollen wir am Pullman. Kennzeichen gucken. Beidrow geht schlafen. Haut rein. Irgendwann passt auf euch aus. Hallo Giorgio. Hallo Giorgio. Kennzeichen ist T... TZS 300. TZS 300. Ok. Der geht zu uns der Ram. Bad Raptor zu uns. Bad Raptor. Ja. Ja. Dacht schon. Ich hab mir gedacht Kartell steht immer noch mal aus und wartet. Ja die warten immer noch. Ja. Ist die Polizei uns endlich demaskiert. Ja die standen anscheinend in der Kartellstraße und haben gewartet auf uns im Mara Park. Ja warum? Weiß ich nicht. Jetzt vorhin oder wie? Haben die noch mal gewartet? Ja ja. Als irgendwer uns im Auto mitgenommen hatte. Ich weiß nicht mehr wer. Also glaub... Die dachten wir kommen noch mal vorbei oder wie? Scheinbar. Ja wir kommen dann nicht mehr vorbei. Ich würde die Autos da kommen. Ich würde die Autos einfach noch stehen lassen. Weil ich halt auf wenn die wegsauce. Ja ja eben eben. Ich würde die einfach stehen lassen. So als wenn die echt geklaut gewesen. Einfach nicht angreifen. Uh Supra. Äh wer holt raus? Ja den hast nur du glaub ich. Ok. Muss ich nicht. Ich dachte vielleicht hat der andere auch gekauft. Ich hoffe ich hab ihn noch. Aufgepasst. Trommelwirbel bitte. Und ich hab ihn äh. Ich bin nicht abgeschleppt. Oh ne das kannst du erst mal am Abschlepper steht. Oh ne. Ah doch ich hab ihn noch. Ja. Wer möchte fahren? Willst du nicht? Ne ne ich will nicht. Ich will nicht. Oh warte. Ich geb dir. Aufmachen. Geh jetzt rein. Ach komm. Diese Autos machen mich fertig du. So jetzt aber. Das scheiß Funkschlüsselsystem halt. Ja schrecklich. Jetzt gucken wir euch den Führer an. Ich glaube. Ja. Das ist super. Das ist echt geil. Das ist hier so viel drin sitzen können. Das ist echt geil. Oh dann hätte man da Platz sogar. Mhm. Das kennst du ja auch mal oben ändern. Da ist schon mal Spritz drauf. Das seh ich auch hier nicht vor heute. Patrick. Danke fürs Sip werden. Ähm. Anna L. Kennst du dich noch? Ja. Alles gut. Nachts. Alles gut. Frohes neues. Frohes Fest. Das war's wieder komplett. Das ist komplett. Gamer gibt's erst. Das ist nochmal vorgelesen. Das letzte. Genau. Patrick. Ja fürs Sip werden. Sehr toll. Wir haben dir viel Spaß beim Stream. Dankeschön. E. Hellcrate. Äh. Mit du so über Slides. Äh. Dankeschön. E. Hallcrate. Matthias Kukowski. Was heute so geplant wird. Wir hatten heute ganz geplant. Aber jetzt haben wir probiert die Hops zu nehmen. BZW. Ein paar Leute vom Quartell Hops zu nehmen. Als Racheaktion. Aber leider. Leider. Nicht so geklappt. Haben wir irgendein Ziel? Oder? Ich dachte wirklich. Ich wollte eigentlich meine Waffe testen gehen. Wir wollten zum Stand stehen. Wir wollten zum Ding. Wir wollten zum Ding. Jaja. Wollten wir drinnen. Nicht ohne Ziel. Du draufs Gas. Das lustiger ist wenn wir jetzt angehalten werden mit dem Auto. Ist das dann ein Führerschein oder? Ich hab einen Führerschein. Ich hab extra nachgeguckt. Ja weil die Cops denken halt ich hab keinen. Weil ich ja gesperrt bin. Hä ist doch egal. Ne aber weil sie das. Wenn sie das Kennzeichen abfragen. Ja gut. Wir hoffen jetzt mit fünf Leuten. Oder in vier davon haben wir einen Führerschein. Jetzt können sie dreimal den Schein abnehmen. Und wir können nicht mehr weiterfahren. Theoretisch ja. Ist voll auf die Kanne drücken. Es könnte vielleicht sein dass es bei der ersten Anhaltung mehrere Cops kommen. Aber egal. Ja das ist doch nicht so schlimm. Du das Kennzeichen hat nichts mit HB zu tun. Aber was soll man eigentlich machen. So soll man den Cops eigentlich sagen. So wir haben wieder eine GmbH so. Wir werden sie auf öffentlich. Wieder anmelden gehen. Ich bezweifle dass sie uns das abkaufen. Das darf ich nimmer glauben. Das kaufen sind auch weniger ab wie das wir vorher weggeschossen haben heute. Ne ne aber so just for fun einfach. Die Saugshop GmbH hat wieder geöffnet. Weißt du so. Die Art und Weise. Ich meine sie wissen es ja eh. Ich will ja gar nicht dass sie mir was abkaufen. Aber halt lustig. Ach. Ich kann ja gar nicht. Stimmt da war ja was. Ich kann ja gar nicht. Ja macht das halt Ryan auf. Geht halt hin und beantragt ne neue Firma. Ne Klo Pimpel GmbH. Wir pimpeln ihr Klo aus. Wie krieg ich eigentlich ne Rechnung in nem fast komplett getönten Auto das auf dich angemeldet jetzt kannst du mir das erklären. Ähm ja weil der sich gedacht hat das müsst schon du gewesen sein so. Achso. Ja wenn sich das schon gedacht haben so passt schon das ist das muss ein Walker gewesen sein. Ja die Fahrweise analysiert von dir. Oder das Kartell weil die wissen alles. Oder das Kartell ja die wissen sehr viel. Oder sie glauben sehr viel zu wissen aber im Endeffekt schießen sie selber ins Bein weil Alter ganz ehrlich sind wir uns mal ehrlich. Stell dir mal vor. Die hätten uns umzingelt. Wir hätten noch nix mehr machen können. Ja wir hätten keinen kontaktieren kommen können gar nicht. Die hätten uns alle die Maske runterziehen können. Wie blöd waren die bitte. Wie kann man sich so selber ins Bein schießen. Und dann hätten wir Krieg 2.0 gehabt. Ja war sowas von. Alter wir sind richtig weggeslidet. Das war so knapp dran vorbei. Alter war das knapp. Alter was kanns. Ich sag's dir ganz ehrlich die hätten uns dann instant wahrscheinlich abknallt und dir gleich die Kriegserklärung zugesteckt. Oh ja. Ja ja. Das hat passiert. Boah alter wir sind da. Aber mit dem will ich jetzt ein bisschen üben gehen dass ich mir ein bisschen mehr. Das wird ein Spaß hier. Oh da kommt wer. Da ist noch keinen Waffenschein von uns. Alter ist das ein Kopfloser ich hoffe. Okay woher schieß. Das war's. Na gut ich hab die Waffe nicht zum nächsten Mal dabei. War daneben. Ich brauche ein bisschen mehr Abstand. Ich brauche ihn. Ich brauche ihn. Ich brauche ihn. Ich brauche ihn. Oh, das ist fies. Ich sehe so den Dings schon, wo ich hin muss. Oh, das ist ja mal mega. Ja. Also Marc, Jubi dreht euch der Malum, der Wind trifft von uns herum. Hä, von wo? Da, wo wir stehen, bei dem Gleis herum, hinter euch. Beim Gleis, da trifft er. Ja, krass. Ja, da trifft er. Alter, das ist ja so, ist das ja übelst fies. Alter, ist das fies. Ja, da bist du direkt weg. Das heißt, ich schaue so drüber, so sieht mich aber noch keiner und dann zack ist der weg. Das ist krank. Das ist krank fies, Alter. Das muss ich mir merken. Also das Ding ist halt, auch was die Präzision, schau mal, das verzieht ja kaum. Wenn ich das jetzt vergleiche, ich nehme jetzt mal eine Glug-17. Das Ding macht halt One-Hit, ne, das ist schon heftig. Das ist Herr Wahnsinn. aber so ein bisschen üben wir machen unser einstündiges tränen hier nee das wird sich dauern aber ey das ding ist halt echt heftig so stell ich das nicht ich da hinten baller guck mal es kommt halt direkt dort an das ist so präzise das teil das kannst du halt nicht vergeben vor allem wie weit das geht wenn ich jetzt mit einer glock probiere oder so das kommt halt nicht an oh nee tony vom kartell ruft an soll ich abheben ich will nicht abheben hallo hallo bitte wo seid ihr warum ich würde euch gerne mal treffen gibt es ein problem ihr habt gerade richtig scheiße gebaut warum weil wir wissen dass ihr es wart und jetzt könnt ihr euch dafür entschuldigen um was geht es denn um die scheiße die ihr im mirror park abgezogen habt was ist dort passiert ich bin so als wüsstest du davon nichts was ist denn passiert willst du mich verarschen nein sag du was denn passiert ob ich jetzt verarschen willst kriegt die heute Abend eine kriegserklärung hast du mich verstanden was ist denn passiert nee sag mal was ist denn passiert ob du mich verarschen willst ich will ich nicht verarschen sag mal was sag mal was passiert ist dann frag deine fucking leute sonst kriegst du gleich eine kriegserklärung du ich erwarte deinen rückruf in drei minuten wenn du mir nicht sagst was passiert ist kann ich nicht helfen tut mir leid sag einfach was los ist sonst kriegst du eine kriegserklärung das kartell weiß es dass wir es waren ach so woher denn keine ahnung und wenn wir kriegen dann eine kriegserklärung aber okay ich rufe nochmal an oh das ging schnell ja sag mal sag mal kannst du mir mal pass mal auf kannst du mir mal deinen vorfall schildern was passiert ist einfach dass ich es von deiner seite ausführen kann geht mir nur darum was natürlich kann ich das wir sind im mirrorpack und ein haufen ein haufen scheiße an Bande kommt bei uns in den mirrorpack und versucht uns hops zu nehmen und dabei habt ihr reingeschissen wissen dass ihr es wart eure eigenen leute haben ausgepackt okay und jetzt will ich wissen wo ihr seid dann mit dir das ist dann ausgepackt das will ich dir persönlich sagen wo bist du ich warte ich rufe dich gleich zurück so ist es also warte guck mal ja also er meinte er meinte unsere eigenen leute haben ausgepackt marx ne andere frage andere frage jetzt wiegne bei rfdd nicht die anzurufen da du ja fast nie munter bist was bin ich wiegne bei rfdd dich anzurufen du bist ja fast nie unterwegs keine ahnung ich weiß er sagt mir jetzt nur es hat einer von uns ausgepackt ja genau ja kann auch sagen wer ne sagt er mir nicht er will mich privat helfen ja hier sind cops der steht da vorne ja komm lass weg fahren ja wir gehen ja winz du musst fahren muss fahren er will wissen was los es sind welche von uns ausgepackt ne ja dann kann ich mir nicht vorstellen ja ich wollte nicht hinten anstecken ich kann es mir auch nicht vorstellen ich kann es mir auch nicht vorstellen ja hier müssen nicht wer der von uns ausgepackt hat solange man es nicht sagt ist wieder heiße luft hallo ist alles gut hallo ist alles gut mein göttchen ich suche mir erstmal bewusst raus also wir fahren immer naja einer von uns hat ausgepackt ich kann es mir nicht vorstellen sicher irgendwann er wird zum kartell hingefahren sein aber zack weh das waren unsere jungs ne ich glaube kein Wort ich glaube er blufft ich meine er nicht sagen dann soll er sagen wer es war sonst kann er auch alles ich bin ganz ehrlich ich glaube er blufft einfach nur ja natürlich das ist meine meinung aber gut er hebt jetzt auch nicht ab oder so vor allem wenn er wissen würde dass wir das definitiv fahren dann würden sie uns schon lange suchen dann kann er mir doch die kriegserklärung draufhauen ja wollte ich gerade sagen dann haben wir schon selbst Krieg er hat mit Kriegserklärung gedroht oder was ja ja hat er oder was er fragt ob ich ihn verarschen will aber ich sagen wir uns ehrlich ne ne weil du gerade was macht deswegen äh hier Kriegserklärung ich sehe hallo ich sehe wer sitzt am telefon hallo ja 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 äh ich weiß nicht ob ich ich weiß also jetzt no shit ich weiß von nichts könntest könntest du mir sagen wenn du mir sagst wer das ist dann gerne dann sag mir ich weiß von nichts das sag ich dir gerne das sag ich dir gerne das sind Leute die wir gefickt haben von euch und die haben ausgepackt über eure Aktion ja dann sag doch mal wer denn ja dann bringen sie doch alle mit die noch da sind dann sag ich dir wer es war bringen sie alle mit bringen sie alle mit lass uns treffen gewaltlos ich verspreche dir gewaltlos warum sollten die schau mal warum sollten die so ne scheiße sagen na aus der Nummer kommt ihr nicht mehr raus ihr habt bei uns geschossen was für ne Nummer jetzt ohne scheiße sag mir doch wer wer war wer erzähl dir so ne scheiße sag mir das mal dann lass uns persönlich treffen gewaltlos ich verspreche es dir mein wort hast du nein aber jetzt mein wort hast du auch sag mir doch einfach was los ist also wer erzählt dir so ne scheiße ich werde dich aufklären wenn wir uns persönlich treffen das verspreche ich dir ja klär mir jetzt auf und ich mach denjenigen kalt der dir so ne scheiße erzählt das kannst du gerne vor Ort machen lass uns persönlich treffen und ich pack aus vor Ort ok wo wollen wir uns treffen auf gehts sag mal wo wollen wir uns treffen bei euch auf dem Parkplatz das wird ne vater willst du dich allein treffen willst du dich mit mehreren treffen wir sind alle da und es ist gewaltlos ok und du meinst alles klar wir warten bei euch auf dem Parkplatz vor dem anwesen ja gut bis gleich bis gleich die wollen sich am Parkplatz bei uns vor dem anwesen treffen er meint das hat jemand ausgepackt von uns und der wird mir gleich sagen wer halten sie mal tanken bitte ja ich glaube ihm es nicht aber ist jetzt noch jemand im funk außer dem wo soll es bei mir sein warte 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 pass mal auf pass mal auf bleib mal stehen bleib mal stehen bleib mal stehen ja ich check jetzt das Tablet ja eh den hat sich nicht ausgetragen warte anwesen er meinte er hat er hat ein paar Leute mitgenommen und die haben ausgepackt habt ihr eben kurzzeitig irgendwen vermisst der sich nicht gemeldet hat also ich bin ganz ehrlich ich wüsste ich wer auspacken sollte er sollte ich tanke hier kurz im Kanister und wir tanken dann wo anders ich werde nicht hinter der Nutzer tanken ah er meinte die eigene und der sagt mir wer es war ja klar also was ich ich habe ich habe eher das Gefühl ich habe eher das Gefühl die probieren es nur zu provozieren so dass er so einen auf auf äh auf Ding macht warte mal warte mal warte mal warte mal da weißt du immer direkt von Anfang an dass sie zu 10 zu 20 sind sonst haben sie eh keine große Fresse das machen sie nur dann das hat genau deren Notzeit jetzt genau da weißt du ganz genau die kommen dann mit äh 15, 20 Leuten an da brauchst du gar erst ne Waffe ziehen das kannst du vergessen entweder wir fahren jetzt hin ne bei uns vor dem Parkplatz bei uns vor dem Parkplatz bei uns vor dem Parkplatz ja er meinte es die haben Leute von uns also er meinte er hat Leute von uns eingepackt und die haben dann ausgepackt so ja informativ das Kartell steht oben an der Tankstelle ja wissen wir ja wie viele sind es denn? wie viel siehst du denn? Hallo? ja wie viele sind die jetzt zurück da? warte ich ich frag nach der Helmboot ist an der Nähe nein 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 niemals nachkommen der Helmut hat mich jetzt gewarnt deswegen mach ich schon da näher wohnen ja niemanden fragen egal dann lass uns einfach gut wenn wir wensen sind äh sonst lass mich am Gelände raus ich spot irgendwie vom Dach runter ja lass uns beide denn bringt ja nix ne sollte irgendwas passieren dass ich halt schreien ich sollte die Killer Alaba vorbeirichten wollen will ok ich bin am anwesend ey wie viele sind jetzt noch außen stehend nur mehr nur mehr ah nur mehr ok alles klar ja bringt sich eh nichts also wir können das jetzt klären aber ich glaub ja wir können jetzt entweder die Ballern uns jetzt rum und stecken unsere Kriegbekleidung zu oder ja ich hab das ich hab das Gefühl dass es das ist aber dann ja schauen wir mal oder was auch lustig wäre wir verbissen uns einfach wir rufen die Polizei ey das ist nicht Spaß ey fahr mal hin ja beim Parkplatz vorne ja der oben wahrscheinlich habt ihr ein Treffen mit denen ausgemacht? ja aber ich hab so das ich hab so das Gefühl dass das kein richtiges Treffen sein wird 1 2 3 4 5 6 7 8 Autos das ist sowas von ne Falle ja ist wurscht aber auch die kommen halt die haben wie gesagt nur große Fresse wenn sie viele sind alle mit neuer machen oha das sind 5-6 Fahrzeuge das sind 8 Fahrzeuge wo ist wurscht ja ich hab ein Bild mit 5-6 das war rein das ist sowas das ist der Sound auf der Spinde auch pfffff Bleib gut aber bleiben es ist drüben hallo 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 so dass mein vertrauen dass mein ohr was ist los erzähl es mir bitte ist alles was von euch noch da ist aber so ich habe so ein vertrauen zu dir dass ich sage ich komme auch so mir ist das egal ja das ist gut so ich verlange eine entschuldigung von euch ich würde das wissen was vorgefallen ist und werde so eine scheiße kann dir der kollege hier mit sicherheit erklären jetzt red mal wasser war das eben im europa der er kann es mir erzählen einer thema wie gesagt ich weiß wo nicht zack was ist los was fällt euch ein in unseren mirror park zu kommen und uns zu überfallen verdammt noch mal sagt was ist was hat er gesagt sagt mir wer hat was gesagt du hast gesagt erklärt du hast gesagt schau mal pass mal auf der der gezwitschert hat wer hat gezwitschert verwechselt wer ist schmidt noch da ich hab dich gerade verwechselt schmidt noch da nein er ist nicht da schade dann hol mal larissa und edin hierher auch nicht mehr da auch nicht mehr da das ist sehr belastend es ist richtig belastend aus dem grund kann ich dir auch nicht helfen wenn ich frag und es sagt jeder ist nix und dann kommt die und die sagen eine scheiße wie soll ich dir helfen das heißt ich bekomme hier heute keine entschuldigung ist das richtig ich weiß nicht mal was vorgefallen ist nur mir sagst das vorgefallen ist kann ich dir helfen aber wenn mir keiner was sagen kann und warum und wem was haben wir schon mal was haben sie gesagt ich will wissen was sie gesagt haben erzähl mal klär mal solange die nicht da sind kann ich mir das gesagt hat ja sagen ja nachdem wir die weggebracht haben wenn wir die während ihrem überfall bei uns im rafak weggebracht haben ins ocean waren larissa und edin so gut und haben sich entmaskiert und warum die ganze scheiße weil jemand von und sie am rafak umgefahren haben soll rufen mich doch an wenn ihr was zu klären habt wo ist das problem müsst ihr dann leute bei uns im rafak hops nehmen wollen und zieht euch dabei beim nächsten mal wenigstens eine weste an pass mal auf edin und und larissa haben ihre maske ausgezogen so sieht es aus und die haben gezwitschert wie vögelchen okay weißt du was ich machen werde was wirst du machen ich halt mit den zwei reden und fragen was los was passiert ist dann kann ich das erklären wenn sich bei dir entschuldigen die zwei ja und alle anderen die noch dabei waren wir warten paar mehr es kann halt sein ich muss dir sagen wir waren heute wir waren heute 17 leute vorhin müsste ich schauen wer alles dabei war ich könnte hinkommen könnte hinkommen ich habe da noch was anderes also wie gesagt bin ich in der situation sprechen weg so dann stellt euch mal neben den großen chihuahua denkt ihr wirklich ihr könnt uns ficken denkt ihr das wirklich ich möchte immer einen schritt voraus noch immer ein schritt voraus das sind zwei leute die du jetzt entlassen wirst gemacht ja klar ja klar so läuft das ding nicht wir haben eine abmachung was wir was machen wer hat machen wir zwei was denn das wünschen dass wir uns nicht gegenseitig shops nehmen hat man heute gemerkt der war gut ich kann nur sagen ich weiß von nichts ich kann es ehrlich sagen jetzt mal besser dein maul ok zieht die masken ab jungs hola amigos eine falsche bewegungen die liegt alle einer nach dem anderen fang gerne mit liam an entlass ihn hier vor ort ja gehörst du zu den genauso ist es genauso ist es okay das ist immer einen schritt voraus mark also da muss ich dir ehrlich recht geben da bist du einen schritt voraus respekt dass du einen wie liam abziehst ach du scheiße aus du hast man uns wenn man so mit seinen leuten umgeht wie ihr mit denen umgegangen sein und bei uns erfahren die liebe weil wir sind eine familie ich bin nur etwas schockiert das steht dir lieben warum lügst du sie ins gesicht er lügt nicht erst ehrlich na ja er hätte auch einfach sagen können okay ich entlass dich alles gut ja ist das so geht ja nicht anders was willst du was willst du hier erzählen du weißt was eben abging und ihr ihr blatt outet verdammte azubis die gar nichts wissen was ist das hier für eine show stehe doch mal dein mann und wenn du das nächste mal leute von uns hobs nehmen willst sie deine fucking weste an und sei froh dass es heute abend keine klatserklärung gibt von uns glaube mir ihr geht unter glaubt es mir das mal auf darf ich dir was sagen also ich die schnauze du bist nicht in der situation mit dann halte ich meine schnauze aber ich bin deine scheiß hände runter was soll ich dir was sagen sagt mir was ich find's halt krass wie viele ihr jetzt seid aber weißt du ob du denkst ich hatte wenigstens die eier jetzt herzukommen ja das hast du absolut ich ja auch es tut mir nur gerade wirklich gerade im herzen weh einfach lieben so zu sehen das macht mich gerade echt entlass ihn pass auf ja klar mache ich also so einfach geht es ja nicht vielleicht siehst du ihn ja irgendwann mal in braun so vielleicht geht das nicht ne war es gut so zu entlassen kommenter und jetzt gerne noch mal zu dir na stehst du auf der richtigen seite ja bist du sicher bist du ganz sicher und ich frage ich jetzt noch mal was aber das hatte dein anderer chihuahua mal ganz besonders erklärt keine cops ja wir haben die nicht gerufen wir werden unsere leute geholt hat uns abgeholt und ich sage nicht wahrscheinlich in eurer firma beworben mit einem lebenslauf oder so einem scheiß was das meinst du die zwei mann zu erzähl mir was ihr seid seid ihr eine firma seid ihr eine gang seid ihr eine bande ich weiß es doch nicht mehr mittlerweile sagt mir was ihr seid ihr habt dazu bis ihr habt irgendwelche manager by the way jetzt ein director und manager weniger was seid ihr weißt du was mir was ihr seid ich bin grad einfach nur hart enttäuscht also ich bin grad richtig hart enttäuscht das ist für mich völlig in ordnung und ich bin glücklich weil das sind zwei rubine so und jetzt jetzt kniet ihr euch auf dem boden und nimmt die hände hinter den kopf alle fünf und ihr bleibt hier so lange sitzen bis wir weg sind verstanden eine falsche bewegung einschluss und ihr habt noch heute im krieg alles klar wir haben sie nicht gerufen ja ja also ich bin grad sowas von enttäuscht von liem alter ich bin so hart enttäuscht worden also jetzt scheiß mal auf die ganze situation dahingestellt ich bin grad übelst enttäuscht von liem wir hatten einfach wir hatten zwei 31er bei uns wir hatten zwei 31er die fürs kartell gearbeitet haben ich bin enttäuscht alter krank das ist geklärt so für euch genießt die show ist voll alter aber wie ich gesagt habe nur dicke eier wenn sie viele sind ist leider so aber ne das also das mit liem ist alter enttäuschung ich werde sie beide umlegen ist mir scheiß egal chill mal also ich hab's ich hab's halt von ich hab's von allen erwartet nur von denen nicht ne ich hab alles erwartet nur das nicht ne bleib noch wenn sie noch mal aussteigen schieße ich ihnen ins gesicht ist mir scheiß egal chill mal chill mal ich hab euch ich hab euch aber gesagt ich hab euch gesagt das wird sicher sowas sein aber ja scheiß doch ey es ist alles gut wir wollen gar nicht drüber reden wir wollen gar nicht drüber reden alles gut uns geht's super ist unser recht oder oder müssen wir es wurde weder was abgenommen noch sonst irgendwas ja wir wollten nur kurz was klären das ne es ist alles gut es ist nichts passiert es ist nie passiert das alles ja sind sie sich sicher ja alles alles 100% sicher uns geht's super wir sind froh dass wir mit dem sind ist bei euch alles gut ja einigermaßen eher enttäuscht wir haben ja einen superaufgang kannst du sie aus dem e-mailverteiler entfernen ja am besten direkt ja müssen wir ja auch was soll er tun alleine soll er alleine gegen 30 Leute das Feuer öffnen ne kannst du das bitte jetzt machen ich geh sofort ins Lager ich geh sofort ins Lager ja das tut weh im Herzen aber man sagt Reisende soll man nicht aufhalten man soll es mir einfach ins Gesicht sagen und sich verpissen denk ich mir sollen sie es halt sagen wenn sie hier nicht zufrieden sind hätten wir auch anders klären können das ist mein Leben der hat heute morgen noch am Hauptplatz mit uns mit uns scheiße gebaut ja beziehungsweise heute Mittag ja aber weißt du das es hat sich weißt du ich bin froh wenn die den nehmen weißt du warum wer einmal 31 ist bleibt immer 31 oha was passiert kriegst du noch gleich gesagt gibt gerade ein wichtiges weißt du was das krass ist also das Lager wurde nicht angerührt zum Glück die wissen zum Glück nicht dass Liam eigentlich für uns arbeitet ne echt jetzt mehr sage ich nicht ok geh mal runter aber ey das tut das tut weh jetzt ja das tut weh das tut wirklich sehr weh und du musst sie aus dem Führungsetagen Chat auch separat rausnehmen glaube ich Marc ja klar ich hau mal sie mal raus ne ups hau mal sie mal raus ist da Führungsetage ich hab nichts gehört ich hab nichts gehört Ruhe ne wo ist das hier Führungsetage äh äh wo ist denn hier die Führungsetage ja oh das tut halt schon weh ne na wo ist denn das na wo ist denn das ich glaub das hat schon wer gemacht ne wie das aussieht das hat schon wer gemacht ja ich glaub das hat schon wer gemacht ne doch nicht warte ja und bing 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 und irg So, das haben wir auch. Na wo ist er denn, ich bin zu blöd dafür, sorry Leute, ich bin grad zu blöd. Ich mach das sonst später, ich lass es sonst später machen, weil ich muss auf den Namen draufklicken, ich will jetzt nicht in die Suche reingehen, ich mach das später. So, dankeschön an Firefighter112, grüße dich, bin auch wieder da, hast du meine Nachricht bei Instagram gelesen gehabt, bist der Beste. Hab ich nicht, werd ich aber nachgucken, alles gut. Wollen wir P-Chat anmachen, ich glaub wir sollen wir P-Chat anmachen, ne. Ach Leute, hört auf zu beleidigen jetzt hier, das ist RP, das ist RP, lass doch das arme Kartell in Ruhe. Die machen auch nur ihr Ding. Ja, fand ich so schwach, obwohl die zwei nicht schwachste ausstehen. Alles gut Jungs, ist doch alles nach Plan verlaufen. Ja, gut. Ich find's eigentlich richtig krass, weil, naja gut, dass wir, also dass Niklas und ich sich ständig beweisen müssen, das ist uns klar. Aber, ob ihr mir das glaubt oder nicht, wir sind, dadurch, dass wir hier sind und dadurch, dass wir die Chance haben, wir sind wahrscheinlich zu 1000% Royaler als irgendjemand anderes. Und wir wissen, was die Sammhalt bedeutet. Ganz helle Leute, ich weiß jetzt absolut nicht, was ich davon halten soll, gell. Die Zeit wird's bringen, einfach abwarten, einfach chillen. Ich mein, Liam hätt immer nie gedacht, gell. Ja, passiert. Ich mein, er hat sich zwar über jedes Maul zerrissen, über Wins und so weiter, ja. Wenn er befördert worden ist und er nicht, aber... Du, einen Reisenden soll man nicht aufhalten. So sagt man das doch so schön, oder? Also ich bin mir schockt, weil ich mit Liam auch viel zu tun hatte. Ja, ist jetzt... Also ich, ich bring sie beide um, wenn ich sie sehe. Nein, 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 nicht umbringen, nicht umbringen, passt doch. Einfach, einfach auf Chilli-Milli lassen. Passt schon. Ja, ich weiß nicht, ob die, die wollten irgendwie eine Kriegserklärung, dies, das. Ich mein, können sie, können sie haben, wenn sie wollen, aber wenn sie jetzt ja rumschießen müssen draußen. Einfach ignorieren. Einfach ignoring. Ja, aber passt schon. Das... Ich sag nicht, umbringen kann gar nichts. Sollen sie halt, sollen sie halt drüben sein, ne? Passt schon. Ich bin, ich bin noch... Weißt du, ich bin ihm auch nicht mal böse, weißt du? Ich bin nicht mal böse. Sonst, was sie uns jetzt im Endeffekt abgesaugen haben, waren 300 mehr Pfosten, die ihm noch angekauft hat, was sein Fahrzeug hat. Ja, passt so. Aber das Lagern sind nicht... Du hätt ich an seiner Stelle genauso gemacht. Kommt ja besser rüber. Ich sag's aber, ich sag's aber ganz ehrlich, an seiner Stelle hätt ich's Lager auch noch leergeräumt. Naja, hätte er machen können theoretisch, ja? Ja eben. Ja, aber das... Ja, war ja nicht vor ein paar Tagen erst das Problem, dass wir mit den Lagerständen nie so klar waren. Oder hat sich das mittlerweile gelöst? Nicht, dass das damit zu tun hatte? Ne, ne, ne. Aber er hat's Lager nicht geleert, weil es seien die Diamantboxen... Ah, die Goldbahn unten, das ist das Kusch. Über 3000 Kusch nach unten, das hat er nicht geleert. Obwohl er's können hätte. Boah, vor allem wäre meine Höherposition. Hey, wenn du jetzt nicht fall dein Messer weg, du hast ja mich weiter nervös war. Dann fang ich mit dir gleich an. Ne, aber... Aber einfach lieben lassen, pass schon. Einfach... Einfach drauf ankommen lassen. Lass ihn einfach sein Ding machen. Ich sag, es hat ja alles seinen Grund. Hast du den billigen Ablaubeversuch mir gegenüber gesehen? Ja, was? Den billigen Ablaubeversuch an mir? Ja, ja, ja. Können sie machen. So traurig. Da bin ich mir sicher, dass ich auf der wichtigen Seite stehe. Jawohl, wir wissen, ich lieber, keine Ahnung, zum FD wechseln. Na, weil wenn ihr jetzt sagt hätt, na, ich will auch zu euch, dann... Hätt er mich auch gleich mitgenommen erst. Ich schreib's immer noch nicht. Der Liam hier ist... Er steht zum Kartell. Ja, ja, ja. Ja. Ich schreib's nicht. Ich krieg's den Schädel nicht rein. Ja, warum denn wohl? Was wird er denn da wohl machen? Ja, da hätt's ja die letzten Tage immer mit dem Katalog kennen, gell. So mit der Bruna, mit Jenny und so, ja. Ja, warum wohl? Ja. Hm. Immer ein bisschen weiter denken, was dahinter steckt. Ich hab ihn gleich mal umgespeichert im Handy. Aber einfach... Einfach links liegen lassen, passt schon. Dann würd ich's dir empfehlen, nochmal einen E-Mail-Verteiler reinzuschreiben, weil ich glaub, viele würden das nicht machen. Ja, wie gesagt, lass selber links liegen, du. Einfach auf keinen Stress aus, sollen sie machen. Das kannst du uns halt jetzt sagen, aber... Aber überleg mal, haben wir mal irgendwen vom Kartell abgeworben? Ne, die kamen immer so zu uns von selber, ne? Aber auf Respekt-Basis. Boah, aber weißt du, ich vermisse es so ein bisschen, wo wir noch ein bisschen gegenüber... über Respekt hatten. Gut, ich mein, Respekt in der Hinsicht, dass wir heute nicht abgeknallt wurden, aber passt schon. Ja, ich wollt grad sagen, wir waren kurz davor, dass wir abknallt werden, aber die waren wirklich kurz davor, dass der Waffe jetzt hier... Nein, das wär dumm gewesen, vergiss es. Du, ich hab auch gesagt im Auto, die werden jetzt da zu 10, zu 15 ankommen. Äh, die wissen ganz genau, dass wir jetzt sicher nicht so viele sein werden, die haben eh geguckt. Du, ich hab gesagt, ich lass mich jetzt einfach drauf ein, scheiß drauf, ich werd jetzt meine Eier schaukeln lassen. Und wenn's so kommt, dann ist es so, ich muss... Ich kann, also ich will nicht die Eier einziehen und da sagen mir so, nur weil ich jetzt... Weil so, ich bin nicht das Kartell, sag mal so, ich bin nicht das Kartell, wenn ich wenig bin, dass ich nicht rauskomme. Dann komm ich aus meiner Hundehütte raus, sag Hallo, was ist, was gibt's? Aber du musst jetzt ja sagen, es war gut, dass wir hinkbar und sein, weil schon wär das Spiel wahrscheinlich noch länger gegangen mit den beiden. Ja tu, ich bin froh, das ist jetzt so, das passt doch. Und hauptsache davor in Schmid, die Larissa und die Edin die scheiße reiten, gell? Ja, ja, wollen sie, ist ja alles, ist ja alles, wissen wir schon. Vor allem, ich hätt halt alles geglaubt, nur bei Edin, das hätte ich im Leben nicht gegeben. Ja, vor allem haben wir da wieder das Problem, gell, dass wenn's jetzt bei der Version bliehen wären mit Schmid, dass er wahrscheinlich kein Problem koppelt, weil das Ex-Cop beworstellt. Ja, wir sind halt Ex-Cops und die wollen das nicht. Aber weißt du, das Kartell hat doch auch massig Ex-Cops oder nicht? Ja, sicher. Die stehen zur Hälfte aus Ex-Cops. Ja, und er fragt uns, was wir sind. Die Hälfte von denen aus Ex-Cops. Aber weißt du, ich glaube, er wollte so ein bisschen ein Machtwort sprechen. Wie gesagt, man muss ja irgendwas kompensieren, wenn man so drauf ist. Irgendwas kompensiert man ja. Sonst bist du nicht so. Ich weiß noch, weißt du noch damals die alten Karteller? Boah, die waren geil. Die waren richtig geil drauf. Weil mittlerweile ist es für mich, ich weiß nicht, das ist für mich kein Kartell mehr. Für mich ist das so ein bisschen Kindergarten geworden. Es ist halt immer so ein, ich weiß nicht, immer so ein Pfarrer-Beier-Geschmack. Aber schade, dass man sich nicht einfach die Hand schütteln kann und sagen kann, hallo hier, passt. Wir machen Geschäfte miteinander und gut ist. Aber kann man halt nicht, wenn Leute halt einen dauerhaft hintergehen müssen. Aber ja, passt schon. Dann sollen sie Spaß haben. Sollen sie Spaß haben. Was ist jetzt die weitere Vorgehensweise? Ich lass sie einfach in Ruhe. Die werden schon wissen, was sie davon haben. Also das Kartell wird schon wissen, was sie davon haben. Also keine Rache-Gelüste, nix. Nein, nein, gar nichts. Nein, 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 lass sie einfach, einfach lassen. Wohl, Rache-Gelüste habe ich genug. Nein, lass die zwei einfach. Nein, ich tue es ja nicht. Nein, ich tue es ja nicht. Ich tue es ja nicht. Aber ich sage nur, Rache-Gelüste habe ich durchaus doch komplett. Klar, aber lass sie einfach. Ja, ja, lass sie einfach. Es könnte vielleicht noch hilfreich werden. Einfach lassen. Die machen jetzt der Ding dort und gut ist. Vielleicht merken sie ja, dass es da weniger Spaß macht. Nee, wie gesagt, das einfach lassen. Ein bisschen, die sollen ein bisschen dort rumprobieren. Die werden schon sehen. Einfach lassen. Das wird schon. Das wird schon. Das, was ich gerade extrem bereue, ist, nachdem dieser Sanchez zu mir gesagt hat, verpiss dich, trägst 1,07er. Ja, ja. Ekelhafter 1,07er oder irgendwas. Ja. Ich hatte ein Messer einstecken und da war das alleine. Ich habe erst kurz überlegt gehabt und dann dachte ich, nee, mach das nicht, das bringt Schaden. Mach das nicht. Einfach, einfach. Du. Einfach. Die müssen was kompensieren. Die sind unglücklich. Die werden schon wissen, warum sie so sind. Aber einfach lassen. Für mich ist das halt immer noch Kindergarten so. Weißt du? Immer noch so ein bisschen Kindergarten. Ich sage euch ehrlich, wenn es passiert, dass wir irgendwann mal das Geisel haben, ein falsches Wort und die haben sofort eine Kugel im Schädel. Ja, klar. Ich weiß, das ist jetzt unpassend, aber der Herr Ritter, der hat mich jetzt mal gefragt gehabt, ob er abgelehnt worden ist jetzt. Abwarten? Ja, da ist der Ryan, da ist der Ryan, da ist der Ryan absolut dagegen. Also absolut dagegen. Informativ für die, der Helmut Ritter, der 80-jährige, ist an sich eine coole Socke, der hat sich bei uns beworben und der Ryan hat halt gesagt, na, jetzt ist ihm zu alt. Der 80-Jährige? Ich hätte das lustig gefunden, den mal auszuprobieren, aber. Ja, weil es ist ein extrem cooler Typ und alle, der ist ja auch extrem lustig. Das habe ich halt zum Ryan gesagt, oder Ryan hat halt gesagt, na, wir sind ein Pensionistenverein, er ist ihm zu alt. Okay. Der macht nur Scheiße. Ja, aber geile Scheiße. Ja, der kommt auch immer weg irgendwie. Der baut an, der, der, der kocht, der macht alles und kommt immer weg. Ich selber, ja, ich kann nur ein gutes Boot einlegen. Ich habe sehr, sehr oft schon mit ihm zusammen angebaut oder gekocht. Ja, klar. Manchmal ist er ein bisschen senil, ne? Okay, aber. Ja, aber wir sind auch geäuß. Das hat er in diesem Fall am rechten Fleck. Ein bisschen senil ist Gambino auch. Wir sind ja auch das Geäuß, der ist mega geil da auf der Typ. Du hast Gambino gerade nicht mit einem 80-jährigen senilen Opa fest. Das ist fast dasselbe. Wenn er, wenn er nen nennt oder beziehungsweise wenn er sagt, es passt, ne? Dann sagt ihm das wenigstens. Er macht sich da echt ne Raste drüber. Kamino und Don, wir haben nichts gescriptet. Das ist alles gerade so passiert. Ich denke, das wäre auch nicht mal so schlimm für ihn, aber. Wir haben nichts gescriptet. Es ist alles, äh... In gewissheit, ob es denn so ist oder nicht, das ist halt für ihn wahrscheinlich unerträglich. Es ist alles real, was hier passiert. Bei uns gibt's kein scriptet. Deshalb, es passt alles. Ist verboten auf Erdall. Da müssen wir selber warten. Die Wichser wollten die Beine hart abwärmen. Warte mal. Die lassen mir zerstört abwärmen von denen und dann hintergehe ich... Aber das Kartell macht gutes RP heute. Ich find das... Ich fand das heute mal schön. Ich mein, im RP find ich's Kinder geil, aber ich find's schön. Die haben heute richtig schick das RP gemacht. Genau, Respekt raus. Ich darf sich halt abgeknallt von denen. Weil ich dem das Gesicht gelobt hab. Also da muss ich sagen, heute mal Respekt ans Kartell, dass die nicht hier geschossen haben, sondern... Aber wir haben ja auch Respekt. Das passt schon. Aber ich fand das RP heute echt geil. Da geht Kuss raus ans Kartell. Die Leute immer so mad sind direkt. Das war heute schon geil. Oh, ich kütze das gerade so an, ne? Also... Du, ganz ehrlich, wir haben wichtigere Dinge zu tun. Lass die dort sein. Ihr sollt ihr Ding machen. Ist okay. Wir haben wichtigere Sachen, weißt du? Es gibt wichtigere Dinge im Leben. Ich hab damals mit Liam bei den Bikern gekündigt. Sei doch einfach froh, dass das jetzt... Sei doch einfach froh, dass das jetzt unten durch ist, okay? Einfach froh sein. Wir haben wieder mehr Plätze frei. Da können wieder Leute aufstocken. Schau, wir können jetzt wieder Leute befördern. Das ist ja auch immer die positiven Dinge. Ich sag immer, wo eine Tür zugeht, geht irgendwo eine neue auf. Das ist... Das ist... Bei einem Freddy ist das doch genauso. Wenn die Tür zugeht, geht mal wieder irgendwo eine neue auf. Das ist... Es gibt immer was Neues. Wollt scheiß mal auf die zwei. Da kannst du erst mal drauf kacken gehen. Wenn wir den jetzt nachheulen, ganz ehrlich. Ich bin kein Mensch. Wenn ich ein 31er hab. Gut. Ihr wollt den jetzt zwischen die Augen schießen. Aber ich sag dir ganz ehrlich. Früher oder später wird sich das für unsere auszahlen. Ich... Ich... Weiß das nicht, was ich mich frag. Klar, ne? Er hat jetzt uns alle hier komplett hintergangen. Aber wie kann denn das Kartell jetzt bei so jemanden so sicher sein? Wenn du dich genug einschleimst, dann kommst du schnell ins Kartell. Glaub mir. Muss ich nur ein bisschen einschleimen. Die wollen... Aber die müssen doch jetzt mit dem Wissen leben, dass sowas ist. Die werben Wolfi ab. Hast du nicht gemerkt? Dir ist das scheißegal. Er war nicht dabei. Er war nicht dabei. Ach so. Er war nicht dabei. Ach okay. Du warst am Grundstück. Ah okay. Die haben Wolfi abgeworben. Die... Die würden... Die würden hier jeden nehmen. Glaub mir, wenn hier einer gehen würde, die würden direkt. Den ist doch scheißegal. Die fährst du ein bisschen ins Poppelach. Und dann sagen die, ja komm ins Kartell. Wir sind so gut. Wir sind so... Wir sind so geil. Das geht direkt. Zu ihm vor wie die Doni hat sich grad so vor mir hingestellt. Und hat zu mir gesagt... Wie hat er gesagt? Bist du dir sicher, dass du richtig bist? Mhm. Und dann hab ich zu ihm gesagt, ja ganz richtig. Und er hat gesagt, bist du wirklich sicher? Und dann hab ich gesagt, ja ich bin richtig. Was ist das auch richtig? Nein, dass ich umtreten bin. Dann ist schon gegangen. Bezwecken wollte damit, dass ich sage, nein ich bin da nicht richtig. Damit er mich auch noch mitnehmen kann. Ekelhaft. Ekelhaft. Wirklich. Kennt ihr das, wenn man in Hundescheiße tritt? Und obwohl man alles getan hat, um die loszuwerden, stinkt es immer noch? Genau so was ist das hier. Du aber, wie gesagt, macht euch da jetzt keine Sorgen. Seit früher oder später wird sich das Kartell von innen heraus zerstören. So wie das aussieht. Die nehmen, also schau mal, die nehmen einen Liam auf. Wie du auch sagst bezüglich Vertrauen. Ich sag dir ganz ehrlich, das geht von hinten los. Es wird so passieren. Das ist, äh, das ist fortprogrammiert. Ich wollte grad sagen, das ist positiv ist. Sie haben die zwei größten Querulanten bei uns aus der Management Ebene gerade abkommen. Ich heule niemanden hinterher. Du weißt du, man kann auch, man kann ja auch herkommen und sagen, du ich geh jetzt einfach. Ja gut. Aber kommt halt nicht so cool, ne? Ja gut. Wenn das wissen wir gleich wollen, dass in der Position keiner sagen kann, er geht jetzt und er kann gehen. Aber ihr wollt den, ihr wollt den, ja ich würd grad sagen, ihr wollt den nicht mal ein Plattout geben. Nein, nein, nein. Lassi, glaubt, vertrau mir. Er ist ordnungsgemäß gekündigt worden. Vertrau mir, ich hab ihn gekündigt vor seinen Augen, ich hab das auch gemacht, weil ich das auch wollte. Ich wollte, dass er gekündigt wird. Aber glaub mir, früher oder später wird das noch ein Nachspiel für dich haben. Aber lass dir einfach, lass dir einfach. Das ist eine rein rhetorische Frage, gell? Ja. Angenommen, die gleiche Situation wie wir jetzt da oben waren, gell? Ja. Hätten wir's jetzt da rein theoretisch plattarten können? Hm. Also wenn wir jetzt gesagt hätten, dass sie's dein Plattout und sie erschossen hätten. Wär nicht schön gewesen. Wär nicht schön genug gewesen, aber ja. Ich fand's halt nur heftig, dass wir halt so krass gezwungen wurden, aber du, ich war ja drauf vorbereitet, dass sowas passieren wird. Aber, ja gut, das war halt schon ein bisschen heftig, klar. Aber wie gesagt, lass dir, lass einfach machen. Die, die sollen ja Ding dort durchziehen und früher oder später werden sie sich nochmal anschauen, dass sie einen riesengroßen Fehler gemacht haben. Aber einfach, einfach, einfach lassen. Lass sie einfach ziehen. Das ist das erste Mal, dass ich's drüber sage, aber einfach ziehen lassen. Wirklich. Die zerstören sich von innen heraus. Glauben wir das. Das Kartell denkt immer, sie sind einen Schritt voraus. Dann sind wir dir noch einen Schritt voraus. Einen dritten Schritt. Den Poliz warn sie's, leider. Ja. Ja, wenn du denkst. Ja, wenn du denkst. Ja, ja. Ja, gut. Wie gesagt, einfach abwarten, Tee trinken. Ja. Gut. Ich bin jetzt einfach nur happy, dass das einfach funktioniert, dass ich das einfach durchgekommen bin. Ich bin grad einfach nur happy. Wie gesagt, wenn die wieder Stress machen. Und die ganze Zeit lass, lass dir was Stress machen. Irgendwann ist eh, ist eh aus, weißt du. Einfach Stress machen lassen. Wirklich einmal schauen, dass wir wieder mal ein paar aktive Leute rekrutieren werden. Ja, aber du siehst ja, am Abend. Wir waren ja auch heute 17 Leute. Kartell hat halt immer dann große Eier, wenn halt die Zeit dann schon 0 Uhr schlägt, wo bei uns die Leute schlafen gehen. Vielleicht, dass wir schauen, dass wir Leute anwärmen, die auch am Abend mehr da sind. Da können wir auch ein bisschen was gegen das Kartell mehr machen, wenn's mal sein sollte. Weil die halt immer am Abend da sind. Bei uns sind ja immer alle so früh da. Da müssen wir halt gucken, ne? Weißt du, was die beste Möglichkeit wäre? Das Problem ist, jetzt sage ich da halt ganz ehrlich, gell? Dass der Ryan teilweise bei den Bewerbungen noch ein bisschen strenge Linien fährt. Also so wie bei dem, der ist ins Alter, der fällt schon raus. Obwohl er die Person selber nicht einmal kennengelernt hat. Was was ich meine? Jaja, da müssen wir eh gucken. Ich mein, ich find's prinzipiell gut. Aber in unserer Situation sollte man natürlich noch auf die Bewerber ein bisschen mehr eingehen. Ja. Ne, aber, aber, ähm, zu meiner Linie am besten wäre, wenn wir wirklich schauen, dass wir auch Leute finden, die auch spätere Uhrzeit da sind. Weil mir halt auffällt, wenn's dann so, ich sag mal 20, 21, 20, es nimmt halt extrem ab, ne? Dass wir sagen, wir suchen uns wirklich Leute. Am besten guck mal jetzt um die Uhrzeit. Also wir schauen einfach mal, wer ist so ein bisschen da, ein bisschen was im Auge behalten. Und wenn du uns ja positiv... Das wäre ja zum Beispiel Retter. Ich wollte gerade sagen, der ist schon zum Jumann. Der hat mich jetzt schon dreimal angerufen in kürzester Zeit. Als Beispiel, schau mal. Du fährst vielleicht ein bisschen durch den Hauptplatz rum, guckst mal ein bisschen rum. Wer schaut attraktiv aus, so dumm es klingt. Dann guckst du, es ist 0 Uhr. Ah, der ist um 0 Uhr auch da. Ja, wir brauchen Leute, die um 0 Uhr da sind. Weil, wenn wir immer wen haben, ähm, Leute, die früh da sind, Leute, die später da sind, ist erstens fürs Geschäft gut, weil immer wer da ist. Und zweitens auch, was die Präsenz angeht. Wie wir jetzt hier aufgetreten sind, ist ja traurig gewesen, so auf unsere Art und Weise. Aber, ähm, genau aus dem Grund, wir sollten ein bisschen gucken, dass wir eben Leute finden, die auch am Abend wirklich da sind. Die auch wirklich auf Bock haben. Weil man merkt halt, dann hat man auch gar keine Lust mehr viel was zu machen, wenn man einfach nur noch zu wenig ist. Das ist halt wichtig. Andere Frage. Ja. Willst du noch was zum Lachen haben heute Abend bei einer Holiday in Riet her, dann kannst du mit ihm mal reden. Ist der nett? Ja, der ist extrem. Der ist superhaft. Dann bring den mal her. Da hast du wirklich was zum Lachen am Abend noch zum Abschluss. Wollfe, darf ich noch anrufen? Ich bin schon dabei. Okay. Ach, schön. Ich werd mich schlafen legen. Ich... Helmut! Da ist Helmut! Hallo! Du kommst damit nicht klar? Nehm es dir nicht so zum Herzen. Schon, aber es macht trotzdem fertig. Nehm es dir nicht so zu Herzen. Und das war ja auch... Ja, perfekt. Ey, sei froh, dass die nicht mehr gemacht haben. Überleg mal. Schick drum in den Standort. Ja, bin ich. Ja. Ich hab auch zu Wolf eben schon gesagt. Und sei froh, dass sie so gesehen jetzt weg sind fürs Erste. Das ist einfach... Weißt du das, dass diese Brut draußen ist. Die hätten dir noch viel mehr machen können theoretisch. Überleg mal. Warum haben sie es nicht gemacht? Da hatten sie sicher ein bisschen Respekt noch gehabt. Sonst hätten sie sicher noch was anderes gemacht. Dumme Orng vollmarkt. Ja. Wenn er dann da ist, frag ihn nach seinem Kampfschrei. Kampfschrei? Oh Gott. Oh ja, bitte. Du bringst schon ab. Du bringst schon ab. Was ist ein Kampfschrei? Es ist ein Kampfschrei. Es ist ein Kampfschrei. So wie die Indianer. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Ach so was okay, ja, ja. Das ist ein Kampfschrei. Du bringst schon ab. Ach, ein Kampfschrei. Ja, Kampf. Ich hab Kamm wie Kamm. So ein H-Kamm habe ich verstanden. Nein. Mit BF und Plus. Ein Kampfschrei. Ja. Ich denk mal, was ist ein Kampfschrei? Ein Kamm, der schreit oder was? Nein, Kampf. Okay, Kampfschrei. Gut. Ja, war schon mal soweit. Warum, warum nicht? Wenn's passt, dann passt. Wenn ein lustiger Dude ist. Ja, er war auch vorn der, der direkt mich angerufen hat. Ey, Karl, pass auf. Hier oben an der Tankstelle bei euch. Kurz bei, in der Nähe von eurem Anwesenden. Also, beziehungsweise bei deinem Anwesenden, wo du wohnst. Äh, Haufen Kartellfahrzeuge. Sei es auch vorsichtig. Und da hab ich halt auch gleich gefragt, hier, wie viele, das sehe ich nicht. Und warte. Und dann hat er mir direkt ein Bild geschickt und alles. Und gesagt, ey, die verlegen, die fahren zu euch. Also, das ist absolut krass, was der auch an Arbeit leistet für uns. Nein, das muss ich auch so sagen, wie es ist. Ja. Ich finde den Weg zu 7 geht falsch. Überhaupt nicht. Du, seitdem wir das jetzt umstrukturiert haben, läuft das Geschäft wieder 1a. Es läuft seit langem wieder. Wir waren, wir waren davor viel schwächer. Wo wir das gemacht haben, wo wir so undercover bleiben wollten. Das lief richtig beschissen. Seitdem wir das jetzt umstrukturiert haben, funktioniert das tausendmal besser. Und man muss auch sagen, wir hatten jetzt, äh, ein Ding hier, äh, Freddy schon so lange jetzt in der Leitung drin. Wenn jetzt wer Neues kommt. Und das Stammkunde, oder? Also, wenn man mal umstrukturiert, why not? Das Stammkunde, oder? Das Stammkunde, ja gut. Das Ding ist nur am Abend. Äh, das hat man auch im Krieg gemerkt. Wisst ihr noch, wo der Gangkrieg war, zwischen Kartell und all zu schieben? Am Abend wird's dann immer schwach, ne? Dann haben sie ihn gekündigt. Naja, zu allem. Aber so am, 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 so um 18 Uhr ist sau viel los bei uns zu sehen. Da kommen wirklich 17 Leute, waren Leute da. Wo sie gesagt haben, ja, nö und was, nö. Aber dann am Abend, so um 0 Uhr, 23 Uhr, 16 Uhr ab, sodass Kartell halt noch viele Leute hat. Kartell hat davor wenig Leute, dann viele. Bei uns ist es genau umgekehrt. Das ist halt Kacke. Das ist fürs Kartell Kacke, wenn wir einen Krieg haben. Das haben wir damals auch mitbekommen, wo wir dann zu dritt waren und wir waren schon 17 Leute. Und andersrum ist es für uns Kacke, dass dann am Abend, äh, bei uns die Leute, äh, dann zu 4, zu 5, zu 6 sind und als Kartell dann 17 Leute hat. Was? Das ist halt, ist irgendwie blöd, ne? Aber so ist das leider. Also für beide Seiten ist es eigentlich beschissen, muss man ehrlich sagen. Es gibt kein Optimum. Also sag ich, wir sollten Leute anlernen, die auch am Abend da sind, weil dann gleicht sich das super aus bei den zu 7. Also noch der Harrys. Also ich finde unsere Vorgehensweise ist nicht so schlecht. Gucken wir mal. Helmut ist unterwegs. Perfekt. Boah, da kann ich den Witz bringen, was ist das Gegenteil von Helmut? Dunkelmut. Dunkelmut. Darkmut, ja, Kinder. Ja, der ernannt sich ja selber schon Darkmut. Okay. Da ja wei. Wie gesagt, ich geschlafen. Passt auf euch auf. Ja, schlafen wir uns. Schlafen wir uns. Das ist eben von 47 Fahrzeug bezahlt. Aber ob der Gegenkriege... Ich weiß nicht, ob wir einen kriegen. Also ich glaube, es bahnt sich langsam mal in Ahnung, nachdem ich den angelogen habe ins Gesicht. Ja, ja. Und wird sicher was kommen. Ich habe das Gefühl, da kommt was. Da kommt ein riesengroßer Zug auf uns zu. Und zugerollt. Ne, aber das, das, solange das so ist mit dem, das am Tag wir viele haben und in der Nacht die viele haben, ist halt blöd, ne? Auch was den Krieg betrifft. Ich habe keinen Plan. Ich... Ich gehe mich mal hier auf wie ein 80-Jähriger. Oh ne. Ein 80-Jähriger. Ja, da habe ich es. Ja, da habe ich es. Ciao. Kein Nachspiel, sonst war das eben nur das kleine Feuerwerk. Machst du das in den Verteiler gewesen? Sollen wir noch waschen oder sagst ihr ne? Okay. Wenn es ein Grund ist, dann geht es dir ganz normal, ja? Ja, nur weil wir keinen Werbung geschaut haben. Also ich schreibe jetzt Toni alles gut. Ich habe kein Interesse auf ein Nachspiel. Respekt an dich und deine Leute, habe ich geschrieben. Ein bisschen Demut zeigen. Ich habe jetzt mal Toni geschrieben. Ich habe dir mal ein bisschen Demut gezeigt. Das erste Mal mit dem Leben. Okay. Hast du schon geschrieben? Er hat mir geschrieben. Kein Nachspiel, sonst war das eben nur ein kleines Feuerwerk, Amigo. Lo? Ich kann das nicht lesen. Lo sambemos todo. Oder todo. So, dann habe ich geschrieben. Alles gut. Ich habe kein Interesse auf Nachspiel. Respekt an dich und deine Leute. Gracias. Yus saludos, Marc. Du, aber ganz ehrlich, erstmal heute muss ich dir ernsthaft sagen, auch wenn er so ein bisschen so ein überheblicher Typ ist, heute hat er auch ein bisschen so Respekt gezeigt. Respekt gezeigt, ja. Er hätte uns abknallen können. Ja. Er hätte. Aber er hat es nicht gemacht. Und dafür respektiere ich ihn. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Hast du Gläser im E-Mail-Verteiler? Ne. Leer sonst mit Marc auch mal die offenen Bewerbungen ab, was er davon hält. Denke wir fahren da jetzt eine andere Linie. Ich will 1.07 wieder zur Staatsmacht machen. Können wir durchziehen. Dann ziehen wir das ab heute durch. A volle Kanne. Aber bei uns gibt es kein Abwerben, ne? Na? Das gibt es nicht. Wir ziehen das auf unsere Art und Weise durch. Aber dann bauen wir auf. Wichtig. Also. Am Tag läuft gut soweit. Geschäfte laufen derzeit auch noch immer gut? Oder hat es abgenommen? Perfekt. Geschäfte wieder perfekt am Laufen. Perfekt. Das ist gut. Weil das lief jetzt ein halbes Jahr beschissen. Also wie gesagt. Ein Kunde nach einem anderen. Wenn wir Wagen schalten. So zwischen 16 und 18, 19 Uhr. Gernens uns die Bode ein. Okay. Das passt. Wichtig ist. Wir brauchen Leute, die am Abend da sind. Ja. Die jetzt. Ich sag mal. So bis 0 Uhr passt schon. Schau. Da kommt ja schon unser. Ja. Dann machen wir das. Ja sicher. Servus Helmut. Sie sind jetzt der 80 jährige Helmut. Ja. Ja. Eigentlich bin ich ein bisschen jünger, aber auf meinem Ausfall steht leider 80 und ich bin 80. Du Helmut. Ja. Ja. Mit uns hast du das Gespräch schon gehabt, gell? Aber du darfst jetzt gerne mal bei diesen Herren gründlich genau vorstellen. Mhm. Kann ich gerne machen. Sagen Sie mal. Machen wir drunter wieder. So. Ja. Ich bin Helmut. Helmut Ritter. 80 Jahre alt. Geboren im Saarland. Ähm. Ja. Wie soll ich sagen. Ich bin damals mit meiner Frau hierher gereist. Ja gesagt. Ausgewandert. Eigentlich weil wir es satt gesehen haben im Saarland zu wohnen. Ja. Und ja. Ich bin eigentlich mit dem Gedanken hergekommen, um was Schönes zu entwickeln. Ja. Doch leider ist meine Frau gestorben. Ach. Oh. Das tut mir leid. Ja. Dann saß ich halt erstmal eine Zeit lang auf der Straße. Und ähm. Dann wollte ich irgendwie wieder was machen, weil zu Hause rumsitzen geht bei mir nicht, weil ich brauche ein bisschen. Ja. Wie soll ich sagen. Aktion, ne? Sagt man so schön. Ja. Und äh. Dann habe ich mich bei den Mechanikern beworben. Als Kfz-Mechaniker. Äh. Gut auch angekommen. Ja. Aber wegen meiner Psyche konnte ich das leider nicht mehr länger machen, weil die ging den Bach wieder herunter. Sie ist psychisch krank. Sie ist psychisch krank. Ich war es. Ah, nicht mehr. Weil ich sage so, psychisch Kranke sind bei uns genau richtig aufgehoben. Ah. Wir sind alle nicht ganz dicht im Kopf. Grundvoraussetzung. Grundvoraussetzung. So ist es. Ja, aber. Ja. Sind sie weiter? Ja, ich habe dann halt eine Behandlung gemacht bei Motion. Habe die eigentlich sehr gut abgeschlossen. Also hatte ich mal halt so schlimme Gedanken wie früher. Und dann habe ich halt erstmal eine Zeit lang wieder auf der Straße gehockt, um erstmal wieder runter zu kommen. Klar zu kommen über die momentane Lage. Und dann habe ich mich bei der Police Academy beworben. Da wurden sie abgelehnt, weil sie zu alt sind. Nein, nicht. Wurde angenommen. Was? Okay. Und warum sind sie da weg? Ja, dann war es auch fit. Aha. Doch, ich wusste bis dahin nicht, dass es halt ein Fehler war. Ich muss dann halt erstmal, also ich habe die Grundausbildung dort abgeschlossen. Muss dann dennoch auf ein Dokument warten, was ziemlich lange gebraucht hat. Und konnte währenddessen halt keine Fortbildung mehr machen. Und in der Zeit wurde ich stark ausgelacht für mein Alter, beleidigt und auch runtergemacht, dass ich das alles eh nicht schaffen werde. Und dass ich eh nicht mehr so lange habe, weshalb ich dann auch dort gekündigt habe. Und ich will jetzt halt mal so wie jeder andere Mensch respektiert werden. Doch das war halt vorher nie möglich, weil ich war immer diese Lachnummer Helmut. Doch jetzt bin ich Dunkelmut. Das habe ich schon gehört, ja? Ja. Und sie wollen auf die Kacau mit 80. Und man soll die Sau rauslassen. Ich habe einen Kampfschrei. Ja, das habe ich auch schon gehört, dann bringen sie sie mal. Moment. Und sich vorbereiten. Die Schatz sind wieder weg. Okay, ja. Ich mache auch mal ein bisschen Platz. Sehen sie zuvielweise von der Dinero Glow Up Gang? Von der Glow Up Gang. Von der Narrow Glow Up Gang. Kennen sie die? Ne, manche sagen, ich bin auch ein Adler. Ja, ja, so Skudu Skudu. Können sie auch machen. Skudu Skudu. Ja. Ja, verletzte Tauben können gefährlich werden. Skudu Skudu. Sie sind schon, also von der Haltung her ist er schon ein Junge, ne? Ja. Haben sie Muskeln? Oh, ja. Ja, zeigen sie mal. Sie sind durchtrainiert. Mal zeigen die Muckis. Ich steig mal kurz mein Obertheit aus. Der macht das jetzt halt wirklich, ne? Ja. Ja. Er zieht durch. Das musst du sich nicht sagen. Oh, schon der Benz. Mhm. Fäck mich einfach. Mhm. Warte aber ganz schön lange zum Umziehen. Ich hoffe, der kommt da raus. Soll ich auch noch einen Rollstuhl? Nicht, dass er hinten einen Herzinfarkt bekommt. Hallo? Doch, er zieht sich grad um. Ich hab schon Angst, dass er da hinten einen Herzinfarkt bekommt. Ah. Ui. Das ist aber Wahnsinn, der Gang. Jetzt sind sie mal ehrlich. Oh. Nee. Das ist alles nur, dass ich respektiert werde. Ich muss mich ja auch ändern. Waren sie im Knast? Ja, schon des Öfteren. Hier so ein bisschen. Also sie haben den Körper vorne im Jugendspund. Jetzt nichts gegen ihr Gesicht. Ihr Gesicht ist faltig und alt, aber ihr Körper ist ja wie... Was haben sie genommen? Haben sie irgendwie ein Rezept, wie man das hinkriegt? Testosteron. Testosteron. Weißt du noch, was du bei der Einstellung als Rookie beweisen musstest beim Fitnesstest? Weißt du noch, was du da gemacht hast? Äh. Oh. Deine Flickflack-Saltos? Mach die mal. Die sind der Hammer. Ja, okay. Warte, ich seh kurz mein Oberflick. Ich hab noch nie so'n fit in 80 Jahren gesehen. Noch nie mehr weh. Schaut's gleich weg. Nein, wir haben uns bei der Einstellung, ne, da haben die den gefragt, ob er fit ist. Was ist das? Den darf ich mit Katze. Mach mal einen Backflip, komm. Kann er das noch? Warte, wir werden's gleich selber rauskauen. Mach einen Flip. Ohohoho, mal aufpassen. Ja, da will er noch. Er war halb, er war halb, er war halb. Es war, es war doch okay. Ich lass' es durchgehen. Wir wehren das aus dem Ganzen. Er ist aufgeregt, er schafft das manchmal auch. Ja klar, klar. Ohohoho. Ja. Alter, muss er aufpassen. Karate auch studiert? Wie bitte? Karate haben Sie auch studiert? Ja, ja, das in der Kindheit. Nee. Was sagen Sie mal, Sie müssen noch aus einer kriminellen Machenschaft kommen. Also so tätowiert hab ich noch kein OP gesehen mit 80. Nee, das hab ich erst nach der Police Academy gemacht. Warte, da waren Sie vor 50 Jahren oder was? Was waren Sie bei der Police Academy? Haben Sie sich jetzt frisch gestochen? Ja, frisch. Auf die alte Haut. Sie haben aber ne Late Midlife Crisis, würd ich mal sagen. Die Late Night Crisis, so wie es aussieht. Ach du Kacke. Genau. Genau. Aber da wollen Sie noch mal fett auf die Kacke holen. Also ich find sie sympathisch, alt sind es aber, sie sind ja topfit. Ja, ich sag. Grrrr. Mhm. Plus der Kotz ist auch. Und was haltet ich nur so von Kotz? Nicht mehr gut, da gibt's einen mit dem möchte ich mal gerne an die Schleuder hängen. Ein Schmidt, ne? Den wollen wir alle an den Spaß haben. Ja, hat das schon. Ja. Niklas Schmidt. Den wollen Sie an die Schleuder hängen? Nein, nein, nein. Ach so. Das sind Freunde. Ah ihr seid Freunde, ja. Ich dachte schon, das wäre lustig gewesen, wenn das so wäre. Anderwood. Ja. Noch so einer. Der nächste. Ey was ist mit Anderwood? Das ging heute so auf die Nerven verdammt. Ach das ist der Dieter Bohlen ist das? Ja, das ist sehr, auf den gewisse Leute ein sehr hohes Top, das wir jetzt haben. Ah, okay, okay, verstehe, verstehe. Stimmt, das gibt's ja auch noch. Ja, das gibt's auch noch. Ich hab einen Weg gefunden, wenn wir ein Geld fürs Haus kommen. Also, ich muss sagen, ich finde den Typ einen Top, oder? Ja, ich bin geil. Ja, ich mach den. Richtig crazy, Alter. Richtig crazy Typ. Richtig crazy Typ. Er ist so abgedreht geil einfach. Wenn ich den sehe, mach ich das mit ihm, also. Mit Waffen können sie umgehen, oder? Oh ja, das kann er. Das kann er gut? Ja. Wo weißt du das? Wo weißt du das? Wo weißt du das? Ja, Mann. Ja, Mann. Weil wir schon mal so ein bisschen unterwegs waren zusammen, ab und zu. Ach so, okay. Sorry, aber bei Obi klingt das als nur ein Sprache. Warte, warte, warte. Das Geile ist für sein Alter, der ist trotzdem zu allem bereit, ne. Also das ist absolut heftig. Ja. Ne, also mir gefällt, also ich weiß nicht, was Ryan dagegen hat, nur weil er alt ist. Als alt heißt er nicht fit, äh, nicht topfit. Schau mal. Er ist topfit. Nein, Ryan hat ihn persönlich nicht kennengelernt. Der hat nur so ein wenig ein Alter. Jürgen? Jürgen? Ja, der Typ ist ja noch topfit. Schau mal, der Jürgen, der ruft auch noch an. Ja. Ist der Jürgen auch so fit? Ja, ne, Jürgen ist, äh, der Rentner. Ach so, der Rentner. Der Rentner. Der Rentner. Jürgen, ich ruf dich gleich zurück. Das einzige ist manchmal beim Helmut in sein Hörgerät, ist manchmal irgendwie das Aussetzen. Das ist behoben. Ach, endlich. Super. Da siehst du, der hat sich sogar darum gekümmert. Ja, in Zukunft so. Ja, also ich finde den top. Ja, ja. Ich hoffe nur, Ryan haut mir keine drauf, wenn die sagt, das passt. Aber Ryan hat ihn ja nie gesehen. Ja, guck, komm, wer hat den 8-Jährigen eingestellt? Er hat sich doch ne Maske aus. Der fährt doch wie ein Beklopter. Das ist total geil. Der kam letztens mit irgend so nem Sportwagen angerauscht. Mit dunklen Scheiben steigt aus, guck, ey Karl, ich spalt ab, ich spalt ab. Ich spalt ab, ich spalt ab. Hast du Willy gesehen? Weil, da kennt ihr meinen Vater? Ja, nee, ich kann jetzt nicht. Ey, der Willy von der Feuerwehr? Ja, Willy von der Feuerwehr. Ja, kannst du immer sagen, das ist mein Vater. Ah! Ja, ja. Sie sind da so ne Mann. So klein ist die Welt, ja. Ja, wir waren irgendwann mal da, irgendwie da am Tor und da hat er sich gesagt, du bist Willy. Ah. Da war ich noch der nette Helmut, jetzt bin ich Dunkelmut. Sag mal, Willy hat dich doch auch zur Academy gebracht, ne? Wo du bei mir als Geisel mitgenommen wurdest. Ja, ja. Das heißt, der Willy hängt auch mit älteren Leuten rum, gut zu wissen. Ich dachte so, der geht eher so auf jüngere Mädels zu, so hab ich ihn immer mal eingeschätzt. Aha. So der Parteiagier nach, äh. Wer will die? Wer will die? Wer will die? Ich dachte, will... Na, Willy überfährt Jason mit dem Saufbus. Na. Ja, also ich find's top. Also für mich wär's, für mich wär's, für mich wär's, für mich wär er durch. Ja, das wirst du, ja. Ja. Alte Menschen. Das eine, was halt ist, man merkt schon, dass er echt durch ist, ne? Das macht schon mit. Wenn du älter wirst, wenn du so 80 bist, hast du noch ein paar psychische Probleme, das macht dich voll fertig. Aber so Demenz hast du nicht, ne? Nee, nee, mir wurde heute irgendwie was komisches im Krankenhaus gespritzt. Ich hab irgendwie Pinguine gesehen, die haben geflogen. Die haben geflogen. Also Pinguine seh ich auch jeden Tag. Pinguine, die haben geflogen. Deutsch kann auch nicht mehr. Muss man... Müssen wir auch... Wie können Pinguine fliegen? Ja, indem sie mir irgendwas komisches gespritzt haben. Die Wahnsinnigen. Also sie sind schon noch bei vollem Berufszahlen, ne? Ja. Na, passt. Und wegen Herzinfarkt, nur zur Sicherheit, wir haben keine Versicherung. Das heißt, wenn sie abrecken sollten, es gibt keine Versicherung. Ja, das ist gut. Müssen sie selber bezahlen. Das wurde mir aber nicht gesagt, als ich hier unterschrieben habe. Nee, das wurde ich nicht gesagt, ne? Naja, so Altersversicherung haben wir halt nicht. Wir hatten noch nie jemanden. Hatten wir schon mal jemanden, der überhaupt über 60 war? Ich glaub nicht, ne? Nee, ich glaub Brian war knappe 40 oder so. Ja, so 40 ist so das Maximum, glaub ich, gewesen. So 80 hat mir noch nie. Oh! Oh Karl! Karl, warum hast du schon wieder nicht geduscht? Hast du wieder deine Erwachsenenwindel vergessen zu wechseln? Hör auf Karl! Das sollte hier niemand wissen. Ja, aber dass du vorne in meinen Oberus geschissen hast, als du dich überschlagen hast, ne? Das darf ich auch keiner wissen. Oh! Das ist auf jeden Fall ein Grund. Ja gut, also was sagt ihr dazu? Was sagt ihr? Ja, nein, vielleicht. Ich würd ich nicht sagen. Dreimal nein. Äh, 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 ne. Du sagst ja, ja. Ich hab keine Stimme. Wenn ich eine hätte, würde ich ja sagen. Okay. Wollte grad sagen, du bist begonnen. Na gut. Äh, weißt du was? Äh, Dark Mood? Kommen wir ins Büro. Dann klären wir das. Dark Mood? Wir ziehen das jetzt durch. Wenigstens einer, der mich so nennt, endlich mal. Ja, solange du deine, solange du deine Dings auffallst. Weißt du was gut ist? Ich werd mir dein Gesicht ganz schnell merken, weil du der Älteste bist. Die Falten sieht man auf 5 Kilometer. Der Älteste. Ja, ich tu mir da nicht so schwer. Weißt du, weil oft bei Neulingen tu ich mir übelst schwer. Wenn ich dich seh, dann weiß ich ganz genau, das ist unser alter Opa. Spätestens wenn die Kopfschreie hörst, gibt's in der Nationalbank drin. Oh, weißt du was wir brauchen? Wir brauchen von der, wir brauchen so ne, wie heißt das Ding, dass es die Pizzeria hat. Das wird zu einem übelst passen. Die Waffe da. Dieses, dieses kleine MG da, wie heißt denn das Ding? Hä? Man, wie heißt denn dieses kleine MG da? Diese, diese, die Mafia hat die Dinger. Kurrrr. Genau, die Kurrrr. Naja, wie heißt der Teil? Ich hab keine Ahnung, was ist das Ding? Ach, mir fällt es gar nicht ein. Äh, Marc? Ist das ein Thompson oder so? Marc? Brian ist es. Brian ist es. Brian. Brian. Brian verstanden. Er hat mir gerade geschrieben, ob wir im Gelände sind. Er wollte doch schlafen gehen. Er hat ja gesagt, ob ich schlafen kommen. Brian? Maurice? Was geht's? Hallo? Ist Ryan da? Nee. Okay, ich ruf ihn an. Nee, ich ruf ihn an. Ich frage ihn. Warte, dann will ich ihn aber wissen, was er dazu sagt. Ja, sicher. Persönlich hat er noch nie keinen Glauben. Gut. Weil das, das wär mir wichtig, weil Ryan ist jetzt meine zweite Hand. Fühlt sich jetzt auch komisch an. Ach ja, das ändert sich also. Zweite Hand? Ja, das wär mir wichtig. Das hört sich richtig dumm an. Ich weiß. Falsch. Richtig falsch. Hört sich richtig dumm an. Nee, aber hab ich Ryans Nummer? Ich hab jede Nummer, Alter. Ach nee, warum hab ich seine nicht drin? Ach komm, ich ruf so an über die Firma. Du wolltest erzählen, soll ich jede Nummer von der Firma? Ja, ja. Ich weiß. Bin mir zu blöd dafür, das einzuspeichern. Verstehe ich nicht, warum ich ihn nicht eingespeichert habe? Ich hab sonst eigentlich fast alle. Bis vorhin, ja. Ja. Ahem. Ich muss kurz in Sprachnachricht machen und mein Kino. Jürgen. Jürgen, ich melde mich gleich bei dir. Moment. Er hebt nicht ab bei mir. Seid ihr da telefoniert gerade? Wie gesagt, er hat mir jetzt vor einer Minute geschrieben. Dass er da ist. Auf dem Grundstück hat er gesagt. Seid ihr am Gelände? Er hat mir geschrieben, ja. Ich schätze mal, dass der jetzt herkommt. Lass uns mal einen Video anrufen. Vielleicht hebt er ja ab. Ryan kommt zu euch. Ah, Ryan ist weg. Ah, okay. Ja gut, dann lege ich auf. Kommt er da hier rein? Hallo, was machst du denn? Ich konnte gerade irgendwie noch nicht reden. Ich müsste die Stimme verschlagen. Okay. Ich hörte wieder. Jetzt wo du da bist, komm mal rein. Kennst du den Herrn? Sind wir jetzt Altersheim oder was? Ja. Altersheim. Weißt du wie fit der ist? Also jetzt darfst du gerne mal gegen Ryan kontern, wenn du das schaffst. Hallo, ich bin Helmut. Auf uns stehen zwei Leute unten. Warte, ich wollte. 80 Jahre alt. Nein, nein, nein. Nicht der IQ, das Alter. 80, der ist glaube ich älter als dein Vater, oder? Ja. Sie ist ein guter Freund von deinem Vater. Ich weiß bis heute nicht, wie alt mein Vater ist, weil auf dem Ausweis das andere steht, dass er mir gesagt hat. Was? Ich glaube... Ja, ich weiß nicht. Ich weiß es bis heute nicht. Rat mal, woher das kommt. Hör was? Genau. Ja. Genau. Ne, aber was hast du zu ihm? Bei mir haben vorhin geredet. Du hast gesagt, ablehnen, weil er 80 ist. Du hast ihn nicht mal gesehen. Du hast nur in der Bewerbung gesagt. Ablehnen, 80. Brauchen wir nicht. Er hat gesagt, mir ist ein Qualtersheim. Ja, ja. Ich hab gesagt halt generell nein. Ähm. Man kann mich halt immer vom Gegenteil überzeugen, sowas nicht. Wir hatten halt noch nie jemanden, der über 80 ist. Also wir hatten insgesamt... Was haben wir gesagt? Vorhin hat er gesagt, Brian war über 40 oder was? Oder ging auch der 40 zu? So, Helmut. Eine Chance, den Helm zu überzeugen. Let's go. The stage is yours. Machen sie. Machen sie ihre Show. Was macht dich aus, warum ich dich nehmen sollte? Was mich ausmacht... Ich bin teamfähig und ich stehe dazu, was ich bin. Und wie soll ich... Wir lassen die floskeln, weil jeder ist teamfähig. Jeder... Jeder ist ein Teamplayer. Jeder kommt gut mit anderen aus. Das ist genau wie Leute mir sagen, die können gut Auto fahren. Ja. Es kommt halt bei mir nicht aufs Alter drauf an. Wie soll man sagen? Ja, da geht's aber ganz schön in den Knast, ne, mit der Aussage. Aber ganz hinter Gittern. Der alte Oppi... Ja, der Alter hat... Der Alter hat keine Zahl. Ja, das ist... Ach so. Ja. Für mich gibt es keinen zu jung oder zu alt. Insofern hab ich gar nicht gedacht, ne? Ja, ja. Also, ich bewerte nicht Leute nach dem Alter, sondern nach ihrem, ja, nach ihrer Schlauheit, wie sie agieren. Okay. Und das ist ja je nach Alter oder je nach Person unterschiedlich. Und ich weiß ja nicht, ich kenn sie halt nicht. Und sie kenn mich ja auch bestimmt nicht. Aber jetzt schon eine gute Frage, was er gefragt hat. Wie... Was haben wir immer gefragt? Wie würden sie sich einschätzen? Was würden sie uns geben, wo sie sagen würden, da können sie uns was Gutes tun? Da sehen sie sich drin. Also, so ihr... Ihr Können. Was können sie gut? Dass sie uns überzeugen können. Das ist schon eine gute Frage. Na, überlegen sie mal. War schwierig. Ich muss halt erstmal Sachen ausprobieren, dass ich weiß... Sie sind 80! Was wollen sie da ausprobieren? Sie haben sie schon alles ausprobiert, oder? Nee, es gibt immer neue Dinge zum Ende. Sagen sie mal, was haben sie noch nicht ausprobiert? Sagen sie mal. Oh... Gute Frage. Ich glaube, das ist übelst überfordert gerade. Ich weiß es nicht. Sind sie gerade gestresst? Ja, das ist gerade... Man riecht es. Das riecht man. Ich glaube, sie müssen die Windel wechseln. Klo ist um die Ecke. Ich bin eigentlich keine Windeln. Also 5 Kilometer. Sie tragen Windeln, sorry. Dann muss das wohl... Nein, nein, das ist Karl. Karl trägt die Windeln. Achso. Okay. Ja, ich bring auf jeden Fall Leute zum Lachen. Ja, aber wir sind ja nicht im Kasperltheater hier, oder? Nein. Wir wollen... Wir wollen hier ja... Sagen Sie mal. Jetzt... Wo sagen Sie, können Sie mithalten? Wissen Sie, was wir überhaupt machen? Wissen Sie, auf was Sie sich einlassen? Ja... Ah, was machen wir denn? Was lassen Sie sich ein? Bisher habe ich nur das erfahren, was von Karl und Niklas ist. Also wo ich ehrlich gesagt dabei war. Ja. Ja, und was haben die ihnen gesagt? Die haben ja nicht wirklich was gesagt. Ja, gesagt habe ich ja das mitbekommen. Ja. Mir wurde irgendwie was erzählt. Also wir waren ja zusammen gebrochen, anbauen und haben halt gesagt, dass ich nicht mitgehen soll, wenn irgendwie es zu einer Schießerei kommt. Und da habe ich mir halt dann schon gedacht, so was es ist. Okay. Und... Sag mal so, ich lasse mich auch gerne überzeugen. Wir haben noch nie jemanden gehabt, der 80 war. Ich habe auch vorhin gesagt, ich hätte kein Problem ihn anzunehmen. Ich finde ihn ganz lustig. Er kann... Also was mir nur erzählt wurde, du kannst anscheinend gut schießen. Das ist so dein Ding, oder? Ja. Also mir wurde das gerade gesagt, oder hat der gelogen? Dein Kumpel da. Ich kann es eigentlich ganz gut, ja. Also Treffgenauigkeit ist da. Aber du würdest dich aber fit genug fühlen, dass du sagst, du machst das. Du, der ist fit den Tunscher, der hat vorne draußen getanzt, vor der Einfahrt. Er hat getanzt? Ja, halt rumgegurkt, Backflip gemacht. Ja, aber ich kann auch ernst bleiben. Also das ist... Du, aber jetzt mal ernsthaft. Bist du wirklich 80? Also hast du den Auslass bekommen? Ich hätte 80 drauf oder bist du wirklich jünger? Sag mal. Weißt du, warum wir noch nie jemanden angenommen haben, der 80 ist? Der ist 1942, alter Bruder, der hat noch den zweiten Weltkrieg mitbekommen als Kind. Wahrscheinlich drin gekämpft. Deswegen kann er so gut schießen. Nee, der ist 1942 geboren. Wenn ich auf russischer Seite, ich weiß nicht, ob die da schon mit angefangen haben. Weißt du, wann der zweite Weltkrieg angefangen hat? Weißt du es? Ja, ich weiß es. Ja, weißt du genau das Datum? Das genaue Datum weiß ich nicht, weißt du das genaue Datum? Ende war... Also kommt drauf an welches Ende? Deutschlandende oder Japanende? Japanende 2. September war es. 1945. Angefangen hat er am 1. September 39 und aufgehört 2. September 45. Genau, 45 hat er aufgehört. Der war ja ein Kind, wie soll er da... Er ist 1942 geboren. Also ich glaube nicht, dass er da mit drei Jahren dabei war. In Russland passieren ganz wilde Sachen, das glaube ich. Kinder waren Baby in AK in die Hand und geht schon. Nee, nee, da hat er nicht mitgemacht. Aber er muss vielleicht noch... Also mit drei hat man es vielleicht noch mitbekommen so. Aber warte, woher kommen sie denn überhaupt, wenn ich fragen darf? Aus dem Saarland. Ach, aus Deutschland sind sie. Ja. Ah, okay, eine Kartoffel, gut. Was wollen wir mit einer alten, schrumpeligen Kartoffel, die einen Backflip kann? Ja, das ist jetzt die Frage. Sie müssen uns überzeugen, jetzt sagen sie nochmal. Also sie sagen, sie schießen. Gut, da habe ich ihnen schon rausgelockt. Aber vielleicht irgendeine Sache, die sie ganz gut können. Sie sind 80, sie müssen irgendwas können. Was haben sie studiert? Was haben sie gelernt? Was haben sie, was haben sie in ihrem Leben erreicht? Es muss doch irgendwas geben. Was ich mein Leben erreicht habe? Na gut, erreicht habe ich halt nie wirklich was. Weil die Freunde, die ich halt bisher hier gefunden haben, drehen mir halt jetzt alle momentan den Rücken zu. Ja, was haben sie denn da vorgemacht? Sie sind so alt, sie müssen nur irgendwas erlebt haben im Leben. Sie können mir doch nicht sagen, sie haben nichts erreicht und nichts erlebt. Ja, in Deutschland war eh alles langweilig. Bisher war hier so... Sind sie nicht mal auf dem Einrad gefahren und hingestürzt oder sowas? Auf einem Rad? Ein Erlebnis einfach. Irgendwas, was sie können. Sei es auf dem Einrad fahren, sei es. Wobei sie können mit 80 Backflip, das tue ich ihnen schon mal unterstreichen jetzt hier. Aber irgendwas... Das ist grad nicht schwierige Situation, müssen sie mich verstehen. Sind sie sehr aufgeregt, ne? Ja, ich muss halt erstmal... Wenn bereit, ich muss immer auf sowas vor. Es fühlt sich so an, dass stuhlen sie sich grad so ein bisschen ein. Nein, das tue ich nicht. Man kann sich nicht auf Sachen vorbereiten. Man muss auf Sachen vorbereitet sein. So ist es. Zum Beispiel heute hat es ja richtig super funktioniert. Mhm. Wir waren so gut vorbereitet. Das ging so gut. Das ist, glaube ich, bis jetzt das Einzige, was ich nicht vorausgesehen habe. Du, ich glaube, das hat keiner vorausgesehen, dass da 50.000 Leute hinten drin sind. Das war heute ein Überraschungspaket, war das heute. Der ganze Tag war heute ein Überraschungspaket. Ich glaube, Reimer und Ermitt vorausgesehen sind andere, was jetzt am Schluss braucht. Ah, jetzt am Schluss? Jaja, ich sag schon, der ganze Tag meine ich jetzt insgesamt. Der ganze Tag war heute so eine Überraschungstüte, sagt man. Pass mal auf, ich hätte folgenden Vorschlag. Wir schauen uns das mal an. Ich würde, ich würde echt mal gerne einstellen. Einfach, weil ich weiß, wir haben dann so einen 80-jährigen Knacki. Der war ja schon öfters im Knast, hat er gesagt. Das ist ja verlebt, ne. Der hat voll tätowiert. Aber stein mal, wir stellen ihn mal ein und gucken mal, was er kann. Wenn ihr sagt, er kann nix, der ist nie da. Der hat jedes Mal fast einen Herzinfarkt. Wenn er eine Waffe in die Hand gedrückt bekommt, weil er damit einfach restlos überfordert ist, dann ist es nix. Wenn er aber das durchsteht, wirklich was kann, dann behalten wir ihn einfach. Was hast du dazu? Also was seid ihr zwei dazu? Also Ryan und Wolfi? Ja, ich finde, man kann eine Chance geben. Mhm. Und alles weiter würde ich euch zeigen, sag ich mal. Ja. Du kannst nicht kaum Menschen hineinschauen. Du weißt nicht, wie er sich einen Defekt dann macht. Egal, was er davor getan hat. Egal, was er gemacht hat. Egal, wie alt er ist. Du kannst hier niemand mit reinschauen. Alles, was die Person selber betrifft. Das wird sich dann zeigen. Da gehen wir. Ich sage mal so, wir haben auch in Karl und in Niklas mit großem Bauchweh sogar aufgenommen. Und bis jetzt haben wir es einmal noch nicht bereut. Und schau mal, was wir heute bereut haben, ne? Mhm. So das Hinweis. Das ist ja das Ding. Es sind oft die dicken Fische, die das Problem machen. Nicht die kleinen. Ja. Ja. Gut. Ryan schon geäußert. Letzte Frage. Mhm. Warum wir? Warum nicht Kartell? Warum nicht Biker? Okay, Biker. Vielleicht, weil das Becken kaputt geht auf dem Sitz. Und warum nicht Mafia? Lass. Wie soll ich sagen? Jenny hat mir das öfter mal gedroht. Äh. Und wie soll ich sagen? Wenn... Also meine Meinung ist halt dazu, wenn die eine Person tickt, oder wie sie tickt, dann... Funghinweise ansprechen. Du meinst jetzt Jenny Butch vom Katalog. Bitte sprechen sie, nachdem ich tot... Ja, die hat halt mir getrot und seitdem hab ich da halt ein bisschen... ...nurne ausguckt. Die können sehr gut drohen. Ach Jenny, das ist sowieso die letzte... Das ist der letzte Mensch auf Erden, mit dem ich überhaupt nochmal ein Wort wechseln würde. Ja, und dann stand da irgendwie noch jemand anderes mit so einer Klatze. Das sah aus wie... So... Kaiju irgendwie. Maximus Power. Ja, und dann haben die halt gesagt, die soll aussteigen und alles. Äh. Ja. Also sind sie nicht so mit... Super befreundet, ne? Ne, seitdem nicht mehr. Okay. Versteht halt keinen Spaß. Mhm. Ne, die verstehen auch keinen Spaß, die sind sehr ernst. Das ist halt da irgendwo was kneift in der Hose. Ja. Vor allem mit Lukas zusammen. Das ist halt, wenn die Frau einen nicht mehr ranlässt, dann ist das so. Dann muss man das irgendwo rauslassen. Gut. Ähm. Dann würde ich die Dokumente fertig machen, wenn sie darauf Lust haben. Mal als, ich sag mal, Azubi hier anzufangen. Ja. Auf jeden Fall. Dann schauen wir uns jetzt nämlich mal an, wie sie sich schlagen. Und je nachdem, wie es dann rauskommt, gucken wir mal, ne? Mal, wo es hinführt. Ja. Gut, dann fangen sie mal mal. Ich bedanke mich. Man muss da jedem mal ne Chance geben. Das spielt halt auch keine Rolle. Ja. Ja. Ich werd ihn. Ach, ich krieg mal nen Ausweis. Zum Einladen. Gib mal. Den zieh ich nochmal genau, damit ich schon mal sehe, wie sie heißen. Ach so, ja. Ich bin mit Ritter. Wollen sie das noch in Darkmut umändern lassen beim Gericht? Oder lassen sie das noch? Darkmut. Oh. Das ist ne Überlegung wert, ne? Wär irgendwie lustig. So, Helmut. Äh. Ich geb ihnen da mal kurz aus dem Drucker so ein Dokument, das sie mir dann gleich unterschreiben müssten. Guck mal, wo das ist hier. Ja. Das müsste... Und jetzt warten wir auch ein bisschen. Ah, hier ist es. Da ist was zum Unterschreiben. Und zwar ist das der Arbeitsvertrag. Einfach mal hier unten unterschreiben. Und dann... So. Gut, wie... Haben sie? Ja, hab ich schon unterschrieben. Perfekt. Dann nehmen wir das hier mal hin. Ja, dann wünsche ich sie ganz herzlich willkommen. Das ist, glaube ich, der erste ältere Mann, den wir hier haben. Das freut mich natürlich sehr, auch mal eine ältere Generation hier kennenlernen zu dürfen. Ich denke mal, sie bekommen dann von einem meiner Kollegen einen Rundgang, der ihnen auch noch ein bisschen erklären wird, wie hier was läuft, ne? Alles klar. Ich bitte nicht bei ihnen. Wichtig. Bitte schön. Wichtig. Alle Türen immer geschlossen halten. Egal, wo sie hingehen. Sie wissen, sie kriegen einen Schlüssel von uns. Hier können sie das Tor aufmachen, zumachen. Genau. Und den Rest zeigen dann die Kollegen. Schauen wir mal, wer das macht. Ja, okay. Alles klar. Jawohl. Dann willkommen an Bord. Hätte ich mir jetzt auch nicht gedacht, dass wir sie einstellen, aber... Ja, hat er. Für dein Haus hat er einen Schlüssel. So. Wer wäre ich? Na, der Liam hat der Schlüssel zu Ryan sein Haus unten. Ja. So einfach. Aber wie ich die Türschlüssel erinnern kann einfach. Das geht nicht so einfach. Dann rufst du an und fahrst einfach mal. Hast du da Sachen eingelagert? Ne, ne? Ich glaube, das ist nie mehr komplett renoviert. Helmut? Das Haus, was da oben ist, ne? Das große. Das große. Das große. Dann rufst du jetzt kurz. Der Jüngste bei uns in der Bruma. Werde jetzt den Ältesten einweisen. Oh, super. Das wird lustig. Hallo. Viel Spaß. Mehrere Generation Unterschied. Das wird richtig lustig. Das könnte dein Uropa sein. Na, ich glaube so... Ah, doch, 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 doch. Doch. Alter, kommt locker hin. Mit 80. Ah. Mit 60. Locker. Wird dein Uropa sein. Das kann ja auch dein Ur-Uropa sein. Je nachdem, wie aktiv dein Eltern sind. Das kommt drauf an, ne? Ja, super. Na gut, dann darf ich auch mal mit dem Mücken. Der wird da ein bisschen was zeigen. Jo, wenn wir eh grad drin sind, machen wir mal drin zuerst. Haben wir dich Liam scheiße behandelt? Ob du Liam scheiße behandelt hast? Ne, ob wir ihn scheiße behandelt haben. Soll ich dir ehrlich was dazu sagen? Er hat sich sehr oft benachteiligt. Er hat seit 6 Monaten rumgeheult wie der letzte Mensch. Mhm. Dass er immer benachteiligt werden würde etc. Dabei hat er immer nur scheiße gelabert. Er hat immer mehr oder weniger nur rumgeheult. Ist dann zu mir gekommen. Hat sich immer beschwert. Ich hab ihm Fakten aufgezeigt, warum so entschieden wurde. Beispielsweise Director-Entscheidung. Wo damals entschieden wurde, dass Vince und Wolfie zum Director werden und nicht er. Genau, dort hat er eine Mimi gemacht. Ja, da gab's Mimi. Die Entscheidung war aufgrund von einer Geschichte. Und ich glaub damals mit den Ravens in der Grove Street. Da waren Vince und Liam beide da. Ich hab gesagt, ich war auch mit dabei. Ich hab den beiden gesagt, ihr macht das jetzt. Ich guck einfach nur zu. Und von den beiden hat Vince es in die Hand genommen. Sprich, Liam hat aber auch mehr oder weniger nur zugeguckt. Da hab ich gesagt, wir gut. Vince hat mehr Führungspotenzial als Liam. Aber es ist halt immer die anderen und immer nur rumgeheult. Und was war mit Igor? Keine Ahnung. Er ist halt Mitläufer wie immer. Und war halt der beste Freund von Liam. Also, ja. Ich muss sagen, mit Igor hab ich auch wenig zu tun gehabt, muss ich auch ehrlich sagen. Ja, der steht auch ziemlich gut vom Blatt aus. Wollte ich grad sagen, der war ja nie wirklich auch da und der steht auch so. Erste genau, die sind ja beide. Also, ich war ja schon, ich weiß nicht, zwei, maximal drei, vier Mal die Woche da. Je nachdem. Aber die waren halt noch weitaus weniger als ich. Und wenn du mit denen sprechen wolltest, also ich glaube, von den letzten acht Gesprächen, die ich angesetzt hatte, war Liam war einem dabei. Eine kurze Frage noch, wenn wir jetzt gerade alle drei zusammenstehen. Wir haben jetzt einen Manager und einen Director voran und zusätzlich nochmal einen Manager vor kurzem mit dem Ganzen. Sollen wir jetzt irgendjemandem schon nachziehen? Schauen wir, lass mal kurz gucken. Jetzt haben wir noch zwei Director und drei Manager, wovon Arna abgemeldet ist meistens. Arna nicht oft das Haus verlässt. Warte jetzt. Der jetzt halt nicht oft da ist. Jetzt Director, ihr habt schon ausgetragen, ne? Ryan hat sich ausgetragen, ne? Ich hab die schon ausgetragen, ja. Alles klar. Ich hab das auch komplett aufgeräumt. Das müsste jetzt eigentlich komplett aktuell sein. Gut. Wie gesagt, die Director haben wir jetzt die zwei Tiefen noch drinnen. Und bei den Manager seien alle mehr oder weniger eher weniger. Das werde ich noch da. Das werde ich noch nicht austragen. Ja, Jonas ist ja jetzt noch zehn Tage nicht da. Ja, Jonas ist zehn Tage auf Urlaub noch. Ramdi ist abgemeldet, dass er nicht so oft da sein wird in Zukunft. Naja, trotzdem halt. Ab und zu täus. Ja, halt war er wieder da. Ist halt aktiv da. Breitbau ist aber auch oft jetzt da, oder? Ja, ja. Aber der ist ja das Cent. Aber er ist schon öfters da, weil Breitbau, wie man gehört, ist schon öfters da. Ist gut. Ja. Ihn solltest du mal wissen, dass die unteren auch ein bisschen mehr da sind dann. Gut, jetzt haben wir einen Helmut. Da brauchte ich ja sowieso. Ich bin ja mehr als die normalen. Also ich muss sagen, die zwei Schmidts, die sind schon oft da, ne? Die sind täglich da. Ja, das war ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, ich stell mir überhaupt an. Ja. Das war der aussteigergebende Punkt, warum wir gesagt haben, das muss... Das ist einer wirklich täglich da. Ja, eben. Das passt. Mhm. Gut, Larissa war heute da. Martinez hat von uns vor drei Tagen eine Ansage bekommen, seitdem täglich da. Oh, ich weiß noch wen ich vermisse. Ich vermisse Starro vermisse ich oder ich vermisse Marius? Ja. Wird mal lange noch sein, leider. Ja. Marius kommt bestimmt wieder und fragt dann, ob wir eigentlich und Schwarz wieder waschen können oder was wir das machen. Alter, der hat mich wirklich... Mich hat so weggeworfen, als wir auf der Treppe da viermal entgegenkommen. Sag mal, wenn wir jetzt schon über dem reden, die Giesi war schon länger nicht mehr drauf. Stimmt, ja. Ja, die ist ja komplett nur getaucht. Ich glaube, das lag an diesem einen Raubüberfall. Da war ich ein bisschen übertrieben, wo ich geschossen hab. Die melden sie auch nicht mehr. Da hab ich den Kopf angeschossen, ja. Ähm... Ne, aber Dario ist ja irgendwo auf Alcatraz ausgesetzt gefühlt. Ne, der kommt... Ja. Der kommt jetzt schon länger nicht mehr. Ich weiß gar nicht. Der ist schon ruhig seit... Du weißt, was ich glaub? Ich glaub, die haben den... Pass mal auf. Ich glaub, die haben den... Ich hab jetzt nicht viel drüber gehört. Ich glaub, die haben den irgendwo im Ausland erwischt und haben den dort eingesperrt. Weil sonst... Sonst wäre das nicht möglich. Der hatte sich 100% mal gemeldet. Eier hatte sich, glaub ich, gemeldet. Aber das ist auch schon wieder drei Monate her. Jetzt musst du mir mal anschreiben über das Tablet. Mal fragen. Was los ist. Warum bin ich eigentlich nicht so früh auf die Idee gekommen, zu fragen über das Tablet, was los ist? Ja, voll dumm eigentlich. Naja, gut. Aber der wird sich... Bis jetzt auch noch nicht mal melden. Ich vermute auch nicht, dass er so bald wieder kommen wird. Guck, der wird dann nichts getan. Unser Pappaufsteller. Er ist jetzt leider wirklich ein Pappaufsteller. Ja. Aber wir haben hier halt nicht mal offiziell als Pappaufsteller. Damals war im Kino wirklich der Pappaufsteller. Ja. Ja, stimmt. Das ist das Powerpuff-Gelder. Ich sag mal so, die, was am meisten herausstechen in letzter Zeit, seien von die Facharbeiter Jason Quby. Das sind die drei, was am meisten herausstechen. Von der Aktivität her und von dem her, was sie machen beim Umschalten, etc. Ich glaube, die nicht mehr oft dazu. Das sind die drei, was am meisten herausstechen. Bitte? Ist Edin nicht mehr oft da? Letzte Woche, letzte anderthalb Wochen, so gut wie gar nicht da. Oder letzte Woche, nicht letzte anderthalb. Von Edin jeden Tag, wenn ich da bin, kommt mir vor, ist Edin nicht mehr da. Das macht mich irgendwie traurig. Das ist halt so ein Un- und-Auf. Der ist halt mal eine Woche, ist er halt mal sechs Tage da und dann halt mal eine Woche nur einen Tag. Ich finde aber rein so, Edin hat es ja auch mal verdient, irgendwie mal aufzudingsen. Das ist ja nicht. Ich finde es halt so ein bisschen schade. Ja, aber wenn man ihm diese Chance gibt, muss er halt auch mehr da sein. Er muss ja da sein. Ja, das stimmt. Aber Edin hätte es halt auch mal verdient, weil er ist auch schon so lange dabei und dann müsste echt mal... Vor allem vielleicht hilft das auch, aber es tut ihm halt auch so weh, wenn er halt nicht so oft da ist. Und dann sagen wir mal erst mal wieder öfters da so on-off, klar. Aber den würde ich halt auch mal ein bisschen hochstufeln jetzt demnächst mal. Jetzt ja auch mal verdient. Also du willst Edin auch direkt da hochziehen? Hätte ich gesagt, ja. Weil Edin, ich sag mal, Edin war einer, der jetzt auch schon lange dabei ist. Edin ist einer, der kann ich ja auch vertrauen so. Wobei, man muss ja sagen, wir haben ja auch dem Leben vertraut, das ist ja nicht, ne? Aber, und Edin vertraue ich. Ja, also ich sag mal so, zum Ende ist das Vertrauen ein bisschen geschwunden von den Aktionen, die Liam gerissen hat, aber das Grundprinzip ja. Was hat denn Liam gerissen? Ja, das ist eben das ganze Gemecker. Ach, das meinst du ja gut. Weißt du? Weißt du, ich denk mir so, meckern gibt's ja immer irgendwo. Bei jeder Beförderung. Bei jeder Beförderung hat's heißen, Wolfi muss mit dir reden, Reini muss mit dir reden. Bei jeder Beförderung. Aber weißt du, er war doch Director. Da bist du dumm. Ja, danach erst, ja. Ja, aber der hat doch... Wir haben... Wozu haben wir einen Director gemacht? Der ist eins unter Vize. Und dreht sich auf. Das finde ich halt helfen. Wo sieht er sich denn? Wir haben doch gesagt... Letztes Mal war auch das Gespräch mit Vize, wo wir gesagt haben, wir brauchen nicht mehr Vize. Dann weiß er doch, er kann nicht aufsteigen. Er wollte unbedingt, dass der Winz degradiert wird vom Director, weil der Winz null Führungspotenzial hat. Ich glaube, darüber hat er mit mir immer drüber geredet, da war mal was, ja. Er hat, er hat, ich glaube... Da war mal was, ja. Er hätte sich nicht so dumm angestellt, hätte das vielleicht irgendwann werden können, aber... Das, ja. Jetzt, äh... Kann er eine Erlösung. Ja. Nee, aber weißt du was, ich finde es halt schade, er hätte es auch einfach sagen können. Du, ganz ehrlich, wenn er sagt, er möchte ja nicht mehr sein, dann würde ich es akzeptieren, weil er hat uns ja nichts... Weißt du, er hat uns ja nichts Negatives getan, so. Das sage ich halt. Ja, ich glaube... Also, ich sag dir auch, wie es ist, ich glaube, er hat euch halt eh nie komplett vertraut, weil... Er ist immer zu mir gekommen, ja, ich kann immer nur mit dir darüber reden. Und mit jemand anderem. Ich verstehe aber nicht. Ja. Da hat keiner was gegen ihn eigentlich so. Nö, das habe ich mir auch versucht, x-mal zu erklären. Aber, wie gesagt, einfach... Ich saß einmal da, ich glaube, vier Stunden mit ihm. Alter. Einfach nur, um ihm zu erklären, was Sache ist. Aber er versteht es halt, oder er hat es halt nicht verstanden. Ja, aber warte noch ab, das Kartell wird sich schon ansehen, was sie davon haben. Hallo. Ja, damit ich auch was dazu gesagt habe, Mark, zu dem, was du gerade vorhin gesagt hast, ja, bin ich auch dafür. Könnt ihr mich kurz aufklären, was gerade passiert ist? Kurzfassung, Liam und Igor haben uns untergangen, haben Infos ans Kartell weitergegeben und seien jetzt beim Kartell. Im Ernst. Ja, aber steil ich schon an, einfach drüber. Wir haben die jetzt nicht eingeschleust, oder? Wir haben im Kartell das gesagt, dass wir heute das Kartell überfallen haben. Das Kartell hat Mark angerufen, dass sie sich mit uns treffen wollen, außen auf dem Bergplatz auf dem Großen. Wir haben uns mit denen getroffen, sie haben alle mit die Waffen auf uns gezielt, dann ist er Nissan GTR angefahren. Da sind zwei maskierte Personen ausgestiegen, dann haben sie die Masken abgenommen. Da ist dann Liam und Igor da gestanden und dann wurde von Mark verlangt, dass sie beide jetzt sofort kündigt. Und ja, die sind zum Kartell übergelaufen beide. Aber... Blatt aus? Nein, nein, nein. Konnten wir nicht. Geht nicht. Wir waren zu 5 und da sind 15 Mann mit Waffen vor uns gestanden. Du, aber ich habe halt sowas schon gerochen, dass sowas passieren wird irgendwie. Ich habe gewusst, da ist mehr dahinter. Weil er hätte mir sonst am Telefon gesagt, weiß einfach wer, dann hätten wir richtigen Radau gehabt. Ne, aber ganz ehrlich, ich habe auch gesagt, einfach in Ruhe lassen, das zerstört sich von innen heraus. Das habe ich auch den Leuten gesagt. Lasst die Zeit einfach in Ruhe, lasst einen Igor in Ruhe, lasst einfach hier, Liam in Ruhe. Einfach abwarten, einen Tee trinken. Das wird nicht funktionieren. Und dann haben sie noch probiert, mich abzuwerben, der Toni. Wo wir alle am Boden genießen. Da ist dann der Toni zu mir gekommen. Er hat sich vor mich hingestellt und gesagt, bist du sicher, dass du wirklich richtig bist? Dann habe ich gesagt, ja. Dann hat er gesagt, bist du ganz sicher? Dann habe ich gesagt, ja, ich bin richtig. Dann hat er sich rumgegeben und ist gegangen. So, er wollte mich abwarten. Ja, aber ich glaube, am Ende des Tages werden wir drüber lachen, weißt du. Ich bin gerade nur verletzt von Liam. Ja, sind wir alle. Aber dann müssen wir jetzt durch. Und ich habe auch schon gesagt, einfach... Du musst bedenken, ich habe Liam angefangen. Generell, als ich hergekommen bin. Wir haben alle viel mit Liam gemacht. Er war ja oft da, muss man auch sagen. Aber wir haben jetzt eh gerade drüber geredet, wie er sich anscheinend über sehr vieles beschwert hat. Und hier anscheinend unglücklich war. Aber du musst auch so sehen. Die Wahl. Eben, das musst du halt auch so sehen. Und zum anderen, ich sag so du, dass... Wenn ihr in das Kartell jemanden aufnimmt, der, ich sag mal, eine Snitches, ein 31er bei uns macht, dann dürfen die sich das aber auch erstmal übergehen lassen. Wir müssen da auch aufpassen. Das wird halt... Seien noch nicht die ersten 31er, was ich gehört habe, was sie von uns aufgenommen haben. Ja, wie gesagt, ich will es... Ich bin froh, wenn das so ist. Ich lasse sie auch komplett in Ruhe. Ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Also für mich sind sie es halt nicht wert, weißt du? Und einfach in Ruhe lassen. Lass einfach ihr Ding machen. Ich glaube, das zerstört sich irgendwann von innen heraus, wenn du Leute aufnimmst, die ein 31er abziehen. Bin ich ehrlich. Und wir schauen, dass wir weiterkommen. Scheiß auf die anderen. Wir schauen, dass wir jetzt wieder ein bisschen stärker aufbauen. Die können machen, was sie wollen. Und ganz ehrlich, ich lasse das Kartell mittlerweile so links liegen. Wirklich. Ich lasse sie einfach links liegen, weil ich einfach weiß, dass das Kindergarten ist, was dort ist. Ich lasse sie einfach links liegen. Die haben sich aufgeführt wie die größten Affen. Ja. Ich lasse sie links liegen. Es interessiert mich gar nicht mehr. Ja, die ganze Zeit. Ja, komm, wenn du doch ein Mann bist, zieh deine Maske aus. Und... Ja. Ja, das ist halt... Erst auf das habe ich einfach keine Lust auf dieses Kartellgelaber. Aber wie gesagt, das, was heute war, ist passiert. Es war heute insgesamt eine Achterbahnfahrt. Der ganze Tag war heute eine Achterbahnfahrt. Warst du zuvielgeweise mit Larissa im Hospital? Ja. 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 Nicht. Was? Nee, doch. Warst du? Ja, gesagt. Die haben ja gesagt, Maske ausziehen. Habt ihr die Maske ausgezogen? Ich erstmal nicht. Larissa hat ihre irgendwann ausgezogen, hat dann irgendwie rumgeschrieben. Keine Ahnung. Weil es war ziemlich stumm. Dann sind die mir ziemlich auf den Geist gegangen. Und dann habe ich auf jeden Fall meine ausgezogen, weil es mir einfach auf die Nerven gegangen ist. Ja, er hat jetzt sie nicht ausziehen müssen. Dass sie alle mal die Schnauze halten sollen. Er hättet sie nicht ausziehen müssen. Einfach anlassen. Die können euch im Krankenhaus nicht sagen, was zu tun ist. Die sind weder Polizisten, noch sind sie irgendwie beim Krankenhaus Angestellte. Noch haben sie das Recht, in die Notaufnahme reinzugehen. Das haben sie nicht. Also die haben nichts zu sagen. Wenn ihr da drinnen seid und die sagen euch, mach dies und das und jenes, dann könnt ihr denen den Mittelfinger zeigen. Ja, klar. Also verstehe ich nicht, warum das so gemacht wurde. Weil das hat er uns vorgehalten. Dann stimmt das also doch. Ihr habt zuerst gedacht, er will doch nur euch hier eins auswischen. Ja, gut. Ich habe meine erste rausgezogen, als Larisse rausgezogen hat, weil es dann eh... Ja, dann ist eh egal. Aber trotzdem. Das nächste Mal einfach merken mit dem Krankenhaus halt, solange es keine Aufforderung von PD oder von den Angestellten dort ist, können die gar nichts. Ja, ich habe meine Maske auch für 10 Minuten nicht ausgezogen, wo die mich die ganze Zeit angeschrien haben und dann als Larisse rausgezogen... Boah, das macht mich grad so sauer, dass ich nicht da war. Da dachte ich weiter auch scheiß drauf. Das macht mich grad so sauer. Wäre ich da gewesen, hätte ich euch gesagt, weil ich habe allen gesagt, wo wir angekommen sind, zieht die Masken nicht aus, die können euch nichts. Einfach nicht ausziehen, einfach hinlegen und gut ist. Die haben nicht das Sagen im Krankenhaus. Na gut, ich habe dann halt relativ neu dazugestoßen, habe direkt Schießerei gehabt. Keine Ahnung, ich habe drei von denen gleich geschossen und dann haben sie mich geholt. Ah, das hat jeder Tag heute bei echt. Ach du Scheiß. Sehr vieles falsch gelaufen. Ja, ich komme gleich mal wieder nach. Ein bisschen Urlaub, den ich hatte. Ja. Dann kommen direkt sowas, zwei Leute, die uns verraten und... Check. Ich hatte ja was wie der große Kasse. Achja. Oh, ist 1.07. Ist 1.07? Ja, 1.07. Perfekt. Was ist denn jetzt der Formel los? Verstehen Sie die Formel alle ab? Keine Ahnung. Vielleicht wollen sie ein bisschen Präsenz zeigen um 1.07. Zeilen wir wieder neun Leute. Ja, ich werde glaube ich mit ihm gleich mal reden. Wir wissen wie so. Wir wissen wie so. Wir wissen wie so. Da brauchst du gar nichts mehr drüber reden eigentlich. Dann würdest du was sagen. Bitte lass den... Ich würde einfach... Ich würde ihn fragen wieso und ich werde ihn noch... überhandeln Sie noch jetzt benutzt. Du, der wird dir die heile Welt erzählen, dass das alles hier scheiße war und so. Lass ihn einfach. Wie gesagt, das Schönste ist, wenn du einfach jemanden gehen lässt und er dort ein Chaos anrichten wird. Die werden schon sehen, was sie mit dem haben. Und einfach Tee trinken und zugucken. Das ist immer das Lustigste. Einfach Tee trinken. Einfach komplett ignorieren. Ja. Nicht antworten, wenn er irgendwas hat. Deshalb, ich habe auch gesagt, es ist nicht mal wert, dass wir irgendwas machen gegen ihn. Ich habe auch gesagt, kein Jagen, kein gar nichts. Ich habe auch Toni geschrieben, du, mich interessiert das so in der Hinsicht gar nicht. Wir haben keinen Bock auf irgendwas und die sollen die... Ich bin froh, wenn sie wechseln. Weißt du, ich bin ja froh. Der soll das nehmen. Ich... Interessiert mich gar nicht. Ich habe es ja, glaube ich, relativ eindeutig geschrieben bei uns. Helmut hat im Übrigen jetzt auch Zugang zum Verteiler-Team. Ja. Das möchte ich. Äh, Seniorenheim. Vertreter. Bingo-Club. Bingo-Club. Weißt du, was witzig ist, Alter? Wenn wir mit den Obers unterwegs sind, dann muss der sich nicht mal verkleiden, Alter. Ah mein Gott, stimmt. Der muss ja wirklich nicht mal verkleiden. Der kann einfach ohne Maske gehen und ist einfach Mitglied halt. Jaja, das ist... Ah, das stimmt. Der Opa Uli. Ja, hier war kleiner. Die Lücke. Geil. Der was für eine Lücke? Manager. Director. Ein... Ja, warum ist denn da wohl eine Lücke? Dann sag mal drei Manager, die du jetzt bestimmen würdest. Warum? Warum? Weil ich dir das sage. Sag mal drei Personen. Ich will Habub wieder auf Manager ziehen. Na. Der ist nie da. Der will auch gar nicht. Das hat er mir gesagt, er will nicht. Ist... Habub ist... Inoffiziell Manager. Aber wie die Treiber da auch da sein? Ja. Das wird schauen. Habub ist da, wenn er Spaß haben würde. Er sagt aber jedes Mal. Er ist da, um Spaß zu haben und nicht um irgendwas zu managen. Er will das nicht. Ah, ja. Das ist eigentlich nicht. So, die erste Treibung sind sie gekommen. Ich stehe rein. Auf Manager, boah. Wir haben schon besprochen, ne? Wenn wir sehen, dass Manager. Ja. 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 Komplett still. Gut. Na, wir sind direkt noch, ne? Ach so. Ach so. Ach so, er braucht erst mal. Na sag jetzt. Was hast du? Äh. Habt ihr gar nichts gehört? Nee, nichts. Gar nichts. Das heißt, was ich gehört habe, das Rattern in deinem Kopf, ja? Geil. Ja, ich dachte auch, du brauchst ein bisschen länger. die anderen kinder ich habe ich habe gesagt jason vielleicht weil der ist mehr oder weniger ich etwas da als teamleiter oder manager manager ticket aus dem grund wenn ich da war und nicht etwas mit ihm gemacht habe war es eigentlich immer fehlerfrei und hätte nichts gegen ihn auszusetzen das wäre schon mal 1 schon das hat auch sehr selten da wenn er öfters da wäre könnte ich mir auch vorstellen weil wenn es um scheidung geht hat er auch schon relativ gut welche getroffen team weiß ich nicht wäre auch so zwischen ja und nein würde ich sagen tendiert richtung ja wenn ich mir auch vorstellen er ist da manchmal auch ein bisschen so wie ich halt jetzt köpfe ich aber es auf ankommt hat auch eigentlich ganz gute ideen was mit gb das ist ein absoluter hitz kopf den muss ich jedes mal runter warte mal warte mal du sagst du hast einen hitzkopf na der ist mittlerweile schlimmer wie der edin erstmal schlimmer als wurscht er lässt sich sehr stark von seinen emotionen treiben also ich glaube in letzter zeit im funk ist eigentlich immer relativ positiv aufgenommen wenn er auf sachen reagiert hat gegenüber den cops ist jeder eine ganz andere geschichte aber das sind halt die cops und stimmt ja aber wir müssen auch gegenüber den cops nicht wegen keine ahnung erbse halt ich wollte gerade sagen mit der erbse um geht er meine letzte zeit so haben wir erfunden wegen jeden scheiß und zweistündige diskussion mit denen an ja was ist wenn man auch möglich anwalt et cetera es rückt auch außerhalb mit den cops zu diskutieren was spricht noch dagegen was seine entscheidungen teilweise dass sie zum beispiel letztes mal im vormittag haben sie irgendwelche cops probiert sind aus aufzunehmen was dann im endeffekt schiefungen ist wie wäre es denn wenn man wenn man immer darauf anspricht habt ihr schon mal gemacht mit den cops bezüglich dem thema ja öfter schon öfters weil es bringt sich nichts mit denen die ganze zeit rum zu diskutieren nein das sieht er aber nicht an das wird trotzdem wieder wie gesagt er macht halt immer auch nach veranwalt und aber richtig übertrieben na gut haben wir heute auch gemacht aber bei uns war es halt wirklich ja aber er macht es wegen 10 km mal geschwindig ja du bist aber auch ein arsch was sowas angeht du machst es um sie zu ärgern aber er macht es auch ernst ich war mit 18 neben vorbei gibt dann einmal kurz auf 90 gas warte bis hier umdrehen lass mich anhalten und da mach ich halt stress ja aber er macht es ernst du machst es um sie abzufangen das ist ja auch nicht halbe stunde mit denen wo man dabei kam da sind glaube ich fünf leute angerückt weil ich immer gesagt habe ne glaub ich nicht kannst da nochmal jemand holen und wasser von kibi eis er ist immer sehr schnell mit dem boot schießen deutsche eimer sehr schnell okay puh gut also kibi muss man sagen er ist halt auch nicht nur negativ dass es jetzt nicht so rüberkommt er ist ein guter Typ kann man auch witzige Sachen machen aber für eine Führungsposition wo man auch in manchen Situationen wenn keiner von euch da ist Entscheidungsgewalt hat naja das werft Manager ne ja aber wenn keiner von euch da ist tue ich auch die Entscheidung treffen im gewissen Ding weißt du mal wer da ist und guckst Gegenfrage weißt du noch als du Manager geworden bist wann das ungefähr war ne spenden vorlesen mach ich mach ich dann sorry vier Monate fünf Monate ich muss nur ja das Gespräch fertig machen ich lese dann alles vor Leute ihr wisst ich lass nichts aus das heißt auch wenn ich dann eine Stunde vorlesen sollte ich lese jede einzelne Donation vor oder haben wir gesagt wir geben dir die Chance naja die Chance warum also nicht er ist schon Teamleiter hmm dann können wir es aber wie gesagt er lässt sich sehr von seinen Emotionen treiben du auch ja aber in wenn es wirklich drauf ankommt kann ich mich auch noch unter Kontrolle halten und dann halt ich noch im klaren Kopf weißt du weißt du wenn es halt keine Ahnung jetzt darum geht gleich einen Krieg zu provozieren weiß ich schon wann ich aufhören muss bevor ich das komplett rausgezählt die wie halt eher nicht er sieht die Grenze nicht schießt halt einfach mit 300 weiter weißt du was ich meine ja sonst ich meine das müssen wir auch nicht heute diskutieren ne können wir auch ein anderes Mal machen jetzt sind weh ich ja vielleicht mal eine Nacht drüber schlafen und das mal verarbeiten was heute passiert ist dann gucken und uns von allen einmal die Meinungen einholen das hätte mich auch interessiert was die Leute sagen weil ich bin ehrlich ich denke mal so die Leute werden es so wissen wahrscheinlich also ich mache jetzt von den 6 7 Leuten die jetzt in der Führung sind aktuell also ich sag's so wenn ich halt wenn ich jetzt ums aufschließen gehen würde wäre ich halt beim aufschließen Larissa jetzt glaube ich äh Holger Fischi ja du musst jetzt nicht alle aufzählen aber die halt ja aber es ist einfacher wenn du sagst du für die Frage kann man welchen das ist ein klar weniger aber wie gesagt sonst Jason und Tim kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen und ich glaube ja ich glaube wir haben auch Tim damals gesagt noch nicht weil er da noch relativ neu war und ich glaube es ist genug Zeit vergangen um mal zu sagen äh hey wir geben dir die Chance weißt du so zeig was du draus machst die Chance geben so und er ist gerade Mitarbeiter sprich er würde Leute wie oh das ist angenehm ruhig aber wir sind auch grad sehr ruhig Jason, John Jason so 21 Monate danke Kuss Marco, Dibi überspringen Tache ist auch noch da hallo Tache schön dass du hier bist stimmt wie er P-Chat ist an wir könnten ihn eigentlich ausmachen wenn wir das wollen aber Marco ach komm ich mach den mal aus hat die Ewigkeit nicht mehr gesehen hat er grad zugechillt um die Uhrzeit das sind nicht so viele Leute die dir ans Bein pissen ach doch ich seh den immer wieder ach ich den du warst jetzt auch die Woche nicht da vielleicht der sagen ja ich war auch die Woche nicht da hab ich Urlaub ab ich hoffe ich krieg das hin ich das will Marc willst du die andere Sache heute machen oder welche genau das hier über das wo der Frau geredet haben achso das heute machen weiß nicht warum wir das nicht alles gemeinsam machen so sich gescheiter wir sind davon bis wann wir da zu einem Fuß kommen mhm mhm die Frage ist wann bist du das nächste Mal da das ist ne gute Frage haste recht eben was machen wir es jetzt mhm wollt ihr Randy dann eigentlich auf den hoch machen das hier und dann mehr oder weniger auf ich bin zu blöd den Chat freien zu geben achso ja Taha kannst du machen ich bin da zu blöd dafür ich bin ganz zu lost dafür ich brenne mehr Pi Taha bitte tu mir den Gefallen – Danke Kuss ich schau halt die ganze Zeit aber ich kann halt nirgendwenden sonst auch Manager sehen also es wäre jetzt für mich die einzigen zwei die ich was die steuereinschätzung mit den avi zum beispiel anrucks auch nur so als frage ja wobei mir ewan was meint ihr zu lieben also ewan muss ich sagen es eigentlich auch echt habe seinen armen überlesen also ich glaube aktivität ist durchschnittlich also ich sage mal so die höchste aktivität von die unteren von die alle was mit dank haben hat der jason der qb unter dem jemand ist länger dabei also ich würde generell ewan eigentlich gerne mal befördern also wenn ich etwas machen würde würde ich halt sagen immer befördern zumindest halt auch teamleiter wenn ich halt sogar höher weil wenn du sagst drei aber ich weiß nicht ob nur zwei oder drei teamleiter haben wollt was haben jetzt das haben wir jetzt mit wie gesagt haben wir uns wie gesagt hoch also ich würde den heute unter auflagen die chance einfach geben ja weil dann der qb oben dann könntest du auch ein ego oder so da hättest du halt vor zwei monaten damals nicht gesagt manager weil so eine flachweife brauchst du halt und da wird es dann doch alter bagella bagella alles gut darfst du zu geburtstag habt dich lieb alter danke so unerwartet um diese uhrzeit vielen dank dankeschön ich persönlich würde ich für 249 vielen dank jason und team manager ja wir müssen jetzt mal gucken wie es mit team weitergeht also heute den ganzen tag müssen wir weiter gucken es hat sich heute so alles auf den kopf gedreht ist unglaublich dann iwan und justin nehmen und halt schauen wie es weitergeht mit denen und ich weiß nicht wie viele manager haben wollte jason gibbie team manager iwan und justin team genau also mit larissa dann halt und meins erweitern so hätte ich es jetzt gesagt das wäre jetzt meine meinung ich weiß nicht was hättet ihr davon ich sag so viel wen hast du jetzt gesagt äh sorry jetzt durchsagen gibbie in team und in manager man scheiß tablet alter jason gibbie im und jason da bin ich beim jason dafür beim gibbie dafür beim team enthalte mich und beim teamleiter stimme ich zu also bist du mit meiner meinung oder so mit deiner meinung fein außer bei dem enthalten also ich bin auch damit echt zufrieden was zu machen bei team gut team ist immer da da hätte ich auch kein problem muss ich ehrlich sagen wer ist denn von der jetzt gerade da maurice martinez wie kommst du jetzt auf maurice maurice seit 80 jahren nicht benannt auf einmal so ja maurice ist der star ich dachte wer von den unteren jetzt gerade da ist weil ich gerade team angesprochen habe was wir gerade gesagt haben mein gott weißt du ich denke mir so ich dachte von unten wäre jetzt noch von unteren da ist ich sag ja jetzt hat tim und du so na gut da wäre der jason da der justin da und der tim da ist maurice echt oft da ist der das mit dem haben wir gestern von krisen gespräch gehabt und ihm so durch die bumme gesagt wenn das so weitergeht dann wartet mit ihm wir brauchen keine leichen so außer die sache ich nenne es jetzt mal die vier spezialisten so aber nicht dass er dann noch wird verlieren weil er stand ja auch nicht um also ich sage dir so wie es ist maurice leo und ich hatte unsere eigene kleine gruppe damals wir hatten so kleine gänge wir haben angefangen zusammen ich kann es mir nicht vorstellen hätten die so alle drei zugleich aber wenn 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 er jetzt denkt auch ich stehe auf der kippe und dann jetzt zum beispiel die beiden anfangen auf ihn einzureden es geht ja nur darum also ich gar nicht da so um das geht es halt ein bisschen zeigt dass er aktiv ist ist ja nicht das problem so das ist ja dumm wenn du halt leichen hier hast also ich bin ein bisschen anders ja dann sag hau raus gibi jason ja auf manager tim würde ich teamleiter machen ich finde halt persönlich ist es halt einfach zu früh für manager ich habe gedacht tim tun wir nach oben richtung facharbeiter dass wir mal hochstufen und von weißt du so die beiden wollten ihn auf manager hoch machen ah ok ja gut das finde ich auch zu höflich weil das ist noch mal bei mitarbeiter eingestellt ich dachte ich dachte ihr wolltet ihn auf facharbeiter erst mal ja ja das darf das darf sich unbedingt in betracht ziehen weil wenn der mitarbeiter engagiert der ist aktiv als et cetera wie ein facharbeiter dann musst du die reine folge nicht unbedingt einhalten ja das stimmt schon ja kriege ich dir recht aber halt so ein riesensprung ist halt schon heftig dann oder direkt auf manager gehst du wirst 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 wenn du wirst ja es gibt so 60.000 leute geben es sich gerade wo wir gerade diskutieren wenn wir einstellen ja 6.000 Leute geben sich das wie im Tablet chill und wir gucken, wenn wir einstellen. Unglaublich. Auf kurzfristig dann sich dann auch umentscheiden. Aber heute war halt so krankes AP, also mir hat das heute so Spaß gemacht. Da kann man das auch schon so ein bisschen ausfaden lassen. Ja, er ist aktiv wie Sau. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn in dieser Position sehe, wenn wir irgendwas machen, dass er sagt, nein, wir machen das nicht. Das sehe ich bei ihm nicht. Also ich sehe ihn halt nicht in so einer Führungsposition aktuell. Man kann oder also wen ich da mehr sehe, oder die zwei Personen, die da eher, ich sag mal, im Funk eine Ansage drücken können und sagen, nein, wir machen das nicht. Sie sind halt für mich eher da Koffermann und Ram. Der hat gerade so viel Spaß. Wobei Ram halt von sich selbst wahrscheinlich sagt, dass er nicht so weit nach oben will, weil ich sag mal, damals hat er sich nicht selbst geworben, Koffermann schon. Ich hab Spaß bei sowas. So dumm. So eine Klatsche, aber ich sag doch alle, weißt du, sieben haben einen in der Klatsche, oder? Er spielt da mit mir im Tablet rum. Nö, ich? Ich seh's auch. Wir spielen gerade zu dritt. Ich krieg richtig einen Monk gehen, weil, ey. Es hat mich auch die ganze Zeit so getriggert, gerade. Ich krieg richtig Zittern im rechten Auge, ey. Ich will Tetris spielen, aber ich konnte es nicht drehen. Oh, das ist so geil. Sorry. Guy, Jason, Koffermann-Manager, Ram, Teamleiter, Justin und Tim als, ich nenn's jetzt mal, spezielle Facharbeiter, die wir auf, im Auge haben. Das wäre mein Vorschlag. An Ivan siehst du nirgends? Ich glaub, Ivan ist nicht oft genug da. Und das letzte Mal, als ich mit ihm das nochmal so gesprochen hatte, hat er auch gesagt, so, ich werde in letzter Zeit halt nicht so viel da sein wegen dies und das. Also, wenn Ivan zeigen könnte, wenn er halt öfters da ist und wir sehen das so, dann wär's ja nicht das Problem, denk ich. Würde man immer noch machen. Wiss ja nicht. Sag mal, jeder hat so die Chance. Nur, weil er jetzt eine Zeit dann keine Zeit hat, ist ja nicht schlimm, aber wenn du halt dann einem zeigst, dass du wieder da bist, so, kann man immer noch sagen, gut, wie gesagt, ich will's eh, gefühlt, ich sag mal, ausbauen noch. Und, man kann die Zeit immer um eins erweitern. Na klar. Deswegen, also ich bin für Gibi die Chance geben, aber halt, mit Gibi wird halt geredet, ganz normal. Ich sag mal, im Prinzip wie mit anderen. Das ist mega spannend, echt, also muss man das ernst sagen? Maste, ist mega spannend. Jason, ich würde jetzt am liebsten gerade einschlafen, weil, ich sag mal, da soll ich ein bisschen probieren mit den Sachen, ich mag sowas überhaupt nicht. Aber sowas muss halt auch gemacht werden. Aber ich denke mal, dass der das da relativ ich finde das auch so langweilig, ich kann so schlafen. Vor allem, ist das krass, das ist die Stimme, die Stimme von, ähm, er ist vielleicht manchmal ein bisschen schießgeil, äh, von Walker, so schön. Ja, ist immer er, ich hab übrigens nicht mehr einstehen, äh, so angenehm. Da ist das halt kein Argument mehr. Ach, ist das schön. Ja, mega spannend, da kommen. Ich finde die Stimme, er könnte so geilen ASMR-Content machen, hör mal zu. Äh, Ram, äh, aufgrund von seiner kompletten Art, der gelasteten Situation, etc., äh, er ist auch eher jemand, der, wenn es stressig wird, äh, einen kühleren Kopf bewahren kann, äh, ihm die Chance auf Teamleiter geben, äh, und, ich sag mal dann, Tim hochzieht sie noch Facharbeiter, aufgrund von Aktivität und, Ryan Walker, ASMR. QB, wie gesagt, der ist gerade Facharbeiter geworden, sozusagen, äh, den aber auch auf Auge behalten, für höheres, wenn Aktivität so bleibt, und ihn vielleicht manchmal so ein bisschen, äh, dazu drängen, dass er, äh, die Sache übernimmt, dass man so ein bisschen guckt, was für Führungspotenzial er hat. Das war ein Schrimp? Nein, Gürteltier. Das ist ein Gürteltier. Aber das ist ein Oktopus. Das sehen wir dann noch. Dann müsste er auch dann irgendein Teamwerk, der Facharbeiter hochziehen. Welche Lücke soll man schließen? Die Director, da machen wir uns dann noch Gedanken drüber. Marc wollte ein Jahr später, glaub ich, noch was zu sagen. Ja. Soll ich das jetzt sagen? Wo soll man das später sagen? Wir könnten jetzt aber Fly, oder halt 2024, wenn du das nächste Mal da bist. Nee, durchziehen, so von mir aus, wir können das auch jetzt durchziehen, ist das egal. Ich wollte gerade sagen, wir könnten aber Jason und Tim dazu holen, und dann könnten wir das genau da mal machen. Stimmt, dann ziehen wir das jetzt durch. Alle, was jetzt da ist, dann bitte einen Besprechungsraum einfinden. Okay. Das heißt, Sir, ja, Sir. Was ist mit Jason? Was? Also Jason, nochmal? Achso, sorry, das mit Jason, Jason, Jason auf Manager, Tim auf Facharbeiter, ja. Achso, ich hab keine Ahnung. Da auf eine Tür zu gehen, geht wieder irgendwo eine neue auf, ne? Erfänglich. Ja. Du bist komplett fertig, wirklich, also. ich bin wirklich komplett fertig. Aber wie viel hat man zu sehen? Hier mal mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen, ne? So, hat gerne mal einmal geboren. War da was jetzt? Ja, Jason, Jason, Jason als Manager und Tim auf Facharbeiter. Soll man das hier machen oder ich weiß nicht? Ja, drin Besprechungsraum ist überfällt. Achso. Was habt ihr noch besprochen? Was habt ihr gesagt? Äh. Kibi und Koffermann auf Manager. Genau. Kibi und Koffermann. Eigentlich hat man noch irgendwas anderes gesagt eben oder nicht? Oder bin ich jetzt? Nö. Nö. Nicht wirklich. Chaos, meins. Ihr könnt verarschen. Ich glaube, er will es unbedingt hören. Merkt es? Wenn es dir gleich stinkt, Alter, dann... Merkt es? Merkt es? Macht es nicht, wenn es... Ihr ist mir rauszudrückt. Das ist unglaublich. Oh. Ach, macht ihr. Ich bin zu blöd dafür. Ich komme immer durcheinander. Ich bin auch durcheinander. Das einfach nur, weil ich die ganzen Namen nicht kenne. Seid doch ehrlich. Ich kenne die Namen. Echt? Wer sitzt denn da? Zweite von rechts. Äh... Er hier. Äh, Dings, Jason. Ach, nee. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. Ich... Okay, warte, 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 warte. Wer ist die zweite von links? Hör mir auf. Ich weiß, ich weiß, schau mal, ich kann bemerken, er ist, er ist klein Wolfi, das weiß ich. Weil er der Einzige ist, der mit der Frisur rumläuft. Nein, nicht du, weißt du, ich mach das mich, ich mach diese, sorry, aber diese Frisur triggert mich. Lass mich in Ruhe. So, dann haben wir hier den, 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 da, da, ja. Ich bin der Prinz Jason. Danke, ich. Ja. Ich kann ja sein, dass du die Haare gehörst hast. Warte, 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 Das ist Maurice, dankeschön, das ist Maurice. Aber hier hinten haben wir, ähm, unseren neuen Angestellten, der, der Dark, Welchen Schmidt? Das ist Karl Schmidt, weil Nikola Schmidt ist der, der immer diese, ähm, Wolken, ich bitte nochmal sagen. Ja, schier die. Soll ich dir eine gute Brücke geben für die ganze Person? Nein, weißt du, was mich, was mich, was mich triggert, dass die Leute sich jedes Mal die Haare färben. Ja, ich musste, ich wurde gezwungen von Wolken. Und das triggert mich, weil ich, weißt du, wo ich am besten die Leute erkenne, wenn sie die Haare haben? Und wenn sie immer andere Haare haben, erkenne ich keinen mehr. Das ist mein höheres. Blaue Haare, ich mache blaue Haare, Nein, mach nicht, bei dir weiß ich, wegen der Käppi. Bei dir wegen der Käppi, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich mir blaue Haare mache, erkenne ich mich. Nach sechs Monaten kriege ich eine SMS. Ja, bist du. Ich muss, ich muss ehrlich sagen, wenn du jetzt blaue Haare machen lassen würdest, würde ich dich nicht erkennen. Ich schwöre es dir. Ich würde es nicht wissen. weil ich mir die Käppi ausziehen würde und an dem vorbeilaufen würde. Nein, weil, Alter, ich erkenne die Leute meistens an den Haaren und am Outfit. Das Gesicht kann ich mir nicht merken, aber im Gotteswillen nicht. Wobei, außer markante Gesichter, zum Beispiel, komm, da, da, markantes Gesicht, das erkennst du, das erkennst du. Aber Alter, schau schon mal, wenn du die drei in die Reihe hast und die hätten jetzt alle dieselbe Frisur, schwer wird es. Weißt du, wie du ihn erkennen kannst an der Frisur gerade? Ja. Rat mal, wer das ist. Wer ist ganz links? An der Frisur? Wie, wie sieht der aus? Wie? Wie, wie Maurice? Nee, Maurice ist ja rechts. Maurice ist rechts. Eine berühmte Person. Oh mein Gott. Was hat der für einen Haarschnitt? Ja, wer ist es also? Justin. Ja. Aber, aber Justin, weißt du, was das Problem ist, was ich mit Justin damals gemerkt habe? Am Haarschnitt. Welcher Justin? Kannst du mal bitte aus mir rausgehen, Alter? Aus mir raus. Jetzt werde ich besser. Ich war da gar nicht in dir drin. Jetzt wird es spannend. Wir haben zweimal Justin. Wir haben einmal, wir haben einmal Justin mit, äh, äh, nee, nee, ein Justin haben wir mit. Justin, der Neunschwänziger, ja. Nein, Justin, der Justin mit dieser anderen Frisur, wie, na komm, mit diesen braunen Haaren ist das doch. So hell, hellbraun. Justin, breitbraun. Was zeigst du, ich bin nervös herum. Also, jetzt zeig das Mikrofon. Du machst mit uns fertig. Ryan hat dieselbe Frisur wie er. Aber bitte, wenn ihr hier seid, seid mir nicht böse, wenn ihr die Frisur ändert und euren Style ändert. Ihr macht mich damit wirklich psychisch fertig. Acht Monate miteinander zu haben. ich lass das jetzt so, das passt. Danke, danke, weil dann merke ich es mir auch. Ja, ich hab jetzt keinen Wolf mehr hinter mir, der jeden Tag sagt, ich soll zum Frisur gehen. Das ist ja echt. Nee, weil jedes Mal, schaut mal, wie lange hab ich meinen Haarschnitt jetzt mittlerweile? Wie lange hat er schon seine Cabbie? Du hast ungefähr zweieinhalb Monate den Haarschnitt, weil du hast ihn davor einmal gewechselt, hast dich dann geärgert, weil der Haarschnitt scheiße aus da hast du ihn wieder gewechselt. Ja, aber das war nur vor einmal kurz. Das ist nichts Dauerhaftes gewesen. Und du hast einmal deine Haarfarbe gewechselt. Das stimmt, ja. Einmal kurz. Aber ey, komm, das ist halt ein Unterschied, wenn du halt komplett alles immer ändern musst und das dauerhaft. Und dann heißt, wer bin ich, wer bin ich? und dann das Gesicht und dann hat der noch einen anderen Style und dann fragt er, wer bin ich, wer bin ich? Ich brauch so was, was möglich ist. Nee, das macht mich fertig. So. Jetzt hab ich so Justin, Maurice. Es fängt schon wieder an, als ich bin. Justin, Maurice stimmt schon nicht. Nein. Maurice ist mit den braunen Haaren. Ja. Ja. Dann machst du doch drei. Auch Justin, dann auch, Kind. Ich kann mir den Namen nicht merken. Warte, wir haben, ich schau jetzt nicht in Tablet nach, wir haben, links haben wir Justin. Ja. Welchen? Nicht, nicht Breitbau. Sondern? Ich, ich schreibe ihn um, er heißt jetzt Justin nicht Breitbau. Ich wollte schon sagen, Justin Ramirez. Boah, 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 nein, 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 bin ich wirklich, da halte ich mich bedeckt. Nee, Alter, bei Namen, also bei Namen, bitte, da bin ich echt, nee, warte, wir haben, wir haben, wir haben links, warte. Ich habe, ich habe, ich habe noch vorher den Namen genannt, warum bin ich so dumm? Dass das liegt. Das ist eine rhetorische Frage? Ja, das ist eine rein rhetorische Frage. Nee, das ist, bitte, bitte, wenn ich mir euch jetzt den Namen merke, war das im Übrigen im Haarschnitt. Links haben wir Justin. Maurice ist, Maurice ist ein zweiter. Was soll das? Warum kann ich mir den Namen nicht merken? Warte, 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 auch mit J tatsächlich. Jonas. Nein. Nein. Jonas. Jonathan. Nein, was ist, ich habe ihn doch vorhin gehört. Jetzt haben wir ihn gerade vor zehn Minuten gehört, dass Jonas einen zehn Minuten im Urlaub hat. Ich bin dumm. Ich merke, das Problem ist, ich weiß, ich kenne die Leute, aber ich kenne die Namen nicht. Du bist besonders, du bist nicht dumm. Nein, ich bin dumm, ich bin dumm, wirklich, ich hasse mich dafür. Was für Namen gibt es mit J und A? Jacqueline. Alter, wow. Jasmin. Alter, du hast gerade den Stuhl demoliert, den Zahnstuhl. Alter. Junge, der Stuhl ist einfach kaputt. Was? Ja. Fängt schon wieder an. Die gehen kaputt. Ich war so froh, du, ich war so froh, dass ich nach Monaten die Führungsetage wusste, weißt du das? Ey, J, A. Ich war froh, dass du mich nach acht Monaten in dein Handy eingespeichert hast und nicht mehr gefragt hast. Du bist lachen, ich habe dich immer nicht im Handy eingespeichert. Ich wollte dich vorhin angerufen. Ich habe dich nicht gefunden. Ich habe dich nicht gefunden am Telefon. Doch, du hast mich eingespeichert. Nein, habe ich nicht. Das hast du mir sogar gesagt. Habe ich nicht. Doch, hundertprozentig. Ich habe keinen Scheiß. Ich habe, vielleicht habe ich dich verwechselt. Nein. Pass auf, ich habe Vince, Pablo, Wolf, Freddy habe ich noch drin, Olli habe ich sogar noch drin. Ah doch, ich habe dich, also Sieben Walker habe ich eingespeichert. Deswegen. Weißt du, was ich gesucht habe? Ryan, ich habe die ganze Zeit Ryan gesucht. Aber siehst du, wie lost ich bin. Frag es direkt um, sonst vergisst du es wieder. Aber J-A, J-A, äh. J-A-S, komm. Ja, gut, ja, 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 Jasen. Nee, Jason in dem Fall. Jason. Ich habe jetzt mal Jason. Aber bitte lasst, wenn du die Haare so lasst, dann passt das für immer. Bitte lasst die so. Oder merkt, oder merkt euch, macht euch irgendwas und dann erkenne ich euch immer an den Haaren, weil das macht mich fällig. Aber dann haben wir noch Maurice. Weil da, da war ich getriggert. Ich war jetzt getriggert, weil ich weiß, Maurice, einer von beiden, dachte ich, ne? Wirklich, habe ich jetzt vorhin gedacht. Dann, gut, das wissen wir, ähm, ähm, hier. Siehst du, ich habe es gerade vorhin gesagt, ich wusste es vorhin. Ein Schmidt, ein Schmidt, ein mit C fängt er an, nicht Carlos Schmidt, sondern, ähm, siehst du, mit C, ich weiß es. Auf einem guten Weg. Carlos. Carlos. Nee, nicht Carlos. Na. Karl Schmidt. Karl, aber mit C, ne? Karl mit C. Dann Tim Wolf. Genau, Carlos. Und hier, unser Neuling, den weiß ich, weil der so einen einzigartigen Namen hat, nämlich, äh, Helmut. You know? Och, ich hatte es vorhin gerade erst, ey, Helmut, äh, Helmut. Den kannst du mit dir, Alter. Das Leben des Brian. Nee, siehst du, ich weiß den Nachnamen wieder nicht mehr. Ich weiß nur noch Helmut. Der Helmut, Darkmut. Ich bin ein Kriegs, Alter, ich bin ein Ritter. Ritter, danke. Da muss ich jetzt an die Frau Ritter denken. Ich bin ein Helmut, ich bin ein Ritter. immer den schwarzen Ritter von den, von das Leben des Brian. Ich dachte, Helmut ist, ich dachte, der schwarze Ritter verliert niemals. So, jetzt sag ich mich, jetzt sag ich wieder richtig. das wäre Niklas. Ich dachte, das wäre Niklas mit Helmuts Spitzname. Nein! Dachtest du, das wäre Niklas? Ich wusste, ich wusste nicht, dass wir heute den Helmut eingestellt haben. Oh, mein Gott. Aber du hast recht, ey, aber du hast nicht unrecht, wenn man hinguckt, guck mal. Wer da heißt Helmut, der da. Ich bin Helmut. Ja, aber ich, sieht aus wie Niklas, du hast recht. Er sieht aus wie Niklas, nur alt. Du hast nicht unrecht da. Ja, viel fällt da nicht. Der Niklas sieht schon verdammt alt aus. Das stimmt schon. Und die Jungs sitzen jetzt da und denken sich und für das haben wir jetzt vorher kommen sollen, oder was? Ey, aber jetzt, das war jetzt die Show, wir haben uns, ich habe mich jetzt zum Affen gemacht. Dankeschön, danke. Ihr dürft jetzt gerne applaudieren. Deshalb sind wir jetzt alle dazugekommen. Wir haben jetzt einen schönen Auftritt hingelegt. Ich sehe keinen Klatschen, das macht mich traurig. Quatsch, Comedy Club. Danke, danke, danke schön, danke. Das sieht jetzt eher so nach Mitleidsklatschen aus. das sieht echt nach Mitleidsklatschen aus. Na, schon drei, das reicht schon. Drei von drei fanden es lustig. So, jetzt, ich überlasse es dir, bevor ich jetzt komplett den Baden verliere, bitte. Das macht mich echt fertig. Willst du zuerst deinen Part übernehmen, oder sollen wir erst unsere machen? Macht euren Part zuerst. Wolfi, das kannst du später machen. Ist mein Part das ganz zum Schluss? Wolfi, falscher Moment. Ja, dein Part ist das, was wir zuerst besprochen haben. Okay, gut. Genau. Das mit dem Pool. Gut. Das wollte ich, das habe ich dann gefragt, was das ist. Wir wollten den Pool umhauen lassen. Hab ich vergessen. Ihr war alt, fein mal kick. Was mit dem Pool? Ne, bei uns beim Pool haben wir herausgefunden, dass du dort echt gut Gespräche halten kannst. Jetzt wollen wir da so einen Tisch hin machen. Aber werde ich auch noch später besprechen. Und halt so kleine Blubberblasen, weil, ähm, Habubs Mutter kommt zu Besuch und die will das. Oh Gott. Wo wir gerade davon reden. Ich war letztes Mal zweimal da, ne? Wir haben eine Besprechung gehabt. Und auf einmal geht eine Granate hoch, ne? Also wirklich. Es war kein Wasser mehr drin. Ich habe es gemerkt. Es war kein Wasser mehr drin, wie ich heimgekommen bin. Es war leer. Es war einfach nur. Komplett leer. Ich habe bis zum Erdkern runtergeguckt. Oha. Ja. Das war eine Wasserbombe. Ja. Die ist schon ziemlich schwer. Ich habe mich umgedreht, da war die auch. Weißt du, Nordkorea hat vielleicht Atomwaffen, wir haben Habubs Mutter. Das ist halt so. Wir sind dem Niveau angekommen, dass wir so die Hitze bringen können. Ja. Wir müssen echt aufpassen damit. Das lasse ich lieber. Ich glaube, das lasse ich lieber. Ja, lass das auch lieber. Tomate. Oh je. Nee, wir haben 1.45 Uhr. Das ist das beste Wort. Das 1.45 Uhr, wir machen ja so Nordkorea-Witzung. Alles klar. Perfekt, Jason. Ja, Alter, wenn Amerika, wenn Amerika hier Habubs Mutter hat, die gewinnen alles. Das Ding schmeißt du drauf, also halbe Welt geht unter. Junge, die macht Bauchklatscher Russland weg. Aber hat die Bombe nicht Fat Boy quasi, nicht Fat Girl. Was? Ich habe nichts verstanden. Die Bombe hat doch Fat Boy quasi, oder? Nicht Fat Girl. Ach, Fat Boy. Nee, nicht Fat Boy. Stimmt, Fat Boy hieß die, ja. Eben. Ist doch nicht ein Motorrad hier. Jetzt wird immer noch besser. Jetzt wird immer noch besser. So, Jason, für das nimmel Kommentar kannst du hier einmal ins Mikrofon kommen. Bis morgen, Frau Bittler. Maurice, ans Mikrofon, ne? Maurice mit den Klau... Ich mache jetzt nur Spaß. Alles gut. Den Text von Barbie Girl kennst du, ne? Nee, kenn ich nicht. Jetzt labert es nicht wie jeder. Bist du dir sicher, dass du den Text von Barbie Girl nicht? Ich schwöre ich. Ich schwöre ich. Aber ich weiß, was du auf jeden Fall kennst. Eine Bläse. Den Weg... Eine Bläse? Oha. Zum Kleidungsladen. Hm? Das soll ich wohl schon sagen, als ob jetzt der Weg war umsonst. Oh, ich verstehe es jetzt. Erst mit dem Weg zum Kleidungsladen. Oh mein Gott, ich verstehe es jetzt. Guten Morgen, Marc. Ach, du Kacke. Ist es schon... Aber es ist so spät. Das tut mir sehr leid. So, Info für alle, was ich es nicht gecheckt habe. Jason ist so eh befördert worden zum Manager. Da kann man mal klatschen, bitte. Freut mich sehr, Maurice, dass du jetzt Manager bist. Mich auch. Freut mich sehr. Ja, Maurice. Also das wäre echt peinlich. Ich fahre zum Kleidungsladen. Geh, stellst du dich nochmal setzen, bitte. Weißt du, wo ich mir nur immer schwärme? Aber schau mal, ich will mich schwärme. Alle machen klar. Dem sitzt gerade da mit so ein kleines eingeschnapptes Kind. Das ist richtig so trotzig. Ich habe mein Ü-Ei nicht bekommen. Ü-Ei sind verboten in den Staaten. Stimmt, Ü-Ei sind verboten. Aber um zwei-jährigen Kind Sniper zu kommen, ist auch nett. Ist okay, du kannst einfach in der nächsten Folge von Star Trek mitmachen, Alter, mit Demo. Wirklich. Du sitzt einfach, wenn Mama sagt, ich kaufe dir keine V-Bucks, Alter, sitzt ja da so. Du kamst zu spät. Mama kaufe dir keine V-Bucks. Tim war übrigens der, kennst du dieses, das Meme von Fortnite? Wo ist Trevor? Nee, Travis. Wo ist Travis? Wo ist Travis? Travis. Wo ist Travis? Travis. Das war Tim. Ich höre, man merkt, dass es... Wenn man merkt, dass es nur spät ist. Gut. Ja, man merkt. Wir wollten noch weiter fortsetzen. Tim, weißt du, wo Travis ist? Nein. Hier vorne am Mikrofon, ab geht's. Soll ich für den Text diesmal singen? Das ist jetzt wirklich gut singen. Warte, das nehme ich auf. und dann schicke ich in den Verteiler. Dann nimm dein Handy raus, google noch einen Text und sing. Nein. Doch. Nein. Doch, das wird jeder im Verteiler sehen. Auf keinen Fall. Das ist in der Anordnung, Junge. Mach jetzt. Nein. Jetzt keine Uhr zu filmen. Das war die Musik dazu. Doch. Sing jetzt. Ja, das brauchst du mit singen. Nein. Ich sing nicht. Jetzt komm, sing. Nein. Alles für die Familie, als ich gesagt. Sing. Nein. Nein. Warum die teilen? Sing jetzt. Sing. Ich kann das nicht. Mach. Los. Nein, ich kann das nicht. Wer weiß das, dass es nicht konnt? Ich kann das nicht. Wer weiß das? Ist das so deine Erziehung? Ja, ich will jetzt mal Erziehung singen. Oi. Familie in Streil ist hier schon gekommen. Erziehung, ey. Boah, hab ich dich nicht drauf eingelassen bei dir. Singst du jetzt wirklich? Machst du es jetzt? Ja, jetzt sing doch. Nein. Sing jetzt. Nein. Doch. Es ist, schau mal wie spät es ist. Jetzt wird es gesungen. Bitte. Ich hab ein besseres Lied für dich. Warte. Wenn du das nicht singen willst, dann kannst du das nächste singen. Warte kurz. Es kann nur schlimmer werden. Kann nicht. nur schlimmer werden. Leise. Es kann nicht mehr schlimmer werden. Perfekt. Das ist gar kein Problem. Angeleine Fischer oder so. Nein, dann, Edin weiß, was jetzt kommt. Also, ich wette, wenn du den Helmut da raufholst, der singt selbst. Was? Wenn wir die da raufholen, singst du sicher. So, Edin. Mach komm. Oh Gott, nein. Ich höre es aber nicht. Das ist so ein Lied. Ich bin so traurig. Das ist Wap-Bab von B. Oh, ja, bitte. Nee. Komm los, sing. Ich kenne den Text nicht richtig. Ja, egal. Du hast den Telefon, da kannst du einfach, da ist so eine Internetfunktion. Ich weiß nicht, eigentlich in deinem Alter kennt man das Internet. Ich glaube, da ist ein bisschen nass. Das Internet ist für uns alle Neuland. Wenigstens Wap-Bab kannst du singen. Bist du, Edin kann das auch. Du auch? Dein Text würde ich jetzt selber nicht. Ich kann das Ding auswendig, Alter, wie oft ich das schon mal vor Folgungsjahren gehört habe. Okay, Dim, ich glaube, jetzt muss ich uns dann der Helmut zeigen, wie man singt. Ja, das kann er. Ja, nimm. Sing. Er hat schon die ganze Zeit mitgemacht. Aber Wolf, ich glaube, du weißt, für was es dann noch reicht. Du kannst das. Das kannst du einfach machen. Oh, das reicht ja einmal nur für einen Azubi. Soll ich das machen? Singst du jetzt echt nicht? Nee, er soll das am Mikrofon ablesen. Singst du jetzt echt nicht? Nein. Warum nicht? Mach ich nicht, ich kann es aber nicht. Ich bin die Musiker. Er hat, er hat, er hat, er hat Angst. Ja, und ich habe auch Lampenfieber. Er hat Lampenfieber, ja. Können wir mal die Lampen abstellen, bitte? Achso, das ist ja keiner. Können wir Licht ausmachen? Es wäre so lustig, wenn es Stromausfallen wäre. Das ist aber blöd. Lachen. Jetzt solltest du eigentlich, was für einen Raum hast du jetzt? Facharbeiter. Perfekt. Gut. Weil ich mich fast rangestellt, hätte ich mich fast befördern lassen, ja. Das wäre cool, ja, wenn ich dich befördern kann, sowas kann ich dich nicht befördern. Achso, ja, das wäre lustig gewesen. Aber weißt du, wen wir jetzt singen lassen können? Jetzt wollen wir mal den Karl, auch der soll singen, ha? Deinen. Oh ja, Karl kann mich schön nachsingen. Ich kann mich schön singen lassen. Aber Karl würde jetzt da vorne noch mal singen lassen. Hä, was? Karl kann es sicher gut. Let's go, Karl. Karl macht das Abschlussplädoyer. Ja, genau. Karl, du kommst zum Schluss. Perfekt. Jetzt mach du bitte einfach deins mal. Ich bin so verwirrt. Ach, jetzt geht es zu einem Punkt draußen. Ja, Darf ich auch singen, oder ist das dumm? Du darfst auch singen. Was willst du singen? Das ist Katy Perry. Keine Ahnung, ich kenne keine Katy Perry. I give you the girl. Ja, nee, das kann ich nicht. Du hast atemlos durch die Nacht. Boah, atemlos. Oh nee, was habe ich denn mal gesungen? Dieses, dieses, nee, wie heißt denn halt? A Clara Indiana. Drei Chinesen mit dem Kontrabassel. Wenn du das in der heutigen Zeit machst, kriegst du richtig auf den Deckel. Ich glaube auch. Das ist genau wie von Nordkorea mit der Nuklearbombe, ne? Ach nee, das ist aktuelles, das ist aktuelles, gutes Timing, finde ich. Das ist passend. Gutes Timing? Aber ich sage mal, solange nichts von Hans Söldner singt, spaßt alles. Wer ist Hans Söldner? Google es am besten einmal. Nein, danke. Ich weiß nicht, ob ich das googeln will. Doch, jetzt willst du es nicht googeln. Du willst definitely deep googeln, Ryan. Du willst googeln. Wenn ich das eingebe, kommt, was ververs ist. Wie heißt der? Ich sage immer, die soll das googeln, und wenn das irgendeine Kacke ist, dann heißt die. Söldner. Das ist ja wie so ein Porno-Darsteller, Alter. Ich weiß jetzt nicht mehr, was du beguckst. Imok Leben, Freiheit und Genuss. Ja, das hätte ich auch schon gesagt. Am besten ist das Lied mit B. Boah, ich glaube, ich kenne ihn sogar. Verkehrskontrolle, Fahrzeugkontrolle. Die Sacker, die Fahrzeugkontrolle. Ich kenne ihn aber nicht. Das, was du machen wolltest. Ja, wegen dem Pool. Also, wir haben vor. Oh, warte, ich habe eine SMS bekommen, die ist sehr wichtig. Da muss ich jetzt da rangehen, Entschuldigung. Ich muss an die SMS kurz rangehen. Das ist aber echt, das ist ein guter. Jungs, entschuldigt mich kurz, die SMS ruft dann. Was ist so möglich? Ey, das ist echt die Ruhezeit, ne? Ja, das ist... Ne, wie geht denn dieses Lied, fällt sich ein, dieses, äh, ähm, oh ja, warte, das ist, da muss aber die Stimme richtig so, 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 das wirst du gleich weinen. Es wird nie mehr so sein, wie es war. Das, 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 das kenne ich. Er kommt, Alter. Okay, jetzt aber wirklich, ähm, ist das Mark Forster? Ja, das ist Mark Forster. Das passt nämlich zu mir, weißt du, Mark Forster. Kennst du das nicht von 2005, von die Firma? Die eine. Oh, das ist die eine, die eine oder keine, keine andere Frau, gehe ich lieber in den Bau, keine Ahnung, wie das geht. Wirklich, der Typ hat ein Lied gemacht, gefühlt in seinem Leben, jeder kennt das. Und das, das war der One-Hit, ne, das war's halt. Das ist die eine, die eine oder keine, für keinen anderen Frau, ging ich lieber in den Bau. Ich möchte, ich möchte gerne, äh, Edin mal ins Mikrofon bitten, bitte. Genau. Ich kann auch gerne noch mal den Beat anmachen. Edin darf jetzt auch singen. Edin, du darfst jetzt singen, du darfst jetzt singen, und zwar darfst du jetzt Barbie Girls singen, habe ich gehört. Ich kann das nicht, aber ich kann das nicht auswendig. Ich kann das höchst nicht ganz auswendig. Ja, dann google das. Ach, okay. Wie geht das nochmal? I'm a Barbie Girl in my Barbie World. In my Barbie World. Like, fantastic. It's fantastic. You can brush my hair. Scheiße, jetzt weiß ich nicht mehr. Weiter. Nein, schön. Undress me everywhere heißt das. Undress me everywhere. Imagination. Alter, komm mal, Helmut hat die Moves, it's fantastic. Undress me everywhere. Ich kann nicht ernst bleiben. Imagination. Love is the creation. Come on Barbie, let's go party. Guck dir den, Mutter. Wow, wow, wow. Come on Barbie, let's go party. Das kennt doch jeder das Lied. Gut, was wollten wir jetzt machen? Genau, wir wollten wir wollten Edin dazu bringen, dass er den Pool auslässt, dass wir den neu machen können. Das war's, genau. Ja, da war Habub's Mutter drin, ich weiß. Außerdem wurde Gambino da drin gedustet. Deshalb möchtest doch keiner, weil deshalb musst du's machen. bitte. I, Gambino wurde da drin gedustet. Bäh. Wir würden, wir würden, wir würden, äh, dich als Director, äh, einstellen, wenn das für dich okay ist, natürlich. Das heißt, du darfst dich heute auch umziehen. Ich, man hört dich nicht. Egal, was du gerade sagst, man hört kein Wort. Ich glaube, er hat's gerade die Sprache verschlagen. Ich glaube, er hat nichts verredet. Ja, nee, ich, ich hab auch nicht, ich hab das nicht erwartet. Oh, jetzt. Das hast du nicht erwartet. Nn, nee. Mann, die Scheiße. Wunderschöne Schaue Reise. Mann, ich hab' eingeschissen. Ich hab' richtig reingeschissen. Es wäre natürlich schön, wenn deine Aktivität, sich nur bis sie steigern würde besser. voll klar. Ich hab' voll reingeschissen. Jace, merkst du das? Ich muss sagen, das hast du dir mal verdient, weil du schon so lange dabei bist. Da muss auch was gemacht werden. Ich bin auch sehr dankbar, weil das schon echt lange geht und das hat sich auf jeden Fall jetzt mal, denk ich mal, gelohnt. Stimmt. Das wurde dann so verzeiht. Ich danke euch und ich danke auch euch allen. Es freut uns, dass es geklappt hat. Ja, den Pool machst du mir trotzdem. Nicht Spaß. Da will keiner mehr ran. Und, und das Schlusswort, Schlussplädoyer, Schlusslied hat, würd ich sagen, unser Neuerer Helmut. Helmut, bitte auf die Stage. Helmut. Helmut. Jetzt darfst du uns was vorbringen, Helmut. Wir möchten alle auf und auf. Ich hab' ein Lied. Wäre ich jetzt gleich... Erwarte, meine SMS ruft an. Spaß. Den werde ich mir merken jetzt, wenn ich irgendwo ganz schnell aus der Situation muss. Entschuldigung, meine SMS ruft gerade an. Ich muss mal kurz raus. Meine SMS ruft an. Ich muss kurz drangehen. Ich muss ganz kurz drangehen und zurückrufen. Meine SMS ruft an. Aber ich muss sagen, ich habe es noch letztes Mal vor allem nicht erwartet. Du hast es letztes Mal eigentlich erwartet? Nein, nein, nein. In Begen letztes Mal hätte ich es erst recht nicht erwartet. Achso, was war das? Achso, weil wir dich da zusammengestaucht haben, meinst du? Ja, uns alle. Ja, wir haben ein paar Leute zusammengestaucht. Aber dem rennt es ja auch. Und weil mit dem System war es gar nicht frei. Ja, ist irgendwer geflüchtet. Soll ich schon mal anfangen? Ja, ja. Aber warte, warte. Ich nehme auf. Ach, warte. Ich habe dich gar nicht befördert, ne? So, nee. Nee, warte. Das war nicht rüber. Das ist mir gerade aufgefallen. So, bitteschön. Danke. Ich habe das ganz vergessen. So, jetzt. Da war ja was. Gruppensext im Altersheim. Was hat meine Oma? Nein. Sogar das Tante-Nähmchen. Typ. Juni, das ist wirklich, das ist ja Gambinos Vater, Alter. Was hat der Risiko da drin? Sogar das Tante-Nähmchen. Sogar das Tante-Nähmchen. Oh, die Schwester-Oberin hat schon wieder einen drin. Oh, deine Opa-Klause macht meine kleine Power. Oh, die Schwester-Oberin hat schon wieder einen drin. Seitdem. Bei der Opa-Klause. Oh, wir könnten dafür Geld nehmen. Bei der Opa-Klause. Ich schwöre, wir müssen für den Ticketverkauf machen. Wir machen hier so ein Theater drauf. Fünfzig Mal. Fünfzig Mal. bin sechs im Altersheim. Alter, keine Oma, nein. Aber das Tantelinchen Was ist wie ein Kaninchen Danke Das war Vielen Dank Das war wirklich Oh, da geht er noch weiter Das geht noch mal hinter Helmut, du hast doch solche Moves gelernt Der Helmut weiß, wie es geht Helmut, Alter, du bist ja richtig beweglich Der hat da oben backflip Der kann backflip Altersheim Da ist er raus Und einmal rein Auch die Schwester Oberin Hat schon wieder einen Sag mal, gibt es auch noch einen zweiten Part? Das ist immer dasselbe Ich warte immer auf den zweiten Part Das kommt einfach nicht So, dann rufen wir gleich mal Eine Abholung für ihn Das wir gleich mal Prüfen lassen Alter, wir laufen die Pränen, Junge Ah, geil Schon wieder einen drin Ja, wir machen einen zweiten Part Wenn dann Einen drin, hat sie Einen drin, ja Ja, danke Wirklich Alter, wir gehen jetzt on Tour mit ihm Ja, das muss Das muss Supertalent Weg mich doch im Arsch, Helmut Stell dir mal vor, der kommt beim Supertalent Dreimal, ja, direkt Und da kommt dieser Goldregen von oben runter Aber komplett An alle schlechten Daumen stellen wir ihn auf die Bühne Und dann haben wir raus Alter, guck dir ihn an, wie sportlich der ist mit 80 Jetzt kann ich mal, schau mal, was ich kann Gleich macht er ein Rückwärtszeichen Ach, nee Ach, nee Jetzt ist noch mal Ruhe Ach, scheiße Ich glaub Gut, weil ihr jetzt noch da seid Ich würde mal noch die Abschlussworte jetzt finden Jetzt, wo wir Spaß hatten Ich denke Bitte Ich krieg keine Luft Ach, schön Ähm, dann Genau Hol dir am besten Aquarium Da hast du ein bisschen Wasser Nee, also Wir sind Haben wir eins? Nein, haben wir nicht Wir haben einen Pool draußen, wo der Bubsmutter geschwommen ist Da will ich nicht mehr reingehen Da war Gambino drin, Alter Okay Um zu den Schlussworten zu kommen Heute War es sehr dramatisch Wie ihr mitbekommen habt Es Habt Es hat heute wirklich Es hat heute gehapert, muss ich schon sagen Sehr gehapert Haper Nee, ähm War schon Ja Nicht so der beste Tag Aber man muss sagen Wir haben das Beste draus gemacht Wir haben das Beste draus gemacht Was heute Jedenfalls Ich bin stolz darauf Dass jetzt erstmal alles wieder so läuft Geschäftlich Und Das wir auf jeden Fall jetzt ein bisschen aufstocken Was das betrifft Was Leute betrifft Angestellte betrifft Neue Da wollen wir Bisschen Gas geben jetzt Dass auf einem Abend wieder was los ist Und ja Ich bin froh, dass es gut hinhaut jetzt Könnt ihr auch mal vor euch selber klatschen Ist ja euer Verdienst Dass es auch so hinhaut Ne Alle die jetzt hier in dem Raum sind auch Da hinten vor allem auch die Führung Darf auch mal gerne für sich selbst klatschen Wir klatschen für uns als Familie Und auch Zusammenhalt Wer zieht der Masken auf? Ne, komm Und zieht niemals Masken aus Wenn ihr da auch auf dem Vorderwerb draus Äh, im Krankenhaus Niemals Müssen wir uns unterschreiben Der schwarze Ritter verliert niemals Ich muss da jetzt nicht mehr sein Das ist nur ne Fleischwunde Gut, dann gehen wir mal Ich such mal den Blick zum Kleiderladen Ja, genau so ist es Aber stimmt, Kleiderordnung Wollen wir eine neue machen Machen wir mit dem Ding Sonst machen wir heute nicht mehr Ah, guck What the fuck Was war das für ein Geräusch? Wissen, nix gehört Guck mal, wen ich da hab Na, kommt ihr uns bekannt vor? Das ist Helmut Das ist Helmut Guck mal, Helmut Also, Helmut, hast du Jo, ja, ja Das waren die guten jungen Jahre Aber was macht Helmut mit Habubs Mutter Und oder ihr den Stanz Man weiß es nicht Also, Habubs Mutter sieht so auf gar keinen Fall aus Die passt nicht mal auf so ein Bild drauf Die passt man nicht mal auf ein Weitwinkelobjektiv drauf Da musst du aufpassen Aber warum ist sie an der Leine? Ich weiß, da irgendwie Ich weiß, da ist es traurig Oh, Wolffi Tschuldigung, ich hab nix zu lassen Gecancelt aber direkt Wolffi, gecancelt Ich seh es schon Cancelcoacher ist da Ja, gut Ich glaube, ich werde mich mal hinlegen Es ist zwei Uhr morgens, Jungs Wieder hier bei mir abzuhören Ich morgens Von hinten ist auch schön Ja, kein Problem Hast du dir verdient Siehst aber, selbst wenn wir die Leute auch mal zusammenstauchen Heißt ja nicht, dass wir nicht aufsteigen können Wir schauen, dass das schon hinhaut Weil es haut ja jetzt gut hin, denke ich mal Ja, wenn wir das Tablet schauen Das, was heute passiert, ich weiß, glaube ich alle noch mehr zusammen als davor Mein Enkel Ja, es kommen neue Leute Es gehen Ne, es gehen alte Leute Es kommen neue Leute, sagt man Ist aber auch nicht schlecht Das war halt die Leute, die halt hier wirklich bleiben wollen Die bleiben auch hier Ja, und Leon und Igor und so Würden wir nicht in den Arsch aufreifen Ne Du, mir wäre es nicht mal wert Die behandelt die einfach wie Luft Einfach wie Luftbahn Und so ist es Weil das sind die nicht mal wert Die sind nicht mal wert, dass wir uns drüber irgendwie aufregen Oder irgendwie dorthin gehen und da Stress machen Nicht mal das sind sie wert Interessiert mich gar nicht Jo Dann wünsche ich allen eine schöne gute Nacht Und ich hoffe, dass wir demnächst ein bisschen was reißen werden Vor allem, dass wir viele neue Leute auch hier bald mal haben werden Das heißt mal so, die Familie muss wachsen Davon musst du dir die Bewerbung durchlesen Da musst du aber auch gucken Mir wurde gesagt, du bist ein bisschen picky Ich? Ja, extrem picky Ich wollte einfach nur kein Altersheim aufmachen hier Das nicht, aber du, wenn wir ja schon mal einen älteren Mann hier haben Ist das auch nicht schlimm Ich sage ja nichts, wenn wir 50 solche Leute haben, die Guck mal, wie viel prozentual ich abgelehnt habe von den Bewerbern Von den letzten 20 Da waren vielleicht drei Leute dabei, die ich abgelehnt habe Aber ich fand ihn ganz nett Er hat sich gut vorgestellt, er macht das doch Mein Gott, dann haben wir mal eine Ausnahme, die 80 ist Wir haben ja auch einen, der hier 16 ist Hallo Siehst du? Achso, übrigens Wegen den Maybachs Ja Gab der das schon? Ah stimmt Wir müssen wir eigentlich zurücknehmen Aber Wir haben doch eh Verträge also Es sind offizielle Verträge, die geschlossen worden sind Haben sie die? Ich weiß nicht, glaube ich, welche auch gewesen Müssen wir gucken, ne? Ich weiß es nicht Wer hat denn die Verträge damals alle gemacht? Alle eigentlich Nee, nee, aber wer hat die gemacht? Wer hat die ausgestellt? Die Person selbst immer mit der eigenen Unterschrift Okay Aber wer hat sie bekommen? Ich habe sie nicht bekommen Liam zum Beispiel hat keinen Ja, die haben ihn aber rausgelöscht Tja Aus dem Träller Beide hat Zugriff Haben die das rausgelöscht alles? Ja, die sind immer drin Okay Haben die das jetzt rausgelöscht mit den Verträgen? Wahrscheinlich Das war's Mal müssen wir anrufen Igor hat beide Verträge rausgelöscht Kann ich halt leider nachschauen So doof ist es für ihn Die Klosser sind noch da Ich kann anrufen Kann man die nicht wieder herstellen? Da war doch kein jemandenruf Ja, rufen wir an Wollen wir uns das wenigstens zurückgeben können Das wäre schon ganz nett Er hat sie um 23.53 Uhr beide gelöscht Liam Mal eine Frage Das mit dem Maybachs Muss das sein? Dass Igor eure Verträge rauslöscht? Also sagt ihr ehrlich Dafür, dass du so einen Scheiß schon abgezogen hast Was Was Ich dir auch bestimmt niemals Es liegt nicht nur an Maybach Aber Das halt rauszulöschen Das ist halt uncool Sorry, wir wollen noch gar nichts Das ist scheißegal Wir wollen den Maybach wieder haben Ähm Ja Wie gesagt Der Maybach wird halt zurückverlangen Da einer so wie Igor Das ist kein Problem mit Willst du ihn mir jetzt geben? Oder Ich hab Zeit Wie heißt es? Ist Igor da? Mhm Okay Alles klar Wer von euch hat keine Waffen? Äh Ich hab Waffen dabei Dann durchsucht mich Wenn dann keiner weg Soll ich denn wegnehmen? Wenn ich da jetzt hingehe Indem ich Hopps nehme Sie wenigstens keine Waffen Also du sie doch einlagern Ist doch gescheiter Gehst du runter hin Oder ein Auto einfach reinlegen Irgendeins Äh Ich glaub um die Zeit Jetzt gerade sind sie nicht mehr So viel Uns haben sie doch auch nicht rausgenommen Das vorhin Hätten sie auch machen können Ja Wo sie mich nicht gemacht Haben sie mir alles weg Nach dem Handy Wie Funkgeräte Ja ja Aber sie haben vorhin Aber soll ich mitfahren? Ich fahr sonst selber mit So scheißegal Ja Liam ruft mich gleich zurück So meine Lieben Wir werden wir jetzt aufs Ohr haben Hat wer Verträge? Jo Gute Nacht Wolfi Gute Nacht Hat jemand Verträge dabei? Zwei Stück? Naja Ja ja ich hab Ich hab auch zwei Mark Igor ist nicht da Seinen kriegen wir nicht Achso ja dann brauchen wir ihn rein Danke Alles gut Ne aber dann klickst du wieder Also Wie Igor Werde ich mich auch nochmal drum kümmern Wenn er es nicht freiwillig gibt Dann müssen wir schauen Dass wir uns diese Verträge Irgendwie zurückholen Was denn? Bitte? Kommst du denn gerade mit? Ich weiß gerade sehen Wer den Anhang damals reingemacht hat So was gibt das hier denn einfach rauslöschen? Naja ich bin schon wieder zu fett für die Tür Also Ja was passiert? Steins war ein bisschen angestupst Aber Wolfi hat das nicht laufen gemacht Und bei Mark musst du dich bedanken Mark hast du überzeugt Ja was? Ja Helmut hat sich gerade bei mir bedankt Ich hab gesagt sie lag nicht allein an mir Ich hab's angesprochen Äh Wolfi hat's Ja alles gut Danke Alles gut Willkommen Willkommen Danke für die Chance Bitte Sag mal auch mit 80 kriegt man eine Chance Wenn es passt dann passt Einfach schön ähm Außerdem hast du es selbst erreicht Ja schon auch wieder Ja man muss auch sagen Ryan hat zuerst Nein gesagt Naja aber der hat ihn nicht mehr angeguckt Der hat einfach gesehen Na 80 Aber ich kann Altersheim aufmachen Finde ich jetzt auch nicht so cool ne Ah hat sich erledigt Sonst warte ich nur auf Auf Edin Ja ja ich warte nur noch auf Edin Egal Edin ähm wegen dem Vertrag Kommst du raus oder Ja ich warte vorne Geht ihr schon schlafen wir zwei? Was? Ob ihr schon schlafen geht Weil es ist schon spät ne Nee Nee Nicht Bleiben klappt noch ein bisschen Ah echt ihr seid ja den ganzen Tag jetzt noch da Alter es ist zwei Uhr morgens alter Ja Der Tag der geht noch lang Was macht ihr um zwei Wenn niemand da ist Also als erstes erstmal noch Seine Sachen im Kleiderschrank parat legen hier Oh das stimmt Das stimmt Danach gehen wir ins Tripclub Das ist ja eine gute Idee Aber gibt nicht alles auf einmal aus ne Nee nee Irgendwann kommt immer gratis rein Er kriegt Seniorenrabatt Ja weil ich krieg kein Hoch Das bleibt nur so Geheimnis Das muss ich mir sagen Ja aber Dann ist doch ehrlich Also Das stimmt Ja okay Ich nehme mal diese intensive Mal gucken Dann holen wir uns in Maybach zurück Und schauen mal was der macht Also das ist schon unehrenhaft dass man den austrägt Das könnte man wieestens zurückgeben so auf Ehre Ja ist ja nicht mal selbst gezahlt Nee aber weißt du Das ist ja Das geht es mir ja nicht Er löscht das einfach raus Aus dem Trello Ja Er löscht das da raus Was sehr wichtig ist Weil das ist ja für uns Das Dokument Er hat ja einen Vertrag ausgemacht Kann man nicht einfach raus löschen Und sagen Jetzt ist die Welt wieder heile Ich kann den behalten So auf die Art und Weise Das ist halt schon ein Abfuck Wie gesagt ich bin ja froh wenn er weg ist Aber dann soll er wenigstens das zurückgeben Edin wie lange brauchst du noch? 2 Minuten Okay Legt sonst tue ich mal eine Waffe herunter einlagern Bin gleich wieder da Schauen wir mal Vielleicht werden wir noch mal mitgenommen Und 2 Uhr morgens Wir sind die Schuldeneintreiber Wir holen uns das Auto zurück Das Leasing kann er sich nicht mehr leisten Das Leasing läuft ab Nee er kann sich nicht mehr leisten Das Auto Das Leasing Das muss man mal einholen Boah ist das halt schon Zu allem fahren Das Auto abziehen Aber das hat schon seine Rechte Ja klar Haben wir ja das Recht dafür So ist ja nicht So ich lege ab Waffe einlagen Die P90 Ein Thompson Ding Ah wobei die Thompson Ich kann gar nicht behalten Stimmt die wollte ich behalten Die Thompson ist ja eigentlich Ganz geil so Marc fährst du bei mir mit Oder in der Limousine mit Äh Limousine Du kannst Aber warte dies noch zu Ich komm gleich hoch Ja aber ich bin der Pagani Dann fahren wir kurz gemeinsam rüber Zwei Autos Und dann pack ich mal Ah nee ich nehme noch wen mit Ich nehme noch äh Wolf Äh kleinen Wolfi glaube ich mit Naja Mit dem Pagani Achso Du sitzt jetzt drin Okay Digga mit welchem Auto Vier Minuten Fünfunddreißig Rein Motorrad 100 pro Motorrad Motorrad Ich bin In meinem Leben Noch nie Motorrad gefahren Oh Mit welchem Auto Rein Mit Fahrrad Kann ich fahren Ne Sag mal ehrlich Ja Ducati oder Ducati mit Nost Ja 100 pro Ducati Ich fahre Kein Motorrad Du hast mich noch nie Auf dem Motorrad gesehen Ey mit was bist du denn gefahren Sag mal Wissen Sie sagen Gut Mit Fahrrad Alter pass auf Äh soll ich will mitnehmen Weil wir fahren jetzt Dings rollen Ich will mitfahren Äh ich mach jetzt grad noch Die ganzen Wissen fertig Okay Ich glaube ich komm mit Wo wir es denn hin Ich komme auf dem Platz Hauptplatz Hauptplatz Ja fahre ich ja Hauptplatz Wo hin fahrt ihr Hauptplatz Ganz kurz vorbei Kommt ihr Achso Warte Ja warte wo treffen wir uns Mit ihm Hauptplatz Perfekt Ja dann fahr mal Hauptplatz Bin ich gut Ich hab gedacht Das überschlägt Den jetzt Wär lustig gewesen Ein Pagani überschlag Also hier an der Kreuzung Hat sich gestern Am Meer Explorer überschlagen Ja ich hab den gestern Letzten Nacht noch gesehen Als ich dran vorbeigefahren bin Dass er da stand Ja Immer diese Pagani Fahrer Lass mich doch nicht von der Maybach Überholen Ja vielleicht hat er wieder Software Update bekommen Der Pagani Kann man ja die wissen Der Pagani ist zu schnell Schnauze Alli haben nur dass du es weißt Wir sind gar nicht Also ich bin dir gar nicht böse Oder so Du musst auch keine Angst haben Oder sowas Nur dass du es weißt Ach alles gut Ich bin zwar etwas enttäuscht Hätt das auch so sagen können Aber mein Gott Das ist halt so Mach das was du für richtig hältst Ne Kann sein Weiß ich nicht Hat jemand meinen Ferrari gesehen? Welchen denn? Wo waren wir? Der stand oben Auf dem Mitarbeiterparkplatz Er guckt meinen Keller Also ist schon öfters mal passiert Warst du auf der Wiese oder wo warst du? Ja auf der Wiese Wo jetzt der weiße BMW steht Was? Vielleicht in der ersten Brunnen versunken Achso ja kann sein Dass der auf dem Keller steht Ach stimmt Wieder schlecht Vielleicht hat sich die Wiese Zu Treibstand verwandelt Hey das ist ja noch nie passiert Noch mehr ist schon mal bedau Dass der da Stand öfter mal aus dem Keller Ja und wie kriege ich denn das wieder raus? Ist ja keiner da der einen Kran bedienen kann Gar nicht Was ist denn von der Versicherung? Passiert Ja Das passt Dann Viel Spaß mit Malbach Ah ja Ehm Igor müsste auch noch abgeben Aber gut das weißt du Ich höre dich gerade Nicht du flüsterst gerade Hallo? Ich habe nicht gesagt Also Ich wollte nur sagen Igor müsste auch noch mal Vorbeikommen dann irgendwann Kannst du ihm gerne sagen Dass es kurz genug ist So was aus dem Pferde zu löschen Man sieht es nämlich Wer es gelöscht hat Wißt du schon Der Vertrag ist immer nur aufrecht Du müsst es doch nicht löschen Wir sehen hast du Und erstens Ey was soll es nicht scheitern Das denke ich mir Ganz ehrlich Ich habe doch kein Problem mit Aber das müsst ihr nicht rauslöschen Wir sehen hast du Erstens sehen wir wer es gelöscht hat Zweitens können wir es ja wieder herstellen Kannst du Igor sagen Er kann sich einfach selbst wicken Für sowas Liebe Grüße von mir Ja Ja Ciao Ciao Alles gut Hast du überhaupt ein Auto Marco Oder soll ich das mitnehmen? Nee nee Ich chill ja jetzt ein bisschen Ich fang mich nochmal umziehen Fährt mich kurz her zum hier Belände Ich werde mich irgendwo aufs Ohr legen Das ist ganz entspannt Aber man soll den Reisenden halt auch nicht aufhalten Ich bin ihm wie gesagt nicht böse Jetzt auch anders klären können Aber ganz ehrlich Besser der Schmutz ist draußen Als der ist nur immer bei uns im Haus Ich hoffe das Karma Dafür ist der Tod vor ihm Ich glaube das Karma wird Sich für alle ein bisschen ausschlagen Glaub mir Mit ihm der ist so geworden Wie Marco Bruno Oder glaubst du der wird Glaubst du der wird wirklich im Kartell was reißen? Überleg doch mal Wir haben ihm doch bestimmt einfach nur viel versprochen Ich habe keine Ahnung was er erwartet hat Er war der Wrecker Weiter hoch geht's nicht Also was ich mitbekommen hatte Er hat sich immer aufgeregt über alles so Aber es wird sich nicht ändern Es wird dort drüben genauso sein Wie gesagt ja Das ist für die eher der Untergang Wenn sie jemanden einschalten Ein 30er macht Das Blatt wird sich wenden So ich lese jetzt nochmal alles vor So ich bin jetzt für jetzt erstmal schlafen Ich wünsche eine gute Nacht Hallo Guten Tag Guten Tag Nächster Was ein Tag Alter Das ist also sowas Sowas wie heute Jetzt haben wir noch neun Stück am Ende Neun Wenn wir die jetzt erstmal alles geile nehmen müssen Ja weil ich hab da echt kein Bock drauf Ich werd mich hier Ich werd mich hier schlafen legen Alter Ich dachte der geht schon auf Ja ich geh jetzt ja auch schon auf Ich geh jetzt vorlesen Ganz ganz viele Leute werde ich jetzt vorlesen Die ich noch nicht vorlesen habe Das tut mir sehr leid Aber Ihr wisst Heute war RP-technisch Echt sehr vieles ist heute passiert Was ich mir nicht gedacht hab Was alles passiert wird Das ist echt krank gewesen heute Aber ja Stay tuned Es kann immer Es kann immer was Neues passieren Es Also Es zerreißt einförmlich Was mir alles passiert Alter Es zerreißt ein So Ich lese aber alles vor Also heute sind Sachen passiert Jetzt ist schon lange mehr passiert Aber Jetzt hat das Kartell aber eigentlich Eigentlich theoretisch Einen Grund Einen Krieg anzufangen Offiziell Ich meine sie haben gesagt Sie wollen zwar nicht Aber offiziell könnten sie es Also sie hätten gekückeln Aber sie hat gesagt Er will nicht Er will nicht Hätte ich aber ehrlich gesagt Jetzt auch nicht gefühlt Muss ich auch sagen Ich bin Was das betrifft Dieses Krieg gegen Kartell 1 und 7 Eigentlich kein Bock Man hat gesehen Es bringt sich halt eigentlich Gar nichts Zwischen den zwei Fraktionen Es ist so ausgeglichen Wie es jetzt ist Weiß ich jetzt halt gar nicht Kein Plan So Schauen wir mal Jetzt alles durchlesen Ich lese vor Jetzt wirklich alles Was ich noch nicht vorgelesen habe Bruder Ich habe auch schon wieder 7 Stunden gestreamt Das gibt es doch gar nicht Und das ist so viel So leid Aktionsrechte Vielen vielen Dank Liebe geht raus Marcel Platzer Moin Bis der Beste Mach weiter So wie du bist Dankeschön Zockerboy mit Alles Gute Nachträger Ich mein Wuppel Mit 10 Euro vor Vor 7 Stunden Bruder Fühlt sich das scheiße Manuel Redker Guten Abend Und hier eine kleine Spende Für die Katze Und alles Gute Nachträger Geht nochmal Kuss an Manuel Redker raus Das habe ich sogar vorgelesen Von Manuel vorhin Maximilian Bach Alles Gute Geburtstag Nachträger Ich tut mir leid Dass dir das alles Auf einmal passiert ist Ja passiert Aber Kuss Firefighter Grüße Bin auch wieder da Nachricht auf Wenn ich noch Instagram gelesen habe Bis der Beste Zack Dann muss ich nochmal gucken Das ist echt der Hunde Dank für 5 Euro Alles Gute Nachträger Max Maxim NSP Mit 5 Euro Und danke Robert Alle mal bitte Danke Robert In den Chat Für alle die jetzt noch Aktiv dabei sind Oder wisst ihr was Macht mal nochmal Danke Robert Am besten in die Kommentare Vom Livestream Wenn der Stream zu Ende ist Dann nehme ich nochmal Ein fettes Danke Robert Hören von euch So Manni, Banani Alles Gute Nachträger Und wünsche dir Und deine Katze Alles Gute Auch Vielen Dank für 15 Euro Mit Ehrenhaftem Fies Jan Siebe Danke für Sipwer Und Aircon Alles Gute Nachträger Und halt die Ohren steil Nach schlechten Tagen Kommen auch wieder Gute Tage Kuss Aibe, Errelo, O Fische Was ist denn mit Aibe los? Ich hab x-mal von Herrn Aibe gehört Grüße, genau An Herrn Aibe Errelo, Fische Entname Bist der beste Mann der Welt Vielen Dank Der ohne Lappen Ist auch dabei Alles Gute Nachträger Vielen Dank Sturmkiller Nico Ahirsch mit Hut Der Katze Ich hoffe es einfach Gott sei Dank heute Gute Informationen Mitten im Stream gekommen Ich hab heute das erste Mal Im Stream geheult einfach Ich hab einfach geheult Weil ich einfach so happy war Freude Freude des Tränen Wirklich Ich hatte viel Glück Und alles Gute Gute Nachträger Auf einen geilen Stream Vielen Dank Marv Beste Ey, heute war so ein crazy Stream Insgesamt White Dog Bist der beste YouTuber Den ich kenne Vielen Dank auch an White Dog Sturmkiller Nico Für einen entspannten Stream Dankeschön Erdbeere 9 Hab Aktivchat Eine Nachricht geschrieben Aktivchat Alles klar Auf Discord, ne Alles klar Gibt es wieder Beerdigung Von Patrick Nicht, dass ich jetzt wüsste Dark Philipp Mit 10 Euro und Fies Moin Alles Gute für dich Schandl und den Katzen Hör bitte nicht auf Jeter Bist Berechtige Grüße Das hab ich auch schon vorgelesen gehabt Jan Siebert Für deine Katze Hoffentlich geht's dir bald besser Das hab ich auch vorgelesen Ne, noch nicht Ah doch Hab ich vorgelesen Das hab ich vorgelesen Ahirsch Wünsche dir viel Kraft In der jetzigen Zeit Um gute Besserung Deine Katze Vielen Dank Ahirsch Sventu Lass dich unterkriegen Bist trotzdem sowas streamer Und werdet dich weiter gucken Dankeschön Sventu Meiko Mal tun wir auf die einsamen Aufruhrgelesen gehabt Genau Eis mir nochmal Findest du das so Findest du nicht schön Dass du dich immer rechtfertigen musst Leider ja Das ist aber sobald du ein bisschen In der Öffentlichkeit stehst Musst dich irgendwie für alles rechtfertigen Wo Leute auch nicht mal Einen Plan haben Warum das so ist Na Hast du halt Aber ey Ich konnte heute ganz entspannt streamen Muss ich ehrlich sagen Ich glaube das Thema ist jetzt auch Erledigt Aber es ist durch Ich hoffe es einfach Wir einfach mal eine Ruhe haben Mit dem Thema Das ist ja ein Ding Zwischen euch beiden Und es kann Es geht kein anderes an Aber das Ding ist halt Sobald du heute öffentlich bist Na Musst du halt irgendwie was Droppen Weil sonst die Leute fragen Was ist los Ich weiß auch Damals bei Fox War das so heftig Weißt du was ist schon mal Bei Fox war so Fox und ich haben uns Damals überhaupt Nicht mehr verstanden Deshalb haben wir uns aufgelöst Da gab es Da gab es ja auch so ein bisschen Streit und so Zwischen Fox und mir Aber das war alles Weil wir uns einfach Nicht verstanden haben Weil wir gemeinsam Am Server gearbeitet haben Und er hatte Eine andere Meinung als ich Und dann Hat man sich Nicht mehr verstanden Und so Das ging nicht mehr Ich weiß nicht was es ist Aber wir haben uns dann Komischerweise Dann irgendwie halt Überhaupt Wir hatten überhaupt keinen Kontakt mehr So null noch So ganz Vielleicht alles gut Zu Geburtstag so geschrieben Aber mehr nicht Aber ich muss dir so vorstellen Wir waren dann jetzt nicht so Dass wir uns gehasst haben Oder so Ich hab Fox Über die Jahre Nicht gehasst in der Zwischenzeit Hab ich nicht Es war einfach nur so dieses Konnte es halt nicht mehr zusammen Was machen Oder einfach andere Meinungen War es Und man hat sich halt Zu der Schritten Hat sich das aufgeteilt Und der Fox war dann so Jetzt vor kurzem Dann irgendwann Das heißt ja vor kurzem Vor ein paar Monaten Hatten wir wieder einen Kontakt Und dann hat es funktioniert Und dann haben wir gesagt Ja Du weißt du Du bist auch älter Du lernst dazu Damals hast du dich halt Nicht verstanden Und jetzt ist er auch Wieder auf RLO und so dabei Das ist halt auch das Ding Das heißt ja nicht Dass das für immer ein Ende hat Und findet vielleicht auch mal wieder zusammen So ist ja nicht Es geht halt nur darum Ich weiß auch damals Wie viel Stress ich hatte Mit diesem ganzen Thema Fox einfach Was so eine Kleinigkeit war Das hat sich also aufgepusht Weil sich die Communities Gegenseitig hochpushen muss Mit so einem Thema Weißt du Aber es hat sich ja auch Ich meine Schau dir das an Das ist jetzt Ne Jetzt wieder am Server Man hat wieder Kontakt So Und man hasst ja auch niemanden Ich hasse auch keinen Freddy Oder so Das ist kein Hass Ich habe überhaupt Keinen Hass gegen Null Man versteht sich einfach Also ich verstehe es Ich verstehe es halt nicht so Ich glaube deshalb Wird es auch nicht funktionieren So ne So Gesüngepfirchen haben wir auch So vorgelesen Mario R nochmal mit Eure Dankeschön Mr. Möhr Nummer 1 Auch vorgelesen Ich bin wieder da Ich habe ein neues Handy Gesüngepfirchen Vielen, vielen Dank Auch für 7 Stunden Alter Antonio Danke für 90 Cent Habubs Mutter mit Eure frohe Weihnachten Paul Berg Leifertseider Und fünft sie mit Kannst du meine Freundin Grüßen Sie hat Geburtstag Grüße dich Alles Gute Wobei Wenn ich gestern Geburtstag hatte Alter Alles Gute Nacht Achträglich in dieser Hinsicht Albe nochmal mit 42 Vielen, vielen Dank Pay2Win Nee, kannst du mich grüßen Die wieder süße Grüße Pay2Win Ich hoffe die sind noch alle Am Start Die das hier sehen Manuel Alter Paul Gold Auch noch mit 20 Oh ja Vielen, vielen Dank Oh da geht noch was rein Ich lese es gleich vor Ich lese es von unten nach oben Bitte nicht Trigger lassen Hey Doni hast du überlesen Ob er was Ich sagen wollte Los da nicht Fahre der andere Leute Was einreden Du weißt Was du ist Gamergeek Nee, ich habe es vorgewiesen Ich brauche nur wieder Ein bisschen Tobias 21 mit 5 Euro Bis früh Ich mag dich Mach weiter so Grüße mich mal Ich grüße den Tobias 21 Danke Salero habe ich vorgelegt Ich wünsche dir Nur das Beste Und hoffe Dass dein Kater So rasch wie möglich Wieder gesund wird Kurs geht raus An Salero 1 Auch alter Salero Auch schon lang am Start Habe ich aber auch Nicht über lang gesehen Aber ich glaube Der ist auch im Chat Sonst aktiv Mal schauen Überlegen sie Cisco G Lass dich nur unterkriegen Die Leute sind Das haben wir auch vorgelesen Ja und nochmal raus Alter Alter Dieser Ghost Team 07 50 Schweizer Franken Hä Äh Vielen Vielen Dank Vielen herzlichen Reiz da Mein Lieber Der letzte 50 Schweizer Frankos da Ey Vielen herzlichen Reiz da Und das um die Uhrzeit Weißt du Stream ist zu Ende Er haut einfach 50k raus Dich Schweizer Alter Ghost Team 07 Vielen vielen Dank Haut er hier raus Am Ende des Streams Ich glaub's nicht Ich wollte ja eigentlich Von unten nach oben vorlesen Sorry Lass mich mal so ablenken Dann Basti Short Mit dem Euro Hab schon mito Gessen Na ich hab doch heute Noch gar nichts gegessen Tatsächlich Jetzt sind Tage Sehr wenig gegessen Mario R Danke für 5 Euro K7M Stay strong soon Du musst dir keine Sorge machen Paxes Dankeschön Sturmkiller Nico Ärger mal bitte Die Teetasse Ist ein bisschen spät angekommen Jetzt Jasmin Dark Lass dich unterkriegen Alles Gute Für dich und der Katze Ist der Beste Und ich liebe deine Streams Alles Gute Nachträglich Liebe Grüße Vielen Dank an Jasmin Verrostete Puppe Dank für das CP-Wern Oldschool Kevin Bist du Bist du eine real Person Deswegen bist du auch In solchen Situationen Deswegen Bist du auch Durch solche Situationen Betroffen bist Okay Gleich schön Oldschool Kevin Danke Gibt's nochmal 5 Euro Dazu Grüße aus der Schweiz Alter Saldero Danke nochmal Ey vor 6 Stunden Ich hoffe der Brie ist noch da Gern geschehen Dankeschön nochmal Ghostteam07 Alter um die Uhrzeit Wirklich danke Warum fragen da die Leute Ob du Helmut bist Bist du Helmut Wie kommen die Leute drauf Hä Wie blöd Mario R Danke nochmal für den Zeny Dann Linus 707 Auch danke für den Euro Kartex nochmal mit 2 Euro Für das Kätzchen Vielen Dank Alter Mario R Muss ich aber auch sein Mario du übertreibst Aber auch In jedem Stream Sehe ich den Mario R In jedem Stream Donaten Ich verstehe nicht Wie sich das die Leute Leisten können Aber es gibt Leute Die machen das einfach Eine Z-Rocie Danke für das Die Cent Balleria 03 Alles Gute Nachträglich Und man soll die Hoffnung Nie aufgeben Wenn es um Haustiere geht Ja das Ding ist Es ist halt alles Also ich muss sagen Wenn du Wenn du Ich meine Im Monat so 2000 2000 netto verdienst Was wären das dann Brutto Brutto Was wären das 1600 Brutto Und du gehst zum Tierarzt Du musst immer wieder Und weil diese Medikamente Und so Du musst immer wieder Immer 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 wieder Hingehen Und vor allem auch Am Tesma Ey das kostet so viel Aber das ist halt Da muss man sich mal Darauf einlassen Wenn du ein Haustier hast Es ist saumäßig teuer Wenn mal was ist Es ist wirklich saumäßig teuer Ich habe jetzt noch nicht Zusammengerechnet Aber ich habe Ich habe jetzt die letzten Die letzten Tage Tausende Euros Für mein Tier ausgegeben Ein paar tausend Und es kommen noch Es kommen noch tausend Ein paar tausend Auf mich zu Also ich habe Die letzten Tage 2000 Euro Für mein Tier ausgegeben Dass er gesund wird Und jetzt Wo er noch bedreut wird Und so Da kommen nochmal 2000 3000 sicher Auf mich zu Das ist Das ist Das ist so viel Geld Wie willst du das bezahlen Wenn du Wenn du Wenn du Wirklich normal verdienst Das sind so Das sind so Sachen In dem ich ein bisschen unfair finde Das sind Das sind die Sachen Die mich einfach Die machen mich einfach Innerlich machen Die mich so kaputt Wenn ich darüber überlege Ähm Wir zahlen so viel Steuern Aber kannst dann Wenn du hingehst Tausende von Euros zahlen Dass teilweise Sich Familien Es sich nicht leisten können Dort hin zu gehen Um mir ein Tier Helfen zu lassen Was so sau teuer ist Die müssen das einschläfern lassen Hätte ich das Geld nicht Müsste ich mein Tier Einschläfern lassen So traurig eigentlich Gut ich bin jetzt Ich bin jetzt kein Multimillionär Das bin ich nicht Aber ich kann Ich kann mir zum Glück Wenn ich hingehe Und es geht um mein Tier Kann ich es mir Zum Glück leisten Und dass ich mal Ähm Wirklich 5000 Euro Es tut mir zwar auch weh Das ist viel Geld So ist es nicht Für mich sind 5000 Euro Sau viel Geld Aber damit ich das Leben meiner Katze retten kann Gebe ich das aus So ist es ja nicht Aber ich finde das Ich finde das Ich finde das so Ähm Ja zwei Sorry Nach Abzug Ich weiß nicht Ich zahle so einen hohen Steuersatz Ich berechte es bei mir Halt ein bisschen anders Aber nee Es ist so traurig Wenn ich da hingehe Und dann So mir so denke Wie will sich das jemand Leisten können Das ist saumäßig schwer Es ist saumäßig schwer Und dann musst du das Einstellen Das ist so traurig Das finde ich so kacke Du zahlst eh so viel Steuern Darum gibt es nicht Einfach irgendwie Vom Start irgendwas Dass man seinem Tier helfen kann Dass das wenigstens aufgepäppelt wird Muss ja nicht sein Eine langjährige Dings hier Dass du ich weiß nicht Zehn Jahre lang Betreut wirst Geht nur darum Dass es gesund wird Das Tier so Da gibt es keine Tierversicherung bei euch Doch das gibt es schon Aber eine Tierversicherung Die geht ja nur bis In einem gewissen Betrag Und das hilft ja dann auch nichts Wenn du 100 Euro Im Monat zahlst Und am Ende des Tages Übernimmt diese Versicherung Nur 1800 Euro Höchstens Und den Rest musst du dann Wieder selber zahlen Dann kommst du ewiger Fast aufs selbe raus Wenn du das mit den Jahren berechtest Also das Tierversicherung Das ist so teuer auch Also das trendiert sich auch kaum Das kann sich ja auch kaum mehr leisten Jetzt stell dir mal vor Du hast Du hast Wir haben zum Beispiel Drei Katzen 300 Euro im Monat Für eine Tierversicherung Und die zahlen dann nur Bis 1800 Ich hab mich ja ein bisschen informiert Die zahlen bis 1800 dann circa Wenn dann was ist Wo dann 5000 Euro zahlen musst Dann ist es ja auch schon wieder egal Weißt du das meine ich halt Das ist halt Also das ist Aber das Leben ist insgesamt Ein bisschen unfair Wenn es um sowas geht Aber deshalb denke ich mir so oft Es wäre so geil Wenn man sowas hätte Weißt du sowas verstaatlichtes Dass du einfach ein Tier Wenigstens helfen kannst Dass es überlebt Und es nicht direkt einstehen Wann lassen musst Das ist halt jetzt so ein bisschen Real Deep Talk Den ich hier betreibe Aber ihr wisst was ich meine Und ich wusste Ich wusste auch lange zeitig Dass das so extrem teuer ist Ich hab mir gedacht Wenn mein Tier wirklich Extrem krank wird Dann zahlst du vielleicht Maximal mal 600, 700 Euro Dass das in mehrere Tausender Beträge geht Hab ich mir never gedacht Dass das so teuer ist Aber es ist saumäßig teuer Wirklich teuer Hat auch jetzt Mit Inflation zu tun Weil ich hab mir wie so gedacht Ja Was ist wenn mein Tier So krank ist Und es muss Es muss gemacht werden Ich dachte so 600, 800 Euro Max Das ist schon viel Geld Aber das ist heftig Wirklich Deshalb überlegt euch immer Könnt ihr euch ein Tier Leisten Das müsst ihr mal bitte Mit einberechnen Wenn ihr mehrere Tiere habt Könnt ihr euch das leisten Wenn man es krank wird Damit zum Tierarzt zu gehen So Bellaria03 Mit 50 Euro Das gute Nacht Trich Und Man sollte die Hoffnung Nie aufgeben Das war das Was ich vorgelesen hab Genau Mark Rumpe Für verstorbene Katze Meine Katze ist nicht verstorben Die ist nicht verstorben Sie lag im Sterben Vor ein paar Tagen Ja Aber sie ist zum Glück Nicht verstorben Das schreckliche war Das war zu meinem Geburtstag Alter Die war so kurz Vor der Kippe Dass die Wirklich Ins Gras beißt Das war Wirklich schlimm Also Mein Geburtstag war nicht so geil Leider Aber kann die Katze Auch nichts dafür Ich bin einfach froh Dass wir hingefahren sind Direkt Und gemacht haben Das kenne ich mal Erstens Und das ist ein Teilzeit-Mod Mond Mond Genau Teilzeit-Mod Wollte ich schon sagen Left4Dead Vielen Dank an Left4Dead Auch Bödeli LP Alter mit 101 Euro Und eins Das waren 100 Euro Schweizer Franken Servus kurz Schön dass du wieder live Begrüße aus der Schweizer Das habe ich so vorgelesen Von Bödeli Bödeli Vielen Dank Du haust auch jedes Mal raus Da geht auch Kuss raus an dich Ähm Loxi Hi Küson Alles gut für deine Katze Hier ist wirklich noch Loxi Hab ich noch nie gehört Aber da gerne Loxi Loxi noch nie gehört So Simon P-Official Ne PC-Official Die Gesundheit seiner Katze Vielen vielen Dank auch dafür Rossi Die Puppe Kannst du mir die Kinder grüßen Tim und Leon Ich grüße Tim und Leon Das war vor 6 Stunden Mein Gott Es tut mir so leid Hockmein und Kisikiew Maxentwip gewonnen Hannah McNeil Als dreifache Katzenmami Mit einem chronisch kranken Schnurrer Kann ich dir sagen Dass es jeder Cent bezahlt macht Und die Babys Die Therapie verdient haben Wir drücken die Pfoten Dankeschön War schön Aber ja Wenn es ums eigene Tier geht Ist das Geld eigentlich egal Das stimmt Mir tun halt die Leute leid Die das halt nicht machen können Und sich davon trennen müssen Das macht mich fertig Wenn ich drüber nachdenke DKG Vielen Dank für eure Auch danke Luca Neumeyer Scheiß auf die Hater Mach einfach so weiter Wie du bist Ich drücke die Daumen Für die Katze Vielen Dank Ja es kam so viel Auf mich zu Ja Spilu Für die Katze Vielen Dank It's Karo127 Hey Kurt Erstmal alles gute Nacht Zum Geburtstag Bleib wie du bist Mach weiter So vielen Dank auch dafür Ey das sind so viele Donations Das ist unglaublich Die Arzt Grünkohl Ist wieder am Start Die kenne ich mit 25 Und fies Genauso wie Oliver Kann ich auch Danke für den Euro Und Gibi Ryan hat es viel viel mehr verdient Ich habe Gibi Da wird sich Wolf jetzt richtig Wolf jetzt richtig Metzern jetzt nicht Warst Wolf hat ja selber gesagt Er würde Ryan sind Samuel Kügler Danke fürs VIP Wir haben gissens recht Und ohne Hader Fünf Euro Bis zum Beste Fielten dem Muzi Dankeschön Vanessa Strübig Alles Gute nochmal Nachricht Vielen Dank Und Zwei Mal nochmal hinten raus Dankeschön Körtel Turtle Freue mich sehr für dich Vielen Dank Körtel Turtle Heute nur Posi Für Stimmung von Bellaria Alter heute waren so viele Gemischte Gefühle Bruder Mal doch hardcore Ich war auch Rapier mit den Augen Ach Kuss Slacks Ich freue mich so für euch Oh Slacks Das sehe ich auch jetzt Erst Alter Das sehe ich auch jetzt Alter Was macht denn Ghost 707 Am Ende vom Stream Ey Der haut nochmal 70 Schweizer Franken Insgesamt raus 20 Schweizer Franken Nummer 50 Bruder Übertreib mich Es ist Ende des Streams Wir gehen langsam Aufs Ende zu Aber vielen Dank An Ghost 707 Wirklich Kuss geht raus Super effective Emote Ja Danke Robert Ey wir müssen Er ist jetzt auch Robert Er ist jetzt Robert So Ähm Alter Slacks Auch viel viel Dank Liebe geht raus Auch an Slacks Also an Alex Lese ich jetzt erst Tut mir sehr leid Ich hoffe Alex ist noch da Ist Alex noch da Ich weiß es nicht Kuss geht raus Auch wenn Alex in letzter Zeit Nicht mehr so oft da ist Das macht mich auch traurig Alex ist wenig am Server Derzeit sehr wenig Alex muss mehr auf den Server kommen So Ich habe da in der Katze Daumen gedrückt Vielen vielen Dank Kuss Timi Weeks Und Flo 1 zu 7 Danke fürs Sipp werden Marvin Kötter Danke 5 Euro Mario Er mit 5 Euro Vielen Dank Heinz Peter Dietrich Glückwunsch Hoffentlich geht der Katze Schnell besser Dankeschön Fabian TV Danke für den Euronesser Strübig Danke für 20 Euro 20 Cent Dante Für die Katze Und freut mich Dass es langsam bergauf geht Aber das freut mich auch so Chris Negostar Danke fürs Sipp werden Der Schrotter Ist doch Mensch nicht zu weinen Drück die Daumen Können mir nicht vorstellen Wenn mein Hund Was passiert Er war immer Da Als ich allein war Ja Man hat schon so Verbindungen Bei mir sind meine Katzen So wie meine Wie meine eigenen Kinder Das ist ganz krass Man hat so eine richtig krasse Bindung Zu den Wenn du denkst So zu Katzen Und zu Hunden So eine Bindung haben kannst Krank ne Hast du meinen Freund Linus und Luca Grüße Linus und Luca Dankeschön Erl Techno Matthias Trunkowski Freue mich für dich Dankeschön nochmal an dich Und Erl Techno So Erik Novak Und Random Fly Dann versippt werden Heilspeterd.exe Die Katze Wo du damals mit 18 eingestäfert Das war das schlimmste Gefühl Das ich jemals hatte Hab damals sehr oft geweint Also es ist okay Dass du auch geweint hast Wie liebe Danke Boah Du mit 18 Muss man aber sagen Hattest ja auch ein schönes Leben Hab 18 Das ist schon ein Alter von der Katze Ja so Katzen werden ja Ja wenn es gut läuft Mal 20 25 Ganz selten glaube ich Dass meine Katze 25 wird Also ich bin Ich wäre wirklich so froh Wenn meine Katze auch 18 werden So Da weiß ich Weißt du Dann ist nicht Dann kannst du dich halt Gut Aber das tut es halt auch Weil du 18 Jahre Mit einer Katze zusammen Und dann ist die weg Auf einmal Boah ich merke das ja auch jetzt Jetzt wo der Kleine nicht da ist Wir haben ja immer so vorstellt Wenn drei Katzen Eine Katze fehlt Jetzt wenn der Kleine nicht im Haus Das ist unser Kleinster Der ist ja nicht zu Hause Der ist beim Arzt Das Haus fühlt sich irgendwie leer an Es fehlt was Das ist ganz schlimm Als würde so ein Teil einfach fehlen Das ist Ganz schlimm Und das obwohl wir noch Zwei andere Katzen haben Ich weiß noch Ich weiß noch wie Wie die eine Katze weggerannt ist Die war dann zwei Drei Monate weg Das war auch ganz schlimm Da hab ich Gefühlt jeden Tag drüber geheult Ähm Dann unser Taddel Der nie wieder aufgetaucht ist Boah das war auch ganz schlimm Der ist ja nie aufgetaucht Ah ja Ich frag mich bis heute Was mit ihm passiert ist Dass das Ey da Wenn es mal eine Maschine gibt So eine Zeitmaschine Einfach wo du die Zeit Zurückdringen kannst Und gucken kannst Was ist an dem Tag passiert Ich glaube das Wäre das erste Was ich machen würde Ich würde gerne sehen Was mit meiner Katze Damals passiert ist Die einfach verschwunden ist Das wäre das aller allererste Was ich tun würde Einfach dass ich endlich mal Aufgeklärt bin Weißt du jetzt nicht So eine Zeitmaschine Wo du mit reingehen kannst Sondern so wie eine Kamera Weißt du was ich meine So eine Kamera Die halt wie eine Freecam Rumfliegen kann Und du siehst dann Äh was passiert ist Das würde mich so interessieren Was da vorgefallen wäre Das wäre das allererste Was ich machen würde Wenn es sowas mal geben würde Aber ich glaube das erlebe ich Nicht mal mit Wenn es sowas gibt Aber das Das allererste Gucken was es mit meiner Katze passiert Also der Katze Wünsche Das ist der Katze Schon wieder Beste Dankeschön Thomas Vielen Dank Bomaus Haut raus Das ist in deiner Stimme Dass du selber so weißt Ne ich bin einfach Gerade übelst emotional Das nimmt mich halt mit Wieso drüber rede Alleine Alter Ich bin einfach Ich bin nicht Ich bin nicht Besorgt Ich bin gerade einfach Emotional Ich bin gerade einfach Nur happy Auch ein bisschen Dass Dass es ihm wieder besser geht Weil ich die letzten Tage Schon so ein bisschen Gedacht habe Ich muss mich verabschieden Oder sowas War schon nicht schön Ne ich bin da Ja bei mir ist auch mal Eine Katze Irgendwie Weggelaufen Entürt worden Keine Ahnung was da Passiert ist Aber sie ist nie Weggelaufen Plötzlich Ein Anderer Abend weg Ja Genauso war es bei mir auch Genauso war es bei mir auch Einen Abend rausgelassen Nie mehr zurückgekommen Und keiner hat das gesehen Oder gehört Alter Wer ist denn das Ich Ich Werde nicht mehr Ist das immer noch Ghost Alter Ich glaube Bruder Übertreib nicht Bruder Weißt du wie viel Geld Du gerade reinballerst Ghost 707 Ey Du übertreibst doch nicht Und immer dasselbe Level Level Abhaut da rein Hier nochmal Super Effektiv Ich Bin ich bläht Warum habt ihr so viel Oder sehe ich das gerade falsch Genau Sei es gerade ein Bug ist Oder so Ich muss nach oben scrollen Da sehe ich es Da sehe ich es So Vanessa Strübig Vielen Dank mal für 5 Euro und 5 Cent Philipp der Fanfahrer Mit 5 Euro Und er schreibt nichts dazu Schreibt er dazu Muss man auch dazu sagen AC Grünkohl Deine Tränen machen Dich noch sympathischer Dankeschön AC Grünkohl Ne also ich heute So ein emotionaler Tag Insgesamt die letzten Tage Ich weiß es ging dauerhaft Auf und ab Das war krank Alter Denn jetzt so Man muss sich spenden Alles gut Es ist schön Wenn du einfach nur dabei bist Und hier mitschillst Oder ein Like dalasst Und abonniert hast Ich bedanke mich Für jeden Support So Lars echt 1 zu 7 Ja alles Gute Nacht Ich habe vorgelesen So Lars mit 1 zu 7 Mit Fies Alter Dankeschön Fabi4899 Danke fürs Zip Sarah Westen ist noch Wipp geworden Stiller Wolf Ich wünsche dir noch alles Gute Nacht Dankeschön an Stiller Wolf auch Julian Peitzner Für 2,49 Swayze Hast du meine Spenden überlesen Nein ich habe sie vorgelesen Swayze Alles gut Es tut mir sehr leid Dass ich das jetzt erst vorlese Vor 6 Stunden Das sind die Donis Vor 6 Stunden Alter Mach ich mal hin hier Stiller Wolf Haut nochmal 2 mal raus Dankeschön Marco Alles gute Nacht Sorry Bin jetzt von der Arbeit Heim Was kommt aus einem defekten Aus einer defekten Kaffeemaschine Ein kaputt Chino Danke Marco Damit hast uns wieder Die Welt gerettet Sarah Wessel Michael Rode Dank fürs Zip Werden Crazy Dog Alles gut Nachträglich zum Geburtstag Von Crazy Dog Pink Lady Und Tagadosh Ah die kennen wir alle Liebe Grüße aus Heide Bleibst du wie du bist So gefällst du uns Kuss geht draußen Euch alle Kenn ich nämlich alle noch Also Crazy Dog Pink Lady Und Tagadosh Auch schon lange dabei So Romina 2509 Danke für 5.99 Auch und fürs nichts Dazuschreiben Das wollte mich auch sehr Michael Rode Danke mal fürs WP werden Romina Nochmal für die Katze Ihr noch gute Besserung Vielen Dank Ey danke auch für diesen Frischen Support Wirklich Leute Dankeschön Sebastian Inno7 Was ist deine Bretteljause Für ein Fleisch Mit Fleisch Mit Fleisch Mit Aufstieg Mit Fleisch Aber ey Auf einer Bretteljause Ist wirklich viel Fleisch Drauf Ein paar Gürkchen Ein paar Käsesachen Ey aber wer Wenn Deutschland Keine Jause kennt Also jetzt habt ihr Heute was gelernt Und alle Ich schwöre euch Wenn ihr mal Gut Bretteljause Ist in der Steiermark Wenn ihr mal In die Steiermark fährt Müsst ihr in den Buschenschank gehen Und eine Bretteljause Bestellen Ich sag euch Ihr werdet nicht enttäuscht sein Das ist richtig geil Bretteljause Mit allem Auch was Was nimmt man da dazu Entweder ein Käferbohnensalat Oder so ein Wie heißt denn hier Salat Mit diesem Mit einem Meerrettichsalat Mit Kernöl Oh richtig geil Aber Käferbohnensalat Mit Kernöl Und Zwiebel Und eine schöne Bretteljausen Oh ja Da müsst ihr Leute Das empfehle ich euch Absolut Wie holst ich da nochmal Moin moin Mach weiter so Ich hoffe Dass die Katze Liebe lieben wird Ich hoffe es auch Aber es Also Schadl ist ja heute Ins Zimmer gekommen Ich hab wirklich Tränen geholt Das war so schön Es geht Bergauf Jetzt spendet Was ist mit dem Kartell Ich weiß nicht was mit dem Kartell Das ist Axtecho Was ist mit dem Kartell Sehst du mir Alles Gute Nacht Zum Geburtstag Und für die Katze Dankeschön Satonori Stimmt Die haben uns BD eigentlich gedroht Stimmt Das war so dumm Eigentlich Aber sie sind leider Drauf gekommen Weil leider Edin und Larissa Die Maske abgezogen haben Hätten die das nicht gemacht Wäre besser gewesen Oh ne Oh ne bitte nicht Oh ne mein Internet Ist mein Internet Ich hoffe mein Internet Schall hat das nicht zusammen Oh es sind noch 5 Leute Auf RLO Oh wollen wir auf Austria Infinity Live gehen Und gucken wie es da drauf ist Österreichischer Roleplay Server Gute Performance Ist der ohne Whitelist Dann geh ich mal rauf Ah ne sonst Joinen mir ganz viele nach Ne das mach ich jetzt lieber nicht Sonst geht der Server down Aber ich krieg den immer als Werbung Weil ich in Österreich stationiert bin Ich krieg den immer als Werbung So Wo auch immer ich jetzt rausgeflogen bin Vielleicht war ich zu lange AFK Ich weiß es nicht Perfekt zum Ende ja Ich glaub mein Router Macht einen Neustart oder so Ich hab schon Angst So Max Dank für 240 Minuten Moin Thomas Seger Alles gut So Grüße Vielen Dank Und Soul Viel Glück Dass es eure Katzen Vielleicht wieder besser geht Vielen Dank auch dafür Oh ne Jetzt muss ich neu rein Scheunen Weil sonst Dass ich neu rein Scheune eigentlich Dann stürze ich Nämlich ab Dann sterbe ich Also muss ich aber ganz schnell Rein jetzt hier Weil sonst Stütze ich ab So Für Red Bull und so Dankeschön Kodex nochmal JK Dank für 2 Euro Auch vielen Dank Zoi Was ist mit dem 8-Mille-Haus Was vor allem mit 3 mal Firmenkasse gekauft hat Und jetzt weg ist Es ist nicht weg Man kann es überschreiben lassen Es ist immer noch da Floppy1 zu 7 Vielen Dank für 2 Euro Abonnieren Sie Cisco Hier einen kleinen Easter Egg Auf Munterung Oh ne Was ist das denn Oh bitte Wenn ich da jetzt draufklicke Bitte sag nicht Dass da irgendein Copyright Sound Oder sowas kommt Was ist denn das Ach Schokozucker 30 Minuten Schokozucker Mix Da kommt das Mit dem Hintergrund Laufen Was schon Abonnieren Sie Cisco G nochmal Wie schon gesagt Lass die anderen drehen Das ist nichts falsch gemacht Niemand so Vorurteilen Das bin ich der selben Meinung Einfach kein Urteil Wenn man nicht selber dabei ist Wichtig und richtig Antipike Gamer Waren kommen Bankusanträge Weiß noch nicht Wir haben noch immer Keine richtige Lösung Dafür gefunden So Mike Danke für den Euro Dennis Schabernack Tut mir echt leid Mit dem Kater Auch für wirklich Das war wieder gut Danke schön Dennis Dankeschön Floppy1 zu 7 Gehen wir auch Wieder ein geiler Stream Danke Freut mich So 1 zu 7 Bis Kurt Die Grüße gehen raus Was ist passiert Man kann den Kompletten Stream Nachgucken Ich sag nicht zu viel Was heute passiert ist Dann keinen Krieg von Julian Ich hoffe nicht Alter Ich hab so keinen Bock drauf Äh Venni Alles Gute Für deinen Kater Oder Wanni Spende ist für deinen Kater Dankeschön Ähm Oh warte Weil ich jetzt hier spawnen Ich darf nie auf die Fresse fahren Sonst bin ich tot Seht ihr das? Das ist brandgefährlich Wenn du im Noclip bist Mich schon so oft Gereckt wegen sowas Dann hab ich gesagt Erstmal re-reloggen So 5 Leute sind noch da Heftig Ganze 5 Leute Ja GBS Nicht alles auf einmal Haus Nein auf gar keinen Fall No tv tv Danke für 20,20 Cent Äh Steve das Silver Mein bester Lass dich Von allen drunter kriegen Ich wünsche Der Kater Vielen Dank Steve das Silver Dankeschön Daniel auch mit 25 Euro dabei Er schreibt nichts dazu Das freut mich Manuel Rost Mal sehen ob du den verstehst Rezo ist dran verzweifelt Was heißt Wo Was Wo Regen Oh mein Gott Ähm Ja Ich 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 kenne den Ich kenne den Hat er einmal gemacht Den Rezo Äh Diesen Who Ne Dann Rain Und dann den Sun Dazu Den Den Kann ich sogar Den Kann ich Damit kriegst du ihn nicht Ne das habe ich Hat wirklich Rezo mal gesagt Ne und da hat sich Dann gedacht Warte 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 Irgendwie so was vor Oder irgendein YouTuber Ihr habt es irgendwo gesehen Marvin Bist der Beste Bleib so wie du bist Und gute Besserung an den Katzen Der Arme Dankeschön Vielen Dank Ich wollte mir neulich Eine Pizza mit Salami kaufen Und der Typ meinte Wir nehmen nur Bar oder Karte Was Also ich wollte mir neulich Eine Pizza mit Salami kaufen Und der Typ meinte Wir nehmen nur Bar oder Karte Was Ich verstehe es nicht Okay Ist doch gut Wenn er Bar und Karte Nimmt oder Ich verstehe das nicht Ich verstehe ihn gerade echt nicht Irgendwo Es ist die Uhrzeit Ähm 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 Why Ähm Die Kita soll sich jetzt muten Steht hier Es ist noch eine Beleidigung drin Aber die schreibe Die sage ich jetzt nicht dazu So ach nie Ich bin sehr schneller Zuschauer Und wollte einfach mal sagen Ob es der beste YouTuber ist Dankeschön Ach nee Danke freut mich sehr LC Official Jerome Tobi Sintz Und die Lennart Haut auf VIP raus Dankeschön Peggy Meissner Haut raus YouTube Nighthunter Was ist mit Justin Und ich will Und ich will das einfach Ein Gerechter Und ein Ehrlicher Umgang In der Community herrscht Und das nicht Irgendwer Irgendwer Jemand Anderen Andügen Muss So Aus dem Grund Ist er leider rausgeflogen Fand ich auch sehr schade Hab ich nicht gern mit ihm gezockt So Mit K1 War immer lustig Das tut mir auch heute noch so ein bisschen weh Aber gut Viele wissen das auch nicht Ich äh Viele denken immer Ich spann auch Leute weg Aber so ist das ja nicht Ich stehe mein Porsche immer noch da Ah guck mal Ist aber nicht mein Porsche oder Nee Guck mal Und hier lieb Porsche Der Mami steht nur hier Und hier sind sie zu Hause Das ist die Kartellstraße Ey wir sollten das ja herrichten Dann machen wir hier eine 1 zu 7 Straße Mit der Kartellstraße Machen wir hier Guck mal hier schöne Häuser hin Hallo Nachbarn Wie geht's Nee Was Heute roter Mond So Lennart Genau Wenn man beim Scheißen und Bulltrain Bekommt man dann Kotflüge Das ist die Frage Danke für die tollen Für die tollen Aber ich kann nicht mehr lesen Für die tolle Abendunterhaltung Deiner Katze Gute besseren Couscous Danke nochmal Machen und Lump Kevin Jendroska So auch RNK Gwynn und Robin Fritz und Wipko Dankeschön So wir sind's Bin gespannt Wie die Tags Auf uns zukommen Was Also die Tage Auf uns zukommt Er hat wirklich Tags geschrieben Was die Tags Auf uns zukommt Ich kann oft nix dafür Wenn ich das so vorlese Steht so drin Es tut mir leid Christianemlovil Kennst du mich noch Kannst du mich grüßen Bro Ich grüße Christianemlovil Natürlich Ich kenn ihn noch Dankeschön Wird auf 3.0 auch FBI geben Oder so Ich glaube FBI nicht Aber schauen was kommt Ich hätte irgendwie Bock Auf eine Army Aber das ist halt die Frage Inwiefern wir das brauchen Mal gucken Oliver Barth Danke nochmal für den Euro Marcel Schüßler Na Bock auf Juve Einraus fertig Doch schau Heute kein Juve Auf ganz entspannt nicht Aber wir hatten heute So viel Stress Das war so lustig Ich hatte schon lange Mal so Spaß heute Das war heute echt lustig Also wirklich Lementi Guten Abend Bin etwas spät Aber schauen wir natürlich Den Stream nach Dankeschön Lementi Robin Fritz ist noch VIP geworden Max Polocho und Brian zu 7 Dank fürs SIP werden Ich glaube man zu 7 Stell ihm Eines Eine coole Socke Genauso Einer fehlt noch Bei 1 zu 7 Ja jetzt hat man Der eingestellt Das passt P-Tactofficial Viel Kraft in der Zeit Bleib stark Feier dich weiter Dankeschön P-Tactofficial Vielen Dank Vor zwei Stunden Max A.K. Senanta Kings Heute an den Streams Bin eigentlich nur Stiller Zuschauer Kuske draus Dankeschön Kuske zurück So Brian 1 zu 7 Dank Wollen wir noch Für 42 Bagelle Alles gute Nacht Zum Geburtstag Das habe ich so Gefohle Diesen Bonner Notte Brian 1 zu 7 Haut nochmal Zwei Dankeschön Dafür WT Alles gute Nacht Sorry Hatte vergessen Dir zu schreiben Handel der Kombi Rollt weiter Herz Dankeschön Auch lange Da war ich schon Albe RLO 49 Cent Haut auch mal Raus Dann Körtl WT Alles gute Nacht Ich kann mir Dein Birthday Gut merken Hab drei Tage später Hast du da nicht Hattest du denn jetzt nicht Drei Tage später Alles gute nachträglich Hattest du Dann hattest du doch Äh Hattest du doch gestern Oder hast du heute Ne Weißt du Mit drei Tage später Am Am Zerundsatz Dann hast du heute Alles gute Was das heute ist Außer ich bin einfach Zu lost dafür Weil drei Tage später Ist doch der Samstag Hier Ja Samstag Dann alles gute Oder alles gute Vorträge Ich weiß nicht Ich hoffe Der überhaupt da ist Der Körtl Aber dann Sonst ist der Vierter Ja das ist doch heute Dann alles Gute Der Körtl hat Geburtstag Schau Alle mal In ein Herz Für Körtl rein Schaut Er hat heute Geburtstag Am 22 Anzigsten So Pasi Prillinger Danke für Einen Euro Auch Der ohne Lappen Das war so gut gesungen Gleich Copyright Ich sehe es schon kommen Ghosting Was ihm ist mitgeworden Dankeschön Schweizer Taschenmesse Alles gute Nachträglich Und schade Dass bei So viel passiert Das ist privat Heute Ganzer Streaming Gegönnt Dankeschön Vielen vielen Dank Und alter Ghost Habe ich jetzt Alles vorgelesen Glaube Ich hatte Donnerblitz Mit einer Euro Dankeschön Oldschool Kevin Dann Dennis Mit 5 Euro Ich wünsche dir Ganz viel Glück Und Kraft Und dass eine Katze Wieder auf die Beine Kommt Dankeschön Dennis So Thomas Mit 15 Euro Fies Hättest du dir Eine Katze Wünsche Dass das Der Katze Schnell wieder Besser wird Dankeschön Thomas Schweizer Taschen Was auch immer Mit 15 Euro Vorhin Na dann Lässt dir nochmal Ein Schweizer Ne Fufi Da Ach danke An die Schweizer Die Schweizer Hauen immer so viel Raus Unglaublich Immer die Die Schweizer Hauen immer die Fufis raus So hier oben Auch Der Ghost Ist ja auch Der Schweizer Was haben die Schweizer Mit den Fufis Eigentlich Was hat es Damit auf sich Gingen die Schweizer Alles den Fufis Ausgezahlt Also die Kriegen immer so 50 Schweizer Es gibt sicher Nur die 50 Schweizer Frankenscheine Mehr gibt es Nicht Das sind die Einzigen Scheine Die existieren Deshalb gibt es Nur 50er Warte Den Den haben wir Jetzt verdient Dankeschön Danke Alter Vielen vielen Dank An das Schweizer Taschenmesser Und wirklich Ghost Der haut hier Ghost Jetzt reicht Der haut hier Auch nochmal Weiter raus 5 Euro 2 Euro 10 Euro 10 20 Euro 20 Und dann die 50er hier Ich werde nicht mehr Alter Ostjuli Kannst du mich grüßen Beste YouTube Ich grüße Frostjuli Natürlich Und Dante Wie du viel Heute schon Durchgemacht hast Mach weiter Bist du der Beste Alter Heute war Aber heute war echt lustig Ich muss sagen Heute hatte ich echt Spaß Im AP Heute hatte ich auch mal Seit lange mit dem Kartell Wieder Spaß Weil die sich so aufgeregt haben Und es hat irgendwie Spaß gemacht Mit den heute AP zu spielen Ich muss ehrlich sagen Ich hab gedacht Ich krieg heute eine geknallt von dem Ich dachte heute Also wenn ich mich da hingesetzt hab Dachte ich jetzt Knall die mir in den Kopf Also das war echt nicht Ohne Hat Spaß gemacht So Leute Ich hab jetzt alles vorgelesen Alter 7000 Likes auch noch erreicht Ey heftig 70.000 Aufrufe auch erreicht Was gibt's denn schöneres Boah 7000 Likes Kuss Baupizze hier oben Jull dann Viel Spaß dabei Man will mit der Salami Bezahlen Oh Ja Er nimmt nur Bar Und ich wollte eine Pizza Mit Salami bezahlen Oh mein Gott Ja jetzt verstehst Danke Er wollte mit der Salami zahlen Ja danke Leute das Das ist heute schon zu viel Für mich Heute war wirklich geil Ja Also ich bedanke mich Für alle die jetzt dabei waren Ich hab glaube ich jetzt Wie lange vorgelesen 20 Minuten sicher Ich weiß nicht Warte War 30 Minuten Jetzt vorgelesen Ja ich hab jetzt 30 Minuten lang vorgelesen 30 Minuten alter Unglaublich Wirklich unglaublich 30 Minuten vorlesen So ich hoffe Euch hat aber der Stream gefallen Sorry dass ich 30 Minuten vorgelesen hab Aber wie ihr wisst Ich ähm Ich lese jede einzelne Nation vor und auch wenn es Um 3 Uhr morgens ist Mir ist das egal Jeder wird hier vorgelesen Der hier auch was Äh äh supportet Das ist wichtig und richtig Ich bedanke mich natürlich auch Alle die hier abonniert haben Glocke aktiviert haben Oder sonstigen Support Mal nehmen sie einfach Hier im Stream sitzen Aber wenn ich dann da Alles vorlesen würde Ich glaube dann würde der Stream Noch mal weitere 12 Stunden gehen Ich hoffe ihr könnt das akzeptieren Äh früher ging das noch Ich weiß noch Früher habe ich glaube ich Jedes Mal eine Durchgriffsrunde gemacht Und da konnte ich das auch Jedes Mal machen Weil sonst ist der Chat halt so voll Da kommst du nicht mehr Da kommst du nicht mehr zu Ende Und tun mir immer die Leute Dass ich dann grüßen kann Ich die 30 Minuten Ja Also ich wünsche euch Wie gesagt eine wunderschöne Gute Nacht Wir sehen uns dann Nächst wahrscheinlich morgen Oder übermorgen Dann haut da rein Vielen Dank Weil die da dabei waren Und äh Die auf den Rücken gestärkt haben Die wirklich hier aktiv Immer am Start sind Kuss raus Und wir sehen uns dann Nächst wahrscheinlich morgen Oder übermorgen Alles klar Also Tschüssi Kosti Macht's gut Bis zum nächsten Mal Und Tschüssi Kosti